Sie hören Heiß glüht mein Hass von Karen Rose, gelesen von Julia Fischer. Prolog Springdale, Indiana, Donnerstag, 23. November, 23.45 Uhr. Er starrte mit grimmiger Befriedigung in die Flammen, das Haus brannte lichterloh. Er glaubte, ihre Schreie zu hören, und er hoffte, dass sie litten. Sie waren im Haus gefangen, meilenweit keine Nachbarn, die zur Hilfe eilen würden. Sie bekamen endlich, was sie verdienten. Und dass es durch ihn geschah, war nur gerecht. Shane war allein gewesen, ein Schaf unter Wölfen. Und als er endlich entlassen worden war und zurückkehren konnte, war sein Bruder kein glücklicher Junge mehr gewesen. Als er endlich zurückgekommen war, hatte Shane den Kopf gesenkt gehalten, damit man die Scham und die Furcht in seinen Augen nicht sah. Denn sie hatten ihm etwas angetan. Es gab ganze Zeitabschnitte, die er vergessen hatte, weil es zu schmerzhaft war, sich daran zu erinnern. Nun aber erinnerte er sich wieder. An jede einzelne Person, die ihre Hand erhoben hatte, um ihm etwas anzutun. An jede einzelne Person, die ihn und Shane hätte beschützen sollen und es nicht getan hatte. An jede einzelne Person, die einfach weggesehen hatte. Der Junge hatte das ausgelöst. Der Junge, der ihn an Shane erinnerte. Der Junge, der ihn hilfesuchend angesehen hatte. Schutzsuchend. Ein Blick voller Angst und Scham. Heute Abend war es gewesen. Und er war in die Vergangenheit zurückversetzt worden. In eine Zeit, an die er sich nicht erinnern wollte. Damals war er schwach gewesen. Jämmerlich schwach. Nutzlos. Mit einem Mal schien die Lösung so klar. Die Wut musste getilgt werden. Und daher musste die Ursache der Wut getilgt werden. Was bedeutete, dass alle Menschen, die ihnen etwas angetan oder weggesehen hatten, verschwinden mussten. Und während er dort stand und den Flammen zusah, erinnerte er sich an jeden einzelnen dieser Leute, so als hätte er sie gestern noch gesehen. Er sah Gesichter, hörte Namen, spürte Hass. Er neigte den Kopf zur Seite, als das Dach einbrach und ein Funkenfeuerwerk in den Himmel schickte. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Hübsch. In seinem Kopf begann ein Plan zu reifen. Und wenn der letzte Vorhang fiel, konnte Shane endlich in Frieden ruhen. Und ich werde endlich frei sein. Chicago, Samstag, 25. November, 23.45 Uhr. Ein Ast klatschte ans Fenster, und Caitlin Burnett fuhr zusammen. Der Wind, murmelte sie, sei nicht so ein Jammerlappen. Dennoch machte das Heulen draußen sie nervös, und in Dohertys altem, ächzendem Haus ganz allein zu sein, trug nichts dazu bei, ihre Unruhe zu dämpfen. Sie senkte den Blick wieder auf ihr Statistikbuch und seufzte. Die Party im Treepsilon war bestimmt viel spaßiger als das hier. Und viel lauter. Und genau aus diesem Grund saß sie in diesem langweiligen alten Haus und versuchte zu lernen, während im College ihre Kommilitoninnen feierten. Ihr Professor hatte für Montagmorgen eine Klausur angekündigt. Und wenn sie durchfiel, war das Semester umsonst gewesen. Dann würde ihr Vater ihr den Wagen abnehmen, verkaufen und mit dem Geld mit ihrer Mutter auf die Bahamas fliegen. Der Betrag, den die Dohertys ihr zahlten, damit sie die Katze hütete, war lächerlich. Ein anderes Geräusch ließ sie auffahren. Es kam von unten, und es klang wie ... wie ein Stuhl, der über den Holzboden schrammte. Ruf die Polizei. Sie legte die Hand auf den Hörer, holte dann aber tief Luft und zwang sich zur Ruhe. Wahrscheinlich nur die Katze. Sie würde ziemlich dumm dastehen, wenn sie die Polizei wegen einer fetten, verwöhnten Perserkatze anrief. Im Übrigen sollte sie jetzt gar nicht hier sein. Mrs. Doherty hatte sich ziemlich klar ausgedrückt. Sie sollte nicht hier übernachten, sie sollte keine Partys feiern, und sie sollte auch nicht das Telefon benutzen. Sie sollte die Katze füttern und ihr Klo sauber machen, Punkt. Lautlos verließ Caitlin das Zimmer, das die Dohertys als Büro benutzten, und schlich ins Schlafzimmer, wo sie die kleine Pistole aus Mrs. Doherty's Nachttischschublade holte und sie entsicherte. Sie hatte die Pistole entdeckt, als sie nach einem Stift gesucht hatte. Es war eine Zweiundzwanziger, und mit einer solchen Waffe hatte sie mit ihrem Vater schon oft am Schießstand geschossen. Sie stieg die Treppe hinunter und hielt die Waffe hinter dem Rücken. Es war stockdunkel, aber sie wagte es nicht, Licht zu machen. Sie ging weiter, die Schritte durch den Teppich gedämpft, bis die zweite Stufe von unten knarrte. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Ihr Herz hämmerte laut, während sie lauschte. Und dann hörte sie das Summen. Da war jemand im Haus, und er summte. Das Quietschen von etwas Schwerem, das über den Boden gezogen wurde, übertönte das Summen. Und dann roch sie Gas. »Raus! Hol Hilfe!« Sie stürzte vorwärts, stolperte, als ihre Füße den Holzboden berührten und fiel auf die Knie. Die Pistole flog aus ihrer Hand und rutschte über den Boden. Laut! Verzweifelt fuhren ihre Hände im Dunkeln über den Boden, tasteten nach der Pistole. Dann hatte sie sie gefunden und kam auf die Füße. Sie war zwei Schritte auf die Tür zugelaufen, als sich jemand von hinten auf sie stürzte und mit ihr zu Boden ging. »Gott, bitte!« Sie zappelte unter ihm, aber er war zu schwer. Sein Atem strich heiß über ihr Ohr. Und dann spürte sie, wie er hart wurde. »Nein, bitte nicht! Nicht das!« Sie kniff die Augen zusammen, als er seine Hüften gegen sie presste. »Bitte, lassen Sie mich gehen! Ich sollte nicht einmal hier sein! Ich werde nichts sagen, das verspreche ich!« »Du solltest nicht einmal hier sein?« wiederholte er. »Was für ein Pech für dich!« Sonntag, 26. November, 1.10 Uhr Reed Soliday drängte sich durch die Menschenmenge, während er im Vorbeigehen den Stimmen lauschte und die Gesichter betrachtete, die dem brennenden Haus zugewandt waren. Es war eine Mittelklasse-Gegend, in der hauptsächlich ältere Menschen wohnten, und die Leute, die hier in der Kälte standen, schienen einander alle zu kennen. Schockiert und ungläubig drängten sie sich zusammen, und er wusste, dass sie sich sorgten, die Flammen könnten auf ihre eigenen Häuser überspringen. Drei ältere Frauen standen etwas abseits, und über ihre ängstlichen Gesichter flackerte der Schein des verbliebenen Feuers, das zuvor nur mit zwei Löschtrupps unter Kontrolle hatte gebracht werden können. Dieses Feuer war kein Zufall. Es hatte zu stark, zu heiß und an zu vielen Stellen im Haus gebrannt. »Meine Damen«, mit der Marke in der Hand näherte er sich den drei Frauen. »Ich bin Lieutenant Soliday.« Alle drei Frauen musterten ihn. »Sie sind Polizist?«, fragte die Mittlere. »Sie war um die siebzig und so zart und klein, dass der Wind sie hätte umwehen können.« »Fire Marshal«, antwortete Reed. »Würden Sie mir bitte Ihren Namen nennen?« »Emily Richter. Und das sind Janice Kimbrough und Darlene Destmand.« »Und Sie kennen sich hier ein wenig aus, Ma'am?« Richter rümpfte die Nase. »Ich lebe seit beinahe fünfzig Jahren hier.« »Wer wohnt in diesem Haus, Ma'am?« »Bis vor einiger Zeit die Doherties. Joe und Laura. Aber Laura ist gestorben, und Joe ist nach Florida gegangen. Jetzt wohnen sein Sohn und dessen Frau hier. »Aber Sie sind nicht da«, fügte Janice Kimbrough hinzu. »Sie sind über Thanksgiving zu Joe nach Florida gefahren.« »Es war also niemand im Haus«, das war den Männern bei ihrer Ankunft bereits gesagt worden. »Nein, es sei denn, Sie sind vorzeitig zurückgekommen«, meinte Janice. »Haben Sie heute jemanden gesehen, der nicht zu dieser Gegend gehört?« »Gestern war ein Mädchen hier«, sagte Richter. »Sie füttert die Katze.« »Studentin«, erklärte Darlene Destmand. »Jos Schwiegertochter hat mir erzählt, dass sie hier nicht übernachten würde. Sie sollte nur ein- oder zweimal am Tag kommen, um die Katze zu füttern.« »Vielen Dank, meine Damen. Sie waren eine große Hilfe.« Er ging über die Straße, wo Captain Larry Fletcher mit einem Funkgerät neben dem Löschwagen stand. »Larry?« Larry betrachtete stirnrunzelnd das brennende Haus. »Das Feuer ist gelegt worden.« »Ja, das denke ich auch, Larry. Es könnte doch noch jemand drin sein.« Er schüttelte den Kopf. »Die älteren Damen meinten, die Hausbesitzer wären nicht in der Stadt.« »Sie sagten konkret, dass die Besitzer eine Studentin zum Katzenfüttern engagiert hätten.« Mit einem knappen Nicken hob Larry das Funkgerät an die Lippen. »Mahuni? Möglicherweise Opfer im Haus.« Das Gerät knisterte. »Verstanden. Ich versuche reinzugehen.« »Falls es zu gefährlich ist, kommst du sofort wieder raus,« befahl Larry. Dann warnte er sich wieder Reed zu. »Wenn sie drin ist...« Reed nickte grimmig. »Ist sie wahrscheinlich tot. Ich weiß. Ich höre mich noch ein bisschen um. Lass mich reingehen, sobald es möglich ist.« 2.20 Uhr. Rasch fegte er die Erde vom Versteck und hob den Deckel der Plastiktonne hoch. Glänzender Tant und Schlüssel funkelten ihm entgegen. Er hatte sie am Tag, als er hergekommen war, vergraben und seitdem nicht mehr angerührt. Es hatte keinen Grund dazu gegeben, doch jetzt gab es einen. Er warf Caitlins Tasche hinein, setzte den Deckel wieder auf und fegte sorgsam wieder Erde darüber. Der Junge sah vom Fenster im ersten Stock aus zu. Sein Herz klopfte laut. »Du musst es jemandem sagen. Aber wem?« »Er findet bestimmt heraus, dass ich es verraten habe. Er würde wütend werden.« Und der Junge wusste, was geschah, wenn er wütend wurde. Krank vor Angst ging der Junge zurück ins Bett, zog die Decke über den Kopf und begann zu weinen. Es war ein hübsches Haus gewesen, dachte Reed, als er durch die Überreste wanderte. Er blickte nach oben, wo bis vor kurzem noch zwei Etagen, ein Speicher und ein Dach gewesen waren, und sah die Sterne am Himmel. Möglicherweise hatte es mehrere Brandherde gegeben. Irgendein Mistkerl hatte sicherstellen wollen, dass dieses Haus auch wirklich abbrannte. »Reed?« Es war Larry Fletcher, der aus der Küche rief. Reed bemerkte sofort, dass der Herd von der Wand abgerückt worden war. »Habt ihr das gemacht?« »Nein«, sagte Brian. »Sie glauben, er hat das Gas eingesetzt?« »Das würde die erste große Explosion erklären.« Larry hatte die ganze Zeit auf den Boden gestarrt. »Hier ist sie«, sagte er leise. Reed biss die Zähne zusammen und trat neben Larry. Obwohl er am liebsten nichts sehen wollte, lenkte er den Strahl der Taschenlampe auf seine Füße. Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. »Verdammt! Wissen wir, wer sie ist?« Reed leuchtete die Umgebung der Leiche ab und zwang sich zur Professionalität, zwang sich, nicht daran zu denken, wie sie gestorben war. »Noch nicht. Ich habe die Telefonnummer von dem ehemaligen Besitzer dieses Hauses.« »Die alten Damen draußen haben sie mir gegeben. Joe Doherty Senior. Sein Sohn wohnt jetzt hier. Ich habe den Vater angerufen und er hat mir erzählt, dass sein Sohn und seine Frau sich ein Boot gechartert hätten und an der Küste Floridas herumschippern würden. Sie werden nicht vor Montag zurückkommen.« Er seufzte, als er sah, dass Larry immer noch auf den Boden starrte. »Du konntest nicht wissen, dass sie hier drin war, Larry.« Er verzog das Gesicht, als er unwillkürlich sein wundes Knie bewegte. Die Druckwelle hatte ihn umgeworfen, als er die Auffahrt entlanggerannt war. Wahrscheinlich hatte er die Zündschnur zu kurz abgeschnitten. Er hatte sich zehn Sekunden erhofft, um aus dem Haus zu fliehen, aber es waren wohl eher sieben gewesen. Er brauchte zehn. Zehn waren sehr wichtig. Die alte Dame Doherty war ihrem Schicksal entkommen. Sie war nicht in der Stadt. Das hatte er von dem Mädchen erfahren. Aber sie würde zurückkommen, und er würde auf sie warten. »Miss Penny Hill« war die nächste auf der Liste. »Es ist nur zu eurem Besten«, das hatte Hill gesagt, als sie sie fortgebracht hatte, und zwar direkt in die Hölle auf Erden. Nun war Penny Hill an der Reihe zu sterben. Er fuhr gerade aus der Garage, als sein Handy klingelte. »Soliday«. »Lieutenant Soliday«? Die Stimme klang gehetzt. »Hier spricht Joseph Doherty. Ich bin gerade mit dem Boot zurückgekehrt, und mein Vater hat mir erzählt, dass Sie angerufen haben.« Joe Junior, endlich. Er machte den Motor wieder aus und zog seinen Notizblock aus der Tasche. »Mr. Doherty, tut mir leid, dass ich auf diese Art mit Ihnen Kontakt aufnehmen musste.« Ein schweres Seufzen. »Dann stimmt es? Mein Haus ist zerstört?« »Leider ja, Mr. Doherty. Wir haben jemanden in der Küche gefunden.« Einen Moment lang herrschte Schweigen. »Was?« Reed wünschte sich, er hätte dem Mann gegenübergestanden, aber das Entsetzen schien echt. »Ja, Sir, die Nachbarn haben mir erzählt, sie hätten jemanden eingestellt, der aufs Haus aufpasst.« »Ja, sie heißt Burnett, Caitlin Burnett. Sie ist eigentlich sehr zuverlässig.« Die plötzliche Panik ließ die Stimme des Mannes etwas höher klingen. »Ist sie tot?« Reed dachte an den verkohlten Körper und schluckte sein Seufzen herunter. »Wir nehmen an, dass es sich bei der Leiche um dieses Mädchen handelt, aber wir haben noch keine Bestätigung. Wir würden es zu schätzen wissen, wenn Sie es uns überließen, die Familie zu benachrichtigen.« »Selbstverständlich.« »Wann sind Sie wieder in der Stadt, Mr. Doherty?« »Eigentlich wollten wir erst am Freitag zurückkommen, aber wir werden versuchen, heute noch einen Flug zu bekommen. Wenn ich genaueres weiß, rufe ich Sie an.« Reed warf das Handy auf den Beifahrersitz, doch es klingelte sofort wieder. Das Display zeigte die Nummer des Leichenschauhauses an. »Soliday?« Reed, ich bin's, Sam Barrington, der neue Gerichtsmediziner. »Hey, Sam, ich bin auf dem Weg ins Büro. Was gibt's?« »Das Opfer ist eine Frau, Anfang 20. Wahrscheinlich 22, 23.« Sam rief gewöhnlich nicht an, wenn es um so grundlegende Informationen ging. Er musste mehr wissen. »Und?« »Nun, bevor ich anfing zu schneiden, habe ich den Körper geröntgt. Ich hatte erwartet, den Schädel in Fragmenten vorzufinden.« »Bei menschlichen Körpern, die einer solchen Hitze ausgesetzt wurden, geschah es, dass der Schädel unter dem Druck einfach explodierte.« »Aber das war nicht der Fall.« »Nein, weil ein Einschussloch in der Schädeldecke den Druck abgeleitet hat.« Reed war nicht überrascht. Aber es war ärgerlich. Nun musste er den Fall teilen. Er kümmerte sich um den Brandstifter, die Cops um die Leiche. Es war lange her, dass er mit der Mordkommission zu tun gehabt hatte, aber er nahm an, dass Mark Spinelli noch immer Lieutenant war. Mark war ein feiner Kerl. Er konnte nur hoffen, dass der Detective, den er ihm zuteilen würde, kein allseits bekannter Draufgänger war. Acht Uhr dreißig Mia Mitchell hatte kalte Füße, was wirklich ärgerlich war, zumal sie eigentlich warm und trocken hätten sein und auf ihrem Tisch liegen könnten, während sie ihren dritten Kaffee des Tages trank. Sie stand auf dem Gehweg und der Regen tropfte von der Krempe ihres alten Huts. Sie starrte wie eine Vollidiotin auf ihr eigenes Spiegelbild in den Glastüren. Sie war viele hundertmal durch diese Glastüren gegangen, aber heute war es anders. Heute war sie allein. »Weil ich wie eine verdammte, blutige Anfängerin versagt habe.« Und ihr Partner hatte den Preis dafür gezahlt. Auch zwei Wochen danach war die Erinnerung noch so frisch, dass sie bei dem Gedanken erstarrte. Sie blickte auf den Gehsteig. Auch zwei Wochen danach hörte sie noch ganz deutlich den Schuss, sah Abby zusammensacken und stürzen, sah, wie sich der Blutfleck auf seinem weißen Hemd rasch, viel zu rasch ausbreitete, während sie hilflos und vollkommen bewegungsunfähig dastand. »Entschuldigung.« Mia fuhr zusammen und musste gegen den Impuls ankämpfen, ihre Waffe zu ziehen und herumzuwirbeln. Sie hob das Kinn und verengte die Augen, um sich auf das Spiegelbild der Person hinter sich zu konzentrieren. Ein Mann, mindestens 1,90 groß. Sein schwarzer Trenchcoat hatte dieselbe Farbe wie der sauber gestutzte schmale Bart, der seinen Mund einrahmte. Mit zusammengezogenen Braun blickte er unter seinem Regenschirm hervor. »Alles in Ordnung, Miss?« fragte er in dem tiefen, ruhigen Tonfall, den sie selbst stets einsetzte, um nervöse Verdächtige und Zeugen zu beruhigen. »Erhielt sie für irgendeine Irre von der Straße?« »Vielleicht sah sie so aus.« »Ja, danke. Alles in Ordnung. Ich... ich warte auf jemanden.« Es klang nach einer schwachen Ausrede. Sie wusste es. Aber er nickte, trat um sie herum, klappte seinen Regenschirm zu und zog die Tür auf. Hintergrundgeräusche drangen aus der Eingangshalle. Und statt sie endlich in Ruhe zu lassen, blieb er stehen und betrachtete sie, als wollte er sich jede Einzelheit einprägen. Er war attraktiv, ein dunkler Typ und wirkte älter, als sein Spiegelbild verraten hatte. Es lag an seinen Augen, entschied sie. Sie waren hart, kühl. Und an seinem Mund, er sah aus, als lächelte er niemals. Sein Blick fiel auf ihre nackten Hände, und als er wieder aufsah, waren seine Augen sanfter. Falls Sie einen Ort zum Aufwärmen brauchen, finden Sie auf der Grand eine Unterkunft. »Vielleicht können Sie da auch Handschuhe bekommen. Passen Sie auf sich auf. Es ist kalt.« Er zögerte, dann hielt er ihr seinen Schirm entgegen. »Nehmen Sie den. Wenn man durchnässt ist, wird man schnell krank.« Mia verdrehte die Augen und setzte sich in Bewegung, trat durch die Türen und ging auf Tommy zu, der sie mit einem breiten Grinsen empfing. »Na, da schau her, wer hier hereingeschneit kommt. Wenn das nicht Detective Mia Mitchell ist, die uns endlich wieder mit ihrer Anwesenheit beehrt.« Sie nahm den Hut ab und schüttelte ihn trocken. »Ich hatte den Serienquatsch in der Glotze satt.« »Wie steht's?« Er zuckte die Achseln. »Alles wie immer, meine Kleine.« Aber seine alten Augen funkelten vergnügt. Er wollte, dass sie fragte. Der Schuft. »Also, wer war der Typ eben?« »Ein Fire Marshal. Ich habe ihm gesagt, dass du durchaus öfter hier herumlungern würdest und harmlos wärst du auch.« »Oh, wow, danke, Tommy«, sagte sie trocken. »Für Bobbys Mädchen tue ich doch alles.« Er zögerte. »Tut mir leid wegen deines Vaters. Er war ein guter Cop.« Ein guter Cop? Nur schade, dass Bobby Mitchell kein besserer Mensch gewesen war. »Danke, Tommy. Meine Mom hat sich sehr über den Korb gefreut.« Obstkörbe hatten den Küchentisch im kleinen Haus ihrer Mutter beinahe zum Einsturz gebracht. Beileidsbekundungen der vielen Kollegen aus einer langen, langen Karriere bei der Polizei. Drei Wochen nach dem Herzanfall ihres Vaters war das Obst in den Körben verfault gewesen. Ein passendes Ende, würden viele wahrscheinlich sagen, wenn sie ihn wirklich gekannt hätten. Aber kaum einer hatte ihn wirklich gekannt. Mia bog um die Ecke zum Großraumbüro des Morddezernats. Alles sah aus wie immer. Jeweils zwei Tische Rücken an Rücken, voll mit Papieren, Akten und Kaffeebechern. »Bis auf ihren und Abbys.« Sie runzelte die Stirn. Ihre Tische waren aufgeräumt, die Papiere zu sauberen Stapeln zusammengeschoben, und darüber hinaus herrschte eine unheimliche Symmetrie. Kaffeebecher, Telefone, Hefter, ja sogar die Stifte waren vollkommen spiegelbildlich angeordnet worden. »Die Frauen von Stepford haben bei mir aufgeräumt«, murmelte Mia und hörte beinahe zeitgleich ein vergnügtes Glucksen hinter sich. Todd Murphy lehnte mit einem Kaffee in der Hand an der Wand und grinste breit. In seinem zerknautschten Anzug und der gelockerten Krawatte war er Mia ein überaus willkommener Anblick. »Stacy«, sagte er ruhig, »die Sekretärin ihrer Abteilung. Sie musste eure Fälle durchgehen, damit Spinelli sie an andere verteilen konnte. Dabei ist sie wohl ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.« »Hat Spinelli denn alle Fälle weitergegeben?« Mia hatte nicht erwartet, dass Abbys und Mias Fälle zwei Wochen lang auf Eis liegen konnten, aber dass man ihnen alles aus der Hand genommen hatte, erschütterte sie doch. »Hatte Spinelli damit gerechnet, sie lange Zeit nicht wiederzusehen?« »Wer hat Abbys Fall übernommen?« »Hout und Brooks. Sie waren in der ersten Woche mehr als eifrig, aber da war die Spur schon eiskalt.« »Also kann Melvin Getz einen Kopp über den Haufen schießen und ungestraft davon kommen?«, sagte sie verbittert. »Sie haben noch nicht aufgegeben«, sagte Murphy leise. Mia lehnte den Regenschirm an den Tisch, streifte ihre nasse Jacke ab und verzog das Gesicht, als sich ihre Schulter bemerkbar machte. Sie richtete das Holster unter ihrem Blazer. Sie zog den abgetragenen Filzhut vom Kopf und zuckte innerlich zusammen. Kein Wunder, dass der Typ unten sie für eine Pennerin gehalten hatte. Mantel und Hut sahen aus, als stammten sie von der Heilsarmee. »Verdammt, so kann ich nicht arbeiten«, sie stieß gegen einen Stapel Papiere und ordnete wahllos Hefter um. »So. Und wenn sie die Pop-Tarts in meiner Schublade angerührt hat, dann bringe ich sie um.« Spinelli saß hinter seinem Tisch, und sein graumelierter Schnurrbart hing missmutig herab, doch als sie eintrat, erhellte sich seine Miene ein wenig. »Mia. Schön, dass Sie wieder da sind. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Wie geht's Ihnen?« Mia schloss die Tür hinter sich. »Bereit zum Dienst.« Sie riss die Augen auf, als der Mann, der auf Spinellis Besucherstuhl saß, sich zu ihr umwandte. Oh nein. Es war der Kerl im Trenchcoat, dem sie vor der Tür begegnet war, und er sah nicht glücklicher aus als sie. Sekundenlang starrten sie einander nur an. »Sie sind Detective Mitchell?«, sagte er vorwurfsvoll. Mia nickte und spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Der Mann hatte sie quasi im Stehen schlafend auf der Straße ertappt. Er hatte sie für eine Obdachlose gehalten. »Bin ich. Und wer sind Sie?« Spinelli stand hinter seinem Tisch auf. »Lieutenant Reed Soliday vom OFI«, Mia nickte. »Office of Fire Investigation. Die Jungs, die Brandursachen untersuchen. Okay. Und?« Spinellis Lippen zuckten. »Und er ist ihr neuer Partner.« Brooke Adler saß auf der Tischkante und war sich genau der Tatsache bewusst, dass ein halbes Dutzend Augenpaare in den kommenden 50 Minuten vor allem auf ihren Ausschnitt blicken würde. Wenn sie Glück hatte, würde vielleicht einer der Jungen in ihrer Klasse auf das hören, was sie für diese Stunde sorgfältig vorbereitet hatte. Große Hoffnungen hatte sie nicht. Die einzige Hoffnung in dieser Anstalt manifestierte sich auf dem Schild am Eingangstor. Hope Center for Boys. Vor ihr saßen Diebe, Ausreißer und jugendliche Triebtäter. »Und? Wie war Thanksgiving?« fragte sie fröhlich. Die meisten Jungen hatten den Feiertag hier verbracht. »Der Totan war zu trocken«, beschwerte sich Mike aus der hinteren Reihe. Sie betrachtete die Gesichter ihrer Schüler. »Wo ist Ted?« Jeff hing lässig überm Tisch, cool wie immer, aber in ihm war stets eine spürbare Spannung und in seinen Augen lag eine Kälte, die Brooke nervös machte. »Schwuchtelchen hat Bauchschmerzen«, sagte er ohne Umschweife. »Musste ins Krankenhaus.« Thadius Levine war ein ruhiges Kind, das selten etwas sagte. Brooke wusste nicht, wer ihn »Schwuchtel« genannt hatte und warum man es getan hatte, wollte sie lieber nicht wissen. Sie nahm ihre Ausgabe von »Herr der Fliegen« in die Hand und seufzte. »Ich hatte euch gebeten, das zweite Kapitel zu lesen. Also, was denkt ihr darüber?« »Herr der Fliegen« mit der Survivor-Serie im Fernsehen zu verbinden, hatte eine Woche zuvor einen Funken Interesse geweckt. »Doch nun zeigten die Gesichter keinerlei Regung. Anscheinend hatte keiner von ihnen das Kapitel gelesen.« Dann hob sich zu ihrer Überraschung eine Hand. »Manny?« Manny Rodriguez hatte sich noch nie gemeldet. »Das Feuer war cool«, sagte er ruhig. Jeffs Brauen wanderten aufwärts. »In dem Buch steht was über Feuer?« Manny nickte. »Diese Kids stranden auf einer Insel und machen ein Feuer, damit man sie von Weitem sieht und vielleicht rettet. Aber das Feuer gerät außer Kontrolle.« Seine Augen leuchteten nun. »Frisst sich in den Berg und killt einen von den Jungs. Dann fackelt die ganze Insel ab.« Es klang fast ehrfurchtsvoll und Brooks Haut begann zu prickeln. »Das Signalfeuer ist ein Symbol für...« »Wie haben sie das denn angekriegt, das Feuer meine ich?« fragte Jeff einfach dazwischen. »Die haben die Brille von dem Fettsack als Lupe benutzt,« erklärte Manny. »Und der Fettsack kriegt irgendwann seinen Teil ab.« Er grinste. »Kriegt ein Stein auf den Kopf. Überall Hirn und so.« Er blickte mit einem höhnischen Grinsen zu Brooke. »Hab schon ein bisschen weiter gelesen, Frau Lehrerin.« »Ich hab mal mit einer Lupe einen Käfer gekillt,« sagte Mike. Jeff grinste wie ein hechelnder Wolf. »Das reicht jetzt,« fauchte Brooke. »Manny, Jeff, Mike, hört auf damit.« »Das Feuer ist ein Symbol,« sagte sie fest, »für gesunden Menschenverstand und Moral.« Sie sah ihre Klasse finster an. »Und jetzt reden wir über die Symbolkraft des Signalfeuers. Am Mittwoch schreiben wir einen Test.« 9 Uhr 15 Reed Soliday sog behutsam die Luft ein und stieß sie beherrscht wieder aus. »Detective Mitchell?« Ihr Händedruck war fest. »Lieutenant Soliday?« Sie wandte sich mit gefasster Miene ihrem Chef zu, doch ihr Rücken verriet Anspannung. »Was soll das, Mark? Abby kommt wieder zurück?« »Natürlich tut er das. Aber das OFI hat in einem abgebrannten Haus eine Leiche entdeckt. Es war Mord. Und Abby wird noch ein paar Wochen ausfallen. Also betrachten Sie sich als Leihgabe. Bitte setzen Sie sich und lassen Sie Reed die Sache erklären.« Sie nahmen alle drei Platz, und Mitchell schenkte ihm ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Das sprach für sie. Ihre Augen waren nun klar und wachsam und so blau, wie das Porzellan des Christine an Feiertagen hervorgeholt hatte. Das kurze blonde Haar war vom Hut geschützt trocken geblieben, lockte sich aber feucht an den Spitzen. Die schäbige Jacke hatte sie ausgezogen und sah nun in ihrem schwarzen Blazer weit professioneller aus. Dummerweise verhüllte das dünne, anschmiegsame T-Shirt unter dem Blazer nichts von ihrer hübschen Figur. Für so eine kleine Person hatte Detective Mia Mitchell verteufelt viele Rundungen. Reed genoss es wie jeder andere, wenn er ein paar hübsche Kurven betrachten konnte. Aber was er jetzt brauchte, war einen fähigen Partner und ganz bestimmt keine Ablenkung. Samstagnacht hat es in Oak Park gebrannt, begann er. Wir fanden in der Küche des betroffenen Hauses eine Leiche. Heute Morgen hat mich der Gerichtsmediziner angerufen. Die Röntgenaufnahme zeigt, dass sie ein Einschussloch im Schädel hat. Ist das Opfer schon identifiziert? Im Grunde ja. Das Haus gehörte Joe und Donna Doherty. Sie sind über Thanksgiving verreist und haben einen Haussitter namens Caitlin Burnett engagiert. Sie hätte das richtige Alter und die richtige Größe. Sind die Eltern schon informiert worden? Noch nicht. Spinelli seufzte. Aber das war noch nicht alles mehr. Reed verzog das Gesicht. Wenn das Mädchen im Leichenschauhaus Caitlin Burnett ist, dann ist ihr Vater ein Cop. Und ich kenne ihn, warf Spinelli ein. Sergeant Roger Burnett, seit fünf Jahren beim Drogendezernat. Autsch! Mitchell presste eine Hand an die Stirn und strich sich dann das blonde Haar zurück, sodass es ihr in Stacheln abstand. Könnte es sich hier um einen Racheakt handeln? Auch Reed hatte sich das bereits gefragt. Wir brauchen die Spurensicherung. Sie zog die Brauen zusammen. Sie waren schon im Haus, richtig? Verdammt! Dieser Regen macht uns alles zunichte. Wir waren gestern den ganzen Tag dort, haben jeden Raum gefilmt und fotografiert und Proben fürs Labor gesammelt. Zum Glück haben wir das Dach abgedeckt. Der Regen sollte also nicht das größte Problem sein. Sie nickte. Okay, was waren das für Proben? Teppich, Holz. Ich habe nach Beweisen für Brandbeschleuniger gesucht. Sie neigte den Kopf ein Stück zur Seite. Und? Laut der Anzeige auf meinen Instrumenten gab es welche. Und auch der Hund hat zwei verschiedene wahrgenommen. Benzin und noch etwas anderes. Das Labor will uns die Ergebnisse im Laufe des Tages mitteilen. Gut. Ich stelle die Kompetenz Ihrer Leute nicht in Frage, fügte sie hinzu. Aber ich rufe Jack an und bitte ihn, uns mit seinem CSU-Team dort zu treffen. Zwei von meinem Team sind dort, um Sie zu empfangen. Foster Richards und Ben Trommel. Sie werden Ihre Leute reinlassen und Ihnen zeigen, was wir gestern gemacht haben. Fein, aber lassen Sie uns zuerst zum Leichenschauhaus fahren. Mal sehen, was Caitlin uns zu sagen hat. Auch Spinelli stand auf. Rufen Sie mich an, wenn Sie die Familie benachrichtigt haben. Dann sage ich Burnheads Käpt'n Bescheid. Vielleicht will sein Bezirk ja Blumen oder so etwas schicken. Mitchell neigte ihren Kopf in Spinellis Richtung. Lieutenant Soliday, könnten Sie uns einen Augenblick allein lassen? Sie können an meinem Schreibtisch warten. Es ist der neben dem Aufgeräumten. Natürlich. Er drückte sachte die Tür zu. Aber anstatt zu dem Tisch zu gehen, lehnte er sich an die Wand, den Kopf der Tür zugewandt, sodass er besser lauschen konnte. Mark, was Abys Fall betrifft, begann Mitchell. Nun erwähnte sie diesen Abby schon zum zweiten Mal. Er blickte zu dem aufgeräumten Tisch hinüber. Wahrscheinlich Abys. Spinellis Stimme hatte einen warnenden Unterton. Howd und Brooks kümmern sich darum. Und Murphy sagt, die Fährte ist kalt. Das ist wahr. Mia, sehen Sie, ich weiß, Mark, das hier hat für mich Priorität. Und das wissen Sie genau. Aber wenn ich etwas höre oder jemand anderes etwas hört und ich zur Verfügung stehe. Verdammt, Mark, ich habe ihn doch gesehen. Ihre Stimme wurde eindringlich. Ich weiß, wie dieses Arschloch aussieht, das Abby niedergeschossen hat. Und sie auch Mia. Nur ein kleiner alberner Kratzer. Mark, bitte. Eine Pause. Das schulde ich Abby. Bitte. Wieder eine Pause. Dann ein Seufzen. Falls Sie gerade abkömmlich sind, sage ich Ihnen Bescheid. Gut. Danke. Die Tür öffnete sich, aber Reed machte keine Anstalten, sich zu entfernen. Sie sollte ruhig wissen, dass er mitgehört hatte. Blut stieg ihr in die Wangen und ihre Augen verengten sich, als sie ihn dort stehen sah. Ein paar Sekunden lang starrte sie ihn verärgert an. Auf ins Leichenschauhaus, sagte sie schließlich, trat an ihren Tisch und griff nach Jacke und Hut. Hier, ihr Regenschirm. Sie warf ihn ihm zu, dann streifte sie sich vorsichtig die Jacke über. Spinelli hatte gesagt, sie sei vollkommen genesen, aber Reed hatte Zweifel. Und wenn seine Zweifel begründet waren, würde er augenblicklich einen anderen Partner verlangen. Nun nahm sie zwei Stufen auf einmal und er vermutete, dass sie sowohl ihren aufgestauten Ärger loswerden, als auch ihn zwingen wollte, im Laufschritt mithalten zu müssen. Aber er dachte ja gar nicht daran. Er ging ganz normal, sodass sie auf der Straße auf ihn warten musste. Ich habe meinen Dienstwagen noch nicht zurückbekommen und mein eigenes Auto ist sehr klein, sagte sie, ohne sich umzudrehen. Sie passen da nicht rein. Ihre Worte waren ganz offensichtlich, in zweifacher Hinsicht zu interpretieren, aber er beschloss, den Seitenhieb zu ignorieren. Also fahre ich. Bevor Reed noch überlegen konnte, ob er ihr in seinen Tahoe helfen sollte, kletterte sie bereits erstaunlich flink hinein, doch er sah, wie sie vor Schmerz das Gesicht verzog. Er klemmte sich hinter das Steuer und sah sie an. Sie sind noch gar nicht wieder soweit, den Dienst anzutreten, oder? Sie starrte stur geradeaus. Ich habe den Schein vom Arzt. Er startete den Motor, lehnte sich dann aber zurück und wartete, bis sie ihn ansah. Eine volle Minute verstrich, bis sie sich ihm endlich zuwandte. Warum sitzen wir noch immer hier? fragte sie barsch. Sie sind für eine begrenzte Zeitspanne, mein Partner. Irgendein Depp hätte sie heute Morgen angreifen, ihre Waffe stehlen oder ihnen sonst irgendetwas antun können. Ich muss wissen, dass sie nicht einfach herumstehen und ins Leere starren, wenn ich sie gerade brauche. Etwas, das er gesagt hatte, schien sie an einem wunden Punkt getroffen zu haben, denn ihre Augen wurden vollkommen kalt. Gut, vergessen wir diesen Morgen. Aber wenn es wieder geschieht, frage ich Spinelli nach jemand anderem. Darauf gebe ich ihnen mein Wort. Sie blinzelte ein paar Mal und biss so fest die Zähne zusammen, dass er beinahe glaubte, es knirschen zu hören. Zum Leichenschauhaus, Lieutenant, wenn Sie so gut wären. Reed legte den Gang ein. Zum Leichenschauhaus. Zehn Uhr Fünf Mia war schon aus Solidays SUV gestiegen, bevor er noch vollständig angehalten hatte. Droht mir zu meinem Chef zu gehen, der Vollidiot, als wäre er noch nie in Gedanken verloren gewesen. Er holte sie am Fahrstuhl ein und sie drückte schweigend den Knopf. Ohne ein Wort folgte Soliday ihr hinein und stellte sich nah genug neben sie, dass sie seine Körperwärme spüren konnte. Er stand da wie ein Granitbrocken, die Arme vor der Brust gekreuzt. Und sie kam sich plötzlich vor wie das achtjährige Kind, das sie einmal gewesen war, und am liebsten hätte sie sich in einer Ecke geduckt. Stattdessen fixierte sie die Anzeige, während der Fahrstuhl aufwärts fuhr. Ich hoffe, sie haben mit ihrem kleinen Stunt das gewünschte Ziel erreicht, sagte er, und sie war so überrascht, dass sie zu ihm aufsah. Er starrte finster, stur geradeaus. Wie beliebt? Aus dem Auto zu springen, bevor ich angehalten habe. Ich weiß, dass sie sauer auf mich waren, aber für sie ist der Wagen ziemlich hoch, und sie hätten sich locker ein Bein brechen können. Mia lachte ungläubig. Sie sind nicht mein Vater, Lieutenant Soliday. Und dafür sollten sie dankbar sein. Die Türen glitten auseinander und erwartete, dass sie hinaustrat. Ich hätte meine Tochter für eine solche Aktion zu einer Woche Hausarrest verdonnert. Zu zweien, wenn sie mir anschließend so pampig gekommen wäre. Komm mir ja nicht so pampig, Mädchen. Mia konnte ihr Schaudern kaum unterdrücken. Als sie klein gewesen war, hatte diesem Satz meist ein Schlag auf ihren Kopf gefolgt, nachdem sie Sterne sah. Später reichten die Worte aus, um sie sofort den Rückzug antreten zu lassen, woraufhin ihr Vater sie stets ausgelacht hatte. Sie hasste sein Lachen. Sie hasste ihn. Ich hasse meinen eigenen Vater. Heute war es schlimmer als sonst. Chemikalien in Kombination mit verbranntem Fleisch waren nicht appetitanregend. Emmy Barrington schob Röntgenbilder auf die Lichttafel und Mia zwang den Widerwillen nieder und konzentrierte sich. Die Bilder zeigten ein sauberes, kreisrundes Loch an der Schädelbasis. Keine Austrittswunde, sagte Barrington gerade. Die Kugel ist noch da drin, aber für den Zustand kann ich keine Garantie abgeben. Detective Mitchell, schön, Sie wieder bei uns zu haben. Danke. Sie blickte auf das Bild. Die Kugel stammt aus einer 22er? Würde ich vermuten. Barrington zog das Bild ab. Kein Kohlenmonoxid in den Lungen. Sie war tot, bevor es gebrannt hat. Ich habe in einem Oberschenkelknochen drei Brüche festgestellt. Zwei waren neu, einer verheilt. Der Knochen anständig gerichtet. Muss schon ein, zwei Jahre her sein. Finden Sie heraus, wer Ihr Zahnarzt war. Dann kann ich Sie offiziell identifizieren. Bis dahin ist sie nur eine weitere Jane Doe. Der Gerichtsmediziner trat an den Tisch und zog das Tuch zurück. Mia sah einen Sekundenbruchteil hin. Mehr ging nicht. Sofern sie das Wenige, das sie zum Frühstück gegessen hatte, im Magen behalten wollte. Sie warf Solide einen Seitenblick zu und sah, dass er sich versteifte und etwas blasser wurde. Aber es war kein Ekel, den sie auf seinem Gesicht erkannte. Nur Schmerz. Er hatte eine Tochter, dachte sie. Jung genug, dass man ihr noch Hausarrest aufbrummen konnte. Der Gedanke, dass unter dem tadellosen Anzug ein Herz schlug, half ihr über ihre Übelkeit beim Anblick der schwarzen Leiche hinweg. Ist sie vergewaltigt worden? Fragte sie mit erstaunlich ruhiger Stimme. Wir werden es wohl nicht mit Sicherheit bestimmen können. Ich habe geschmolzene Nylonfasern auf ihrem Oberkörper gefunden. Doch nichts unterhalb der Hüfte oder auf den Beinen. Kann sein, dass sie Baumwolle getragen hat, aber... Er beendete den Satz nicht. Ich werde noch ein paar Tests machen, aber ich nehme an, sie trug zum Zeitpunkt ihres Todes nur noch ein T-Shirt. Elf Uhr Die Burnetts lebten in einem hübschen kleinen Haus. Saubere Vorhänge schmückten die Fenster, und an der Tür hing noch immer das Bild eines Truthahns. Solide parkte seinen SUV auf der Straße. Inzwischen hatte sie ihre Meinung über ihn ein wenig revidiert. Nachdem er ihr seine Meinung gesagt hatte, war er nicht noch einmal darauf zurückgekommen, sondern hatte sie auf dem Weg hierher in Ruhe gelassen. Dadurch hatte sie ein wenig in sich gehen und den Morgen aus seiner Sicht betrachten können. Er war höflich gewesen, hatte Mitgefühl gezeigt und sich sogar großzügig gegeben. Im umgekehrten Fall wäre sie vermutlich nicht so nett mit ihm umgegangen. Die Notizen, die sie durchgesehen hatte, waren präzise, seine Handschrift gut lesbar und sauber. Sie warf einen Blick auf die exakt gebundene Krawatte und die sauber rasierten Ränder des dünnen Bärtchens, das seinen Mund einrahmte. Seine Schuhe glänzten frisch poliert. Und sie war sehr glücklich, sehr glücklich, sehr glücklich, sehr glücklich. Das fasste seine Persönlichkeit in etwa zusammen. In diesem Mann steckte mehr, als der äußere Anschein Glauben machen wollte, obwohl der äußere Anschein eigentlich ziemlich attraktiv war. Er hatte ihr seinen Schirm geschenkt, weil er dachte, sie hätte es nötig. Das war ... sehr lieb gewesen. Mia klopfte leise an die Tür. Die blauen Vorhänge teilten sich, und ein Augenpaar spähte hinaus und weitete sich, als Mia ihre Marke zeigte. Ein paar Sekunden später öffnete sich die Tür, und eine Frau Ende 40 stand vor ihnen und betrachtete sie furchtsam. Sie war so klein wie der Körper auf dem Tisch im Leichenschauhaus. »Sind Sie Mrs. Alburnett?« »Ja.« Sie wandte sich um. »Roger? Roger, komm bitte mal.« Ein stämmiger Mann erschien. Er war barfuß, und auch seine Miene verriet Angst beim Anblick der Polizeimarke. »Was ist los?« »Ich bin Detective Mitchell, und das ist Lieutenant Soliday.« »Dürfen wir reinkommen?« Ein Mann von der Spurensicherung begrüßte sie am Straßenrand vor Doherties Haus, und sein Gesicht strahlte, als er Mia sah. »Mia! Schön, dass du wieder bei uns bist!« Sie lächelte herzlich. »Ich bin auch froh, wieder bei euch zu sein, Jack.« »Das ist Lieutenant Reed Soliday.« Sie sah zu Reed auf. »Sergeant Jack Unger. CSU. Er ist der Beste.« »Meine Leute sind schon drin und arbeiten mit ihrem Team.« »Sie teilen gerade Eingangshalle und Wohnzimmer in Spurenbereiche ein.« »Geben Sie mir eine Minute, um meine Stiefel anzuziehen.« »Mitchell.« 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 Unger inspizierten die Fassade des Hauses, während Reed sich darauf konzentrierte, die Schnallen an seinen Stiefeln zu schließen. Seine Finger schienen stets noch unbeweglicher zu sein, wenn er in Eile war. Er gesellte sich an der Eingangstür wieder zu ihnen und betrat als erster das Haus. Dann führte er sie in die Küche. »Die Leiche lag dort.« Er zeigte auf die gegenüberliegende Wand. Sie schaute zur Decke hinauf. »Das Schlafzimmer ist genau darüber?« »Ja.« »Dort oben war ebenfalls ein Brandherd. Hier unten in der Küche der Hauptbrandraum.« Unger sah stirnrunzelnd zur Wand. Das V-Muster ist eng. Als ob es direkt hinaufgerast ist, bis es fünf Fuß hoch auf Widerstand gestoßen ist. Der Rest ist schwarz. Das Gasventil ist entfernt worden. Er hat gewartet, bis genug Gas im Raum war, und hat dann etwas zurückgelassen, das es entzündete. Die Küche ist explodiert, als die Flamme das Gas erreichte, das nach oben steigt. Und er hat einen Brandbeschleuniger an der Wand aufwärts verteilt, um sicherzugehen, dass es genau so geschehen würde. »Was hat er verwendet, um den Brand auszulösen?«, fragte Mia. »Das Labor analysiert noch, aber es war ein fester Stoff, vermutlich aus der Nitratfamilie, verpackt in ein Plastikei.« Mitchell zog die blonden Brauen hoch. »Wie eines zu Ostern? Nein, größer, wie die Eier, in der manche Firmen Damenslips verpacken. Wahrscheinlich hat er das Nitrat mit Guar-Gummi gemischt, damit es an der Wand kleben bleibt. Wenn der Feststoff zündet, brennt er geradewegs die Wand hinauf, daher das enge V. Aber es ist dazu noch explodiert, was sich auf alles unter der Gaslinie ausgewirkt hat. Sehr wahrscheinlich hat er ein Loch in das Ei gebohrt, es mit der Mixtur gefüllt und eine Zündschnur hineingesteckt. Damit hatte er allerdings nicht viel Zeit, um zu entkommen. Kaum mehr als zehn, fünfzehn Sekunden. »Wie ist er ins Haus gekommen?« »Durch die Hintertür,« sagte Reed. »Wir haben Fotos vom Schloss gemacht, aber wegen möglicher Abdrücke nichts angefasst.« Sie war widerwillen beeindruckt. »Hast du Abdrücke genommen, Jack?« »Ja, aber ich wette, die gehören nicht zu unserem Burschen. Wenn er clever genug war, dies alles aufzuziehen, dann war er auch klug genug, Handschuhe überzustreifen.« »Kannst du nach Schuhabdrücken Ausschau halten? Obwohl der Regen uns wahrscheinlich alles verdorben hat.« »Wir haben eine ganze Reihe von Fußabdrücken gefunden,« sagte Reed. »Die meisten natürlich von den Feuerwehrleuten, aber auch einige wenige andere. Wir haben gestern schon Gipsabdrücke genommen.« »Sind Sie schon im Labor?« »Mitsamt den Bruchstücken der Eier. Sie suchen auch darauf nach Fingerabdrücken.« Sie hockte sich neben die Stelle, an der die Leiche gefunden worden war. »Jack, wir brauchen auch von hier Proben.« Reed hockte sich neben sie, so dicht, dass er einen Hauch von einem weit angenehmeren Geruch wahrnahm, als der von verkohltem Holz, der noch immer überall im Haus hing. Mia Mitchell duftete nach Zitronen. »Ich habe schon Proben genommen. Wir haben Spuren von Benzin gefunden.« Sie zog die Brauen zusammen. Er hat sie mit Benzin übergossen. Sie hat bei einer so hohen Temperatur gebrannt, dass die Textilfasern auf ihrer Haut geschmolzen sind. Unger sah sich um. »Sie haben von drei Brandherden gesprochen. Die Küche haben wir gesehen. Was ist mit den anderen beiden?« »Der Brandherd im Hauptschlafzimmer weist Spuren desselben Beschleunigers auf. Noch ein Ei.« »Und das Wohnzimmer?« »Das Feuer begann in einem Mülleimer mit Zeitungen und einer Zigarette. Wahrscheinlich filterlos. Es wird eine Weile gekokelt haben, bevor es aus dem Eimer gekommen ist. Es hat die Vorhänge in Brand gesetzt, aber der Löschwagen hat es ziemlich schnell eingedämmt.« Mitchell holte Atem. »Ich brauche frische Luft.« »Alles okay, Mia?«, fragte Jack besorgt. »Ich habe zwei Advil auf leeren Magen eingenommen,« erklärte sie. »Jetzt protestieren meine Innereien.« Reed zog die Brauen zusammen. »Warum haben Sie denn nichts gesagt?« Unger nahm ihren Ellenbogen. »Los, geh etwas essen. Wir sind noch eine Weile hier. Ich rufe an, wenn ich etwas Weltbewegendes finde.« Zwölf Uhr fünf. Brooke Adler klopfte an die Tür zum Büro des Schulpsychologen und spürte, dass sie nicht fest geschlossen war. Sie steckte den Kopf hinein und sah Dr. Julian Thompson hinter seinem Tisch und einen anderen Lehrer auf dem Besucherstuhl. »Entschuldigung, ich komme später wieder.« Julian winkte sie herein. »Schon gut, Brooke. Wir haben nichts Wichtiges besprochen.« Devin White schüttelte den Kopf mit einem Lächeln, das ihr Schmetterlinge im Bauch verursachte. Seit sie hier im Hope Center angefangen hatte, war sie dem jungen Lehrer zwar schon öfter begegnet, hatte aber nie ein Wort mit ihm gewechselt. »Da muss ich Ihnen widersprechen, Julian. Das hier ist von universeller Bedeutung.« Er zog eine Braue hoch. »Bairs oder Lions am Sonntag?« Brooke kannte sich nicht besonders gut mit Sport aus, aber sie lebten nun einmal in Chicago. »Bairs?« Devin zog gespielt finster die Brauen zusammen. »Nun, gegen Heimatgefühle lässt sich wohl nicht argumentieren.« Julian deutete auf den Stuhl neben Devin. »Devin wettet auf die Lions.« »Eine persönliche Schwäche,« erklärte er ihr. »Soll ich gehen? Ist es etwas Privates?« Brooke schüttelte den Kopf. »Nein, ich könnte ganz gut noch eine andere Lehrermeinung gebrauchen. Ich mache mir Sorgen wegen einiger Schüler, wegen eines Schülers ganz besonders.« Julian lehnte sich zurück. »Lassen Sie mich raten.« Jeffrey DiMartino. »Nein, nicht Jeff, obwohl er im Grunde zugegeben hat, dass Thad Levine seinetwegen im Krankenhaus liegt.« Julian seufzte nur. »Thad sagt kein Wort. Er hat zu große Angst, um Jeff ans Messer zu liefern, und Beweise haben wir keine.« »Also, wenn nicht Jeff, wer dann?« »Manny Rodriguez. Heute Morgen war er ungewöhnlich stark am Unterrichtsstoff interessiert. Wir lesen »Herr der Fliegen«.« Julian zog die Brauen hoch. »Halten Sie Geschichten über eine Jugendanarchie in unserer Schule für klug?« Brooke zuckte die Achseln. »Dr. Bixby meinte, der Stoff sei sinnvoll.« Tatsächlich hatte der Direktor ihr sogar empfohlen, das Buch durchzunehmen. »Jedenfalls haben wir heute über das Signalfeuer gesprochen.« Julian neigte den Kopf. »Manny bekam einen glasigen Blick, richtig?« Ihm lief praktisch das Wasser im Mund zusammen. »Und nun möchten Sie wissen, ob Manny gern gezündelt hat, bevor er herkam?« »Ja, genau. Ich meine, ich bin froh, dass er plötzlich Interesse zeigt, aber es war irgendwie unheimlich.« Julian legte das Kinn auf die ineinandergeschobenen Finger. »Er hat Brände gelegt, ja. Viele kleine Brände. Und er hat schon mit fünf Jahren damit angefangen. Dann hat er dummerweise das Haus seiner Pflegeeltern abgefackelt und kam deswegen zu uns.« Brooke lehnte sich zurück. »Ich wünschte, das hätte ich vorher gewusst. Soll ich lieber ein anderes Buch durchnehmen?« Devin kratzte sich am Kinn. »Was würden Sie denn stattdessen wählen?« »Alles, was zu lesen lohnt, hat irgendein kontroverses Thema, das mindestens einen der Schüler in ihrer Klasse betrifft.« »Das muss auch gar nicht schlecht sein,« sagte Julian. »Da ich jetzt weiß, was Sie in der Stunde lesen, können wir es für unsere Therapie einsetzen. Hier im Hope Center kann er kein Feuer legen, also ist es eigentlich eine gute Idee, ihn mit verführerischen Bildern zu konfrontieren. Manchmal ist es sinnvoll, konstruktive Methoden zur Impulskontrolle zu entwickeln, solange diese Impulse den betreffenden stark beschäftigen. Was wollen Sie auf Ihren Hotdog? »Alles außer Ketchup. Danke, Soliday.« Den ganzen Tag über hatte sie sich neben ihm enorm klein gefühlt. Nun beobachtete sie, wie er durch den Laden ging. Für einen Mann seiner Größe bewegte er sich mit erstaunlicher Geschmeidigkeit. Er stand nun an der Kasse und bezahlte. Der Angestellte zog die Stirn in Falten und warf dann eine Handvoll Wechselgeld in die Tüte, die Reed ihm hinhielt. Kopfschüttelnd öffnete Reed die Autotür, und Mia, die hastig ihre Gedanken in professionellere Bahnen lenkte, nahm ihm die Tüte ab. »Meine größte Angst ist, dass Beth eines Tages so einen Kerl mit nach Hause bringt, und ich so tun muss, als könnte ich ihn leiden,« brummelte er, während er es sich auf dem Fahrersitz bequem machte. Er fischte ein paar kleine Tütchen aus der großen Tüte hervor. »Die Spender waren im Eimer. Sie müssen mir denen hier Vorlieb nehmen.« »Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Wenn ich genau darüber nachdenke, mache ich jedes Mal Schlimmeres durch, sobald Abby uns das Essen besorgt. Er steht auf diesen Vegetarier-Mist. Danke.« Mia riss ein Senftütchen auf, während Reed das Fach zwischen ihren Sitzen öffnete. Zwischen einem halben Dutzend Kassetten stand ein Schraubglas mit Kleingeld. Soliday kippte das Geld aus der Tüte hinein und machte das Fach wieder zu. Mia blinzelte und sah ihn an. »Wow, da müssen ja mindestens zehn Dollar in Kleingeld drin sein.« »Kann sein, ja.« Er nahm eines der Hotdogs und aß es ohne alles. Entsetzt schnappte sie nach Luft. »Nichts drauf? Nicht mal Senf?« Er blickte angewidert auf seinen Hotdog und zögerte. Dann hob er die Schultern. »Ich habe Schwierigkeiten, kleine Gegenstände zu handhaben.« Jetzt verstand sie auch die Existenz des Glases mit dem Kleingeld. »Wie Münzen zum Beispiel?« »Ja.« »Und Senftütchen?« »Leider, ja.« Mia verdrehte die Augen. »Geben Sie mir das verdammte Hotdog. Also, Senf?« Erreichte es ihr. »Und die Hotdog-Soße auch, bitte.« »Warum haben Sie nicht einfach gefragt?« Stolz nehme ich an. »In Anbetracht Ihrer Barschen-Zurechtweisung meiner Person heute Morgen, könnte man es vielleicht auch als Scham bezeichnen,« fuhr sie ihn an, und er lachte. Er hatte ein schönes Lachen, tief und voll. Sie aßen schweigend. Dann faltete Mia ihre Hotdog-Verpackung zusammen. »Geben Sie mir den Müll, ich werfe ihn weg.« Als sie zurück ins Auto stieg, schob er sein Handy in die Tasche. »Notfall?« »Nein, ich musste nur zu Hause anrufen. Ich habe jemanden, der auf Beth aufpasst, wenn ich länger arbeiten muss. Und jetzt nehmen Sie etwas für Ihre Schulter.« »Es gab also keine Mrs. Soliday.« Das plötzliche Herzklopfen konnte nur auf reines Interesse zurückzuführen sein, sagte sich Mia, nicht auf Erleichterung. Sie warf ein paar Schmerzmittel ein und überlegte, ob sie ihn fragen sollte, was mit seiner Frau passiert war, hielt sich aber zurück. »Wohin müssen wir jetzt?« »Griegro.« »Sie würden eine Weile zu fahren haben.« »Darf ich noch einmal Ihre Notizen sehen?« »20 Uhr.« Beth Soliday zog den Bademantel aus, den sie hastig übergeworfen hatte, als ihr Vater an die Tür geklopft hatte. Jetzt trat sie vor ihren Manns hohen Spiegel. Kritisch betrachtete sie die Zusammenstellung der Kleidungsstücke, die sie fürs Wochenende ausgewählt hatte. Jenny Q hatte für sie online bestellt. Ihr Vater konnte also unmöglich herausfinden, dass sie sie gekauft hatte. Sie hatte zwei Monate nichts zu Mittag gegessen und das Geld gespart, um sich die Garderobe leisten zu können. Aber das war es ihr wert. Sie wählte Jennys Nummer. »Ich bin's, Beth.« Sie grinste. »Die Basisarbeit ist erledigt. Ich habe ihm gesagt, dass er deine Mutter schon im Herbst kennengelernt hat.« »Gut. Ich sage meiner Mutter, dass sie ihn schon gesehen hat. Sie kann sich an so etwas sowieso nie erinnern.« »Dann sehen wir uns morgen Abend.« »Bring die Sachen mit.« »Oh, keine Sorge.« Beth legte auf. Dann zog sie ihren Schlafanzug an und versteckte die Kleider. Bald würde sie ihr richtiges Leben beginnen. Sie war kein kleines Mädchen mehr. 23.25 Uhr Mia stieg die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Sie hatte gehofft, nach einer Stunde Laufen ruhiger zu sein, aber stattdessen war sie noch immer rastlos, vollkommen verschwitzt und ihre Schulter pochte wie verrückt. Als sie die Tür aufdrückte, spürte sie sofort den Unterschied. Die Luft war warm und roch nach... »Erdnussbutter?« »Nicht schießen. Ich bin's nur.« Mia stieß erleichtert die Luft aus. »Verdammt, Dana, ich hätte dich verletzen können.« Ihre beste Freundin saß an ihrem kleinen Esstisch und hielt die Hände hoch. »Okay, okay, ich ersetze dir die Erdnussbutter.« Mia schloss die Wohnungstür und legte den Riegel vor. »Ha, ha, keiner mag einen toten Komiker.« »Wann bist du wieder nach Hause gekommen?« Dana und ihr Mann waren mit ihren Pflegekindern an Marylands Ostküste gefahren, um Thanksgiving bei Ethans alten Freunden zu verbringen. »Gestern gegen Mitternacht. Oh, es war so ein Spaß, die Kinder heute Morgen für die Schule fertig zu machen. Ethan und ich haben sie in den Schulbus gesetzt und sind erst mal wieder ins Bett gegangen.« Mia holte zwei Bier aus dem Kühlschrank. »Und mit Ethan ins Bett zu gehen, ist ja so anstrengend.« Dana grinste. »Ich werde es vermutlich überleben.« Sie lehnte kopfschüttelnd das Bier ab. »Nein, danke. Passt nicht zur Erdnussbutter.« Sie wartete, bis Mia sich gesetzt hatte. »Du hast dich auf keine meiner Nachrichten gemeldet. Ich hab mir Sorgen gemacht.« »Tut mir leid.« »Okay, hör zu. Ich wollte bloß schnell nach dir sehen. Mich vergewissern, dass du dich tot bist oder so ähnlich.« »Niemand mag eine tote Schmollbacke.« »Also, was hast du die vergangenen zwei Wochen mit dir angestellt, Mia? Außer allen aus dem Weg zu gehen.« Mia nahm einen großen Schluck aus der Flasche, ging dann zu ihrer Küchenzeile und holte die Kiste hervor. Es war eine schlichte kleine Holzkiste ohne Etikett oder Bemalung. Und es war unglaublich, dass eine so kleine Kiste so wehtun konnte. Sie stellte sie vor Dana auf den Tisch. »Tadaaa!« »Wieso komme ich mir gerade vor wie Pandora?«, murmelte Dana und hob den Deckel. »Oh, Mia!« Sie hob den Blick, und Mia sah, dass sie es endlich verstanden hatte. »Wenigstens weißt du jetzt Bescheid. Jedenfalls, was den Jungen angeht. Ich habe die Kiste in Bobbys Schrank gefunden, als ich Klamotten suchte, in denen er begraben werden sollte. Ich hab sie allerdings erst aufgemacht, als ich vom Friedhof zurückkam. Ich wollte ursprünglich seine Marke reintun. Mit großem Zeremoniell war Bobby Mitchells Abzeichen ihrer Mutter am Grab übergeben worden, mitsamt der amerikanischen Flagge, die über seinem Sarg gelegen hatte. Annabelle Mitchell hatte sich mit hagerem, frühzeitig gealtertem Gesicht zu Mia umgedreht und sie ihr wortlos in die Hand gedrückt. Die gefaltete Flagge lehnte nun an ihrem Toaster, wahrscheinlich mit Brotkrümeln in den Kniffen. Sie deutete mit dem Flaschenhals auf die Kiste. »Aber stattdessen fand ich das da.« Dana holte das Foto heraus. »Verdammt Mia! Er sieht genauso aus wie du auf Babyfotos.« »Bobby hat starke Gene gehabt.« Sie trat neben Dana und blickte auf den pausbäckigen Jungen, der, ein rotes Spielzeugauto in der Hand, auf einem Schaukelpferd saß. Den Jungen, den sie nie gesehen hatte, obwohl sie seinen Namen und seinen Geburtstag kannte. Und seinen Todestag. »Und es muss ja wie meine Babyfotos aussehen. Das war unser Schaukelpferd, meins und Kelsey's. Er hat genau wie ich Bobbys blondes Haar und die blauen Augen. Und wie sie, wer zum Teufel sie auch ist.« »Du hast sie in den vergangenen zwei Wochen also zu finden versucht. Das hatte ich mir schon gedacht.« »Sie war die Fremde gewesen, die Mia auf dem Begräbnis ihres Vaters gesehen hatte. Eine junge Frau mit blondem Haar und runden, blauen Augen. Genau wie ich. Einen kurzen Augenblick war es ihr vorgekommen, als würde sie in einen Spiegel sehen. Und dann hatte diese Frau den Blick gesenkt und war in der Menge der Polizisten, die dem Toten ihren letzten Respekt erwiesen hatten, verschwunden. »Ich muss es Kelsey sagen. Sie muss es wissen.« Sie hatte das letzte Mal mit ihrer Schwester gesprochen, als ihr Vater beerdigt worden war. Durch Plexiglas, wie immer. Mia bat nie um Sonderbehandlung, wenn sie ihre Schwester besuchte. Es war nicht in Kelzys Interesse, wenn die anderen Insassen erfuhren, dass ihre Schwester ein Kopf war. Aber Kelsey musste erfahren, was sie herausgefunden hatte. »Ich kann es ihr sagen«, erbot sich Dana. »Nein, das muss ich selbst tun. Aber danke. Ich werde es schon irgendwie einschieben können. Ich habe heute einen neuen Fall bekommen.« »Mit wem?« Mia betrachtete ihre Bierflasche. »Reed Soliday heißt der Mann. Brandermittlung.« Dana hob die Brauen. »Und?« »Scheint ein netter Kerl zu sein. Nicht verheiratet. Vierzehnjährige Tochter.« Mit einem Seufzen stand Dana auf und zog den Mantel über. »Ethan macht sich sicher schon Sorgen, also gehe ich jetzt besser. Komm doch morgen zu uns. Ich mache dir etwas Besonderes zum Essen. Und die Kids haben dir etwas mitgebracht. Bitte nicht noch einen Goldfisch«, flehte sie und Dana lächelte. »Nein, keinen Goldfisch.« Sie drückte Mia fest an sich. »Schlaf ein bisschen.« 23.45 Uhr Penny Hill seufzte erleichtert. Nach 25 Jahren Sozialfürsorge stieg sie endlich aus. Sie war frei. Sie zog am Griff ihrer Aktentasche und schwankte. Die Mappe war schwerer als gewöhnlich. Sie hatte alles hineingestopft, was in ihrem Schreibtisch gewesen war. Müde öffnete sie die Tür. Und wurde heftig nach vorn gestoßen. Ihr Kopf schlug gegen den Pfosten am Treppengeländer, als sich die Tür schloss. Dann wurde sie auf die Füße gerissen. Gegen einen harten, großen Körper gezogen. Sie wollte schreien, aber eine behandschuhte Hand presste sich über ihren Mund und sie spürte die Schärfe einer Klinge an ihrer Kehle. Der Mann schob sie vor sich her in die Küche und zwang sie auf die Knie. Dann auf den Bauch. Sie schrie auf, als er in ihr Haar griff und ihr Gesicht aufs Linoleum schmetterte. Wenn du schreist, schneide ich dir die Zunge raus. Sie holte tief Luft und wollte trotzdem schreien, doch er lachte nur leise und drückte ihr Gesicht fest auf den Boden, während sein Knie sich in ihren Rücken bohrte. Dann schob er etwas in den Mund. Stoff. Sie wollte es ausspucken und würgte. Nicht übergeben. Du erstickst, wenn du dich übergibst. Aber du stirbst ja sowieso. Lieber Gott. Ich werde sterben. Ein Wimmern kam aus ihrer Kehle und er lachte. Er warf die Plastiktüte, in der sich das gebrauchte Kondom befand, in seinen Rucksack. Bei Caitlin hatte er Glück gehabt, aber er konnte sich nicht immer auf sein Glück verlassen. Falls eine unglückliche Fügung Penny Hills komplette Einäscherung verhinderte, hatte er nun dafür gesorgt, dass nichts von seiner DNS zurückblieb. Sie lag auf dem Boden und hatte sich zusammengerollt. Sie hatte Schmerzen. Aber nicht genug. Doch das würde noch kommen. Noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, dann konnte er wieder verschwinden. Auf dem Rücksitz ihres Wagens, der nun mit laufendem Motor in ihrer Auffahrt stand, hatte er ihre Aktentasche gefunden. Das war nicht schlecht. Wer weiß, was ich darin an nützlichen Informationen finden ließ. Aber alles der Reihe nach. Er gab dasselbe Nitratgel, das sich auch im Ei befand, über ihren Körper und legte eine Zündschnur parallel zu der, die zum Ei führte, aus dem Zimmer hinaus. Diesmal war er vorbereitet. Er kehrte zu seinem Rucksack zurück und holte zwei Müllsäcke heraus. Einen zog er sich über den Kopf und stieß die Arme durch die Folie. Mit der Rohrzange löste er das Ventil an der Gasleitung hinter dem Herd. In wenigen Minuten würde die obere Zimmerhälfte mit Gas gefüllt sein. Er hockte sich mit dem Messer in der Hand neben Penny Hill, bevor ihm auffiel, dass er beinahe das Wichtigste vergessen hatte. Hastig lief er zur anderen Hausseite hinüber, zerknüllte eine Zeitung und warf sie in den Papierkorb. Dann zündete er eine filterlose Zigarette an und stellte sie aufrecht hin, sodass die Glut nicht mit dem Papier in Berührung kam. In wenigen Minuten würde die Zigarette heruntergebrannt sein. Er rannte in die Küche und packte ihren Arm. Langsam öffnete sie die Augen. »Für Shane«, sagte er, »du erinnerst dich doch an Shane, oder? Du hast ihn und seinem Bruder in ein gottverlassenes Pflegeheim irgendwo in der Pampa gesteckt.« Ihr Blick flackerte in plötzlichem Begreifen. »Du hast sie abgeschoben und dich nie wieder um sie gekümmert. Du hast ein ganzes Jahr lang nicht nach innen gesehen. Sie sind dort vergewaltigt worden. Und jetzt weißt du auch, warum ich dir das antun muss.« Mit einer raschen Bewegung schlitzte er ihr den Arm auf und warmes Blut sprudelte über den Müllsack, den er sich übergezogen hatte. »Du wirst sterben«, versprach er ihr. »Aber zuerst wirst du brennen.« Er rutschte näher heran und beugte sich herab, bis sein Gesicht ganz nah an ihrem war. »Zähl bis zehn, Schlampe.« »Und dann fahr zur Hölle.« Dienstag, 28. November, 0 Uhr 35. »Er hat es wieder getan.« Reed wandte sich um. Mia Mitchell stand hinter ihm und blickte auf das Inferno, das einmal Penny Hills Haus gewesen war. Sie war anscheinend sofort losgefahren, als der Anruf gekommen war. »Scheint so.« »Was wissen wir?« Die Anwohner berichten von einer ersten Explosion ungefähr fünf Minuten nach Mitternacht. Die Löschzüge 156 und 172 reagierten um 0 Uhr 9, respektive 0 Uhr 15. Als sie ankamen, hat der Zugführer augenblicklich die Ähnlichkeit mit dem Feuer am Samstag erkannt. Larry Fletcher hat mich um viertel nach angerufen. Und er hatte sofort Mitchell angerufen. Statt ihn schläfrig und schlecht gelaunt anzuraunzen, wie er es erwartet hatte, war sie schlagartig wach und ausgesprochen professionell gewesen. Er warf einen Blick auf die Menschenmenge und senkte seine Stimme, sodass niemand mithören konnte. »Ich denke, die Besitzerin des Hauses war da. Sie heißt Penny Hill. Zwei von den Jungs sind hineingegangen, um sie zu suchen.« Entsetzen, Mitleid und traurige Resignation mischte sich in ihrem Blick. Oh, Mist. Ja, die zwei haben die rechte Hälfte schon abgesucht, aber nichts gefunden. Und die Küche? Sie können noch nicht nah genug ran. Sie haben das Gas abgestellt und arbeiten dran. Im Wohnzimmer hat es ein kleineres Feuer gegeben. Papierkorb? fragte sie und erhob eine Braue. Ja. Ich muss schon die ganze Zeit darüber nachdenken. Das mit dem Mülleimer bei den Doherties stört mich. Da können wir uns die Hand reichen. Der Brandbeschleuniger war raffiniert. Das Benzin kam mir vor wie nachträglich hinzugefügt, aber der Mülleimer ... War irgendwie kindisch, beendete sie den Satz. Haben Sie schon mit den Leuten gesprochen? Ja, niemand hat etwas gesehen. Aber natürlich waren sie auch alle in ihren Häusern und haben entweder vor dem Fernseher gesessen oder im Bett gelegen. Plötzlich gab es einen großen Knall. Einer der Nachbarn hat Reifenquietschen kurz vor der Explosion gehört, aber er ist ziemlich durcheinander. Er zeigte auf einen Mann am Rand der Menschenmenge, der mitgenommen und schockiert wirkte. Daniel Wright, wir haben Schleuderspuren auf der Auffahrt gefunden und Miss Hills Wagen ist verschwunden. Ich gebe sofort eine Fahndungsmeldung raus. Habe ich schon. Als sie die Brauen hochzog, tate es auch. Ich hoffe, das stört sie nicht. Überrascht sah sie ihn an. Dann glättete sich ihre Miene. Natürlich nicht. Hauptsache, es wird gemacht. Sie richtete ihren Blick wieder auf das Feuer. Sie haben es unter Kontrolle. Diesmal ging es schneller. Es hat sich noch nicht im ersten Stock ausgebreitet. Im Haus der Doherties wollte er, dass das Bett brennt. Warum hier nicht? Das hatte er sich auch schon gefragt. Zwei Feuerwehrmänner kamen aus dem Haus. Kommen Sie, sagte er und ging auf Larry zu, der mit dem Funkgerät in der Hand am Rüstwagen stand. Und? Sie ist drin. Mahuni meint, sie sieht aus wie die beim letzten Mal. Wir kamen nicht nah genug an sie heran, um sie rechtzeitig herauszuholen. Er warf Mitchell einen Blick zu. Und Sie sind? Mia Mitchell, Mordkommission. Und Sie müssen Larry Fletcher sein. Larrys Blick wurde wachsam. Stimmt? Sie wollen wahrscheinlich mit den Jungs reden, die reingegangen sind. Mahuni und der Rookie. Hey! Er winkte den Männern zu. Mahuni! Hunter! Hier rüber! Mahuni und der Neuling ihres Löschzugs trotteten auf sie zu. Sie trugen noch die volle Ausrüstung, mit Ausnahme ihrer Atemschutzgeräte, die ihnen um den Hals hingen. Beide wirkten erschöpft und frustriert. Wir waren zu spät. Sagte Brian Mahuni. Seine Stimme war heiser vom Rauch. Sie ist verkohlt. Genau wie die andere. Der Rekrut schüttelte den Kopf. David? Der Mann schob den Helm zurück. Mia? Was machst du denn hier? Naja, das könnte ich dich ebenso fragen. Ich wusste ja, dass du die Prüfung gemacht hast, aber ich dachte, du wartest noch immer auf den Einsatz. Ich bin seit drei Monaten dabei. Aber da du hier bist, müssen wir wohl von einem Mord ausgehen. Und dass das Feuer bloß gelegt wurde, um den Mord zu vertuschen. Kein schlechter Gedanke. Du kennst Soliday? Der Rekrut schob seinen Helm unter den Arm. Der Blick aus ernsten grauen Augen begegnete Reeds, und seltsamerweise verspürte er eine leichte Verärgerung. Selbst russig war der Junge zu hübsch für diese Welt. Der Gedanke daran, dass Mitchell Spaß mit dem Schönling hatte, machte Reed mit einem Mal so wütend, dass es ihn selbst schockierte. Jemand zu Hause? Wenn Mitchell und Hunter etwas miteinander hatten, dann ging ihm das doch verdammt noch mal nichts an. Erzählen Sie mir bitte, was Sie gesehen haben. Zuerst gar nichts, gab Hunter zu. Der Rauch war zu dicht. Wir haben die Schlafzimmer überprüft, aber niemanden gefunden. Schließlich konnten wir uns der Küche nähern. Er schloss die Augen und schluckte angestrengt. Ich bin fast auf sie getreten, Mia. Sie ist... Schon gut. Sicher kein schöner Anblick. Vor allem, wenn du so etwas noch nie gesehen hast. Wie habt ihr sie gefunden? Hunter holte Tiefluft. Zusammengerollt. Fötale Haltung. Mahuni nahm seinen Helm ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das Feuer hat hochgebrannt. Brandspuren auf Augenhöhe. Genau wie beim letzten Mal. Und der Herd war von der Wand weggezogen. Und was ist mit dem Papierkorb im Wohnzimmer? Metall. Nur Zeitung drin. Das Mädchen, das wir am Samstag gefunden haben, war schon vor dem Brandtod. Diese Frau hier vermutlich auch. Mahuni stieß erleichtert den Atem aus. Das beruhigt ein wenig. Brauchen Sie uns noch? Reed sah auf Mitchell herab. Brauchen Sie ihn noch? Nein. David, grüß bitte deine Mom von mir. Mach ich. Lass dich mal wieder blicken. Und dann entfernten Mahuni und Hunter sich und Reed entspannte die Kiefermuskeln. Sie können jetzt noch nicht rein, sagte er und ärgerte sich gleichzeitig, dass er so brüst klang. Ihre Stiefel würden die Hitze nicht aushalten. Er wandte sich seinem SUV zu und Mitchell folgte ihm. Und wann kann ich Jack mit seinem Team reinschicken? Ungefähr in einer Stunde. Ben, Foster und ich werden uns zuerst umsehen. Aber sie können Unger schon anrufen. Er setzte sich auf seine Heckklappe, um seine Stiefel zu wechseln, während Mitchell telefonierte. Als sie fertig war, ließ sie das Telefon in die Tasche gleiten und beobachtete ihn. Ihr prüfender Blick, in Kombination mit der kalten Luft und seiner Verärgerung, machte seine Finger noch ungeschickter als sonst. Und schließlich ging Mitchell in die Hocke, gab ihm einen leichten Klaps auf die Finger und half ihm mit den Verschlüssen. Sind Sie immer so extrem stur, wenn es darum geht, um Hilfe zu bitten? fragte sie barsch. Sind Sie immer so extrem sensibel, was die Unzulänglichkeiten anderer angeht? schoss er zurück. Nein, deswegen übernimmt Abby meistens das Reden. Aber Abby ist nicht hier, also müssen Sie wohl mit mir vorlieb nehmen. Sie richtete sich auf und trat einen Schritt zurück. So, fertig, faule Socke. Also gehen Sie schon rein und sehen Sie sich das Opfer ohne mich an, da mir leider das passende Schuhwerk fehlt. 1.35 Uhr Der Junge sah mit einem Kloß im Hals vom Fenster aus zu. Da war er wieder. Und wieder vergrub er etwas. Er musste etwas sagen, aber er hatte solche Angst. Und so beobachtete er nur, wie der andere das Loch verdeckte und die Erde feststampfte. Was hatte er dort versteckt? Seine Fantasie malte sich die schrecklichsten Dinge aus, aber was geschehen würde, wenn er etwas verriet, war mindestens genauso schrecklich. Dessen war sich der Junge sicher. 7.55 Uhr Sie sah müde aus. Das war Reeds erster Gedanke, als er in der einen Hand Feuerwehrstiefel, in der anderen eine Tragepappe mit zwei Kaffeebechern im Türrahmen zum Großraumbüro des Morddezernats stehen blieb. Mitchell saß zurückgelehnt auf einem Stuhl, die Füße auf dem Tisch und las in einer dicken Mappe, die sie auf dem Schoß aufgeschlagen hatte. Ihr Blick hob sich, als er die schweren Stiefel auf ihren Tisch fallen ließ. Ich bin gerührt, Soliday. Dabei ist noch nicht einmal Weihnachten. Er hielt ihr die beiden Becher mit Kaffee entgegen und sah echtes Entzücken in ihrem Gesicht aufleuchten. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Sie legte die Akte auf den Tisch und nahm sich einen der Styroporbecher. Echter Kaffee, sagte er. Kein Klärschlamm wie der da hinten in der Kanne. Sie nahm ein Töpfchen Kaffeesahne und sah misstrauisch zu ihm auf. Soll ich Ihnen das in den Kaffee tun, oder wollen wir uns lieber erst wieder gegenseitig beleidigen? Er lachte leise. Ich trinke schwarz. Danke. Dann betrachtete er die Akte auf ihrem Tisch. Roger Burnetts Fälle? Er hat heute Morgen hier auf mich gewartet. Namen, Adressen und sonstige Daten von allen, denen er in den vergangenen Jahren an den Karren gefahren ist. Ich glaube, er brauchte das Gefühl, dass er etwas tun kann. Und? Sie schnitt ein Gesicht. Jeder von den Typen, die hier drinstehen, kann etwas gegen ihn haben. Sie gehen also wieder davon aus, dass Caitlin ein Racheopfer gewesen ist. Sie gab die Sahne in den Kaffee und drückte den Deckel zu. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Penny Hill Sozialarbeiterin war. Sie hat vermutlich in den vergangenen Jahren eine Menge Kinder aus einer Menge Familien herausgeholt. Und eine Menge Leben durcheinander gebracht, wenn man es von einer bestimmten Worte aus betrachtet. Es könnte interessant sein, Burnetts Fälle mit Penny Hills abzugleichen. Vielleicht gibt es jemanden, der sie beide gehasst hat. Kannte Roger Burnett Penny Hill? Nein, ich hatte es gehofft, aber er hat ihren Namen noch nie gehört. Sie schwang die Füße auf den Boden. Wir haben jetzt unser Morgenmeeting. Ich habe Jack und den Gerichtsmediziner gebeten, zu uns zu kommen. Sie griff nach dem Ordner und nach ihrem Kaffee. Außerdem habe ich unseren Psychologen eingeladen, vorbeizuschauen. Ein großer Tisch dominierte Spinellis Konferenzraum. Spinelli saß an einem Ende, umgeben von Jack Unger von der CSU und Sam Barrington aus der Gerichtsmedizin. Neben Jack saß ein älterer Mann, der Seelenklempner, wie Reed annahm. Spinelli musterte sie beide und verzog den Mund. Haben Sie diese Nacht überhaupt etwas Schlaf bekommen? Eigentlich kaum, antwortete Mitchell. Sie lächelte dem Psychologen herzlich an. Hey Miles, danke, dass Sie kommen konnten. Das ist Lieutenant Soliday vom OFI. Reed? Dr. Miles Westphalen. Sie warf Barrington einen Blick zu. Konnten Sie sie schon untersuchen? Für mehr als einen flüchtigen Blick war noch keine Zeit, antwortete Barrington, als Reed sich neben Mitchell setzte. Aber ich würde wetten darauf abschließen, dass ich etwas anderes als Benzin auf der Leiche finde. Die Verbrennungen gehen viel tiefer als bei dem vorherigen Opfer. Apropos Opfer, unterbrach Spinelli. Mit wem haben wir es zu tun? Penelope Hill, 47 Jahre alt, begann Mitchell. Seit 25 Jahren Angestellte beim Sozialamt. Sie blies sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Gestern Abend hat sie ihren Ausstand gefeiert. Ich habe heute Morgen mit einer Freundin beim Sozialamt gesprochen. Hill war beliebt und wurde allseits respektiert. Über sie und ihr freiwilliges Engagement wurde schon öfter in den Zeitungen geschrieben. Die Tochter eines Cops und eine Sozialarbeiterin, überlegte Spinelli. Irgendeine Verbindung? Sie schüttelte den Kopf. Bisher nicht. Wir brauchen eine richterliche Anordnung für Hills Akten, damit wir die Fälle der beiden gegenchecken können. Die Brände jedenfalls sind nach demselben Strickmuster gelegt worden. Spinelli zog die Brauen hoch. Reed? Sämtliche Augenpaare waren auf ihn gerichtet. In beiden Fällen entstand der Initialbrand in der Küche. In beiden Fällen wurde das Gas verwendet. In beiden Fällen wurde fester Brandbeschleuniger als chemische Verlängerung des Zünders die Wand hinaufgelegt. In Dohertys Haus war es Ammoniumnitrat, gemischt mit Kerosin und Guargummi. Hochentzündlich. Ich erwarte die Laboranalyse vom Hillfall bis heute Abend, aber ich bin mir jetzt schon recht sicher, dass die Mischung dieselbe ist. Spinelli strich sich über den Schnurrbart. Haben wir es also mit einem professionellen Brandstifter zu tun? Nicht im traditionellen Sinn. Brandstiftung aus Profitgründen wird gewöhnlich in Form eines Versicherungsbetrugs von Grundbesitzern begangen. Oder von Kriminellen, die, nun, einen Auftrag verrichten. Aber dies hier scheint sich nicht um Geld zu drehen. Es kommt mir eher wie eine persönliche Sache vor. Ich meine, der Täter hat nicht einfach einen Brand gelegt. Er hat diese Häuser in die Luft gejagt. Woher er die Opfer kannte, wissen wir noch nicht, aber die Explosion schreit einem förmlich ins Gesicht. Seht mich an. Schaut her, was ich kann. Und den Mülleimer nicht vergessen, murmelte Mitchell. Und in beiden Fällen wurde ein separates Feuer gelegt, fügte Reed hinzu. Zerknülltes Zeitungspapier und eine filterlose Zigarette in einem Papierkorb. Eine Zigarette ohne Filter brennt ganz herunter und entzündet das Zeitungspapier. Es ist ein sehr schlichter, aber effektiver Mechanismus, um eine zeitliche Verzögerung herbeizuführen. Spinelli schrieb die Informationen auf und warnte sich wieder um. Das mit dem Mülleimer klingt für mich, als hätten wir es mit einem Neuling auf diesem Gebiet zu tun. Ich denke, es bedeutet etwas, sagte Mitchell. Es kommt mir symbolisch vor. Wahrscheinlich haben Sie recht. Was noch? fragte Spinelli. Sam? Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, erklärte Barrington. Besorgen Sie mir die zahnärztlichen Unterlagen des zweiten Opfers, damit wir sie so schnell wie möglich identifizieren können. Ja, sagte Mitchell tonlos. Ich kümmere mich heute darum. Barrington stand auf. Falls es sonst nichts mehr gibt, ich habe heute ziemlich viel zu tun. Sind Penny Hills Angehörige schon informiert? Noch nicht, sagte Mia. Das Personal im Sozialamt fängt ungefähr in einer halben Stunde an zu arbeiten. Da sollten wir eigentlich Kontaktinformationen bekommen können. Spinelli setzte sich wieder. Malz, können Sie uns schon ein Profil erstellen? Oder wenigstens Starthilfe geben? Westfalen nahm die Brille ab und polierte die Gläser mit einem Taschentuch. Nun, ungefähr ein Viertel aller Brandstifter ist unter 14 und legt Brände aus purer Lust am Brennen. Oder unter Zwang. Ich denke nicht, dass wir hier einen solchen Fall haben. Weitere 25 Prozent sind im Alter zwischen 15 und 18. Er hob die Schultern. Ich möchte nicht glauben, dass wir es hier mit einem Jugendlichen zu tun haben. Aber wir alle wissen, dass der eine oder andere durchaus dazu fähig ist. Brandstifter sind selten über 30. Und falls ja, dann handelt es sich um die Verbrecher, von denen der Lieutenant bereits gesprochen hat. Hier geht es um Profit. Erwachsene Brandstifter, die nicht hinterm Geld her sind, handeln in den meisten Fällen aus Rache. Die Mehrheit ist weiß. Beinahe ausschließlich männlich. Und ich bin mir so gut wie sicher, dass dieser Täter ein Vorstrafenregister hat. Wir haben keine Abdrücke finden können, sagte Unger. Er hat überhaupt nichts zurückgelassen, was uns einen Hinweis geben könnte. Also nützen uns die Vorstrafen leider nichts. Westfalen runzelte die Stirn. Die Tatsache, dass man ihn nur Sekunden vor der Explosion von Hills Haus hat wegfahren sehen, lässt entweder darauf schließen, dass sein Timing jämmerlich war, oder dass er eine hohe Risikobereitschaft besitzt. Er braucht den Kick, sagte Mitchell, und Westfalen nickte. Möglich. Generell findet man bei Brandstiftern eine instabile Kindheit. Abwesende Väter, emotionaler Missbrauch durch die Mütter. Brandstiftung ist häufig eine Art Trittbrett für Sexualverbrechen. Ich habe einige Sexualstraftäter behandelt, die die Brände zur Befriedigung gelegt haben. Irgendwann reicht es nicht mehr, ein Feuer brennen zu sehen. Als nächstes kommt die Vergewaltigung. Sie sind also nicht überrascht, dass der Täter erst vergewaltigt und dann alles abfackelt? Westfalen setzte die Brille wieder auf. Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Was mich allerdings überrascht, ist die Tatsache, dass er nicht geblieben ist, um es brennen zu sehen. Er plant ein hübsches Feuerwerk, bleibt aber nicht zur Vorstellung. Und nun, fragte Spinelli. Wir reden mit den Doherty's, sagte Mitchell und wandte sich Reed zu. Und dann würde ich gern nochmal zu Hills Haus fahren. Und wir sollten herausfinden, wer sonst noch wusste, wo Caitlin war. Oder ob jemand auf dem Campus gesehen wurde, der dort nicht hingehört. Reed, haben Sie in der Datenbank nach ähnlichen Bränden angefragt? Wollte Spinelli wissen. Ja, ich habe Sonntagmorgen in der BATS-Datenbank nachgefragt und heute Morgen noch einmal. BATS ist die Abkürzung für Bomb Arson Tracking System, das das ATF eingerichtet hat, erklärte er auf Miles verwirrten Gesichtsausdruck hin. Ich habe eine Menge Treffer für festen Brandbeschleuniger bekommen, aber meistens in Gewerbegebäuden. Kein Treffer, als ich die Morde hinzugefügt habe. Über tausend Treffer dagegen, als ich mich nach Mülleimerbränden erkundigt habe. Ich lasse meine Suche automatisch mehrmals am Tag durchlaufen, für den Fall, dass unser Täter es woanders versucht. Wir werden sehen. Spinelli runzelte die Stirn. Im Grunde können wir also im Moment nichts tun, außer eine Verbindung zwischen den beiden Fällen zu suchen. Mehr, bringen Sie mich auf den neuesten Stand, bevor Sie heute Abend verschwinden. Viel Glück! 8.45 Uhr Blinzeln starrte er auf die Zeitungsseite. Unfassbar, wie schnell diese Reporter sein konnten. Er hatte erst morgen mit einem Bericht gerechnet. Aber da stand auf der Titelseite Mordender Brandstifter. Serientäter? Penny Hills' Name wurde genannt. Hier hatte sich niemand mit Namen von der Redaktion geändert aufgehalten. Er las weiter und zog die Stirn entfalten. Jemand hatte ihn wegfahren sehen. Nun, er hatte die Skimaske getragen, und das Nummernschild hatte der Kerl sich gern merken dürfen. Schließlich war es Penny Hills' Wagen gewesen. Wer also war auf ihn angesetzt worden? Er überflog den Artikel. Er war der Polizei einen Lieutenant wert. Kein kleiner Bundesagent. Sehr schön. Und dieser Soliday war sogar ausgezeichnet worden. Erfahren. Wer war sein Partner? Seine Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Detective Mia Mitchell. Eine Frau? Sie hatten wahrhaftig eine Frau ausgesucht, um ihn zu erwischen? Er riss den Artikel aus der Zeitung und las ihn noch einmal durch. Sie hatten Caitlin erwähnt. Das war ihm beim ersten Mal entgangen, weil er Penny Hills' Namen gesucht hatte. Das Opfer des ersten Brandes war die 19-jährige Caitlin Burnett, Tochter von Sergeant Roger Burnett. Sein Herz setzte beinahe aus. Seit 20 Jahren beim CPD. Verdammt. Er hatte die Tochter eines Cops getötet. Verdammter Mist. Wütend legte er den Artikel in sein Buch zurück, zu dem gestrigen Bericht über den Doherty-Brand aus der Tribune und dem vom Freitag aus der Gazette. So eine verdammte Scheiße. Jetzt würde die Polizei ihn jagen wie einen streunenden Hund. Verdammt. Das war absolut beschissen. 9 Uhr 5 Mia faltete die Verpackung ihres Sandwiches zusammen, als sie vor den Überresten des Hauses der Doherty's parkten. Ein Paar mittleren Alters stand am Straßenrand und betrachtete erschüttert die geschwärzte Ruine. Das dürften wohl die Doherty's sein, sagte Mia leise. Ich schätze, da haben Sie recht. Soliday seufzte. Bringen wir es hinter uns. Mr. Doherty wandte sich um, als sie herankamen. Lieutenant Soliday? Der bin ich. Er schüttelte den beiden die Hand. Und das ist Detective Mitchell. Die beiden tauschten einen besorgten Blick aus. Ich verstehe nicht, sagte Doherty. Morddezernat, sagte Mia. Caitlin Burnett wurde ermordet, bevor das Haus in Brand gesetzt wurde. Mrs. Doherty stieß einen erstickten Schrei aus, den sie sofort mit der Hand dämpfte. Oh Gott! Ihr Mann legte ihr einen Arm um die Schultern. Wissen Ihre Eltern es schon? Mia nickte. Wir haben Sie gestern informiert. Wir wissen, dass der Zeitpunkt nicht günstig ist, sagte Reed. Aber wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Wir haben Brandsätze in Ihrem Schlafzimmer und in der Küche entdeckt. Mrs. Doherty rang sichtlich um Fassung. Ist noch etwas übrig geblieben? Nicht viel, antwortete Reed. Mr. Doherty nickte. Wann können wir hinein, um zu sehen, was zu retten ist? Unsere Hochzeitsfotos? Mrs. Doherty's Stimme brach und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Verzeihen Sie? Ich weiß, dass Caitlin... Aber Joe... Alles ist weg! Doherty legte seine Wange an ihr Haar. Es wird alles wieder gut, Donna. Wir stehen das durch. Wir haben bisher immer alles durchgestanden. Er begegnete Solidays Blick. Wir wurden vor fünf Jahren verklagt. Ein Kunde ist in unserem Geschäft gestürzt. Doherty verzog den Mund. Die Geschworenen waren auf der Seite des Klägers. Wir haben alles verloren. Und es hat uns fünf Jahre gekostet, wieder Fuß zu fassen, sagte seine Frau müde. Als mein Dad sich vor zwei Jahren zur Ruhe setzte, hat er uns das Haus preiswert verkauft. Verbittert musterte er die Ruinen. Wir haben gerade wieder aufgeatmet. Zum ersten Mal seit Jahren Urlaub gemacht. Und jetzt das. Mr. Doherty, sagte Mia freundlich, und der Mann sah ihr direkt in die Augen. Fällt Ihnen jemand ein, der Gräuel gegen Sie hegen könnte? Nein. Wir bleiben meist für uns. Sie haben uns noch nicht gesagt, wann wir ins Haus können, sagte Doherty. Sobald es möglich ist, wich Mia aus. Sie schienen nette, anständige Leute zu sein, aber sie würden sie dennoch überprüfen müssen. Haben Sie irgendwelche Wertsachen, die wir für Sie in der Zwischenzeit herausholen und aufbewahren sollen? Mr. Doherty's Miene veränderte sich abrupt. Ähm, ich habe eine Pistole. Oben im Nachttisch. Sie ist registriert. Auf meinen Mädchennamen, erklärte Mrs. Doherty. Lawrence. Ich habe sie vor unserer Ehe gekauft. Es ist nur eine Zweiundzwanziger. Entschuldigen Sie uns bitte kurz. Mia bedeutete Soliday mit dem Kopf, ein Stück zur Seite zu kommen. Ich habe keine Waffe gefunden, murmelte er, bevor sie fragen konnte. Und ich habe im Nachttisch nachgesehen. Dann hat der Täter sie vielleicht gefunden. Oder Caitlyn, und er hat sie ihr abgenommen. Vielleicht ist er selbst sogar unbewaffnet gekommen. Was uns wieder zu der Theorie führt, dass Caitlyns Tod vielleicht nur ein Zufall war. Mist, das bringt wieder alles durcheinander, murrte sie. Gleichzeitig wandten sie sich dem wartenden Paar zu. Wir haben ihre Pistole nirgendwo gefunden, sagte Mia. Wir werden sie für sie als gestohlen melden. Die beiden sahen sich an und Furcht lag in ihren Augen. Kennen Sie eine Frau namens Penny Hill? fragte Mia, aber beide schüttelten den Kopf. Warum? Ich frage bloß. Mia lächelte. Ich werde sehen, ob ich ihr Hochzeitsalbum finden kann, versprach Soliday. Sonst noch etwas? Ich weiß, das muss sich furchtbar anhören, weil Caitlyn doch... Mrs. Doherty schien hin- und hergerissen zwischen Angst und schlechtem Gewissen. Ich habe eine Katze, Percy, ein weißer Perserkater. Haben Sie... Sie holte Luft. Haben Sie ihn gefunden? Mitgefühl flackerte in Solidays dunklen Augen auf. Nein, Ma'am. Aber falls wir ihn finden, lasse ich Sie es wissen. Ich bin sofort wieder da. Detective? Mia wandte sich wieder dem Paar zu. Wo werden Sie unterkommen? Im Augenblick wohnen wir im Bacon Inn. Mr. Doherty's Lächeln war absolut freudlos. Ich nehme an, wir sollen die Stadt nicht verlassen. Es ist in der Tat besser, wenn der Lieutenant oder ich Sie jederzeit kontaktieren könnten, sagte Mia so neutral wie möglich. Hier meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Sie schwiegen und warteten auf Solidays Rückkehr. Minuten verstrichen. Und Mia zog die Stirn entfalten. Er müsste längst zurück sein. Er hatte selbst gesagt, wie gefährlich die beschädigte Hauskonstruktion war. Allerdings hatte sie noch nichts gehört, was darauf schließen ließ, dass ihm das Dach auf den Kopf gefallen war. Dennoch. Entschuldigen Sie mich. Auf der Hälfte der Auffahrt blieb sie stehen und sah Soliday mit geweihteten Augen entgegen. Er kam aus dem Garten hinter dem Haus hervor. Was ist denn das? Soliday betrachtete angewidert das schmutzige Bündel, das er auf dem ausgestreckten Arm hielt. Wenn man den Dreck beseitigt, ein weißer Perserkater, glaube ich. Er hat sich an der Hintertür in den Schlamm gedrückt. Mia grinste. Er wirkte herrlich angeekelt. Wie lieb von Ihnen. Ich bin nicht lieb. Nehmen Sie ihn. Er stinkt. Ich kann mich beherrschen. Sie lachte. Ich bin allergisch gegen schmuddelige Katzen. Und meine Schuhe sind dreckig, klagte er und sie lachte wieder. Dann wandte sie sich mit gefasster Miene wieder zu Mrs. Doherty um. Wie mir scheint, ist der verlorene Kater wieder aufgetaucht. Moment, sagte sie, als Mrs. Doherty hoffnungsvoll herangestürmt kam. Im Augenblick ist da noch ein Beweisstück. Wie bitte? fragten die Doherties wie aus einem Mund. Mia sah sie an. Der Täter muss das Tier hinausgelassen haben, oder es ist entwischt, als er eingebrochen oder wieder gegangen ist. Wir nehmen ihn mit, baden ihn und untersuchen ihn. Mit etwas Glück finden wir etwas. Falls nicht, bekommen sie ihn so schnell wie möglich zurück. Aber er hat bestimmt Hunger. Mrs. Doherty biss sich auf die Lippe. Wir füttern ihn. Mia musste sich ein Grinsen verkneifen. Nicht wahr, Lieutenant Soliday? Solidays Augen verengten sich und sein Blick versprach Rache. Sicher. Er hielt der Frau ein gefüttertes Album entgegen, das einmal weiß gewesen sein musste. Die Bilder sind durch das Löschwasser beschädigt, aber vermutlich kann man einiges retten. Zwölf Uhr zehn. Manny Rodriguez sah sich um, bevor er die Zeitung vor der Cafeteria in den Mülleimer warf. Julian, der hinter Brooke stand, fluchte leise. Sie hatten recht. Ich habe ihn am Ende der ersten Stunde mit der Zeitung gesehen. Holen wir sie raus? Julian hob den Deckel an. Das ist der Böton. Gestern war es die Trip. Beide gibt es vorn am Empfang zu kaufen. Jedenfalls hat er einen Titelbericht herausgerissen. Sie gehen jetzt Mittagessen. Ich überprüfe, was Mr. Rodriguez so interessiert. Mit gerunzelter Stirn sah Brooke Julian hinterher. Er schien sich keine ernsthaften Sorgen zu machen. Vielleicht bin ich einfach noch zu unerfahren. Vielleicht mache ich bloß aus einer Mücke einen Elefanten. Aber eigentlich glaubte sie das nicht. Sie hätte gern gewusst, was Manny sonst noch sammelte. Brooke? Stimmt etwas nicht? Devin kam ihr aus der Cafeteria entgegen. Ich mache mir nur Gedanken über Manny. Er schneidet Artikel über Brandstiftung aus der Zeitung aus. Devin zog die Brauen zusammen. Das klingt nicht gut. Haben Sie Julian Bescheid gegeben? Ja, aber es scheint ihn nicht sehr zu beunruhigen. Ab wann darf man das Zimmer eines Schülers durchsuchen? Wenn ein begründeter Verdacht vorliegt. Ich würde sagen, der Ihre ist es, Brooke. Reden Sie mit dem Sicherheitschef. Er sollte davon wissen. Brooke sah Bart Seacrest, den teiggesichtigen Chef der Wachmannschaft, vor sich. Er machte sie nervös. Aber würde sich Julian dann nicht übergangen fühlen? Er wird es schon verstehen. Sagen Sie mir, wenn Sie möchten, Bescheid. Dann bin ich bei dem Gespräch mit Bart dabei. 13.35 Uhr Er obduziert gerade eine andere Leiche, sagte Sams Assistent und deutete zur Tür. Sie können reingehen und mit ihm durch die Scheibe sprechen. Kann er nicht rauskommen? Mitchell presste die Kiefer aufeinander. Ich habe gerade gegessen, okay? Der Bursche lachte leise. Ich sag ihm, dass Sie da sind. Hilds Leiche wird schlimmer sein als die Autopsie, warnte Reed. Ja, ich weiß. Ich hasse es, wenn reingeschnitten wird. Ich weiß, in der Hinsicht bin ich ein Weichei, aber... Schon gut, Mia, unterbrach Reed sie. Oh, sind wir jetzt also auf persönlicherer Ebene angelangt? Du scheinst beschlossen zu haben, mich doch zu behalten, murmelte sie, als Sam bereits herauskam und sich die Maske vom Gesicht zog. Ihr Opfer hatte Kohlenmonoxid in der Lunge. Oha, sagte sie. Moment mal, sagte Reed im gleichen Augenblick. Die CSU hat Blut am Tatort gefunden. Wir dachten, er hat sie erschossen, genau wie Caitlin Burnett. Nein, die Röntgenbilder zeigen eine Gehirnerschütterung, die wahrscheinlich durch den Druck der hohen Temperatur entstanden ist. Kein Luftloch dieses Mal. Sie lebte noch, als das Feuer gelegt wurde. Mia zog die Brauen zusammen. Und wie lange noch? Nach der Kohlenmonoxid-Konzentration zwei oder fünf Minuten, nicht viel mehr. Reed hätte am liebsten gar nicht gefragt. War sie bei Bewusstsein? Ich habe keine Anzeichen von prämortalem Schädeltrauma gefunden. Mitchell war ein wenig blass geworden. Reed zog die Luft ein, unfähig, sich die Schmerzen vorzustellen, die die Frau in den letzten Minuten erlitten hat. Also klammerte er sich an den letzten Strohhalm. Kann es sein, dass sie betäubt war? Ich habe schon Proben zu einem Tox-Screen losgeschickt. Die Blase war zerstört, einen Urintest konnte ich also nicht machen. Die Blutproben verweisen auf einen Alkoholgehalt von 0,8 Promille. Das ist nicht gerade wenig für eine Person von ihrer Größe. Sie war vorher auf einer Party, murmelte Mitchell, dann straffte sie sich. Wenn er sie nicht erschossen hat, woher dann das Blut? Behutsam zog Barrington das Tuch zurück und Reed spürte, wie Mitchell sich versteifte. Ich muss vorsichtig sein, erklärte Barrington. Die Leiche ist sehr fragil, aber kommen Sie näher. Er winkte ihnen. Die Arme. Hills Oberkörper war schwarz, die Arme voller Blasen und Hautfetzen und... Reeds Magen hob sich und Mitchell schluckte hörbar. Er hat sie mit dem Brandbeschleuniger bedeckt, aber die Glieder ausgelassen, sagte Reed leise. Ich habe Ammoniumnitrat auf dem Tausel gefunden. Es ist immer hilfreich zu wissen, wonach man suchen soll. Was ist jetzt mit dem Blut, drängte Mitchell. Woher kommt es? Ohne sich beirren zu lassen, deutete Sam auf die Innenseite seines Arms, direkt oberhalb des Ellenbogens. Er hat ihr die Oberarmarterie durchtrennt. Hier. Wenn Sie genau hinsehen, entdecken Sie, dass die Haut sich in den Schnitt gezogen hat. Und nach was für einem Messer suchen wir? Kein gezacktes, aber ein sehr scharfes. Mitchell wich einen Schritt von der Leiche zurück. Wir müssen überprüfen, ob in Penny Hills Haushalt Messer fehlen. Reed blickt auf seine Uhr. Inzwischen müssten auch Burnetts Akten da sein. Fahren wir zum Sozialamt und holen uns dort Hills Unterlagen ab. Dann können wir mit dem Abgleich beginnen. 15.15 Uhr Mias Arm schmerzte, aber sie biss die Zähne zusammen, während sie die Kiste mit den Unterlagen aus dem Sozialamt umklammerte. Soliday schleppte die schwerere Kiste, und seine Mine wirkte so finster wie ihre vermutlich auch. Als sie ihren Tisch erreichte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Auf ihm türmten sich bereits Kisten und Unterlagen, während Abys Tisch noch vollkommen jungfräulich und blitzeblank war. Gott beschütze uns vor wütenden Sekretärinnen, knurrte sie. Wortlos ließ sie den Karton auf den Boden fallen, während Reed seinen etwas behutsamer auf Abys Tisch absetzte. Dann setzte er sich. Ich verspreche meine Schuhe nicht auf seinen Tisch zu legen, sagte er, und der schräge Humor in seiner Stimme entlockte ihr ein Lächeln, als sie sich auf ihren Stuhl fallen ließ. Fangen wir mit den Akten an, die Hills Chef uns nahegelegt hat, sagte er. Ah ja, die Brandstifter, die Penny Hill in Pflegefamilien unterzubringen, versucht hat. Wir brauchen ein System, oder wir finden nie eine Verbindung. Wie wär's, wenn du alle Namen in Penny Hills Fällen aufschreibst, während ich dasselbe bei Burnett's mache? In einer Stunde machen wir eine Pause und vergleichen. Sie musterte die Kartons finster. Wenn ich bloß wüsste, womit ich anfangen soll. Sechzehn Uhr Bart Seacrest sah wirklich einschüchternd aus. Wie Meister Proper, nur in der gemeinen Variante. Sein Büro war finster und wenig einladend und enthielt nichts Persönliches, kein Foto, keinen hübschen Kleinkram. Brooke setzte sich auf den Stuhl, den er ihr schweigend angeboten hatte. Sie haben das Richtige getan, Miss Adler, sagte er ohne Präliminarien. Ich wollte Julian aber nicht übergehen. Dieser hatte über die Durchsuchung von Mannys Zimmer beinahe einen Tobsuchtsanfall bekommen. Julian wird's überleben, sagte Bart, und aus seinem Tonfall schloss Brooke, dass die beiden keine große Sympathie füreinander hegten. Sie hatten recht, sich Gedanken um Manny Rodriguez zu machen, Miss Adler. Sie haben also etwas gefunden? Er nickte. Jede Menge Berichte über Brände. Hier im Stadtgebiet? Nein, das meinte ich nicht. Es sind eher Gebrauchsanweisungen. Ach du lieber Himmel, er sammelt Artikel, die beschreiben, wie man Feuer legt? Exakt. Seacrest lehnte sich zurück. Und wir haben eine Streichholzschachtel im Schuhversteck gefunden, offensichtlich reingeschmuggelt. Sie runzelte die Stirn. Aber Sie sind eingesperrt. Wie soll das gehen? Jede Festung hat ihre Schwachstelle, Miss Adler. Er stand auf, und sie nahm an, dass er damit das Gespräch beenden wollte. Also tat sie es ihm nach. Also dann? Wiedersehen. Von Kopf bis Fuß bebend schaffte sie es bis zum Parkplatz und atmete tief durch, als sie sich anschnallte. Mit zitternden Fingern holte sie die zwei Artikel hervor, die sie in den vergangenen zwei Tagen kopiert hatte. Montag aus der Tribune, den heutigen aus dem Böntin. Zwei Brände, hier in der Stadt. Zwei Menschen waren im Feuer gestorben. Sie würde nicht mehr ruhig schlafen können, solange sie befürchten musste, dass sie daran irgendwie schuld war. Nein, schlechte Wortwahl. Daran beteiligt war besser. Sie musste herausfinden, ob Manny beteiligt war. Und durch ihn, auch sie. 16.15 Uhr Mia! Mia! Sie schreckte auf, blinzelte heftig gegen die verschwommene Sicht und entdeckte Soliday vor sich. Verdammt! Sie war eingeschlafen. Hier direkt auf dem Tisch. Oh! Können wir schon Namen abgleichen? Er schüttelte den Kopf. Wir haben Besuch. Eine Frau mit geschwollenen, geröteten Augen kam durch das Großraumbüro auf sie zu. Mia war mit einem Schlag hellwach und kam auf die Füße. Die Frau hielt den Böntin in der Hand. Ich bin Margaret Hill. Ich suche Detective Mitchell. Sie hat mir eine Nachricht hinterlassen. Das bin ich. Es geht um Ihre Mutter. Ist das wahr? Flüsterte sie und hielt ihr die Zeitung entgegen. Was hier drin steht? Es tut mir leid, Miss Hill. Lassen Sie uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört reden können. Sie führte sie zu einem kleinen Raum neben Spinellis Büro. Margaret Hill sank auf einen Stuhl und schloss die Augen. Soliday drückte behutsam die Tür zu. Miss Hill, mein aufrichtiges Beileid. Das ist Lieutenant Soliday von der Feuerwehr. Wir arbeiten gemeinsam an diesem Fall. Margaret nickte und wischte sich die Tränen mit den Fingerspitzen ab. Miss Hill? Seine Stimme klang so sanft, dass es Mia die Kehle verengte. Sie wissen aus der Zeitung, dass das Haus ihrer Mutter gestern Nacht abgebrannt ist. Margaret sah auf. Und darin steht das, dass sie wahrscheinlich umgebracht worden ist. Das ist richtig, Ma'am, antwortete er und Margaret begann erneut zu weinen. Verzeihen Sie, flüsterte sie. Aber ich, ich kann nicht. Oh mein Gott, Mom. Mia berührte ihre Hand. Hat sie in letzter Zeit etwas erwähnt, das ihr Sorgen machte? Oder eine Person? Margaret bemühte sich, die Fassung wieder zu erlangen. Mom war Sozialarbeiterin. Sie hat 25 Jahre lang jede Woche Kinder aus kaputten Familien geholt. Und haben diese Eltern ihr Sorgen gemacht? Eigentlich nicht. Aber sie war oft nicht glücklich, wenn sie in die Wohnungen gehen musste. Einmal wurde sie angeschossen. Es war schlimm. Ich war so froh, dass sie aussteigen wollte. Ich hatte gedacht, dass sie dann wenigstens mal wieder schlafen könnte. Sie konnte nicht schlafen? Ich dachte, sie hätte sich keine Sorgen um die Eltern gemacht. Nicht um die Eltern. Margaret lächelte verbittert. Sie hatte entsetzliche Angst, dass sie etwas entging. Dass deswegen einem Kind etwas geschehe. Manchmal wachte sie schreiend auf. Es wurde schlimmer, nachdem sie angeschossen worden war. Wir dachten, sie würde sterben. Ich war damals erst 15. Und was ist mit dem Schützen passiert? Er kam ins Gefängnis. Mom hat er nur angeschossen. Seine Frau hat er getötet. Sitzt er noch? Ich denke schon. Man wollte uns mitteilen, wenn er wieder rauskommt. Mia machte sich eine Notiz. Wann kann ich meine Mutter sehen? Gar nicht, sagte Mia sanft. Tut mir leid. Ihre Augen weiteten sich entsetzt, als sie begriff. Doch dann nickte sie knapp, verabschiedete sich und ging. 16.30 Uhr Hallo, sagte er gedehnt. Kann ich bitte Emily Richter sprechen? Ihr Seufzen war das einer Leidenden. Am Apparat. Und mit wem spreche ich? Tom Johnson, vom Chicago Bulletin. Woher kriegt Ihr Reporter nur immer meine Nummer? Klagte sie. Sie stehen im Telefonbuch, ma'am. Erwiderte er höflich. Blödes, selbstzufriedenes Vibe. Ich möchte Ihre Nachbarn in einem kleinen Artikel vorstellen. Die Leser wissen lassen, dass hier eine Notlage besteht. Ihnen Möglichkeit geben, Hilfe zu leisten, sie wissen schon. Und Redaktionsschluss ist in wenigen Stunden. Wenn Sie mir helfen könnten, wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Was wollen Sie von mir? Fauchte sie. Dir das Maul stopfen, du blöde alte Schachtel, dachte er. Dann gab er sich Mühe, seine Stimme so ölig wie möglich klingen zu lassen. Ich versuche die ganze Zeit, die Doherties zu erreichen, aber keiner weiß, wo sie sind. Ich möchte gern mit ihnen reden, herausfinden, was sie jetzt am dringendsten benötigen und dergleichen. Sie sind erst heute Morgen zurückgekommen. Sie schniefte. Aus Florida. Vorhin haben Sie mit der Polizei gesprochen. Als die Polizei weg war, bin ich rausgegangen, weil ich selbstverständlich meine Hilfe anbieten wollte. Selbstverständlich. Haben Sie zufällig erwähnt, wo Sie im Augenblick untergekommen sind? Habe ich nicht nachgefragt. Aber Sie hatten eine Parkkarte vom Bacon Inn im Auto liegen. Schön, dass es so unerträgliche Klatschstanten gibt, die Ihre Nase in alles stecken müssen. 18.45 Uhr Reed gähnte, als er neben Mitchells kleinem Alpha einparkte. Lass das, protestierte sie. Ich muss noch tonnenweise Akten lesen. Du gehst nicht wieder an deinen Tisch zurück. Du brauchst Schlaf mehr. Und ich auch. Ich will gar nicht sofort an den Tisch zurück. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Aber wenigstens ein paar von den Akten muss ich noch durchsehen. Bisher haben wir rein gar nichts. Ja, was wir von der Schwesternschaft erfahren haben, war eher enttäuschend, stimmte er düster zu. Sie können uns doch nicht sagen, wenn Sie nichts gesehen haben. Wenn dieser Typ Caglin beobachtet hat, dann war er verdammt vorsichtig. Sie rieb sich die Wangen und bedachte ihn mit einem schwachen Lächeln. Geh nach Hause und kümmere dich um deine Tochter, Soliday. Ich verpasse zu Hause nichts. Er erwiderte ihr Lächeln nicht. Frustration und Verärgerung flammten gemeinsam auf. Nichts da. Müde Menschen verursachen Unfälle. Und sterben. Fahr nach Hause, Mia. So müde bin ich gar nicht. Das hat der Bursche auch gesagt, der über eine rote Ampel gebraust ist und meine Frau erwischt hat. Augenblicklich wünschte er sich, er hätte den Mund gehalten. Aber es war zu spät. Ihre blauen Augen zeigten Mitgefühl. Und ist sie bei dem Unfall gestorben? Ja. Das tut mir sehr leid. Es ist schon lange her. Seine Stimme wurde sanfter. Geh nach Hause, Mia. Bitte. Sie nickte. Also gut. Das war zu einfach gewesen. Man brauchte kein Detektiv zu sein, um zu ahnen, dass sie es nicht tun würde. Und plötzlich machten sich seine Gedanken selbstständig. Sie würde sich umbringen. Aber verdammt nochmal, sie fing an, ihm etwas zu bedeuten. Inzwischen verstand er, warum Spinelli eine derart hohe Meinung von ihr hatte. Und er musste außerdem zugeben, dass sie seine Neugier geweckt hatte. Reed wartete, bis sie davon gefahren war. Dann folgte er ihr. An der ersten Ampel hatte sie ihn noch nicht bemerkt. Sie muss wirklich müde sein. Er holte sein Handy hervor, sprach »Zu Hause« hinein und wartete, dass die Nummer gewählt wurde. »Hi, Dad«, sagte Beth, und er fuhr zusammen. Manchmal brachte ihn die Anruferkennung noch immer aus dem Konzept. »Hallo, Schatz, wie war die Schule?« Die Ampel sprang um und Mitchell fuhr weiter, ohne zu versuchen, ihn abzuhängen. »Soweit, so gut.« »Ganz okay. Wann kommst du nach Hause?« »Dauert noch ein bisschen. Im aktuellen Fall ist noch etwas aufgetaucht, dem ich nachgehen muss.« »Was? Aber du hast doch versprochen, heute mit mir zu Jenny Q zu gehen und ihre Mutter kennenzulernen, damit ich am Wochenende auf die Party darf.« Ihre vehemente Reaktion ließ ihn stutzen. »Na ja, dann gehen wir eben morgen hin.« »Aber ich muss noch heute mit ihr lernen.« Es klang, als stünde sie kurz vor einem Wutanfall. »Beth, was ist los?« »Du hältst deine Versprechen nicht. Das ist los.« War das gerade ein Schluchzen gewesen? Erschreckt setzte er sich Kerzen gerade auf. Wahrscheinlich spielten mal wieder die Hormone verrückt. »Schätzchen, wir kriegen das schon hin, okay? Ich frage Lauren, ob sie sich mit der Mutter trifft, wenn dir das so wichtig ist.« »Okay.« Sie stieß seufzend den Atem aus. »Entschuldige.« Reed verstand die Welt nicht mehr. »Schon gut, Schätzchen. Gib mir Lauren bitte mal.« »Was war das denn gerade?« fragte Lauren eine Minute später. »Sie will am Wochenende zu der Party einer Freundin gehen, und ich sollte mich heute mit der Mutter treffen, aber ich muss noch arbeiten.« Es war nur eine kleine Lüge, aber nun konnte er nicht mehr zurück. »Könntest du mit ihr rübergehen, damit sie mit ihrer Freundin lernt und die Mutter einem kleinen Verhör unterziehen?« »Nur, wenn ich das grelle Licht und den Gummischlauch einsetzen darf.« Er lachte leise. »Tu, was du nicht lassen kannst. Ich weiß nicht genau, wann ich zurückkomme.« »Reed, hast du mit dem Brand zu tun, in dem die Sozialarbeiterin getötet wurde?« Er schnitt eine Grimasse. »Woher weißt du davon?« »Nä, aus den Nachrichten. Richtig groß aufgeblasen. Soll ich die Zehn-Uhr-Nachrichten aufnehmen?« »Ja, das wäre gut. Und denk dran, Beth muss um neun zu Hause sein.« »Reed, ich mache das nicht zum ersten Mal,« sagte Lauren geduldig. »Du solltest dich nicht darum sorgen, ob ich meine Aufsichtspflicht erfülle. Sorge dich lieber darum, dass ich irgendwann heiraten könnte. »Planst du in nächster Zeit eine groß angelegte Hochzeit?« neckte er sie. »Ich meine es ernst. Irgendwann bin ich weg. Du solltest mal über Ersatz nachdenken.« »Oh, es geht hier eigentlich um mich.« »Oh, ja. Du findest leichter eine Frau als ein gutes Kindermädchen.« »Meine biologische Uhr tickt, Bruderherz. Ich muss mir einen Mann suchen, bevor die Guten alle weg sind.« »Okay. Wir reden später.« Reed legte auf und war noch frustrierter als vorher. Was sollte er tun, wenn Beth und Lauren ein eigenes Leben führen wollten? Er würde nicht heiraten, nur um ein kostenloses Kindermädchen respektive eine Haushälterin zu bekommen. Er hatte eine gute Ehe geführt, und weniger würde er niemals akzeptieren. Während er Mitchell verfolgte, ließ er seine Gedanken schweifen und dachte an Christine. Sie war so wunderbar gewesen. Schön. Klug. Sexy. Er seufzte. Ja. Sexy. Und er musste aufhören, seine Gedanken schweifen zu lassen, denn sie schweiften in sexuelle Gefilde ab. Aber ein müder Geist ließ sich schlecht kontrollieren, ganz zu schweigen von einem müden Körper. Er konnte sich lebhaft an alles erinnern. Wie sie aussah, wie es gewesen war, mit ihr zu schlafen, ihre Haut zu berühren, ihr Haar, wie sie seinen Namen flüsterte, sich an ihn klammerte, ihn bat, nur nicht aufzuhören. Und dann kam sie, nahm ihn mit, und der unglaubliche Frieden danach, wenn sie aneinandergeschmiegt im Dunkeln lagen. Stopp. Irgendetwas stimmte mit der Fantasie nicht. Etwas war anders. Reed blinzelte, schüttelte leicht den Kopf, bis er die Rücklichter der Autos vor sich wieder scharf sah. Himmel, wieder blinzelte er, verstört diesmal, doch das Bild vor seinem geistigen Auge änderte sich nicht. Die Frau aus seinem mentalen Ausflug war nicht groß, dunkelhaarig und geschmeidig wie eine Tänzerin gewesen. Die Frau in seinem Kopf war blond, ihr Körper kräftiger, Brüste, Beine, anders, ihre Augen nicht dunkel und geheimnisvoll, sie waren groß und blau wie der Sommerhimmel. Das fehlt mir gerade noch, murmelte er. 19 Uhr. Er stellte die Vase mit den Blumen auf dem Empfangstisch des Hotels ab. Eine Lieferung, Ma'am. Eine kleine Frau stand hinter dem Tresen und tippte. Auf dem Namensschild stand der Name Tanja, darunter etwas kleiner Assistant Manager. Um ihren Hals trug sie einen Bildausweis, an den eine Keycard geklemmt war. Wahrscheinlich der Generalschlüssel. Und genau so einen brauchte er. Sie schaute mit einem müden Lächeln auf. Sie arbeiten aber noch spät. Noch ein paar Auslieferungen in letzter Minute. Aber das hier war die letzte. Danach ist Feierabend. Ihr Lächeln war sehnsüchtig. Sie Glückspilz, ich bleibe die ganze Nacht hier. Er verzog das Gesicht. Die ganze Nacht? Oje, sie Arme. Verdammt. Er brauchte die Karte. Sie hatte zu Ende getippt und wandte sich ihm nun zu. Oh, das sind aber schöne Blumen. Das wollte er hoffen. Er hatte fünfzig Mäuse dafür ausgegeben. Sie sind für... Er zog einen Zettel aus der Tasche. Für die Dohertys. Bin ich hier richtig? Sind sie, sagte sie. Sie sind Gäste bei uns. Bekommen sie sie noch heute Abend? Ganz bestimmt. Ich bringe sie ihnen selbst, sobald ich hier vom Tresen wegkomme. Zwanzig Uhr fünfzehn. Nach zwölf Jahren hätte Mia daran gewöhnt sein müssen, ihre Schwester in Gefängniskluft durch den Besucherraum kommen zu sehen. Kelsey ließ sich auf einen Stuhl fallen. Mia nahm den Telefonhörer auf ihrer Seite der dicken Plexiglasscheibe in die Hand und nach einem kurzen Augenblick des Zögerns tat Kelsey dasselbe. Er ist beerdigt, sagte Mia und Kelsey's Mund verzog sich zu einem freudlosen Lächeln. Schön, das wurde wohl auch Zeit. Mia lächelte traurig. Ich wünschte, du hättest dabei sein können. Du hattest ja, Dana. Kelce's Blick flackerte. Warum bist du hier, M? Es hieß immer M, nie Mia. Kelsey tat alles, was sie konnte, damit niemand herausfand, dass Mia ein Kopf war. Zum Glück gab es keine Familienähnlichkeit zwischen ihnen. Es ist etwas passiert, das du wissen solltest. Als ich bei Bobbys Beerdigung war, wieder sah sie den kleinen Grabstein vor ihrem inneren Auge. Es war ein eiskalter Schock gewesen, ein weiterer Verrat in der langen Liste, die er begangen hatte. Das Grab neben ihm war bereits belegt. Kelsey legte den Kopf zurück und verengte die Augen. Von dem guten alten Liam. Mias Kinnlade fiel herab. Das wusstest du? Du nicht? Erstaunlich. Aber woher wusstest du das? Ich habe einmal, als ich nach Geld suchte, ein Foto in einer Kiste gefunden, niedlicher Bursche, saß auf unserer Schaukel, der wahre Erbe des Königreichs. Mia war erschüttert. Ich habe die Kiste gefunden, als ich seine Anzüge für die Beerdigung durchsah. Ich habe sie erst nach der Feier aufgemacht und bei dem Begräbnis sah ich den Grabstein neben seinem. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass Liam überhaupt existiert hat. Liam Charles Mitchell, geliebter Sohn. Ein Schatten huschte über Kelzies Gesicht. Verzeih mir, du hättest das nicht auf diese Art herausfinden dürfen. Ich war mir wirklich sicher, dass du Bescheid wusstest. Er wurde geboren, als ich zehn Monate alt war. Ein Jahr später ist er gestorben. Ich habe mir die Geburtsurkunde angesehen. Seine Mutter hieß Bridget Condon. Ich weiß. Mia starrte sie an. Bobby, wie hat es dir gesagt? Ich habe einen Zeitpunkt abgepasst, in dem er besoffen genug war, um ihn zu fragen. Mia schloss die Augen. Wann war das? Kurz vor Weihnachten. Ich war dreizehn. Mia erinnerte sich. Deine Lippe musste mit sechs Stichen genäht werden. Tja, und sie hat dem Arzt erzählt, ich sei vom Skateboard gefallen. Typisch für ihre Mutter. Sie hatte sich stets mehr oder weniger geschickt durch die Notfallambulanzen, durch all die Lügen laviert. Mein Gott, Kelsey. Was soll's? Das ist lange her, Em. Er ist jetzt in seiner ganz privaten Hölle. Aber das Baby hat seinen Namen getragen. Das hatte sie in den vergangenen drei Wochen mehr beschäftigt, als gut für sie war. Er ist zu Bridget gezogen. Er wollte die Mutter seines Sohnes heiraten. Und uns verlassen, weil Bridget einen Sohn hatte. Annabelle nicht. Aber er ist zurückgekommen, als das Kind gestorben war. Und neun Monate später flutschte ich auf die Welt. Wieder ein Mädchen. Die Wut drohte sie zu übermannen und sie biss die Zähne zusammen. Ich habe von klein an versucht, ihm zu gefallen. Ich wollte ihm so sehr gefallen. Mia seufzte. Und was weißt du über die andere Tochter? Kelsey blinzelte. Was? Mia sah sie erstaunt an. Auf dem Friedhof. Da war eine Frau. Sie sah aus wie ich, bloß etwas jünger. Dieselben Augen. Bobbys Augen. Es war irgendwie unheimlich. Kelsey war eindeutig aus der Bahn geworfen. Davon weiß ich nichts. Mia musste trotz allem lächeln. Mann, du fehlst mir. In drei Monaten kannst du wieder einen Antrag stellen. Als wüsste ich den Zeitpunkt nicht ganz genau. Das bringt nichts. Aber ich bin da. Versprochen. Du bist immer da. Bei jeder Anhörung. Und dafür bin ich dir dankbar. Aber Schäler Kaufmann ist ebenfalls immer da. Und ihr Verlust wiegt schwerer als deine guten Worte. Mia ballte die Fäuste. Du hast doch schon zwölf Jahre hinter dir, Kelsey. Und ihr Mann und ihr Sohn sind immer noch tot. Aber du hast sie doch nicht erschossen. Ich habe zwar nicht geschossen, aber Stone schießen lassen. Ich habe nichts getan, um das Leben des Vaters und seines Sohnes zu retten. Der Vater hat noch versucht, seinen Sohn mit seinem Körper zu beschützen. Verdammt, Kelsey! Du warst jung, verängstigt und high! Und schuldig. Ihre Lippen wehten. Und das bin ich immer noch. Mia rösperte sich. Ich muss wieder los. Ich muss noch einiges durchsehen, aber vorher noch einen Dummkopf ohrfeigen. Kelsey zog träge die Brauen hoch. Verhörmaßnahmen? Nein. Mein vorübergehender Partner. Er ist mir aus der Stadt bis hierher gefolgt und wartet jetzt auf dem Parkplatz. Sie schnaubte. Er glaubt tatsächlich, ich hätte ihn nicht bemerkt. Kelzys Augen leuchteten amüsiert. Und warum tut er so was? Weil er... Mia musste an all die netten Dinge denken, die Reed Soliday in den vergangenen Tagen für sie getan hatte. Kaffee, Schmerztabletten, die Türen für sie öffnen, als sei sie eine Lady. Soliday schien ein wenig altmodisch zu sein, aber das machte ihn nicht weniger freundlich. Ein netter Kerl. Er macht sich Sorgen um mich. Seine Frau war in einen Autounfall verwickelt, den ein übermüdeter Fahrer verursacht hat. Er ist also verheiratet? Kelzys schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. M. Er ist Witwer, hat eine Tochter und spar dir diesen Blick, ja? Ich arbeite nur so lange mit ihm zusammen, bis Abby wieder da ist. Aha. Kelzys sah sie prüfend an. Und? Und er ist anständig und ich mag ihn. Sie holte tief Luft. Verdammt. Das ist alles. Kelzys stand auf. Okay, wenn du nicht willst, dann warte ich einfach auf Danas nächsten Brief. Sie sagt mir schon, was so alles passiert. Ohne sich zu verabschieden, legte Kelzys auf und ging. Sie verabschiedete sich nie. Mia blieb noch einen Moment lang sitzen, dann hängte sie den Hörer behutsam ein und ging, um Soliday einen Elfmeter zu verpassen. 20.45 Uhr Reed träumte. Er wusste, dass er träumte, aber das war gut so. Denn er wusste auch, dass dieser Traum nicht wahr werden würde. Er würde Mia Mitchell nicht aufs Bett zerren, ihr die Kleider vom Leib reißen, jeden Zentimeter ihres Körpers küssen und sie stöhnen hören. Und er würde sie ganz sicher nicht zu einem Orgasmus bringen, der ihren Blick glasig werden ließ. Da nichts davon geschehen würde, sollte er diesen Traum einfach genießen, solange er andauerte. Und er genoss es. Reed? Er erwachte schlagartig und fuhr zum Autofenster herum, wo Mitchell stand und mit den Fäusten gegen die Scheibe trommelte. Sie verdrehte genervt die Augen, als sie sah, wie er erwachte. Verdammt, Soliday! Ich dachte, du hättest zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet. Er ließ das Fenster herab, noch halb in diesem Traum gefangen, der ihm viel zu gut gefallen hatte. Ich muss eingeschlafen sein. Sie wirkte wütend. Warum war sie wütend? Was willst du überhaupt hier? Hier? Er sah sich um, sah den hohen Zaun, die bewaffneten Wachleute. Oh, stimmt ja. Nun erinnerte er sich wieder. Ähm. Sein Verstand war absolut leer, ein gewisser Körperteil, absolut hart. Sie sah ihn mit blitzenden Augen an. Hast du wirklich geglaubt, ich würde dich nicht bemerken? Langsam kehrte ein wenig Blut aus den unteren Regionen in sein Hirn zurück, was ihm in doppelter Hinsicht gut tat. Ich, ähm. Okay, ja, ich habe gedacht, du siehst mich nicht. Schön blöd, oder? Ja, aber deine Absichten waren ehrenhaft, nehme ich an. Hübsch geträumt? Er spürte, wie er rot wurde. Ja, in der Tat. Er sah zum Gefängnis hinüber, dessen grelle Lichter den Nachthimmel erhellten. Wenn ich dich jetzt frage, was du hier gemacht hast, sagst du mir dann, das geht mich überhaupt nichts an? Ihre Augen verengten sich. Du bist unglaublich neugierig. Tja, tut mir leid. Aber du bringst mir zweimal am Tag Kaffee und zwischendurch ein Hotdog. Und ich habe dich kosten lassen, als wir zu Mittag gegessen haben, an beiden Tagen. Jetzt musste sie grinsen. Stimmt. Doch dann verschwand das Lächeln. Ich habe meine Schwester besucht. Das hatte er nicht erwartet. Was? Du hast ganz richtig gehört. Meine jüngere Schwester sitzt hier wegen bewaffneten Raubüberfalls ein. Schockiert? Ehrlich gesagt, ja. Wie lange schon? Seit zwölf Jahren. Ich komme zu den regulären Besuchszeiten. Es soll niemand wissen, dass ihre Schwester bei der Polizei ist. Er hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Ein leichtes Lächeln erschien auf ihren Lippen, als hätte sie Mitleid mit ihm. Meine Schwester bezahlt, weil sie ein paar sehr falsche Entscheidungen getroffen hat. Und wenn es mit der Bewährung nicht klappt, zahlt sie noch einmal 13 Jahre. Sie stand nur da und sah ihn an. Schwieg. Nun ja. Er rieb sich über das Gesicht. Die frischen Stoppeln juckten. Und nun? Jetzt fahre ich zurück und lese Akten. Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen. Oder wir gehen etwas essen. Sie musterte ihn prüfend. Warum? Weil mein Magen so laut knurrt, dass du es eigentlich hören müsstest. Stimmt, ich höre es. Aber ich wollte wissen, warum du mir gefolgt bist. Du warst müde und hattest ein schlechtes Gewissen, weil du die ganzen Akten, für die wir gemeinsam vermutlich Tage brauchen werden, nicht an einem einzigen Abend hast durchackern können. Aber sie kaufte ihm diese Erklärung nicht ab, das sah er ihr an. Also sagte er das, womit sie beide zurechtkommen konnten. Ich mag dich. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Das ist alles. Sie verzog instinktiv das Gesicht, trat einen Schritt von seinem Fenster zurück und sah zum Gefängnis hinüber. Als sie sich wieder ihm zuwandte, war ihr Blick klar und leicht spöttisch. Okay, essen wir etwas. Aber nicht hier in der Gegend, okay? Er nickte. Okay. Diesmal fährst du hinter mir her. 22.15 Uhr Reed kam aus der Garage und wartete, bis Mias kleiner Alpha auf seiner Auffahrt parkte. Es überraschte ihn ein wenig, dass sie hinter ihm geblieben war, als klar wurde, dass sie zu ihm fuhren. Aber nun war sie da. Warum auch nicht? Sie hielt zwei Schritte vor ihm an und musterte ihn spöttisch. Café du Solidae? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Gedanke daran, schon wieder einen schnellen Burger zu vertilgen, spricht mich einfach nicht an. Ihre Lippen verzogen sich amüsiert. Schau an. Willst du für mich kochen? Kommt drauf an, wie du Kochen definierst. Komm. Er führte sie durch die Garage in die Küche, wo Beth vor der Mikrowelle stand und zusah, wie der ploppende Mais im Inneren die Tüte aufblähte. Hallo, Schatz. Beth wandte nur den Kopf, um ihn anzufunkeln. Dann sah sie wieder weg. Da er wusste, dass Mitchell direkt hinter ihm war, trat er auf seine Tochter zu. Beth? Was ist? Was ist denn nun schon wieder los? Beth presste die Kiefer zusammen. Nichts! Ich gehe wohl besser, murmelte Mitchell, aber er hielt die Hand hoch. Nein, bestimmt nicht. Beth, das ist Detective Mitchell. Ich arbeite momentan mit ihr zusammen. Und das ist meine Tochter Beth. Meine gut erzogene Tochter Beth. Beth schüttelte den Kopf und schnaufte spöttisch. Freut mich, Detective. Mich auch, Beth. Hör mal, Soliday, ich kann... Sein Lächeln war angestrengt. Du kannst dich setzen. Bitte. Beth, wenn du mir nicht in normalem Tonfall erklären willst, worum es geht, dann geh bitte auf dein Zimmer. Worum es geht ist, dass mich jeder hier behandelt wie ein Kleinkind. Ich wollte doch bloß heute bei Jenny übernachten. Ich habe sogar meine Zahnbürste eingepackt, Herrgott. Aber Lauren... Sie biss die Zähne zusammen. Aber Lauren hat mich vor allen Leuten völlig blamiert. Wer ist alle Leute? Ach, vergiss es! In der angespannten Stille platzten die Maiskörner fröhlich weiter. Lauren hält sich nur an meine Anweisungen. Du weißt, dass du nirgendwo übernachtest, wenn du am nächsten Tag Schule hast. Die Mikrowelle piepte und Beth riss die Tüte heraus. Na schön! Sie warf die Gerätetür zu und einen Moment später hörte man eine Zimmertür krachen. Reed drehte sich mit eingezogenem Kopf zu Mitchell um. Ich schwöre, ich hatte früher einmal eine nette Tochter. Sie lächelte mitleidig. Aliens, Körperfresser, Gestaltenwandler, es gibt keine andere Erklärung. Mit einem erschöpften Lachen zog er seinen Mantel und sein Jackett aus und legte beides über einen Stuhl. Zieh deine Jacke aus, Mia. Bleib ein bisschen. Es war keine gute Idee gewesen, zu ihm nach Hause zu kommen. Aber während sie zusah, wie Soliday in der Küche hantierte, fiel es ihr schwer, das auch weiterhin so zu sehen. Er hatte sein Jackett ausgezogen und seine schmutzigen Schuhe draußen gelassen. Mia war allerdings sicher, dass die Schuhe morgen früh um acht wieder so makellos poliert waren, dass sie sich darin spiegeln konnte. Die Begegnung mit seiner Tochter zu beobachten war interessant gewesen. Beth war vierzehn und vermutlich sagte das alles. Aber seine Reaktion hatte ihr gefallen. Geduld, Ruhe und leichte Verwunderung. Bobby hätte ihr eine gelangt, sodass sie gegen den Schrank geschleudert worden wäre. Reed zupfte an seiner Krawatte und Mia empfand den Anblick als weitaus intimer, als gut für sie war. Das Spiel seiner Muskeln unter dem Hemd, während er die Krawatte vom Kragen löste, scheuchte eine Schmetterlingsarmee in ihrem Bauch auf und sandte ein scharfes Ziehen abwärts. Reed Soliday war ein ansehnlicher Mann und in der Stille der Küche konnte sie sich eingestehen, dass sie interessiert war. Vorsicht! Du fängst nichts mit Cops an, ermahnte sie sich streng. Aber er ist ja gar kein Cop, argumentierte das Teufelchen in ihr. Ich bin mir nicht sicher, warum ich hier bin. Er zog die Brauen hoch und sein Blick ließ sie nicht los. Zum Essen? Ich hatte gedacht, wir halten auf dem Weg zum Büro irgendwo an. Er sah zur Seite und trennte damit das unsichtbare Band zwischen ihnen. Dann holte er aus dem Kühlschrank eine Glasauflaufform. Ich ziehe eben echtes Essen vor, wann immer ich mir die Zeit nehmen kann. Das konnte Mia nachvollziehen. Und was ist das? Er machte die Folie ab. Sieht aus wie Lasagne. Brauchst du Hilfe? Nein, danke. Ich koche zwar nicht so gut, wie meine Mutter es getan hat, aber einen Salat schaffe ich gerade noch. Ist sie tot? Deine Mutter? Seit fünf Jahren. Sie hatte Krebs. Das tut mir leid. Sie meinte es ernst. Sein Tonfall ließ darauf schließen, dass er seine Mutter geliebt hatte und sie anscheinend vermisste. Und dein Dad? Hat wieder geheiratet und verbringt seinen Ruhestand in Hilton Head, spielt den ganzen Tag Golf. Die Worte klangen nach tiefer Zuneigung und sie empfand plötzlich einen so heftigen Neid, dass sie sich schämte. Er stellte die Salatschüssel beiseite und holte einen Krug Tee aus dem Kühlschrank. Ich habe meine Nachrichten abgerufen, während ich auf dem Parkplatz vom... naja, auf dem Parkplatz gewartet habe. Ben hat den Beschleuniger vom Hillfall analysiert. Dasselbe wie bei den Doherties. Das Zeug ist im Handel frei erhältlich, als Dünger zum Beispiel. Und was ist mit den Kunststoffeiern? Ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern, wann ich zum letzten Mal Strumpfhosen in einer solchen Verpackung gesehen habe. Sie schnitt ein Gesicht. Nicht, dass ich ständig auf der Suche nach diesen Dingern wäre. Nach Strumpfhosen meine ich. Er lächelte, stellte zwei Gläser Eistee auf den Tisch und setzte sich. Ich habe sie am Sonntag gegoogelt. 91 ist die Firma auf Kartons umgestiegen. Aber unser Bursche hat mindestens drei von den Dingern. Im Kunstgewerbe kann man diese Eier immer noch kaufen, wie ich ebenfalls übers Netz herausgefunden habe. Aber auch da suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Ich habe Ben zwar gebeten, die Händler im näheren Umkreis abzuklappern, aber die Suche hat nichts ergeben. Allerdings tauchen die Eier auch immer wieder mal bei Ebay auf. Vielleicht hatte sie also von ganz woanders herbekommen. Im Grunde haben wir nichts als etwas Blut und ein paar Haare, die allerdings zu einem Opfer gehören. Und ein Schuhabdruck, der zu jedem passen könnte. Du machst das schon ziemlich lange, stellte sie fest. Ungefähr 13 Jahre. Sie malte ein Muster auf ihr beschlagenes Glas. Du warst Feuerwehrmann, bevor du zur OFI kamst. Wenn ich dich fragen würde, warum du umgestiegen bist, würdest du mich dann anschnauzen, es ginge mich gar nichts an? Ich fürchte, ich schulde Ihnen eine Enthüllung, Detective. Christine hat mich damals darum gebeten. Sie hatte Angst um mich. Ich fand die Ermittlerseite immer schon interessant und ich hatte gerade den Abschluss hinter mir. Die Zeit schien reif dazu und Christine war glücklich. Christine war offensichtlich seine Frau gewesen. Wieder war sie albernerweise eifersüchtig. Ich hatte gedacht, dass es etwas mit deinen Händen zu tun hat. Das wären dann schon zwei Geheimnisse. Aber okay, ich bin nicht besonders stolz darauf. Nachdem Christine gestorben war, war ich eine Weile ziemlich daneben und trank zu viel. Eines Tages arbeitete ich an meinem Wagen, ich hatte auch an diesem Abend ordentlich getrunken und ließ die Batterie fallen. Sie ging kaputt und Säure gelangte auf meine Hände. Dadurch habe ich mir die Nerven in den Fingerspitzen ruiniert. Ziemlich dämlich. Dämlich, kannte sie. Wir alle machen dumme Fehler, wenn wir abgelenkt sind. Er begegnete ihrem Blick und hielt ihn eine lange Weile fest. Und was lenkt dich ab mehr? Sie öffnete den Mund, wusste aber nicht, was genau sie sagen sollte. Es erschütterte sie, dass sie ihm alles sagen wollte, alle Geheimnisse verraten wollte. Doch eine schläfrige Stimme ersparte ihr eine Antwort. Reed? Eine Frau stand in der Tür. Sie rieb sich mit der einen Hand die Augen, in der anderen hielt sie ein Video. Mias Blick huschte von ihr zu Reed, dann wieder zu der Frau. Geschwister? Zu behaupten, dass es keine Familienähnlichkeit gab, wäre glatt noch übertrieben gewesen. Die dunkelhäutige Frau streckte die Hand aus und kam mit strahlendem Lächeln durch die Küche. Sie müssen Detektiv Mitchell sein. Ich bin Lauren Soliday. Mia schüttelte ihre Überraschung ab und griff nach der Hand, die ihr entgegengestreckt wurde. Freut mich. Ich hoffe, es ist nicht zu unhöflich, dass ich so spät noch hier bin. Überhaupt nicht. Sie schnupperte in der Luft. Habt ihr die Lasagne gefunden? Soliday nickte. Ich habe Salat dazu gemacht. Laurens Lippen zuckten. Ein häuslicher Mann. Was gibt es Besseres? Sie gab ihm das Band. Ich hatte es so programmiert, dass es die ganze Sendung aufnimmt, falls ich einschlafen sollte. Was natürlich passiert ist. Was haben Sie denn aufgenommen? fragte Mia. Lauren hat mir erzählt, dass der Brand des Hillschen Hauses groß in den Nachrichten gesendet wurde. Sehen wir es uns mal an. Er ging voran zu Wohnzimmer und legte die Kassette ein, während Mia sich umsah. Der Raum war elegant, aber wohnlich und man konnte sich schnell wohlfühlen. Mia hätte gern gewusst, ob die Einrichtung auf Christines oder Laurens Kappe ging. Auf dem Kamin Sims stand eine Unmenge von Fotos und gerahmten Stickereien. Auf einer waren Rosen und die Initialen CS zu sehen. Also war dieses Zimmer Christines gewesen. Solidae bemerkte ihren Blick und schien fälschlicherweise zu glauben, sie betrachte ein Foto, das aussah, als stamme es von einer UN-Tagung. Das war die letzte Familienzusammenkunft, bevor Mom starb, sagte er. Das sind meine Eltern und wir anderen. Mia nahm ungläubig das Foto und zählte unwillkürlich. Du lieber Himmel, hauchte sie. Er lachte leise. Wir waren als Truppe recht einschüchternd. Ich schließe daraus, dass deine Eltern keine Angst vor Adoption hatten. Laurens Lächeln blitzte nur so. Sechs von uns sind ganz offiziell adoptiert worden. Reed war der Erste. Mia schob die seltsame Sehnsucht beiseite. Meine beste Freundin ist Pflegemutter. Das Foto zeigt genau das, was Dana aufbauen will. Die Familie sieht sehr glücklich aus. Lauren nahm das Bild und stellte es wieder zurück. Ja, das ist sie. Schauen wir uns die Nachrichten an. Eine Kesse-Reporterin stand am Bürgersteig, das verbrannte Haus im Hintergrund und Mias Puls beschleunigte sich. Holly Wheaton brachte Mia angewidert hervor. Sie hasste diese Frau wirklich. Sie hat mich letztes Jahr wegen eines Wohnungsbrands halb wahnsinnig gemacht, sagte Reed. Sie mag mich nicht besonders. Mich auch nicht, keine Sorge. War die Sechs-Uhr-Sendung live, Lauren? Fragte Mia. Oder die um zehn? Um sechs auf jeden Fall. Und das sieht mir aus, als sei es nur eine Wiederholung. Holly Wheaton setzte ein ernstes Gesicht auf. Hinter mir steht, was von dem Hab und Gut der Penny Hill übrig geblieben ist. Penny Hill war Sozialarbeiterin. Letzte Nacht ging ihr Haus in Flammen auf. Brandstiftung. Aber der Täter hat Penny Hill nicht nur ihren Besitz gestohlen, er hat ihr auch, wie die Polizei glaubt, das Leben gestohlen. Das Bild wechselte zu einer Amateuraufnahme des Feuers. Und so sah es gestern Nacht aus, als die Flammen das Haus verzehrten, hörte man Wheaton aus dem Off. Ein reaktionsschneller Nachbar bannte diese Szene auf Film, obwohl er befürchtete, dass die Flammen auch auf sein Haus überspringen würden. Ja, einer der ach so besorgten Nachbarn hatte mit dem Filmchen wahrscheinlich ein stattliches Geschäft gemacht. Mir knirschte mit den Zähnen. Blöder Idiot. Dies ist der zweite verdächtige Brand in weniger als einer Woche, sagte die Reporterin, als das Amateurvideo endete und erneut die Ruinen zu sehen waren. Bei beiden Bränden gab es Todesopfer. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Mordes. Die Kamera fuhr zurück und zeigte das gelbe Absperrband, das um das Haus herumlief, dann die Häuser zur linken und zur rechten, aus denen Schaulustige von den Kameras angelockt worden waren. Plötzlich beugte Mia sich vor. Eine Frau stand am Rand des Bildes neben einem Auto und blickte zum Haus. Etwas in ihrer Haltung deutete darauf hin, dass es ihr nicht nur um Neugierbefriedigung ging. Die Kamera hatte die seltsame Spannung dieser Person eingefangen. Sieh doch, sagte Mia. Ich sehe sie, erwiderte Soliday gepresst. Lieutenant Mark Spinelli vom CPD wollte am Nachmittag noch keinen Kommentar abgeben, hat aber inzwischen für morgen früh eine Pressekonferenz angesetzt. Wir halten sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Ich bin Holly Beaton von Action News. Mia starrte auf dem Bildschirm. Spul nochmal zurück. Soliday ließ bereits das Video Bild für Bild laufen. Ein blauer Hyundai. Vier oder fünf Jahre alt. Aber das Nummernschild ist nicht zu erkennen. Vielleicht ist sie nur eine ganz normale Schaulustige, gab Lauren, wenn auch zweifelnd zu bedenken. Mias Haut prickelte. Ihre Müdigkeit war wie weggeblasen. Das glaube ich nicht. Wollen wir Holly Wheaton morgen früh einen Besuch abstatten? Vielleicht hat sie ja noch mehr aufgenommen. Soliday lächelte und sie erkannte, dass auch in ihm eine Alarmglocke schrillte. Sie könnte noch in der Redaktion sein. Rufen wir sie an. Mia schüttelte den Kopf. Es ist fast elf, da geht doch niemand mehr ans Telefon. Seine Miene veränderte sich leicht. Ich habe ihre Durchwahl und ihre Handynummer gab er zu. Und die private. Mia spürte einen Hauch Verärgerung. Ich dachte, sie mag dich nicht. Ich dachte, sie hat dich letztes Jahr fast in den Wahnsinn getrieben, fügte Lauren fröhlich hinzu und er funkelte sie böse an. Aber Lauren grinste nur. Ich packe euch das Essen ein, dann könnt ihr es mitnehmen. 23.15 Uhr Wheaton wartete vor dem Studio und lächelte, bis Mitchell herankam. Wir haben eben den Bericht über den Brand von Penny Hills Haus gesehen. Er war gut, nicht wahr? Ja, ganz toll. Wir wollen die Aufnahme. Alle Aufnahmen, die sie heute dort gemacht haben. Und was ist für mich drin? Sie werden nicht aus einer Zelle senden, sagte Mia beißend. Wheatons Augen verengten sich. Auf Drohungen reagiere ich nicht, Detective. Mia lächelte, aber ganz und gar nicht freundlich. Dabei habe ich damit noch gar nicht begonnen, Miss Wheaton. Wir sind insbesondere an dem Video interessiert, das der Nachbar aufgenommen hat. Welcher war es übrigens? Sie wissen, dass ich Ihnen das nicht sage. Ich schütze meine Informanten. Das hier ist ein Mordfall, Miss Wheaton, fauchte Mia. Zwei Menschen sind gestorben. Wenn sie nicht kooperieren, lasse ich mir eine richterliche Verfügung ausstellen, die Ihnen verbietet, diese Aufnahmen weiterhin auszustrahlen. Ich will Ihr Band und das von dem Nachbarn und zwar sofort. Holly, es war ein langer Tag, sagte Reed beruhigend. Wir arbeiten seit 24 Stunden ununterbrochen an dieser Sache. Wir können das auf die harte Tour durchziehen, aber das will doch keiner. Ich schon, brummte Mia und Holly klappte trotzig den Mund auf. Keiner, wiederholte Reed rasch, bevor es zum offenen Streit zwischen den Frauen kommen konnte. Bitte, wir versuchen, einen Mörder hinter Gitter zu bringen, Holly, und Sie können uns dabei helfen. Sie verzog den Mund. Gegenleistung? Reed warf Mia aus dem Augenwinkel einen Blick zu. Ein Interview, wenn alles vorbei ist. Zweimal die Woche, Tage und Orte nach meinem Belieben. Reed unterdrückte einen Seufzer. Schön, sagte er müde, und jetzt das Band bitte. Sie lächelte katzenhaft. Ich schicke es Ihnen morgen, wenn ich Zeit habe, spätestens Donnerstag. Mia öffnete den Mund. Sie ver... Reed räusperte sich, um Mias Beleidigung zu unterbrechen. Jetzt, oder es gibt keinen Deal, und wir besorgen uns die richterliche Verfügung. Er hob die Hand, als Wheaton etwas sagen wollte. Außerdem sorge ich dafür, dass jeder Löschzug in dieser Stadt sie, sobald sie auftauchen, vom Schauplatz entfernt. Und dass ihr Chef das erfährt, setzte er sanft hinzu. Wheaton presste die Lippen zusammen und Reed wusste, dass er gewonnen hatte. Warten Sie hier! Als sie fort war, wandte Reed sich an Mia. Ihre blauen Augen waren kalt. Ich warte draußen auf dich! Nach ungefähr dreißig Minuten tauchte Wheaton mit einem Band auf. Ist da auch das Nachbarvideo drauf? fragte Reed. Da Mia nicht mehr zu sehen war, lächelte Wheaton. Ich würde sie niemals übers Ohr hauen, Lieutenant. Nicht, wenn Sie Ihren Nutzen daraus ziehen. Wenn etwas fehlt, ist unser Deal gestorben. Mia lehnte an der Motorhaube des Alpha und A's Lasagne aus der Tupper-Schüssel. Als sie ihn kommen sah, warf sie die Schüssel auf den Beifahrersitz. Ihre Miene war eisig. Er hielt ihr das Band hin, aber sie schüttelte den Kopf. Können wir uns morgen ansehen? Um acht. Sie ging, als er die Augen verdrehte, aber er holte sie ein. Mia, hör auf, dich wie ein Kleinkind zu benehmen. Sie wirbelte wütend herum. Du hast meine Autorität untergraben, zischte sie. Wenn ich das nächste Mal von ihr etwas will, muss ich ganz andere Seiten aufziehen. Ich hätte die Verfügung spätestens morgen früh gehabt. Aber dafür haben wir das Band jetzt. Als sie ihn nur ansah, seufzte er frustriert. Mit deiner Methode hättest du in diesem Fall nicht bekommen, was du wolltest. Manchmal zahlt es sich aus. Er unterbrach sich, aber sie wich bereits einen Schritt zurück, als hätte er sie geohrfeigt. Nett zu sein, beendete sie den Satz gepresst. Ich merke es mir. Und dann marschierte sie mit erhobenem Kopf um ihr Auto herum. Sie wirkte plötzlich sehr klein und sehr gekränkt. Lass sie gehen, mahnte eine Stimme in seinem Kopf, als sie den Motor startete. Sie beruhigt sich schon wieder. Sie regt sich ab und morgen ist alles wieder gut. Nur glaubte er eigentlich nicht daran. Mittwoch, 29. November, 0.30 Uhr Mia wohnte in einer ruhigen Straße mit identischen Wohnhäusern. Nicht besonders schick, aber recht gepflegt. An den meisten Fenstern hingen Blumenkästen, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass Mia welche hatte. Christine dagegen war eine passionierte Gärtnerin gewesen. Sie hatte Rosen geliebt. Mia hatte hinter ihrem Wagen so wenig Platz gelassen, dass das Einparken ein heikles Manöver war und seine Stoßstange beinahe ihr Heck berührte. Sag mir eins, Soliday. Verfolgst du deine Partner eigentlich immer? Keine schlechte Frage. Nein. Und warum dann mich? Bin ich so jämmerlich unfähig, dass du meinst, ständig auf mich aufpassen zu müssen? Nein. Dummerweise wusste er auch nicht, warum er hier war. Nein, das stimmte so nicht. Er wusste es. Er mochte es sich nur nicht eingestehen. Er stieg aus seinem SUV. Ich wollte einfach nicht, dass die Sache von eben offen bleibt. Sie presste die Kiefer zusammen. Mach aus einer Mücke keinen Elefanten. Wir wollten das Band holen. Wir haben das Band geholt. Eigentlich hatte er das Band bekommen, nicht sie. Holly Wheaton hatte den Unterschied sehr deutlich herausgestrichen. Und das schmerzte Mia noch immer. Mia, diese Frau ist einfach rachsüchtig und zickig. Ihre Wangen färbten sich rot. Schon okay. Ich verspreche, ich werde mich nicht in den Schlaf weinen. Schläfst du denn? Wenn du verschwindest und mir die Chance dazu gibst, vielleicht, sagte sie. Sie bückte sich, um etwas unter dem Sitz hervorzuholen. Was machst du denn da? Die Plastikschüssel deiner Schwester suchen. Die müssen wir nicht sofort zurückgeben. Sie hat noch genug. Ich will sie auch nicht zurückgeben. Ich will den Rest zum Frühstück essen. Er zog den Kopf ein. Lasagne zum Frühstück? Während er sie betrachtete, nahm er plötzlich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ein Wagen näherte sich, zu schnell für die Geschwindigkeitsbegrenzung dieser Straße. Das Fenster wurde herabgelassen und ein Gesicht spähte heraus. Reed blieb ein Sekundenbruchteil, um zu begreifen, bevor er auch schon das Licht der Straßenlaterne auf dem Lauf der Waffe aufblitzen sah. Reed's Reflexe hatten bereits das Kommando übernommen. Er sprang auf sie zu, riss sie zu Boden und fiel schwer auf ihren Körper. Und dann krachte der Schuss und die Scheibe auf der Fahrerseite zersplitterte. Schützend drückte er sie auf den Asphalt, als eine zweite Kugel die Frontscheibe zerriss und eine dritte von der Motorhaube nur Zentimeter über seinem Kopf abprallte. Dann quietschten Reifen, ein Motor heulte auf und der Wagen brauste davon. Nur noch der Geruch von verbranntem Gummi blieb zurück. Sie waren weg. Er lag in voller Länge auf ihr, einen Arm um ihre Taille geschlungen, sein Gesicht in ihrem Haar. Mit der Schulter hatte er die Wucht des Aufpralls abgefangen. Ihr rechter Arm ragte unter ihm hervor und die Pistole wirkte riesig in ihrer kleinen Hand. Sie musste sie gezogen haben, als er sie zu Boden gerissen hatte. Er hatte dasselbe getan. Nun packte er seine neun Millimeter fester und hob vorsichtig den Kopf. Bist du getroffen? Nur von dir. Ihr Ellbogen rammte seine Rippen. Verdammt, Solidee! Ich kann nicht atmen! Sie so gierig den Atem ein. Mit dir alles in Ordnung? Ja. Nun, da es vorbei war, schien er keinen Muskel mehr bewegen zu können. Ich konnte kurz sein Gesicht sehen. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Diesen kleinen Scheißkerl Gatz. Und die Methode ist dieselbe, mit der dieser ganze Mist angefangen hat. Schießereien aus dem Auto. Unschuldige Menschen sterben. Man sollte meinen, dieses Schwein hätte seine Lektion gelernt, aber von wegen. Er ließ den Kopf sinken und atmete ein, doch diesmal nahm er den zitronigen Duft ihres Haares wahr, statt den beißenden Gestank von Gewehrfeuer oder verbranntem Gummi. Der Adrenalinspiegel sank und er nahm langsam wieder seine Umgebung wahr. Überall um sie herum lagen Glassplitter. Der Gehsteig drückte unter seinen Ellenbogen und am linken Knie würde er eine stattliche Prellung bekommen. Aber unter ihm lag eine kleine Person, warm und weich. Eine Person, die sich im Augenblick an ihn schmiegte. Tut mir leid, murmelte er. Ich wollte dir nicht wehtun. Sie sog die Luft ein und nahm ihr Funkgerät vom Gürtel. Mir geht's gut, ich habe nur keine Luft mehr gekriegt. Aber sie sah ihm nicht in die Augen, als sie die Zentrale anrief, und er war sich nicht sicher, ob sie seine körperliche Reaktion gespürt hatte. Hier Detective Mitchell, Morddezernat. Schüsse aus einem vorbeifahrenden Wagen, 1342 Sedgwick Place. Schütze und Fahrer sind in einem alten braunen Ford flüchtig. Sie gab das Nummernschild durch und er war erstaunt, dass sie die Geistesgegenwart besessen hatte, es sich zu merken. Wahrscheinlich wurde der Wagen hier in der Nähe abgestellt. Schicken Sie ein CSU-Team und sagen Sie den Streifenwagen, dass sich Zivilpolizisten am Tatort aufhalten. Sie klickte das Gerät wieder an den Gürtel fest. Was willst du machen? fragte er. In der Ferne hörte man Sirenen. Nichts. Er ist weg. Danke, Reed. Du hast mir das Leben gerettet. Obwohl sie keine Kugel abbekommen hatte, sah ihr Gesicht übel zugerichtet aus. Die Wange war zerschrammt und blutig. Sanft nahm er ihr Kinn, strich er mit dem Daumen über den Kiefer und spürte, wie sie zusammenzuckte. Entschuldige. Ich wollte dich nicht verletzen. Weder jetzt noch vorhin im Studio. Ebenso sanft machte sie sich los. Ich weiß. Zwei Streifenwagen mit blitzenden Lichtern kamen neben Mias Alpha zum Stehen. Verdammter Mist, knurrte sie. Was ist denn? Sie deutete auf einen der Streifenwagen. Neben dem Vorderrad lagen die Überreste von Lawrence Schüssel. Jetzt muss ich doch wieder Pop-Tarts essen. Er hatte gut geschlafen und sein Hirn funktionierte wieder so effizient, wie es sollte. Er hatte überall nach Young gesucht, dem nächsten Namen auf seiner mentalen Liste. Es gab vier Youngs. Einer hatte es gewusst, war aber nur ein feiger Schlappschwanz gewesen, er würde nicht gar so schmerzvoll sterben. Zwei hatten es gewusst und weggesehen, ihr Ende würde qualvoll sein. Aber der letzte hatte schlimmes Leiden verursacht. Er hatte Shane getötet. Er wird sich tausendmal wünschen, tot zu sein, bevor ich mit ihm fertig bin. Der, den er suchte, verkaufte Immobilien. Makler ließen ihren Namen fett auf Plakate und Schilder drucken, aber er hatte ihn auf der Webseite der ehemaligen Highschool-Schüler gefunden. Tyler Young wohnte nun in Indianapolis. Seine dortige Adresse in Erfahrung zu bringen, würde ein Kinderspiel werden. Er würde heute Abend die Doherty's erledigen und dann nach Süden reisen. 13 Uhr 5 Mia stachte aus dem Fenster des SUV, als Soliday langsam an dem Lehrerparkplatz vorüberfuhr. Das ist er, der blaue Hyundai, registriert auf Brooke Adler, Englischlehrerin. Eure Computerjungs haben es echt drauf, Video-Ausschnitte zu vergrößern. Moderne Technologie ist eine gute Sache, stimmte sie zu, als er auf den Besucherparkplatz einbog. Adler hat eine weiße Weste. Sie kommt mir nicht wie eine Brandstifterin vor. Sehe ich auch so. Aber sie weiß etwas. Sie trat durch die Tür, die er ihr aufhielt. An jemanden wie Reed Soliday konnte man sich gewöhnen. Türen, Stühle, Kaffee. Wenn er so weitermachte, war sie bald vollkommen verwöhnt. Eine Frau saß hinter einer Glasscheibe. Ihr Schildchen zeichnete sie als Marcy aus. Kann ich Ihnen helfen? Detective Mitchell. Und das ist Lieutenant Soliday. Wir haben uns schon am Tor ausgewiesen. Wir würden gern mit Miss Adler sprechen. Sie unterrichtet im Moment. Kann ich ihr vielleicht eine Nachricht überbringen? Mia lächelte unverbindlich. Können Sie nicht. Sagen Sie ihr bitte, dass wir jetzt mit ihr sprechen wollen. Ein Mann tauchte zu ihrer Linken auf. Ich bin Dr. Bixby, Leiter des Hope Center. Kann ich Ihnen helfen? Mia misstraute ihm sofort. Ja, wenn Sie uns mit Miss Adler sprechen lassen. Jetzt. Marcy, sorgen Sie dafür, dass Miss Adler vertreten wird. Kommen Sie mit. Er führte sie in einen kleinen, spartanisch eingerichteten Raum. Sie können hier warten. Das ist etwas gemütlicher als im Eingangsbereich. Als Miss Adlers Vorgesetzter muss ich fragen, steckt sie in Schwierigkeiten? Mia hielt an ihrem Lächeln fest. Wir wollen nur mit ihr reden. Unsicher schloss der Mann die Tür und ließ sie mit dem alten Tisch und den zwei zerschrammten Stühlen zurück. Das einzige Fenster war vergittert. Es war, was es zu sein schien, ein Gefängnis für straffällig gewordene Kinder. Ich frage mich immer, ob Räume wie dieser verwandt sind. Dann bitten wir sie mit uns nach draußen zu gehen, erwiderte Soliday und Mia sah erstaunt auf. Kein sei nicht paranoid, Mitchell? Sagt Abby das? Nein, nie. Die Tür öffnete sich und Mia sah der Frau vom Video entgegen. Sie war noch sehr jung. Miss Adler fragte sie und sie nickte, die Augen angstvoll geweihtet. Adler betrat den Raum, Bixby direkt hinter ihr. Ja, womit kann ich Ihnen helfen? Ich bin Detective Mia Mitchell. Das ist mein Partner, Lieutenant Soliday. Wir würden gern mit Ihnen reden. Hätten Sie Lust, draußen ein wenig spazieren zu gehen? Bixby räusperte sich. Es ist zu kalt, Detectives. Hier drinnen ist es gemütlicher. Ich bin kein Detective, sagte Soliday freundlich. Ich bin Fire Marshal. Adler wich alle Farbe aus dem Gesicht und Bixby musterte sie finster. Was haben Sie getan, Miss Adler? Ich bin nur zu einem der abgebrannten Häuser gefahren, über die in der Zeitung berichtet wurde. Das ist alles. Mia trat einen Schritt vor. Ähm, hallo? Wir würden jetzt auch gern wissen, was hier eigentlich vor sich geht. Mr. Bixby trat zum Tisch und griff zum Telefonhörer. Marcy, rufen Sie Bart und Julian an. Bitten Sie Sie sofort in mein Büro zu kommen. Wir würden gern zuerst mit Ihnen allein sprechen, Miss Adler, sagte Mia. 13 Uhr 25 Brooke Ich habe von den Bränden gelesen und wollte es mit eigenen Augen sehen. Sie sah über die Schulter, Bixby stand am Fenster und beobachtete sie finster. Ihretwegen schmeißt er mich noch raus. Solidays Lächeln war freundlich. Wir schleppen sie aufs Revier, wenn sie weiterhin unsere Zeit vergeuden. Der Kontrast zwischen dem freundlichen Tonfall und der Bedeutung seiner Worte war eklatant und sie blinzelte verblüfft. Einer unserer Schüler hat die Zeitungsartikel über die zwei Brände ausgeschnitten. Ich habe Bart Seacrest unserem Sicherheitschef Bericht erstattet. Den Rest erfahren sie von ihm. Bixby brachte sie zu einem Büro, das so üppig ausgestattet war, wie der Warteraum spärlich. Er deutete auf Ledersessel, die um einen Mahagonitisch standen. Zwei Männer saßen bereits. Einer war Mitte vierzig und wirkte sympathisch. Der andere sah aus, als würde er mit seinem kahlen Schädel nur zum Spaß Mauern rahmen. Dr. Julian Thompson und Mr. Bart Seacrest, stellte Bixby sie vor. Der Sympathische erhob sich und lächelte. Augenblicklich misstraute Mia ihm genauso sehr wie Bixby. Dr. Thompson, der Schulpsychologe. Seacrest schwieg. Setzen Sie sich, sagte Bixby. Mia nahm sich absichtlich Zeit, nur um seine Reaktion zu erleben. Dann sah sie beide Männer nacheinander an. Um welchen Schüler geht es? Und wo sind die Zeitungsartikel? Wir haben uns dieses Schülers angenommen und keinen Grund gesehen, die Sache weiter zu verfolgen. Miss Adler hatte nur ein persönliches Bedürfnis, den Miss Adler. Miss Adler nickte verunsichert. Ja, Sir. Mia grinste. Aha. Sie sind dem Staat verpflichtet, nicht wahr, Mr. Bixby? Sind Revisionen unterworfen und Überraschungsbesuchen vom Lizenzamt, ist es nicht so? Bixby presste die Kiefer zusammen. Drohen Sie mir nicht, Detective. Wie ich bereits Miss Adler gesagt habe, fuhr Soliday immer noch sehr ruhig fort. Liegen bei uns im Leichenschauhaus zwei Frauen. Unser Geduldsfaden ist dünn. Falls Ihr Schüler nichts damit zu tun hat, gehen wir wieder. Falls doch, ist er eine Gefahr für alle anderen. Möchten Sie diese Art von Negativ Publicity wirklich herausfordern? Ein Muskel in Bixbys Gesicht zuckte und Mia wusste, dass Soliday die richtige Seite angeschlagen hatte. Unsere Schüler können die Einrichtung nicht verlassen. Deswegen kann er nichts damit zu tun haben. Schön, sagte Mia und entspannte sich. Dann erzählen Sie uns doch mal etwas über die Einrichtung. Leben alle Schüler hier? 20% sind Tagesschüler, erklärte Dr. Thompson. Die anderen leben im Wohnheim. Mia lächelte. Wohnheim? Das heißt, sie werden eingeschlossen. Thompson erwiderte das Lächeln, aber es wirkte angestrengt. Das heißt, sie können nicht hinaus, aber sie sind nicht in Zellen eingesperrt wie im Gefängnis, nein. Mia hielt die Hand hoch. Ich weiß, dass das hier kein Gefängnis ist, aber ihre Nachbarn wären wohl nicht sehr glücklich, wenn sie wüssten, dass hier möglicherweise ein Mörder wohnt, nur knapp eine Meile von ihrem Wohngebiet entfernt, von ihren Kindern entfernt. Hier ist kein Mörder, sagte Bixby gepresst, das habe ich ihnen bereits gesagt. Und das haben wir durchaus vernommen, sagte Soliday sanft. Er sah zu mir und zog eine Braue hoch. Du vergisst doch nicht, dass du Carmichael versprochen hast, sie sei die Erste, die es erfährt. Sie strahlte ihn an. Stimmt, ja. Seacrest beugte sich vor und verengte die Augen. Das ist Erpressung! Wer ist Carmichael? fragte Bixby. Die Reporterin, die den Artikel im Buettin geschrieben hat, sagte Seacrest. Thompsons Kinnlade fiel herab. Sie können doch keine falschen Informationen herausgeben. Mia zuckte die Achseln. Sie wird mich fragen, wo ich gewesen bin. Manchmal verfolgt sie mich regelrecht, weil sie hofft, auf etwas zu stoßen. Vielleicht wartet sie jetzt gerade draußen vor ihrem Tor? Naja, ich kann mir vorstellen, dass das für sie ziemlich unangenehm werden könnte. Aufgebrachte Anwohner, verängstigte Eltern, oh je. Sie starrte Bixby an, bis er den Blick senkte. Und ihr Mangel an Kooperationsbereitschaft wird ihr Verhältnis zur Behörde garantiert beeinflussen. Dafür sorge ich. Bixby wirkte, als stünde er kurz vor der Explosion. Er hämmerte auf seine Sprechanlage ein. Marcy, holen Sie Manuel Rodriguez Akte. Dann warnte er sich wieder ihnen zu. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Haben Sie Mannys Zimmer durchsucht, Mr. Seacrest? warnte sich Soliday an den Sicherheitsmann. Ja? Und? Ich habe ein Streichholzbriefchen gefunden. Fehlten welche? Und um uns Zeit zu ersparen, wie viele? fragte Soliday. Einige, aber das Streichholzbriefchen wurde von jemand anderem benutzt. Mia bemerkte, dass Thompson nervös wurde. Und von wem? fragte sie. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Seacrest die Augen verdrehte. Er hat sie aus Dr. Thompsons Büro, erklärte Seacrest. Er raucht Pfeife. Mia lehnte sich zurück. Bitte bringen Sie Mr. Rodriguez her. 14 auf und folgte ihr nach vorn, wo eine grimmige Marcy nur darauf wartete, sie auszutragen. Er ging an den Vitrinen vorbei und hielt an, als er aus dem Augenwinkel etwas Schimmerndes wahrnahm. Er ging ein paar Schritte zurück und sein Puls beschleunigte sich. Mia sieh dir das an. Sie starrte auf die Kunstwerke der Schüler, die in dem Glaskasten ausgestellt waren, und sah die Version eines Fabergé-Eyes, das im obersten Fach zu bewundern war. Glasperlen und Steinchen funkelten in geometrischen Mustern. Die Größe kommt hin, und die Farbe auch, gab sie murmelnd zurück. Wir brauchen wohl eine richterliche Verfügung. Ich kümmere mich darum. Sein Lächeln ließ ihn wie einen zufriedenen Kater aussehen. Oh, und ich sage Mr. Bixby, dass wir noch ein Weilchen bleiben. Sie entfernte sich ein paar Schritte. Immer darfst du die lustigen Sachen machen. Der Kunstlehrer hatte die gleiche Statur wie Reed Soliday. Seine Muskeln wölbten sich unter dem mit Farbspritzern bekleckerten Hemd. Sein Kahlkopf schimmerte wie polierter Onyx, und seine Finger waren so dick wie Hot Docs. Er hieß Atticus Lucas und schien nicht froh, sie zu sehen. Welcher Schüler hat das Ei gemacht? fragte Soliday. Keiner der Schüler hat es gemacht. Mir wandte sich ihm erstaunt zu. Sie? Er nickte. Ja, ich. Und die anderen Kunstwerke in der Vitrine, haben sie die auch gemacht? Natürlich nicht. Ich wollte den Schülern zeigen, dass Kunst in unterschiedlicher Gestalt daherkommen kann. Sagen Sie Schrank und öffnete beide Türen. Er zog einen Karton heraus und nahm den Deckel ab und blickte erstaunt hinein. Zumindest waren sie das. Jetzt sind sie weg. Soliday warf Mia einen Blick zu. Wir müssen Fingerabdrücke von dem Karton und dem Schrank nehmen. Ich rufe Jack an, aber sagen Sie uns zuerst Mr. Lucas, wann Sie zum letzten Mal in den Karton gesehen haben. mehr am Karton. Warum? Wie viele waren da drin? fragte Mia. Lucas sah sie verdattert an. Noch ein Dutzend vielleicht. Sie waren schon da, als ich vor zwei Jahren hier anfing. Niemand hat die Dinger je angerührt. Ein Dutzend, murmelte Soliday. Drei hat er benutzt. Er hat also noch neun zum Spielen. Mia holte das Handy hervor, um Jack anzurufen. Mist. Soliday wandte sich an Seacrest. Zeigen Sie mir ihr Labor, ich möchte die Chemikalien überprüfen. Mia hielt die Hand hoch. Und wir nehmen Manny mit aufs Revier. Sehen Sie zu, dass ein Vormund oder ein Anwalt mitfährt. 15 Uhr 45 Soliday stand seitwärts in dem winzigen Chemielager, denn anders hätte er nicht in den Raum gepasst. Du scheinst dich in einem Labor ja wie zu Hause zu fühlen, bemerkte sie. Eine Menge Leute in meiner Branche haben einen Abschluss in Chemie, erwiderte er. Du auch? Sozusagen. Wonach suchst du eigentlich? An Ammonium Nitrat kann man auf unterschiedliche Arten herankommen. Eine Möglichkeit ist diese Flasche hier. Er hielt sie hoch. Aber sie ist noch versiegelt und laut Liste war ohnehin nur eine da. Seit wann steht sie hier? Seit August vor drei Jahren. Er kniff die Augen zusammen, um das Etikett zu lesen. Es überrascht mich, dass eine Schule von dieser Größe eine derart gute Ausstattung hat. Der vorherige Lehrer hat sie hier gelassen. Ich habe noch nichts eingekauft, seit ich hier bin. Mia wandte sich um. Ein Lehrer hatte sich zu ihnen gesellt. Seit wann lehren Sie an dieser Schule? Seit ungefähr einem Jahr. Ich bin Mr. Celebrities, Detective Mitchell, und mein Partner, Lieutenant Soliday. Die Nitritsäure befindet sich in dem Schrank dort. Hier ist der Schlüssel. Mia reichte ihn an Soliday weiter. Ich nehme an, eine andere Möglichkeit an Ammoniumnitrat heranzukommen ist Nitritsäure. Exakt. Soliday sah in den Schrank und schloss ihn wieder ab. Noch verschlossen und versiegelt. Celebrities presste die Kiefer zusammen. Haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Nein. Ohne sich um Celebrities zu kümmern, ging er zu der anderen Wand, an der eine Art Theke mit Glas Front stand. Sieht aus wie eine Salatbar mit überdimensioniertem Nies Schutz, sagte sie, und er lachte. Das ist ein Gasabzug. Darin arbeitet Mann mit flüchtigen Gasen. Er nahm das Gerät, mit dem er in Penny Hills Haus Kohlenwasserstoff nachgewiesen hatte, zog das Glasfenster ein winziges Stück hoch und schob das Gerät darunter. Es begann augenblicklich zu lärmen und Soliday lächelte ein finsteres, angespanntes Lächeln. Jetzt hatte er gefunden, was er gesucht hatte. Celebrities, wann haben Sie Soliday zog das Fenster wieder herab. Detektiv, hier ist Sergeant Ungers Anwesenheit erforderlich. Er möchte bestimmt ein paar Proben nehmen. Sie lächelte bewundernd. Ich werde ihn sofort anrufen, Lieutenant. Seine dunklen Augen blitzten. Vielen Dank, Detective. 17 Uhr Reed kam aus dem Verhörraum und ging zu Spinelli, Westphan und Staatsanwalt Patrick Hurst im angrenzenden Zimmer. Durch die Scheibe sahen sie Manny, der zusammengesunken auf seinem Stuhl mehr hing als saß, die Arme über der Brust verschränkt. Mia schloss die Tür. Er rührt sich nicht. Und, fragte Spinelli, können wir ihn festhalten? Patrick schnaufte frustriert. Was haben sie genau gegen ihn in der Hand? Fehlende Plastikeier und einen Haufen Fingerabdrücke, sagte Mia. Jack hat mehr als zwanzig verschiedene im Kunst- und Chemieraum gefunden. Er vergleicht sie gerade mit denen der Lehrer und der Insassen. Sie tat erschrocken. Ich meine, der Kinder. Patrick sah nicht glücklich aus. Und das ist alles? Mia lächelte Reed an. Du hast es gefunden, sagte sie. Dann darfst du es auch sagen. Wir haben Reste von Chemikalien gefunden, die in den Zündvorrichtungen gewesen sind. Nun war Patricks Interesse geweckt. Erklären Sie das genauer. Dass Mia ihn so bewundernd und respektvoll ansah, hätte ihm nicht so gut tun dürfen. Wir haben das Chemielabor untersucht. Hinter dem Gasabzug haben wir Reste von Kohlenwasserstoffdämpfen gefunden. Auf der Oberfläche der Arbeitsfläche Schießpulver und Zucker. Ich wette, die Proben, die Jack dort genommen hat, enthalten auch Kerosin. Die Analyse des Beschleunigers hat ergeben, dass unser Täter es mit dem Ammoniumnitrat gemischt hat. Mit flüssigem Brennstoff vermengt, wird Dünge mittel explosiv. Patrick wirkte beeindruckt. Und Schießpulver und Zucker? Hausgemachte Lunden. Ganz normale Schuhbänder zum Beispiel können damit zu Zündschnüren werden. Reed zuckte die Achseln. Erschreckend leicht zu machen. Auf einem der Zettel, die Manny bei sich versteckt hat, befand sich eine Anleitung, aus dem Internet ausgedruckt. Spinelli nickte bedächtig. Aber sie glauben dennoch nicht, dass er es getan hat. Nicht allein jedenfalls, sagte Mia. Reicht das, um ihn festzuhalten, Patrick? Gericht beantragen. Dadurch gewinnen sie ein paar Tage Zeit, um herauszufinden, was er wirklich weiß. Und was jetzt? fragte Spinelli. Jack hat Lattent gebeten, die Abdrücke zu vergleichen. Das Labor analysiert das Pulver aus der Schule. Und wir kehren zurück zu den Akten, um nachzusehen, ob es eine Verbindung zwischen Roger Burnett, Penny und irgendjemandem aus dieser behämmerten Schule gibt. Mia deutete auf Patrick. Wenn wir hier durch sind, sollte sich ihre Abteilung diesen Laden einmal genau ansehen. Ich schreibe es auf meine To-Do-Liste, erwiderte Hearst trocken. Ich kann mir morgen ein wenig Zeit freischaufeln, um Manny offiziell zu untersuchen, erbot sich Westfalen. Spinelli folgte den beiden Männern. Dafür werden wir ihnen dankbar Malz. Mia seufzte. Los geht's. 18.05 Uhr Akten entstauben. Reed durchquerte das Großraumbüro und verlangsamte sein Tempo, als er sich ihrem Tisch näherte. Ihrem leeren Tisch. Die Akten, die sie gelesen hatte, waren fort. Und Mia auch. Sie ist nach Hause gegangen, sagte ein Cop in einem zerknitterten Anzug. Ein anderer Mann saß ihm gegenüber und tippte rasch auf seiner Tastatur. Sie müssen Soliday sein. Ich bin Murphy, sagte der zerknitterte entspannt. Und das ist Aiden Reagan. Reagan warf seinem Partner einen Blick zu, dann widmete er sich wieder seiner Tastatur. Murphy schob Reed einen Zettel bis zum Rand des Tisches entgegen und wartete ab. Holly Wheaton hat angerufen. Sie wartet heute um sieben bei Leonardos zum Essen auf dich. Du sollst dir eine Krawatte umbinden. Sie Handynummer. Warum hat sie Mia angerufen? Wahrscheinlich um es Mia unter die Nase zu reiben und sie dann wie ihre Sekretärin zu behandeln, um noch eins drauf zu setzen. 19 Uhr 45 Dana sah auf Mias leeren Teller, dann nickte sie. Du bist fertig. Na endlich. Sie waren die Letzten am Tisch. Danas Pflegekinder waren schon längst aufgestanden. Mia verdrehte die Augen. Du schikanierst mich. Ich hasse Gemüse. Du kommst her, weil du schikaniert werden willst. Viel von dem Zorn, den Holly Wheatons Anruf geweckt hatte, war bei dem guten Essen mit ihrer Freundin verschwunden. Wenn sie Zeit mit Dana und den Kindern verbrachte, fiel es ihr immer schwer, schlechte Laune zu haben. Wheatons Anruf war nur eine Ausrede, auf ihn sauer zu sein. Das war leichter, als sich mit ihren Gefühlen auseinander zu setzen. Ich bin bereit, wenn du es bist, sagte Dana ruhig. Mia schob ein Fünf-Cent-Stück über den Tisch und Dana lächelte. Es ist jetzt ein Viertel Dollar. Inflation, tut mir leid. Aber okay, du darfst anschreiben. Los, rede mit mir. Ich bin eine Vollidiotin. Okay. Mia sah sie finster an. So verdienst du dir den Viertel Dollar aber nicht? Danas Lachen war tröstend. Behandelt er dich nicht gut? fragte Dana, als spräche sie mit einer Fünfjährigen. Gar nicht. Er ist der perfekte Gentleman. Er hält mir Türen auf, zieht mir Stühle unterm Tisch hervor und hält mir Regenschirme über den Kopf. Was für ein Schwein, sagte Dana trocken. Ich meine es ernst, Dana. Das weiß ich, Schätzchen. Also mal abgesehen davon, dass er dich mit dem Respekt behandelt, den du verdienst. Was tut er sonst noch? Gestern Abend ist er mir bis zum Gefängnis hinterher gefahren. Ich wollte Kelsey von Liam und ihr erzählen. Interessant? Okay. Die Verschnaufpause ist vorüber. Er ist attraktiv, freundlich und du hast eine Heidenangst. Das fasst es im Grunde ganz gut zusammen. Dana beugte sich verschwörerisch vor. Und? Habt ihr euch schon geküsst? Ein Lachen stieg in ihr hoch. Nein, sie seufzte. Und? Und? Ich bin nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Sieh dich doch nur an. Du bist vier und dreißig und tust nichts als arbeiten. Du kommst nach Hause in eine kalte einsame Wohnung und legst dich in ein leeres Bett. Dein Leben zieht an dir vorbei und du siehst in aller Seelen Ruhe zu. Mia schluckte, aber der Klumpen in der Kehle wollte nicht weggehen. Ich will nicht mehr zusehen, wie du dein Leben wegwirfst, weil du meinst, dass du es nicht besser verdienst. Du bist mir wichtig. Es bricht mir das Herz, dich so zu sehen, Mia. Sie breitete die Arme aus. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass dir das alles hier überhaupt nichts bedeutet. Mia sah sich in der Küche mit den fröhlichen Farben um, sah die Teller im Spülbecken, den Kühlschrank mit den Kunstwerken der Kinder. Und sie wollte genau das, sie wollte es so sehr, dass es ihr den Atem verschlug. Doch, flüsterte sie, es bedeutet mir viel. Dann nimm es dir. Dana beugte sich vor und sah sie eindringlich an. Such dir den richtigen und nimm es dir. Ich kann nicht. Sie schwiegen. Dann hörte Mia das Geräusch der Münze, die über den Tisch zurückgeschoben wurde. Dann kann ich dir nicht helfen mehr, flüsterte Dana. Menschliche Nähe ist ein Grundbedürfnis, genau wie Nahrungsaufnahme. Wenn du nicht isst, stirbst du. Wenn du dir menschliche Nähe versagst, kann deine Seele absterben. Findest du Reed attraktiv? Mia holte Tiefluft. Ja. Dann lauf nicht vor ihm weg. Lass es einfach auf dich zukommen. Du brauchst kein Haus und viele Kinder, um eine Beziehung zu führen. Nicht jede Beziehung ist für die Ewigkeit ausgelegt. Würdest du etwas anderes akzeptieren? Nein, weil ich das mit der Ewigkeit probiert habe und es mir jetzt nicht mehr anders vorstellen kann. Wenn du wild entschlossen bist, das Filet Mignon zurückzuweisen, dann greif wenigstens beim Hamburger zu. Wenn du mit dem Mann ehrlich umgehst, dann ist der Hamburger vielleicht ausreichend, um dir die nötigen Nährstoffe zu verpassen. Und wer weiß, vielleicht mag er auch nur Hamburger. Nur Widerlinge wollen nur Hamburger. Und Reed Soliday ist kein Widerling, sagte Dana seufzend. Nein, das war er nicht. Vom Küchenfenster aus beobachtete Dana, wie Mia davonfuhr. Ethan stellte sich hinter sie und schlang die Arme um ihre Taille. Sie lehnte sich an ihn. Hast du es ihr gesagt? Murmelte er und sie schüttelte den Kopf. Nein, der Zeitpunkt war nicht der richtige. Ethan legte ihr die Hand auf den Bauch und spreizte die Finger. Du musstest ihr irgendwann sagen, Dana. Sie ist ein großes Mädchen und sie liebt dich. Sie wird sich für uns freuen. Aber genau das war das Problem. Ich weiß, dass sie sich für uns freuen will, Ethan. Aber ich denke, ich bin egoistisch genug, um lieber zu warten, bis sie es auch wirklich tun kann. 20 Uhr Er saß an seinem Tisch und verfluchte Ethikus Lukas, obwohl er eigentlich ein letztes Mal die Planung des Abends durchgehen sollte. Ein einzelnes Ei irgendwo in einer Vitrine und nun schnüffelten die Kops überall in der Schule herum. Er war in diesem Kunstraum gewesen. Die Kops würden seine Fingerabdrücke über kurz oder lang finden. Ärgerlich war, dass sie auch Beweise seiner Arbeit im Labor gefunden hatten. Das begriff er nicht. Er hatte so gründlich sauber gemacht und den Ventilator die ganze Zeit, die er im Gasabzug gearbeitet hatte, laufen lassen. Das Klingeln des Telefons riss ihn in die Realität zurück. War das die Polizei? Was wussten sie? Beim vierten Klingeln nahm er endlich ab. Ja? Wir müssen reden. Okay. Warum? Ich habe mit Manny gesprochen. Er hat mir alles erzählt. Seine Faust umklammerte den Hörer. Dann zwang er sich, sich zu entspannen. Er verlieh seiner Stimme einen Hauch Belustigung. Und Sie glauben ihm? Kommen Sie schon. Ich weiß nicht. Wir müssen reden. Okay. Wo sollen wir uns treffen? Eine lange Pause entstand. Flanagan Spa in einer halben Stunde. Er sah auf seine Liste. Er hatte das meiste erledigt, aber es gab noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, bevor er die Doherties besuchte. Sagen wir in einer Dreiviertel Stunde. Er stand auf und legte die Eier behutsam in den Rucksack. Dann zog er das Messer aus der Scheide und bewegte es, damit sich das Licht darin fing. Er hatte es nach Penny Hill geschärft. Ein verantwortlicher Waffenbesitzer hielt seine Werkzeuge in Schuss. Der Junge sah zu und ihm war schlecht vor Angst. Er wusste genau und aus Erfahrung, was diese Klinge anrichten konnte. Er wusste ebenfalls, was diese Klinge anrichten würde, wenn er ihn je entdeckte. Also rollte er sich zusammen, machte sich ganz klein und versteckte sich vor dem Monster, das seine Träume heimsuchte. Mia blinzelte. Diesen Namen hatte sie schon gelesen. Ihre Augen brannten und waren müde, sie musste aufhören. Sie lehnte sich auf dem harten Stuhl zurück und dehnte ihre Nackenmuskeln. Sie hatte sich zuerst Burnetts Fälle vorgenommen und sich auf den Monat konzentriert, der Manny Rodriguez Einweisung ins Hope Center vorausging. Sorgsam hatte sie jeden Namen, jeden Ort aus jedem Fall aufgelistet, an dem Burnett in irgendeiner Hinsicht beteiligt gewesen war. Sie stand auf und streckte sich ausgiebig. Von Solidays Bodycheck der vergangenen Nacht taten ihr noch immer alle Knochen weh, aber müde war sie nicht. Sie hatte zu viel Koffein im Körper, um schlafen zu können. Also würde sie sich ins Bett legen, an die Decke starren und sich wünschen, dass sie wilden Sex haben könnte. Ein Klopfen an der Tür ließ sie zusammenfahren. Sie zog ihre Waffe aus dem Schulterholster, das über dem Stuhl hing, trat zur Tür und spähte durch den Spion und seufzte erleichtert. Dann öffnete sie Reed Soliday die Tür. Du hast mir einen Höllen Schreck eingejagt, sagte sie statt einer Begrüßung, begann jedoch augenblicklich sich Sorgen zu machen. Es war beinahe Mitternacht und sein Blick war finster. Ist etwas passiert? Kann ich reinkommen? Sie trat zur Seite und ließ ihn ein. Er rauschte in ihr Wohnzimmer, als sie die Tür schloss und sich dagegen lehnte. Was ist passiert? wiederholte sie. Er zog seinen Trenchcoat aus und ließ ihn auf ihr Sofa fallen. Er trug weder tiefes Wummern in ihrer Brust und es wurde heftiger, als er zu ihr trat, ihr die Waffe abnahm und sie ins Holster zurückschob. Und als er dann mit einem Raubtier Blick zurückkam, wurde das Wummern zu einem tiefen Vibrieren. Er stemmte seine Hände links und rechts von ihrem Kopf gegen die Tür, ohne den Blick von ihr zu lassen. Sie war gefangen, aber sie fürchtete sich nicht. Sie empfand nichts als Erregung und das Vibrieren, das ihren ganzen Körper weckte. Als er seinen Kopf senkte und sie küßte, geschah es wild und gierig und vertrieb jeden Zweifel. Sie ließ sich mitreißen. Sein Mund auf ihrem. Sie stöhnte und er zog den Kopf zurück, doch sie ließ die Augen geschlossen und spürte seinen Atem auf ihrem Gesicht. Ich konnte nicht schlafen, sagte er heiser. Ich konnte nur an dich denken. Du unter mir. Ich will dich, jetzt, aber wenn du nicht willst, dann sag es mir und ich gehe. Ihr Herz tat ihr tatsächlich weh, ihr Körper pochte. Er war, was sie wollte, dies war, was sie brauchte, jetzt. Geh nicht. Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. Dann hob sie die Hände, berührte sein Gesicht und zog seinen Kopf zu sich heran und der Kuss, der nun folgte, bewirkte, dass ihr die Knie weich wurden. Er strich mit den Händen über ihre Seiten, über ihre Brüste, tastete, drückte, fühlte, seine Daumen strichen über ihre aufgerichteten Brustspitzen und sie schauderte. Es war so lange her, dass Männerhände sie berührt hatten. Viel zu lange, dass sie einen Mann berührt hatte. Sie griff nach seinem Hemd, öffnete die Knöpfe und zerrte am Stoff, bis sie die Haut freigelegt hatte. Eine volle Minute strich sie mit den Handflächen über die harten Muskeln und das raue schwarze Haar. Mit einem gemurmelten Fluch packte er ihren Hintern, zog sie an sich hoch und drückte sie gegen die Tür. Er war heiß und hart und genau da, wo es sich am besten anfühlte. Nein, nicht genau da, wo es sich am besten anfühlte, noch nicht. Seine Lippen lösten sich von ihren und zogen einen Pfad an ihrem Hals entlang. Die harte Schwellung drückte sich nicht mehr gegen sie, als er sie höher hob und ihre Beine um seine Hüften schlang. Sie wollte protestieren und öffnete den Mund, als er ihr Hemd hoch schob und sein Mund sich über ihre Brust legte und saugte. Sie schrie auf, stöhnte, schob ihre Finger in sein Haar und hielt ihn fest. Dann zog er sich auf und sie klammerte sich erschrocken an seine Schultern. Nimm meinen Mantel, sagte er und sie sah ihn verwirrt an. Was? Er trug sie zum Sofa. Nimm meinen Mantel. Sie hielt sich an seiner Schulter fest und beugte sich herab, um zu tun, was er sagte. Wieso? Er war bereits auf dem Weg zum Schlafzimmer. Kondome, in der Tasche. Sie wühlte in der Tasche und zog eine kleine Drogerietüte heraus. Sie ließ den Mantel fallen und begann, an seiner Lippe zu knabbern. Hab sie! Er kniete sich vor ihr Bett, legte sie behutsam auf die Matratze. Er streifte ihr die Hose ab, bevor sie noch blinzeln konnte, und da sie nicht untätig sein wollte, zog sie ihr Hemd über den Kopf. Sie griff nach hinten, um den BH zu öffnen, als seine Lippen sich auf das Dreieck ihres Lipps pressten. Sie ließ sich zurückfallen, krallte ihre Finger in die Decke. Seine Augen verengten sich. Zieh den BH aus. Sie tat es und streifte außerdem die Kette mit den Marken ab. Er zog den Slip zur Seite und entlockte ihr mit seiner Zunge ein Stöhnen. Ich habe schon am ersten Tag an deinen Mund gedacht, sagte sie und begann zu keuchen. Dann drang seine Zunge in sie ein und sie schloss die Augen. Sag mir, wenn ich etwas tue, was du nicht magst. Ich mag es nicht, wenn du aufhörst, murmelte sie und er lachte. Dann widmete er sich wieder seiner Aufgabe, trieb sie weiter und höher hinauf, ließ sie beben und stöhnen. Der Orgasmus durchdrang sie wie ein elektrischer Schock und sie fiel erschöpft und keuchend auf die Decke zurück. Er drückte ihr ein Kondom in die Hand. Mach du es, presste er hervor und streifte seine Hose ab. Mia riss die Augen auf. Im Augenblick befriedigt war sie in der Lage, ihn zu bewundern. Oh wow, das wird gut werden. Mia bitte, ich kann mich nicht mehr lange zurück halten. Sanft berührte sie ihn mit den Fingerspitzen und er zuckte zusammen. Und so streifte sie ihm das Kondom über und keuchte wieder auf, als er mit einem Stoß in sie eindrang. Er begann sich in ihr zu bewegen und sie hob die Beine und schlang sie um seine Hüften und begegnete jedem seiner Stöße, doch er wurde immer schneller. Sie spürte, wie sich der Orgasmus ein zweites Mal aufbaute, diesmal wie eine Woge, die nicht enden zu wollen schien, und sie kam keuchend und stöhnend und ließ sich zurückfallen, zu ausgefüllt, um sich noch bewegen zu können. Über ihr erstarrte Reed plötzlich. Er legte den Kopf zurück, schloss die Augen und die Muskeln in seinen Armen begannen zu zittern. Schön war alles, was sie denken konnte. Er war einfach schön. Dann fiel sein Kopf nach vorn und er ließ sich seufzend auf seine Unterarme sinken. Es war unglaublich gewesen. Kein Hamburger. Sie schloss die Augen. Sorgen konnte sie sich später, nicht jetzt. Jetzt wollte sie nur nehmen, was sie bekommen konnte, und es speichern für die Zeit danach, wenn es vorbei war. Er küsste ihre Stirn, ihre Wange, ihr Kinn. Wir müssen reden, sagte er. Sie nickte. Aber nicht jetzt. Dann später. Mia, ich kann nicht die ganze Nacht bleiben. Ich weiß. Aber ich möchte auch nicht sofort gehen. Lauf nicht vor ihm weg. Lass es einfach auf dich zukommen. Das möchte ich auch nicht. Sie grinste leicht. Du bist bei einer Drogerie vorbeigefahren. Du musst dir ja reichlich sicher gewesen sein. Er hob den Kopf und sah sie ernst an. Gar nicht. Ich wusste bloß, dass ich vermutlich explodieren würde, wenn ich dich nicht bekommen würde. Ich habe so sehr gehofft, dass du ja sagst. Ich hoffe, du sagst wieder ja. Sie nickte ebenso ernst. Ja, Donnerstag, wieder. 30. November, 0.30 Uhr. Er war bereit. Er fühlte die Energie durch seinen Körper strömen. Es war fast wie ein leises Summen. Ihr Hotelzimmer hätte nicht günstiger liegen können. Alle Zimmer waren von außen zugänglich, aber ihres lag im Jahrzehnt. Er streifte seinen Rucksack über. Drei Eier waren darin. Eins für Doherties Bett. Er wusste inzwischen, wie man die Sprintleranlage im Zimmer austricksen konnte. Er hatte die Treppen und Notausgänge und die Wäscherei gecheckt und wusste genau, wo er die anderen beiden Eier platzieren musste, um das Hotel in eine Feuerhölle zu verwandeln. Die Leute würden schreiend und panisch hinausstürmen und die Panik würde ihn ein wenig für die Tatsache entschädigen, dass es hier kein Gas für eine Explosion gab. Die Feuerwehr würde drei, vielleicht vier Wagen schicken. Krankenwagen, blinkende Lichter, Reporter würden herbeieilen, Kameras das Inferno aus allen Winkeln aufnehmen, sie würden hektisch überprüfen, ob auch alle Menschen draußen waren. Und dann würden sie zwei Leichen finden. Sein Kreislauf lief auf Hochtouren. Er war nicht zu Bremsen. Er trug nun einen Overall, den er aus der Wäscherei gestohlen hatte. Eine Universal Keycard war ein nützliches Ding. Nun stand er vor der Zimmertür der Doherty's und war zuversichtlich, dass niemand ihm einen zweiten Blick gönnen würde. Nicht, dass es etwas ausmachen würde, falls doch. Dank einer Perücke und ein paar Polstern an den richtigen Stellen sah er aus wie ein anderer Mensch. Seine rechte Hand hielt das extra scharfe Messer. In der linken befand sich Tanjas Karte. Er steckte sie ein und rüttelte versuchsweise an der Tür, doch sie hakte. Die Doherty's hatten den Riegel vorgeschoben. Aber keine Sorge, er hatte beträchtliche Erfahrung mit solchen Sicherheits Vorkehrungen. Nichts war wirklich sicher, wenn man wusste, wie man es umging. Er schob behutsam die Klinge durch den schmalen Spalt und schob den Riegel hoch. Dann schlüpfte er ins Zimmer und drückte die Tür lautlos zu. Bis auf ein sanftes Schnarchen war nichts zu hören. Er stand still da und wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Und nahm augenblicklich zwei Dinge Frau, jung, nicht älter als fünfundzwanzig. Panik durchdrang ihn. Er war im falschen Zimmer. Hau ab! Aber die Frau erwachte und öffnete den Mund, um zu schreien. Er war schneller, stärker. Er riss ihren Kopf am Haar zurück. Dann hielt er ihr die Klinge an den Hals. Nicht schreien, hast du verstanden? Sie nickte, wimmerte jedoch. Wie heißt du? Nicky, Marco, bitte. Seine Hand packte ihr Haar fester. Welche Nummer hat dieses Zimmer? Ich weiß es nicht. Er riss fester und sie wimmerte wieder. Ich kann mich nicht erinnern. Bitte, ich habe zwei Kinder. Tun sie mir nichts. Sein Blut pochte in den Schläfen, als die Woge der Wut ihn überschwemmte. Verdammte Frauen, nie bleiben sie bei ihren Kindern. Wenn du zwei Kinder hast, warum bist du dann nicht zu Hause? Er riss wieder in ihrem Haar. Und passt auf sie auf. Er schaltete das Licht ein und blickte auf das Telefon. Die Zimmernummer stimmte. Wann bist du hergekommen? Heute Abend. Bitte nehmen sie was sie wollen, aber tun sie mir bitte nicht weh. Sie waren weg. Sie waren verdammt noch mal weg. Er hatte sie verpasst. Die Wut kochte wieder hoch, kochte über, brannte wie Säure. Komm mit, knurrte er. Sie stolperte, als er sie ins Badezimmer zerrte. Bitte nicht, schluchzte sie völlig außer sich. Er konnte sie nicht leben lassen, sie würde ihn verraten. Also stieß er sie in die Wanne und hielt ihr die Klinge an den Hals, während er die Dusche voll aufdrehte. Es kam ein jämmerliches Rinnsaal heraus. Er riss sie herum, bis sie sich auf den Bauch drehte, dann schnitt er ihr mit Gewalt die Kehle durch und sah zu, wie das Blut in den Ausguss ran. Wenn er sie hier ließ, würde man sie spätestens morgen früh finden. Die Polizei war nicht so unfähig, dass ihr die Verbindung zwischen sie hinausschleppen, aber ihre Größe würde ihm Probleme bereiten. Also musste er sie zerkleinern. Er hielt das Messer unter das Rinnsaal, das aus der Dusche kam und reinigte es, bevor er es an seinem Daumen testete. Gut, es war noch immer scharf genug. Was machst du denn da? Brooke sah verblüfft von ihrem Computer auf, ihre Zimmergenossin stand im Flur ihren iPod in der Hand. Es ist drei Uhr früh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Roxanne seufzte. Heute Nacht kannst du sowieso nichts mehr tun. Geschlafen, Brooke. Ich hab's ja versucht, aber es klappt nicht. Ich kann nur an Rechnungen und Schulden denken. Roxannes Blick wurde mitfühlend. Bachs Musik ist da sehr hilfreich. Solltest du auch mal probieren. Sie drückte sich den Knopf ins Ohr und verschwand in ihr Zimmer. Mit Bach ist es nicht getan, dachte Brooke. Sie ging in die Küche und holte den Brandy hervor. Es war keine besonders edle Marke, aber er war stark genug, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Sie kippte das erste Glas herunter, schenkte sich nach und setzte sich an den Tisch. Während sie am zweiten Glas nippte, ließ sie der Verzweiflung freien Lauf. Sie hatte kein Geld. Ihre Eltern konnte sie nicht anrufen, die besaßen selbst nichts. Wut quoll in ihr auf. Bixby war ein Schuft. Ich habe nichts falsch gemacht. Aber was machte das schon? Bald war sie so oder so ohne Job. Sie war nicht sicher, wie lange sie schon dort saß und brütete, als sie es plötzlich hörte. Klick. Sie schaute auf und versuchte, das Geräusch einzuordnen. Sie stand auf, betrat den Flur und starrte auf die Eingangstür. Sie wurde geöffnet. Mit einem Schlüssel. Da hat jemand meinen Schlüssel. Ruft die Polizei. Wo war das Telefon? Warum gab es schnurlose Telefone? Sie wich in die Küche zurück und zog ein Fleischermesser aus dem Block. Oh Gott! Sie rannte ins Wohnzimmer. Wo war das verdammte Telefon? Dann blieb ihr der Mund offen stehen, als der Mann eintrat. Sie erkannte ihn sofort, hatte jedoch keine Zeit, etwas zu sagen, bevor seine Hand sich über ihren Mund presste und er ihr mit der anderen das Handgelenk verdrehte. Das Messer fiel zu Boden. Dann ließ er ihre Hand los und mit schreck geweihteten Augen sah sie eine schmale Klinge aufblitzen, bevor sich sein Messer an ihre Kehle senkte. Er will mich umbringen. Sie wollte sich wehren, doch der scharfe Druck an ihrem Hals verstärkte sich. Sie verharrte abrupt und er lachte leise. Die Hand über ihrem Mund verschwand. Er drückte das Messer aufwärts, sodass sie sich auf Zehenspitzen stellen musste und steuerte sie in Richtung Schlafzimmer. Dort warf er sie aufs Bett, stieß ihr das Knie in die Rippen und stopfte ihr ein Stoffknäuel in den Mund. Sie wehrte sich, als er eine Hand packte und an ihr Kopf Ende fesselte. Er schmetterte seine Faust gegen ihren Du hast meine ganze Arbeit ruiniert, Brooke, zischte er dicht an ihrem Gesicht. Sein Blick war verrückt. Das konnte nicht der Mann sein, den sie kannte. Aber er war es. Jetzt habe ich kaum noch Zeit, alles zu Ende zu bringen, und dafür musst du büßen. Er kam auf die Füße und sie begann wild um sich zu treten, um ein Geräusch zu machen, das Roxanne hören würde. Er bückte sich, wühlte in seinem Rucksack und richtete sich mit einer riesigen Rohrzange in der Hand wieder auf. Nein! Sie schrie das Wort, aber niemand hörte es. Beim ersten Schlag stöhnte sie auf. Beim zweiten wünschte sie sich tot zu sein. Beim dritten wusste sie, dass sie es bald war. Zufrieden warf er das Kondom in den Beutel und verschloss ihn, genau wie er es bei Penny Hill gemacht hatte. Er erinnerte sich, wie Hills Augen vor Schmerz glasig geworden waren, aber irgendwann hatte sie sie zugemacht und ihm das Vergnügen genommen, sie leiden zu sehen. Er stand über Brooke und spürte den Schweiß über sein Gesicht rinnen. Dann ohrfeigte er sie, bis ein ersticktes Stöhnen zu hören war. Gut, sie war noch beim Bewusstsein. Er wollte, dass sie alles spürte, dass sie alles hörte, was er ihr zu sagen hatte. Du hast mein Werk ruiniert. Jetzt bekomme ich vielleicht nie meine Rache. Also musst du ihren Platz einnehmen. Er arbeitete rasch, gab das Gel auf ihren Körper, legte ein Ei zwischen ihre Knie und führte die Zündschnur an den Füßen vorbei. Hier hatte bereits beschlossen, ein zweites Ei an die Eingangstür zu legen, nur ein kleiner Reifen, durch den die Feuerwehrleute würden springen müssen. Er präparierte das Ei und deponierte es neben seinem Messer auf den Nachttisch. Dann holte er sein Feuerzeug hervor und beugte sich zu Brooks Gesicht herunter. Du bist wie alle anderen. Du sagst, du kümmerst dich um andere, aber du verrätst sie. Du behauptest, wolltest den Jungen helfen, aber bei der ersten Gelegenheit lieferst du sie an die Polizei aus. Du bist eine falsche Schlange und du bist schuldig. Wenn ich die Lunte anzünde, dann fang an zu zählen. Ihr Blick flackerte und fokussierte etwas über seiner Schulter. Er fuhr herum und konnte der Geige, die auf seinen Kopf niedergekracht wäre, gerade noch ausweichen, sodass sie nur seine Schulter erwischte. Hinter ihm stand eine Frau, schwer atmend, die Augen weit aufgerissen. Wieder hob sie die zerbrochene Geige, doch er hielt ihr Handgelenk fest. Sie riss sich los und packte einen Stuhl, aber er wich ihr mit Leichtigkeit aus und griff beinahe gleichzeitig nach dem Messer. Mit einer geschmeidigen Drehung versenkte er es im Bauch der Geigerin und schlitzte sie auf. Ihr Gesicht verzerrte sich und sie sank zu Boden. Sein Herz hämmerte wild, sein Blut rauschte in den Ohren. Er fühlte sich wach und lebendig, unbesiegbar. Er entzündete das Feuerzeug, hielt es an die Lunte zu Brooks Füßen und beugte sich noch einmal zu ihrem Ohr herab. Zähle bis Zehn Brook und fahrt zur Hölle. Er nahm Rucksack, Messer und das andere Ei und rannte aus der Wohnung und die Stufen hinunter. Dann entzündete er die zweite Lunte und legte das Ei in einen Winkel der Eingangshalle. Der Teppich war fadenscheinig, würde aber wunderschön brennen. Und dann stürmte er zur Tür hinaus und hätte beinahe einen Schlag bekommen. Zwei Streifenwagen fuhren mit Rotlicht und plärrenden Sirenen in die Einfahrt. Das Miststück hatte die Bullen gerufen. Er schloss seinen Gürtel, als sein Handy klingelte. Soliday? Er lauschte, während er sich bückte, um seine Socken zu suchen. Gab es eine Gasexplosion? Okay. 2026 Chablis Cord. Danke, Larry, ich bin spätestens in 20 Minuten da. Es ist weit nach Mitternacht, bemerkte Mia und erwarf ihr einen Blick über die Schulter zu. Keine Gasexplosion, wahrscheinlich also nicht unser Bursche. Ein Wohnungsbrand, daher sind vier Löschzüge vor Ort, Larry ist auch dabei. Er zog die Schuhe an. Wir müssen nicht beide auf Schlaf verzichten, ich sehe nach und melde mich dann. Könntest du mir wohl mit den Hemdknöpfen helfen, dann geht's schneller. 2026 Chablis Court Reed, warte! Sie lief ihm nach. Hast du Chablis gesagt? Wieder Wein? Er zog die Brauen zusammen. Ja, warum? Ihr Herz setzte aus, als sie vor dem geistigen Auge den Archiv Ausdruck sah, den sie gestern angefordert hatte. Das ist Brooke Adlers Adresse. Seine Miene wurde grimmig. Wir treffen uns dort. Beeil dich. 4 Uhr 50 Mein Name ist Detective Mitchell. Sie haben eben eine Miss Brooke Adler aufgenommen. Vergewaltigungs- und Brandopfer. Die Schwester der Notaufnahme schüttelte den Kopf. Sie können unter keinen Umständen zu ihr. Das muss ich aber. Sie ist die Einzige, die einen Mörder gesehen hat. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, Detective, aber ich kann sie nicht zu ihr lassen. Sie ist sediert. Ein klar genug, um vor sich hin zu murmeln. Sie hat Verbrennungen dritten Grades und 90 Prozent der Haut ist in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich wüsste, dass sie überlebt, würde ich sie zum Warten anhalten. Beeilen sie sich. Wir wollten sie gerade intubieren. Mia passte sich an den raschen Schritt des Arztes an. Sie wurde vergewaltigt. Wir müssen Beweise sichern. Ich weiß, ich nach ihnen. Mia trat ein und blieb wie angewurzelt stehen. Säure stieg ihr in der Kehle auf und sie würgte. Lieber Gott, war alles, was sie denken konnte. Sie haben zwei Minuten, nicht mehr. Hey, Brooke. Ich bin's, Detective Mitchell. Brooke schlug die Augen auf und Mia sah das Entsetzen und die Schmerzen in ihrem Blick. Zehn. Mia hob die Hand, aber es gab keine Stelle, wo sie sie hätte berühren können. Wer war das, Brooke? Zähl bis zehn, flüsterte die Frau. Sie stöhnte vor Schmerzen und Mias Herz zog sich zusammen. Brooke, bitte sagen sie mir, wer das getan hat. War es jemand vom Hope Center? Bixby? Fahr zur Hölle. Mia zuckte zusammen. Die Frau hatte sich gefürchtet, mit ihnen zu reden, aber sie hatten sie dazu gezwungen, sie und Reed. Und damit werde ich leben müssen. Und obwohl sie wusste, dass sie nicht anders gekonnt hatte, verstand sie Brooks Hass. Es tut mir so leid, Brooke, aber ich brauche ihre Hilfe. Zehn bis zehn. Sie rang um Luft und die Maschinen begannen zu piepen. Blutdruck fällt, sagte die Schwester befahl der Arzt. Und dann hängen sie an den Adrenalintropf. Wir intubieren jetzt, Detective, sie müssen gehen. Nein, Brooke kämpfte, zähl bis zehn. Fahr zur Hölle. Die Schwester arbeitete rasch, aber präzise. Gehen sie, Detective. Moment noch, Mia beugte sich vor. Was, Bixby, Thompson, Seacrest? Weg, Detective, knurrte der Arzt und Mia wich endlich zurück, entsetzt, hilflos, während der Arzt und die Schwester um Brooks Leben kämpften. Dreißig zermürbende, endlose Minuten später trat der Arzt einen Schritt zurück. Seine Schultern hingen herab. Das war's. Todeszeitpunkt 5.25 Uhr. Es musste ein Wort für das Gefühl geben, das sich in Mia ausbreitete. Aber sie kannte es nicht. 5.45 Uhr Das Kind sah von seinem Versteck aus zu. Er war wieder draußen. Er wusste nicht, was der Mann vergrub, aber er wusste, dass es etwas Schlimmes sein musste, denn er war ein böser Mann. Weiß das sonst keiner? Bin ich der Einzige, der weiß, wie böse dieser Mann ist? Er dachte an seine Mutter, die sich im Bett herumwarf und wurde plötzlich furchtbar wütend. Sie musste es doch wissen. Sie musste es sehen. Sie wusste, dass er mitten in der Nacht verschwand. Aber sie stand jeden Morgen auf und setzte ein fröhliches Gesicht auf, machte ihm Eier mit Schinken und lächelte, als wären sie eine normale Familie. Aber sie waren nicht normal. Zähl bis zehn und fahr zur Hölle? Spinelli saß stirnrunzelnd am Kopf des Tisches. Jack war da, Sam und Westphalen ebenfalls. Spinelli schien seine Truppen zu sammeln, denn auch Murphy und Aidan Reagan hatten sich zu ihnen gesellt. Mia hatte sich so weit wie möglich von Reed weggesetzt und ihr Blick verriet nichts. Aber er wusste, wie es um sie stand. Sie hatte ihn angerufen, als sie aus dem Krankenhaus gekommen war und ihre Stimme hatte verzweifelt geklungen. Das waren ihre letzten Worte, sagte sie nun. Buchstäblich. Westphalen betrachtete sie eingehend. Was denken sie soll das bedeuten Mia? Keine Ahnung. Ich dachte zuerst, sie wolle mich zur Hölle schicken. Sie lachte schnaubend, aber es klang eher gequält. Und das wäre schließlich ihr Recht gewesen. Mia, begann Spinelli, aber sie hielt die Hand hoch und straffte die Schultern. Ja, ich weiß, auch, dass er das zu ihr gesagt hat, bevor er den Brand gelegt hat. Spinelli ging an die Tafel. Was wissen wir jetzt? Tja, Manny Rodriguez kann es nicht gewesen sein, bemerkte Mia. Er saß in Haft. Aber nun ist es umso wichtiger herauszufinden, was er weiß und uns verheimlicht. Was noch? Was ist mit den Opfern? Brooke Adler und Roxanne Letford, sagte Mia. Beide Lehrerinnen. Brooke für Englisch, Roxanne Musik. Roxanne war 26, Brooke ist gerade 22 geworden. Spinelli seufzte resigniert. Todesursache? Bei Adler kardiovaskulärer Kollaps aufgrund starker Verbrennungen, sagte Sam. Das zweite Opfer hatte eine Stichwunde im Abdomen. Die Klinge? fragte Mia gepresst. Etwa 15 Zentimeter lang, dünn, scharf. Er hat es ihr in die Bauchhöhle gestoßen und er machte eine waagrecht schlitzende Bewegung, sie aufgeschnitten, ungefähr zwölf Zentimeter weit. Das Messer passt zu den sexuellen Übergriffen, bemerkte Westphalen. Für viele gilt das Messer als Penisverlängerung. Ich würde gern mal das Messer an seiner Verlängerung ansetzen, murmelte Mia. Reed zog den Junge? fragte er. Nein, Ledford starb innerhalb weniger Minuten, auf jeden Fall bevor das Feuer gelegt wurde. Spinelli schrieb es an die Tafel und drehte sich um. Weiter? Edlers Wagen ist weg. Mia warf einen Blick auf ihre Notizen. Wir lassen ihn suchen, aber bisher haben wir nichts. Auch Penny Hills Wagen hat er genommen, sagte Spinelli nachdenklich. Was stimmt noch mit den anderen Fällen überein? Das Ei, sagte Reed. Ich habe Bruchstücke in Brooks Schlafzimmer und in der Eingangshalle gefunden. Edlers Beine waren gebrochen, wie bei den ersten beiden Opfern, fügte Sam hinzu. Aber er hat sie nicht ausbluten lassen wie die Hill. Wenn er das getan hätte, hätte sie vermutlich nicht lange genug gelebt, um sich noch retten zu können. Ledford hatte nur die Stichwunde und natürlich die Verbrennungen. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Roxanne Ledford ihn überrascht hat, sagte Jack. Wir haben Teile ihrer Geige in unmittelbarer Nähe ihrer Leiche gefunden. Wahrscheinlich hat sie ihn damit attackiert. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, murmelte Mia. Übrigens denke ich, das Fahrt zur Hölle bezieht sich auf das Feuer. Es muss eine symbolische Bedeutung haben. Ja, das ergibt sicher Sinn, stimmte Westphalen ihr zu. Und ich denke, die Leute, die er tötet, haben etwas getan, was sie in seinen Augen zur Hölle verdammt. Was hat es mit Zähl bis Zehn auf sich? Die Lunte, erklärte Reed. Pennyhills Nachbar, Mr. Wright, meinte, er hörte Reifen quietschen, sah den Wagen davon fahren und eine Sekunde später flog das Haus in die Luft. Wenn wir davon ausgehen, dass Wright richtige Angaben gemacht hat und der Mörder direkt nach Entzünden der Lunte weggerannt ist, hätte er zwischen zehn und fünfzehn Sekunden, um sich selbst außer Gefahr zu bringen. Ich hab's ausprobiert. Aber warum zehn, überlegte Westphalen? Kann es nicht noch eine Bedeutung außer dieser Clint Eastwood-haften Coolness haben? Mias Miene wirkte angespannt. Hoffen wir, es ist nicht die Anzahl der Menschen, die er zu töten gedenkt? Na, wenn das kein aufbauender Gedanke ist, murmelte Jack. Dann wollen wir jetzt ein paar ermutigende Dinge hören, sagte Spinelli spitz. Jack? Wir haben die Abdrücke aus der Schule Tag und Nacht durch System laufen lassen. Theoretisch müssten alle Abdrücke aus dem Kunstraum und dem Labor zu finden sein. Jeder im Hope Center ist auf die eine oder andere Art registriert, sowohl das Personal als auch die Bewohner. Aber Einsatz stimmte mit keinem Abdruck aus dem Archiv überein. Und obwohl es wahrscheinlich überflüssig ist, es zu erwähnen, waren das nicht Mannies. Darüber hinaus sind die Abdrücke auch nicht bei Erfes zu finden, das bedeutet, dass dieser Bursche kein Vorstrafenregister hat. Vielleicht hat sich jemand unberechtigt Zugang zur Schule verschafft, meinte Spinelli. Kann sein. Mir begegnete Reeds Blick und er konnte ihr Hirn förmlich arbeiten sehen. Aber Seacrest wirkte auf mich nicht wie jemand, dem so etwas entginge. Bixby hat für jeden Schüler und jeden Lehrer eine Karteikarte angelegt. Jeder Abdruck müsste im System zu finden sein. Spinelli presste die Kiefer zusammen. Machen Sie von jedem in der Schule neue Abdrücke. Wer nicht will, wird hergeschleppt. Mias Lächeln war raubtierhaft. Mit Vergnügen. Haben Sie inzwischen eine Verbindung zwischen Burnett's und Hills Akten gefunden? Äh, nein. Ihre Fassung geriet vorübergehend ins Wanken, und Reed konnte nicht verhindern, dass er an das dachte, was sie getan hatte, anstatt in den Akten zu schmökern. Mia zog die Brauen hoch. Am Ich möchte herausfinden, ob die Achse des Bösen uns in die Augen sehen kann. Reeds Lippen zuckten. Die Achse des Bösen? Bixby Thompson Seacrest? Das passt. Sie erwiderte sein Lächeln. Dann wurde sie wieder ernst. Und ich will Manny mitteilen, dass Brooke tot ist. Vielleicht verunsichert ihn das genug, dass er uns endlich sagt, was er weiß. Er überflog die Nachrichten und hielt auf Seite 3 inne, als ihm zwei bekannte Namen ins Auge sprangen. Joanna Carmichael und niemand anderes als Detective Mia Mitchell. Auf Mitchell war am Dienstagabend geschossen worden, quasi vor der eigenen Haustür. Satchwick 13 42. Nun, das war etwas, was man nicht alle Tage las, die Adresse eines Cops in der Zeitung gedruckt. Musste das nicht gutes Karma oder so etwas sein? Langsam fing er an, ans Schicksal zu glauben. Der Schütze hegte laut Bericht irgendeinen persönlichen Groll gegen Mitchell, der wiederum auf eine andere Schießerei vor drei Wochen zurückzuführen war. Aber der Typ schien seine Waffe nicht zu beherrschen und hatte unverrichteter Dinge abtauchen müssen. Er riss den Artikel aus und schnitt die Kanten penibel glatt. Mitchell war ihm gestern zu nahe gekommen und nun, da Brooke Adler tot war, würde sie versuchen, noch näher an ihn heranzurücken. Wenn sie erschossen wurde, würde man sie natürlich ersetzen, aber man würde auch nach dem Schützen suchen. Er legte den Finger unter den Namen. Melvin Getz. Falls Mitchell zufällig starb, würden sie sich gewiss eine Weile auf diesen Idioten konzentrieren. Er musste Zeit gewinnen. 8 Uhr 35 Mias gewaltiges Gähnen renkte ihr beinahe den Kiefer aus. Ich bin müde. Wem sagst du das? Soliday tippte gleichmäßig auf seiner Tastatur. Er wirkte frisch und professionell und überhaupt nicht müde, und einen Moment lang erlaubte sie sich den Luxus daran zu denken, wie er in ihrem Bett ausgesehen hatte, nachdem sie zum dritten Mal miteinander geschlafen hatten. Es war der beste Sex gewesen, den sie je gehabt hatte. Was machst du da? Er sah nicht auf. Ich wollte mich über die Herkunft der Akteure schlau machen, bevor wir zum Hope Center fahren. Er gab ein paar Befehle ein und las dann interessiert, was auf dem Schirm erschien. Seacrest ist ein Ex-Polizist. Viele Polizisten arbeiten nach der Pensionierung für private Sicherheitsunternehmen. Überrascht mich nicht. Nein, aber das hier schon. Er hat vor vier Jahren gekündigt, um für Bixby zu arbeiten. Zwei Jahre vor seiner Pensionierung. Und hat sich dadurch eine satte Rente entgehen lassen, murmelte Mia. Wieso? Vielleicht kannst du mit ein paar alten Freunden von ihm reden und es herausfinden. Darum bitte ich lieber Spinelli. Der kriegt Dinge raus, die man mir nie sagen würde. Und Thompson? Unser hilfreicher Schulpsychologe, sagte er. Er hat in Yale promoviert. Er hat ein Buch herausgegeben. Rehabilitation jugendlicher Straftäter. Ich habe Mannys Akte im Hope Center eingesehen. Er ist seit einiger Zeit bei Thompson in Therapie. Sie zog eine Brauer hoch. Vielleicht will Thompson ja eine Fortsetzung schreiben. Und jetzt sieh mal Atticus Lukas nach, der Kunstlehrer. Er tat es. Verschiedene Ausstellungen, einige wichtige Galerien, noch einer, der sich plötzlich mit einem jämmerlichen Gehalt zufrieden gibt. Und das Hope Center selbst? Gemeinnützig, richtig? Weißt du, wie man die Finanzen einsehen kann? Ja, Mia. Sie grinste. Dann sieh nach, ob du etwas findest, während ich meine Mailbox abhöre. Dann sollten wir los. Die Lehrer werden um neun da sein. Eine Zeitung landete auf ihrem Tisch. Murphy war hereingekommen, seine Mine war ausgesprochen düster. Du bist schon wieder in den Nachrichten, Glamour Girl. Seite drei des Buettins, unten rechts. Die Wut kochte in ihr hoch, und sie spürte das dringende Bedürfnis, Carmichael zu erwürgen. Verdammt, ich könnte diese Frau umbringen. Sie verbiss sich das Wort und sah zu Soliday auf, der sie besorgt musterte. Carmichael hat mitbekommen, dass Gatz auf uns geschossen hat. Sie hat hier meine Privatadresse abgedruckt. Wüten schüttelte Reed den Kopf. Mia, du kannst nicht in deiner Wohnung bleiben. Jeder kleine dreckfressende Möchtegern Gangster wird es sich auf deiner Fußmatte gemütlich machen. Sie grinste. Dreckfressende Möchtegern Gangster? Ich glaube, ich färbe auf dich ab, Soliday. Ich mein's ernst Mia, du musst dir eine neue Bleibe suchen. Er hat recht, sagte Murphy. Da hätte sie dir auch gleich eine Zielscheibe auf den Hintern malen können. Ich ziehe nicht um und ich will auch nicht mehr darüber reden. Ich höre jetzt meine Mailbox ab und dann mache ich meinen verdammten Job. Sie nahm ihr Telefon und ignorierte die Thompson eingegangen. Er sagt, dass er uns sprechen muss und dass es dringend sei. 9 Uhr 15 Soliday und Mitchell, wir wollen mit Dr. Bixby und Dr. Thompson sprechen, sagte Reed. Marcies Lippen pressten sich zusammen. Ich sage Dr. Bixby Bescheid. Seacrest war bei Bixby, aber Thompson fehlte. Was kann ich heute für sie tun? fragte Bixby förmlich. Wir haben auch noch Dr. Thompson gefragt, sagte Mia. Wir müssen mit ihm reden. Bixby legte die Stirn entfalten. Das geht nicht. Er ist nicht da. Reed und Mia tauschten einen Blick aus. Nicht da? fragte Reed. Und wo ist er? Das wissen wir nicht. Er ist gewöhnlich schon um acht an seinem Platz, aber heute ist er noch nicht gekommen. Reed zog eine Braue ganz und gar nicht. Er ruft immer an. Hat jemand bei ihm zu Hause nachgefragt? fragte Mia. Seacrest nickte. Ja, aber niemand ist ans Telefon gegangen. Warum wollen sie ihn sprechen? Er wollte mich sprechen. Ich dachte, es könnte etwas mit dem Mord an Brooke Adler zu tun haben. Einen Moment lang regte sich keiner der beiden Männer. Dann knirschte Seacrest mit den Zähnen und Bixby wurde blass. Hinter sich hörte Reed Marcy nach Luft schnappen. Wann? fragte Seacrest. Und wie? Heute Morgen sehr früh, sagte Reed. Sie ist an Verbrennungen gestorben. Bixby sah wie betäubt zu Boden. Das kann ich nicht glauben. Mia hob das Kinn. Ich schon, ich war bei ihr, als sie starb. Hat sie etwas gesagt, bevor sie starb? Mia lächelte böse. Sie hat eine Menge gesagt, Dr. Bixby. Nur um die Formalitäten einzuhalten, wo waren sie zwischen drei und vier Uhr morgens? Bixby brauste auf. Sie können doch nicht mich verdächtigen. Seacrest seufzte. Antworten sie einfach Bix. Bixby verengte die Augen. Zu Hause im Bett, bei meiner Frau. Sie wird das bestätigen. Das wird sie bestimmt, sagte Mia. Und Mr. Seacrest? Die gleiche Frage an sie? Zuhause, im Bett. Bei meiner Frau, sagte er ohne eine Spursarkasmus. Was sie bestätigen wird, Mia grinste. Danke, meine Herren, wir müssen mit ihrem Personal reden und die Akten einsehen. Können sie uns einen Raum dafür geben? Marcy, fauchte Bixby. Konferenzraum zwei, ich bin in meinem Büro. Ich frage Patrick, ob wir eine Verfügung für Thompsons Computer und seine Akten hier und bei ihm zu Hause bekommen können. Rufst du Spinelli an? Er soll jemanden zu Thompsons Haus schicken. Ich werde ihn auch um Leute bitten, die hier die Eingänge überwachen. Ich möchte nicht, dass uns einer entwischt. Sie telefonierten und steckten ihre Handys gleichzeitig wieder weg. Mia sog eine Wange ein. Bald wirst du meine Sätze beenden. Etwas in ihm begann sich zu winden, denn die angedeutete Intimität behagte ihm nicht. Der letzte Mensch, der seine Sätze hatte beenden können, war Christine gewesen. Kriegst du die Verfügung? fragte er. Patrick will es versuchen. Was sagt Spinelli? Er meldet sich, wenn der Streifenwagen bei Thompsons Adresse ist. und Jack ist auf dem Weg mit einem Abdruckexperten und jemandem, der nach den Wanzen sucht. Sie zog die Stirn kraus. Am liebsten würde ich das komplette Personal aufs Revier schleppen, aber das würde ewig dauern. Ich will jetzt mit ihnen reden. Dann tun wir das. Er brachte sie zum Lächeln. Bereit, der Achse des Bösen auf die Zehen zu treten? Zechrist wartete mit einem Stapel Akten in der Hand und führte sie in das Kämmerchen, in dem sie am Tag zuvor bereits gewartet hatten. Schicken Sie mir das Personal einzeln herein, sagte Mia. Und wir möchten erst mit jenen reden, die Miss Adler am besten gekannt haben. Zechrist ließ den Er warf einen Blick über die Schulter. Ich muss mit ihnen reden. Mia sah Reed an. Sollen wir auf den Techniker warten, der die Wanzen aufspürt? Murmelte sie. Er wirkt nervös. Vielleicht geben wir ihm besser keine Zeit, es sich noch einmal zu überlegen. Im Übrigen könnte Bixby auch einfach an der Tür lauschen, wenn er wollte. Also gut, ich bin Detective Mitchell und das Edwin White. Er legte das Buch, das er bei sich hatte, auf den Tisch und setzte sich. Ich habe es soeben gehört, ich kann es einfach nicht fassen. Ich weiß durch die Nachrichten, dass es einen Brand gegeben hat, aber ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass Brooke ihm zum Opfer gefallen ist. Reed stellte sein Aufnahmegerät auf den Tisch. Kannten Sie Miss Adler Gut? Nein, so lange war sie noch nicht hier. Eigentlich habe ich sie gerade erst letzte Woche kennengelernt. Ich meine, ich habe sie natürlich schon hier gesehen, aber vorher haben wir kaum miteinander gesprochen. Wie lange leeren Sie hier schon, Mr. White? Seit fünf Monaten. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, er seufzte, dann beugte er sich vor. Hören Sie Detectives, Brooke hatte gestern Streit mit Bixby. Ich habe nur das Ende davon mitbekommen, aber er hat gedroht, sie zu feuern und verlangt, dass sie kündigt. Sie war vollkommen fertig und hatte Angst, bald ohne Geld dazustehen. Wir sind zusammen ins Flanagans gegangen, eine Bar, wo viele von uns hin und wieder einen trinken. Wann haben sie sich verabschiedet? Wollte Reed Wissen. Gegen halb acht? Brooke hatte ein Bierchen zu viel Intus, also habe ich sie nach Hause gefahren und nach oben gebracht. Danach bin ich direkt zu mir. Brooke meinte, sie habe eine Freundin, die sie zur Arbeit fahren könne und ich solle sie morgen zum Flanagans bringen, damit sie dort ihren Wagen abholen könnte. Aber dann ist sie heute morgen nicht aufgetaucht und ich dachte schon sie sei eingeknickt und habe tatsächlich von sich aus gekündigt. Also hatte der Mörder doch nicht Brooks Wagen genommen. Sie machte sich solche Sorgen, weil sie ihre Jungs dieses verdammte Buch hat lesen lassen, Herr der Fliegen. Sie hat befürchtet, es habe Manny dazu angespornt, wieder Feuer zu legen. Er hat ihr Angst gemacht. Hatte sie von noch jemandem Angst? Aber der verursacht jedem eine Gänsehaut. Mia schrieb sich den Namen auf. Ist das ein Schüler? Ja, klug eigentlich, macht aber immer Ärger. Julian hält ihn für einen Psychopathen. Noch jemand? fragte sie. Bart Seacrest hat sie nervös gemacht, aber das war's schon. Noch eine Frage. Mia hielt den Blick des Mannes fest. Wo waren Sie gestern Nacht zwischen drei und vier? Er bin ich verdächtig? Oh, okay, wahrscheinlich ist das momentan jeder hier. Ich war zu Hause und habe geschlafen. Kann das jemand bestätigen? fragte sie freundlich. Meine Verlobte. Mia sah ihn ein wenig erstaunt an, aber ich dachte zwischen Ihnen und Miss Adler nur Freundschaft. Sie hatte Angst und ich wollte sie ein wenig aufbauen, sonst war da nichts. Mia gab ihm ihre Karte. Vielen Dank, bitte rufen Sie mich an, wenn Ihnen noch etwas einfällt. White stand auf und schob sich das Buch unter den Arm. Sie sehen sich Bixby genau an, ja? flüsterte er. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Mann irgendetwas Böses im Schilde führt, aber nun bin ich mir dessen nicht mehr so sicher. Sie reagierte nicht. Ich danke Ihnen, Mr. White, Ihre Informationen werden uns sicher weiterhelfen. Sie öffnete die Tür und fand draußen eine grantig wirkende Marcy vor. Mit einem ängstlichen Seitenblick huschte White hinaus. Marcy zog düster die Brauen zusammen. Da draußen steht ein Sergeant Unger. Er sagt, sie erwarten ihn. Das ist richtig. Könnten wir einen weiteren Raum bekommen? Sergeant Unger nimmt von allen Schülern und dem Personal neue Fingerabdrücke. Marcy hob indigniert das Kinn. Dr. Bixby wird das nicht billigen. Das muss Dr. Bixby auch nicht, sagte Mia mit milder Stimme. Der Staat verlangt, in bestimmten Berufen Fingerabdrücke registriert werden. Wir haben Grund zur Annahme, dass bei Ihren Akten Fehler gemacht wurden. Bitte suchen Sie dem Sergeant ein Zimmer. Er braucht einen Tisch und eine Steckdose. Reed lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Ich denke, Dr. Bixby sollte seine Abdrücke als erster geben. Ich stimme dir zu. Sie seufzte. Wer immer der Nächste ist, bitte eintreten. Sie hatten drei Akten überprüft und festgestellt, dass alle drei Angestellte noch kein Jahr hier waren, als Jack klopfte. Das ist Officer James, er ist der Abhörexperte. Officer Willis wird die Fingerabdrücke nehmen. Ich bin nur gekommen, um zu sehen, ob alles nach Vorschrift läuft. Ich will keine offenen Fragen mehr zu dem Abdruck ohne Entsprechung haben, wenn wir durch sind. Reed und Mia folgten Abdruck müssen sie sich aus seinem Büro besorgen, sagte Reed. Er ist heute nicht hier. Interessant. Ich hole die Abdrücke, dann kann Willis mit dem Personal beginnen. Hat Spinelli Leute für die Eingänge geschickt? Ich habe niemanden gesehen, als ich kam, meinte Jack. Willis sah auf. Die sind kurz nach mir gekommen, ich bin etwas später eingetroffen, fügte er zur Erklärung hinzu. Mia zu. Eher Kirschgelb, ich hätte mir selbst einen Strafzettel ausschreiben müssen. Im gleichen Moment klingelte Mias Telefon. Spinelli murmelte sie mit Blick auf das Display und meldete sich. Plötzlich riss sie die Augen auf. Ach verdammt, Mark, sie machen Witze. Dann seufzte sie. Noch nicht, Willis fängt gerade an. Ja, danke. Sie klappte das Handy zu. Tja, sieht aus, als hätten wir Thompson gefunden. Reed lehnte sich zurück, betrachtete ihre frustrierte Miene und wusste Bescheid. Wie tot ist er? Sehr, sehr tot. Jemand hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Ein Typ auf dem Weg zur Arbeit hat ihn gefunden. Er hat ein Auto am Straßenrand entdeckt und fand es ziemlich komisch, dass innen an der Windschutzscheibe irgendein Dreck klebte. Tja, der Dreck war Blut. Der Wagen ist auf Dr. Julian Thompson registriert. Gehen wir. Auf dem Weg nach draußen entdeckte Mia Seacrests Büro. Wir müssen für ein Weichen weg. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht weine. Thompson ist tot, sagte sie und er zuckte zusammen. Was ist passiert? Keine Ahnung. Während wir weg sind, wird Sergeant Unger von Personal und Schülern Fingerabdrücke nehmen. Er versteifte sich. Warum das denn? Reed räusperte sich. Weil wir in ihren Aufzeichnungen eine Diskrepanz entdeckt haben, Mr. Seacrest, erwiderte er ruhig. Wir hoffen auf Ihre Mithilfe. Niemand, aber auch wirklich niemand, wird diesen Gebäudekomplex betreten oder verlassen. Jeder, der es versucht, kommt augenblicklich mit aufs Revier. Sie alle sind hier quasi eingesperrt, bis wir die Sache mit den Fingerabdrücken aufgeklärt haben. 10 Uhr 55 Himmel! Mia verzog das Gesicht, als sie auf Thompsons Saab zugingen. Sein Kopf war zur Seite gekippt, wie bei einer Stoffpuppe, der die Füllung fehlte. Überall war Blut. Vorsichtig steckte Mia den Kopf durchs Fenster. Oh Gott, er ist bis zum Knochen gekommen. Der Kopf hängt nur noch an einem kleinen Stück Haut, bestätigte der Gerichtsmediziner. Na wunderbar, brummte sie, dafür trägt er noch den Gurt. Der Gerichtsmediziner machte sich Notizen. Tja, der hat ihm jedenfalls nicht das Leben gerettet. Todeszeitpunkt, fragte Mia beißend. Zwischen neun und Mitternacht, sagen Sie mir, wenn ich ihn mitnehmen kann. Wieder steckte sie den Kopf in den Wagen. Hat jemand seinen Schlüssel gefunden? Nein. Eine Frau mit einer CSU-Jacke richtete sich auf der anderen Wagenseite auf. Wir haben ihn allerdings noch nicht angerührt. Vielleicht liegt er unter ihm. Mia öffnete die Tür hinter dem Fahrersitz. Er hat vermutlich hier gesessen, ihn am Haar zurückgerissen und ihm die Kehle durchgeschnitten. Irgendwelche Anzeichen von einem Kampf oder Schleuderspuren oder Dellen im Wagen? Die CSU-Frau schüttelte den Kopf. Ich habe alles abgesucht, kein einziger Kratzer, und der Wagen war brandneu. Wundert mich, dass er nicht geklaut wurde. Ein teures Gefährt und das bei dem Gehalt, murmelte Mia. Sie können ihn bewegen, wenn sie wollen. Die Gerichtsmediziner taten es und stützten Thompsons Kopf ab, damit er nicht vollständig abriss. Er trägt einen Ring, bemerkte Reed. Mia hob Thompsons Hand. Ein Rubin? Bestimmt echt. Auf jeden Fall haben wir es hier nicht mit einem Raubüberfall zu tun. Hast du wirklich daran geglaubt? fragte Reed und sie schüttelte den Kopf. Nein. Die Brieftasche steckt auch noch in der Tasche. Das Handy im Jackett. Sie holte es heraus und drückte auf ein paar Knöpfe. Er hat gestern Nachmittag sechs Anrufe getätigt. Sie betrachtete das Display mit verengten Augen. Viermal die Nummer 708 555 6756. Einer ging an mich und einer an Das ist die Nummer der U-Haft. Rasch holte sie ihr eigenes Handy aus der Tasche und wählte. Hi, Detective Mitchell hier. Ist Dr. Thompson gestern Abend da gewesen? Sie hob die Braun. Danke. Sie steckte das Handy weg und sah Reed zum ersten Mal, seit sie das Hope Center verlassen hatten, an. Er hat Manny Rodriguez besucht, sagte sie. Er hat sich auf dem Besucher Formular ausgetragen und fünf Minuten danach auf meine Mailbox gesprochen. Können wir die andere Nummer zurück verfolgen? fragte Reed. Ich würde meinen Hintern darauf verwetten, dass es sich um ein Wegwerf-Handy handelt. Michaels sah von seiner Arbeit an Thompson auf. Warum rufen sie nicht einfach an? Sie lächelte, weil er dann wüsste, dass wir Thompson gefunden haben. Seacrest wartete am Eingang auf sie. Und er ist tot, sagte Mia, Kehle durchgeschnitten. Wir müssen die Angehörigen benachrichtigen. Dieses Mal war Seacrests Reaktion heftiger. Er öffnete den Mund, schloss ihn wieder und räusperte sich erst. Er war geschieden, murmelte er. Sein Gesicht war blass geworden. Aber ich kenne seine Ex-Frau, ich gebe ihnen die Nummer. Gut, wir sind in dem Raum zu finden, wo die Fingerabdrücke genommen werden, sagte sie und gab sich Mühe, nett zu klingen. Danke. Officer Willis kümmerte sich gerade um Atticus Lucas Wurstfinger, als sie eintraten. Mr. Lucas, sagte Mia, vielen Dank für ihre Hilfe. Ich habe nichts zu verbergen. Und schon war er fort. Mia drückte die Tür hinter ihm zu. Die mobile Fingerabdruckeinheit war ein digitales, farbfreies System. Sobald der Abdruck eingescannt war, konnte man ihn sofort mit dem Bestand in der Datenbank abgleichen. Jack blickte von seinem Laptop auf. Beide Räume sind sauber, keine Wanzen. Was gibt's bei euch Neues? Thompson ist tot. Er ist ermordet worden. Gestern Abend war er noch bei Manny. Jack blinzelte. Das ist interessant. Soliday holte sich einen Stuhl herein und sah auf den Bildschirm. Und? Ich habe die Abdrücke von allen bis auf einen. Ich habe den Empfangsdrachen gebeten, ihn mir herbeizuschaffen. Sie hat ihn gerade ausrufen lassen. Wenn wir seine Abdrücke haben, machen wir mit den Schülern weiter. Mias Lippen zuckten. Marcy, der Empfangsdrache, das gefiel ihr. Sie nahm sich den Stapel Karten mit den Abdrücken. Haben wir jetzt etwas? Sorry, Mia, alle Abdrücke passen zu denen der staatlichen Datenbank. Und die Karten, die uns Bixby gegeben hat? fragte Soliday. Eigentlich nur ein hübsches Souvenir, das die Agenturen mitliefern. Ich halte mich an das, was im staatlichen System zu finden ist, und keiner davon passt zu dem Abdruck im Kunstraum. Wer ist der Lehrer, der seine Abdrücke noch nicht gegeben hat? Es klopfte an der Tür und Mia öffnete sie für Marcy, alias der Empfangsdrache. Ich habe überall nach Mr. White gesucht, aber er ist nicht hier. Seacrest tauchte hinter ihr auf. Und sein Wagen steht auch nicht mehr auf dem Parkplatz. Mias Gedanken begannen sich zu überschlagen. Scheiße, oh Scheiße. Er kann nicht weg sein, sagte Jack. Wir haben doch vorhin die Leute postiert. Er war hier, Marcy dich angekündigt hat, Jack, rief Mia ihm in Erinnerung. Er muss mitgehört haben, dass wir Fingerabdrücke nehmen wollen. Willis war ein paar Minuten hinter dir und in diesem Augenblick kamen auch die Leute, die die Eingänge abregeln sollten. Thompson, sagte Soliday durch zusammengepresste Zähne, die Handynummer. Soliday stürzte hinaus in den anderen Raum, in dem er die Personalakten hatte liegen lassen. Als Mia ihn eingeholt hatte, wühlte er bereits darin herum. Bitte sag mir, dass Er sah auf und ihre Frustration spiegelte sich in seinen Augen wieder. Es ist white und er ist weg. 12 Uhr 30 Bacon in River Forest Carriam Apparat, was kann ich für Sie tun? Er stand mit dem Rücken zur Telefonzelle und suchte die Umgebung mit den Augen ab, bereit sofort loszurennen, falls es nötig war. Guten Tag, können Sie mich bitte mit der Familie Doherty verbinden? Tut mir leid, Sir, aber die Doherty's haben gestern ausgecheckt. Das habe ich schon selbst festgestellt, du Vollidiot. Oje, ich rufe von Mike Drummonds Gebrauchtwagen an, wir haben gehört, dass sie ihr Haus und all ihre Habe verloren haben und wollten ihnen nun einen Gebrauchtwagen anbieten, bis Er hörte es rascheln. Ah, hier, Mr. Doherty hat gebeten, Lieferungen nach 993 Harmony Avenue weiter zu senden. Vielen Dank. Er legte auf, äußerst zufrieden. Er würde sofort hinfahren und sich vergewissern, dass sie wirklich da waren. Ein drittes Mal würden sie ihm nicht entwischen. Er stieg in den gestohlenen Wagen. Innerlich kochte er vor Wut, doch Hope Center mit nichts als den Kleidern am Leib und dem Buch mit seinen Zeitungsartikeln verlassen müssen. Und keine Sekunde zu früh. Er war noch keinem Block weit gekommen, als ein Streifenwagen vor dem Haupttor geparkt hatte. Noch eine Minute länger und er hätte in der Falle gesessen. Er hatte den Wagen rasch stehen lassen und sich einen anderen gestohlen, nur für den Fall, dass der Polizei seine Abwesenheit sofort auffiel. Diese verdammte Schlampe von Vizig. Ist du die Fritten noch oder nicht? fragte Murphy und Mia reichte ihm die Styroporpackung. Sie waren um Spinellis Konferenztisch versammelt. Reed, Mia, Jack und Westphalen, Murphy und Aiden. Spinelli wanderte auf und ab und trug generell eine grantige Miene zur Schau. Wir haben also keine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte? fragte er nun schon zum dritten Mal. Nein, Mark, sagte Mia verärgert. Die Adresse auf seinem Personalbogen war falsch. Er sagte uns, sei verlobt, aber keiner seiner Kollegen kannte den Namen der Frau. Er hat keine Kreditkarten. Sein Bankkonto ist geräumt und führt zu einer Postfach Adresse, wodurch wir es mit circa einer Million Menschen, die nicht gefunden werden wollen, zu tun haben. Wir lassen nach seinem Wagen fahnden, haben ihn aber bisher noch nicht. Also, nein, wir haben keine Ahnung. Was wissen wir über Devin White, warf Westphalen ein. Er ist 23 Jahre alt, begann Reed. Mathe Lehrer am Hope Center, davor Student an der Drake University in Delaware. Laut Personalakte hat er dort einen Abschluss als Mathematiklehrer gemacht und im Golfteam gespielt. Die Uni bestätigt das. Irgendwo muss er ja wohnen, sagte Spinelli. Wohin haben sie seine Gehaltschecks geschickt? Direkt überwiesen, sagte Reed. Wir haben Abdrücke von seiner Kaffeetasse im Klassenraum genommen, meldete Jack sich zu Wort. Sie passen zu denen, die wir suchten, also brauchte ich mir die Schüler gar nicht mehr vorzunehmen. Wie ist er durch die Überprüfung bei seiner Einstellung gekommen, wollte Aiden wissen. Es gibt immer Möglichkeiten einer Registrierung von nur allzu Persönlichem aus dem Weg zu gehen, vor allem wenn die Firma, die die Abdrücke genommen hat, nicht allzu penibel vorgegangen ist. Mia neigte den Kopf. Können wir ein Foto von der Uni bekommen? Haben sie Jahrbücher? Aiden stand auf. Ich überprüfe das. Murphy, du erzählst, was wir herausgefunden haben. Ein Nachbar von Adler hat uns gesagt, dass er gestern Abend jemanden gesehen hat, der auf Whites Beschreibung passt. Er hat Brooke die Treppe hinauf gehäufen. Das stimmt mit Whites Geschichte überein. Laut Barkeeper hat Brooke drei Bier getrunken. Ihr Wagen stand noch vor der Bar. Aber das wussten wir alles schon, sagte Mia ungeduldig. Sonst noch was? Etwas pampig heute, hm? Murphy schüttelte mit gespielter Nachsicht den Kopf. Während wir von Tür zu Tür gingen, begegneten wir einer Frau, die kreischte, man habe ihren Wagen gestohlen. Ein Honda, zehn Jahre alt. Sein Fluchtauto, bemerkte Reed. Aber es wird noch besser. Murphy zog die Brauen hoch. Der Wagen hat GPS. nachgerüstet. Mia setzte sich auf. Ha! Er hat sich wahrscheinlich die alte Möhre ausgesucht, weil er dachte, dass die garantiert kein GPS hat. Wo steht der Wagen? Auf einem Parkplatz eines 7-Eleven Supermarkts bei Chicago und Wessex. Reed zog die Brauen zusammen. Moment! Er zog ein Blatt über Whites Kontobewegungen hervor. Das ist ganz in der Nähe der Filiale, in der Mias Grinsen hatte etwas von einem Honigkuchen Pferd. Das heißt, dass er dort vermutlich lebt. Das Schwein hat zwei Frauen umgebracht und ist dann nach Hause gefahren, um sich gemütlich hinzulegen und zu schlafen. Spinelli stand auf. Ich schicke Leute hin, die mit einem Foto von White die Gegend durch kämmen. Wir sollten uns an die Presse wenden, schlug Westfalen »Müssen wir?« jammerte sie. Spinelli warf ihr einen verständnisvollen Blick zu. »Das ist der direkteste Weg. Aber dann weder Wheaton noch Carmichael, okay? Wie wär's mit Lynn Pope? Die mögen wir. Tut mir leid, Mia, aber die Sache hier sollte an alle Sender und Verlage gehen. Wir können zumindest versuchen, Miss Wheaton zu umgehen. Und damit erhob er sich, um die Fahndung zu organisieren. Verdammt! Mia wandte sich an Westfalen. »Haben Sie schon mit Manny gesprochen? Ja. Thompson war gestern Abend bei ihm, kurz bevor er mich anrief, ein paar Stunden bevor er starb. Westfalen nahm die Brille ab und polierte die Gläser. Ich verstehe. Er sagte mir, dass sein Arzt ihm geraten habe, mit niemandem zu reden, nicht mit Cops, Anwälten oder Psychofretzen. »Das heißt, er hat Ihnen nichts gesagt?« fragte Reed. »Nicht viel, nein.« Mia seufzte. »Also wieder zurück zu den Arten. Etwas gefunden?« fragte Mia als sie und Soliday an Aedens Tisch traten. Aedens sah auf. »Ja, ich habe das Büro an der Uni in Delaware angerufen. Zum Glück habe ich die Sekretärin im Fachbereich Didaktik noch erwischt. Sehr nett, die Dame.« Mia hockte sich auf die Tischkante. »Und was hat sie gesagt, die nette Dame?« Aedens reichte ihr ein schwarz-weiß Foto auf Papier. »Sie hat das hier vor zwanzig Minuten gefaxt. Das stammt aus einem Newsletter und wurde auf einem Wohltätigkeits Golfturnier im letzten Jahr aufgenommen. Sie hat Devin White eingekringelt. Es ist ziemlich körnig, aber man kann das Gesicht erkennen. Soliday beugte sich über ihre Schulter und wenn sie den Kopf gedreht hätte, hätte sie ihn küssen können. Je länger sich der Tag hinzog, umso gespannter war sie auf den Abend. »Könnte hinkommen, oder?« murmelte Soliday. »Größe und Haarfarbe wird wohl ungefähr stimmen.« Er richtete sich auf und sie atmete endlich aus. »Das ist aber nicht der Mann, mit dem wir heute Morgen gesprochen haben,« sagte sie. »Das Gesicht stimmt nicht. Aber die meisten Leute sehen wahrscheinlich nicht genau hin. Ich würde wetten, dass der echte Devin White nicht mehr lebt. Hatte die Sekretärin irgendeine Kontaktadresse für uns? Sie meinte, er hätte die Spalte Familie nicht ausgefüllt, hätte wohl keine lebenden Verwandten. Seine Mutter ist tot, den Vater kannte er nicht. So, so. Hat die nette, hilfreiche Dame noch mehr hilfreiche Informationen für uns gehabt? Sie hat mir erzählt, dass Devin einer ihrer Lieblingsstudenten war, erklärte Aden. Er habe ihr versprochen, sie einmal anzurufen, wenn er eine Stelle hätte. Aber das hat er nie getan, und sie ist davon ausgegangen, dass er einfach zu beschäftigt war. Er Halt zu machen und dort sein Glück beim Spiel zu testen. Das wäre im vergangenen Juli gewesen, Anfang des Monats. Sie spürte, wie frische Energie durch ihren Körper strömte. Wir können in den Hotels nachfragen. Ich habe schon angefangen. Das sind die größeren Hotels in Atlantic City. Wenn wir sie aufteilen, sind wir schneller durch. Mia nahm das Blatt mit zu ihrem Tisch und blieb stehen. Ein brauner gefütterter Umschlag in Videokassettengröße lag auf dem Aktenstapel. In großen Buchstaben stand ihre Adresse drauf. Kein Absender. Was ist denn das? Aden kam auf die Füße und sah hinüber. Keine Ahnung, das war eben noch nicht da, als ich vom Faxgerät kam. Frag Stacy. Mia schüttelte das Band aus dem Umschlag. Soliday hatte das Abspielgerät noch auf dem Tisch stehen, also legte sie die Kassette ein. Holly Wheatons Gesicht erschien. Sie wirkte ernst und traurig. Im Licht des grausamen Mordes an einer Polizistentochter wollen wir heute einen Blick darauf werfen, welche Opfer die Familien unserer Ordnungshüter bringen müssen, wenn ihre Angehörigen ihre Arbeit tun. Häufig zahlen sie einen hohen Preis und manche wie Caitlin Burnett werden zur Zielscheibe von Racheakten, die gegen ihre Eltern gerichtet sind. Miststück, murmelte Mia, benutzt Roger Burnetts Trauer, um ihre Einschaltquoten in die Höhe zu treiben. Andere wiederum, fuhr Wheaton ernst fort, halten dem Druck der Erwartungen, die der Beruf der Eltern mit sich bringt, nicht stand und geraten auf die schiefe Bahn. Die Kamera fuhr zurück und Mia spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Wheaton deutete auf das Backsteingebäude hinter ihr. Das ist die Hart-Justiz-Vollzugsanstalt für Frauen. Hier leben Strafttäterinnen, die für Verbrechen von Drogenbesitz bis zu Mord verurteilt worden sind. Sie stammen aus allen möglichen Familien, haben die unterschiedlichsten Lebensläufe. Die Kamera zoomte an Wheatons gequälte Mine heran. Manche stammen sogar aus Polizistenfamilien. Eine solche Insassin ist Kelsey Mitchell. Was ist das denn? Spinelli war hinter ihnen aufgetaucht. Oh Gott, Mia! Sie bedeutete ihm ruhig zu sein, als Kerzys Polizeifoto den Bildschirm ausfüllte. Kerzi Mitchell sitzt eine Strafe von 25 Jahren Haft wegen bewaffneten Raubüberfalls ab. Sowohl ihr Vater als auch ihre Schwester stehen bzw. standen im Dienst der Polizei. Ihr Vater ist kürzlich verstorben. Ihre Schwester Mia Mitchell ermittelt in Mordfällen und ist Ironie des Schicksals verantwortlich für die Inhaftierung mehrerer Frauen, die im gleichen Block sitzen wie ihre Schwester. Sie werden sie umbringen. Mia konnte ihre Stimme kaum hören. Sie werden Kerzi umbringen. Sie sprang auf die Füße, ihr Herz hämmerte wild. Sie kann diese Reportage nicht senden. Sie droht mir. Sie will ihre verdammte Story und es ist ihr völlig egal, wer dabei drauf geht. Ja, so sieht es aus. Spinelli warf das Band aus. Ich werde sofort den Produzenten anrufen und sie versuchen sich zu beruhigen Mia. Mit grimmiger Miene marschierte er davon. Mia griff noch Solidays Hand. Ich werde diese miese Schlampe Soliday packte ihre Schultern und drehte sie herum, bis sie ihn ansehen musste. Mia, Spinelli kümmert sich darum, lass ihn das machen. Er hatte recht. Plötzlich unglaublich müde senkte sie den Kopf und lehnte die Stirn gegen seine Brust. Es wird alles gut, irgendwie, murmelte er in ihr Haar. Sie bringen sie um, Reed. Er schwieg, hielt sie nur fest, bis sie sich wieder gesammelt hatte. Dann machte sie sich los. Geht wieder. Nein, glaube ich nicht, erwiderte er ruhig. Die letzten drei Wochen waren die Hölle für dich. Du hast dich verdammt gut gehalten, Mia, besser als man hätte erwarten können. Sein Blick war voller Mitgefühl und Respekt und beides war tröstend. Sie wandte sich um, sah, dass Aiden sie beobachtete und spürte, wie sie rot wurde. Mia, stand in der Tür zu seinem Büro. Sie warf Soliday und Aiden einen besorgten Blick zu und gehorchte. Kommen Sie rein und schließen Sie die Tür. Reporter müssen die niederste Spezies auf diesem Planeten sein. Ihr wurde klamm ums Herz. Sie werden die Aufnahmen senden. Oh Gott, Mark. Ich habe Patrick angerufen. Er setzt ein paar Hebel in Bewegung, damit ihre Schwester noch morgen einem anderen Namen registriert. Alles wird sehr diskret gehandhabt. Mehr kann ich leider nicht tun. Mia schluckte, als sie eine Woge der Erleichterung und der Dankbarkeit zu überwältigen drohte. Wo übernachten Sie heute? Ihre Augen verengten sich. Was? Er konnte doch wohl nichts von ihr und Soliday wissen. Ihre Adresse stand in der Zeitung Mia. Suchen Sie sich eine andere Wohnung. Das ist ein Befehl. Sie können mir doch nicht vorschreiben, wo ich wohne. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich Polizistin. Ich kann auf mich aufpassen. Soweit ich mich erinnere, bin ich ihr Chef. Suchen Sie sich eine andere Unterkunft Mia. Ich will mir nicht die Nacht um die Ohren schlagen müssen, weil ich mir um Sie Sorgen mache. Sie seufzte. Vermutlich haben Sie Spinellis Tür ging auf und Soliday trat ein. Sie kann bei mir bleiben. Mia blieb der Mund offen stehen. Wie bitte? Warum nicht? Ich habe ein Doppelhaus. Meine Schwester hat die andere Hälfte gemietet, aber sie ist, weil sie auf meine Tochter aufpasst, mehr bei mir als bei sich. Detective Mitchell könnte erst einmal drüben wohnen. Mia fand endlich ihre Stimme wieder. Du hast gelauscht! Schon wieder! Er hob erneut die Schultern. Ich musste mit Spinelli reden. Kann ich etwas dafür, dass ich gute Ohren habe? Sie funkelte ihn an. Ich ziehe nicht bei dir ein. Sollst du ja nicht. Nicht bei mir. Er lächelte unschuldig. Du ziehst bei Lauren ein. Komm Mia, das ist die beste Lösung. Wir können sogar noch nach dem Abendessen die Akten durchsehen. Das beschleunigt die Angelegenheit enorm. Von wegen. Allein der Gedanke daran, was sich tatsächlich beschleunigen würde, ließ ihr das Blut in die Wangen steigen. Und Soliday stand bloß da und lächelte lieblich wie ein elender Messdiener. 18 15 Er hatte nahezu aufgegessen, als das Gesicht auf dem Fernsehschirm ihn fast erbrechen ließ. Das Gesicht war seines. Entsetzt fixierte er den Fernseher. Er hatte gewusst, dass sie nach ihm fahnden würden, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie das Fernsehen für ihre Zwecke einspannen würden. Wieso? Wieso hatte er das nicht vorausgesehen? Während er noch versuchte, den Gandhi Wut in ihm zu brodeln. Dieses Miststück, das war das Werk dieser Mitchell. Nun konnte er sich in dieser Stadt nicht mehr frei bewegen. Heute war die Ausstrahlung noch auf Chicago beschränkt, aber morgen schon konnte es von CNN gesendet werden. Er würde überall erkannt werden. Zuerst musste er aus diesem Restaurant verschwinden, und zwar sofort. Mit einer Beiläufigkeit, die ihm nur durch seine enorme Selbstkontrolle möglich war, stand er auf, warf die Reste auf seinem Tablett in den Mülleimer, schlenderte hinaus und ging zu seinem Wagen. Sie musste verschwinden. Er tätschelte seine Tasche, in der immer noch Catelyns Pistole steckte. Mitchell musste verschwinden. Und wenn sie tot war, würde Gats Gesicht in den Nachrichten gezeigt werden. 20 Uhr 15 Lecker war das Lauren, sagte Reed, als er ihr beim Abräumen half. Weißt du, was du tust, Reed? Er sah sie verdutzt an. Bitte? Ich meine die Sache zwischen Mia und dir. Denk bitte nur daran, dass es nicht weniger wichtig ist, nur weil ihr heimlich miteinander turtelt. Und dir selbst einzureden, es sei ja nur vorübergehend, bedeutet nicht, dass da nichts ist. Deine Mia Mitchell benimmt Hühle. Das wusste er. Sie trat zu ihm und strich mit dem Finger über die Kette, die unter seinem Hemd zu sehen war. Die hast du gestern Nacht abgenommen. Du warst in meinem Zimmer? Ich habe Aspirin gesucht, und die Kette lag gut sichtbar auf deinem Nachttisch. Sei vorsichtig, Reed, keine Frau mag im Schatten ihrer Vorgängerin leben, auch nicht vorübergehend. Er auf dem Display sagte ihm nichts. Soliday? Abby Regan, Mias Partner. Freut mich, aber woher haben sie meine Handynummer? Von Aiden, der sie von Jack hat. Mia ist gerade von hier gestartet. Sie sagte, sie würde in ihrem Haus übernachten, aber ich weiß, dass sie vorher in ihre Wohnung fahren wird. Wenn ich könnte, würde ich ihr vorsichtshalber folgen. Ich mache das. Danke für Jack Reed, was? Nimm die Kette ab, bevor du losfährst. Mitchell stieg mit einer Tasche aus ihrem Wagen. Sie sah sich einen Moment lang wachsam um, aber er hielt sich im Schatten. Sie bot ein perfektes Ziel, hielt den Kopf genau richtig. Mit ruhiger Hand richtete er die Pistole auf sie. Aus dieser Entfernung konnte er sie nicht verfehlen. Er zielte und ein SUV hielt neben ihr an. Verdammt, Lieutenant Soliday. Soliday ließ das Fenster herunter und sie redeten miteinander, aber nicht laut genug, als dass er sie hätte verstehen können. Auch Soliday sah sich nun um. Verdammter Mist, sie wollten in ihre Wohnung. Wer wusste, wann sie zurückkommen würde? Vielleicht erst morgen früh. Aber er hatte noch anderes vor, musste noch die Doherties umbringen. Er konnte hier nicht ewig ausharren und auf sie warten. Jetzt oder nie? Er trat aus dem Schatten und hob die Pistole und schoss. Polizei, lassen sie die Waffe fallen! Er fuhr zurück. Der Ruf war nicht aus Mitchells und Solidays Richtung gekommen. Mitchell war nirgendwo zu sehen und Soliday war ausgestiegen und hatte ebenfalls seine Waffe gezogen. Dreck! Er bich weiter zurück, einen Schritt, zwei. Sein Herz blieb stehen, als bleiben! Der Mann begann zu laufen. Auf ihn zu! Mia kam auf die Füße, das Funkgerät in der einen, die Waffe in der anderen Hand. Schießerei, 1342, Sedgwick Place, Zivilbeamter hat Verfolgung aufgenommen, brauche Verstärkung. Sie stand mitten auf der Straße und zwang sich zur Konzentration. Jemand hatte gebrüllt, kurz nachdem der Schuss abgefeuert worden war, aber sie konnte niemanden sehen. Sie atmete tief durch, dann nahm sie das Funkgerät erneut hoch. Soliday! Als keine Antwort kam, packte sie die Angst und sie begann zu laufen. Soliday! Bin da! Die Stimme kam knisternd und sie blieb schwer atmend stehen, so erleichtert, dass ihr die Knie weich wurden. Verdammt, er ist weg, knurrte er. Fahndungsbefehl für White! Sie erstarrte. Was? Schnell, Mia, mach schon, er ist hier noch irgendwo. Er hat versucht, mich umzubringen. Ihr Detektiv Mitchell, Morddezernat. Wir verfolgen einen männlichen Weißen, ungefähr 23 Jahre, 1,90, 150 Pfund, blond, blaue Augen. Der Verdächtige ist bewaffnet und wird im Zusammenhang mit vier Morden gesucht. Bekannt unter dem Namen Devin White. Wiederhole, Verdächtiger ist bewaffnet. Gehört, Detektiv, sagte die Vermittlung. Brauchen Sie medizinische Versorgung? Nein, nur Verstärkung. Wir müssen die Gegend abriegeln. Er ist zu Fuß unterwegs, also schicken Sie noch einen Wagen zur Bahnstation zwei Blocks von hier. Sie sah auf und entdeckte Soliday, der im Laufschritt auf sie zukam. Du bist getroffen. Sie hob die Hand an die Wange und spürte das Blut. Nur ein Streifschuss, schon okay. Polizei gerufen. Wenn ich das wüsste! Sie drehte sich langsam um die eigene Achse und blickte suchend die Gegend ab. Wir lassen Straßensperren errichten. Ihr Instinkt sagte ihr, dass er noch irgendwo in der Nähe war. Aber die Hochbahn ist nicht weit, vielleicht ist er schon da. Verdammt, ich habe den Eindruck, als würde jemand uns beobachten. Ein Geräusch hinter ihr ließ sie herumwirbeln, die Waffe in beiden Händen. Mit erhobenen Händen rauskommen! Das gibt's doch nicht, murmelte Soliday, und Mia fiel die Kinnlade herab. Aus dem Schatten ganz in der Nähe der Stelle, wo White ihnen entwischt war, trat sie. Ihr blondes Haar steckte unter einem schwarzen Barrett, und sie trug eine schwarze Lederjacke, die der, die Mia am Abend der Schießerei mit Dupree und Getz getragen hatte, erschreckend ähnlich sah. Sie lächelte selbstironisch. In der einen Hand hielt sie eine Pistole auf der offenen Handfläche, in der anderen eine Polizeimarke. Nehmen Sie die Waffe runter. Langsam, sagte Mia. Die Frau gehorchte und legte die Pistole behutsam auf den Gehweg. Du bist verletzt, sagte sie. Mia steckte ihre eigene Dienstwaffe ins Holster zurück. Nicht schlimm. Zwei Streifenwagen kamen auf der Straße zum Stehen und Mia warf einen Blick über die Schulter. Vier weitere näherten sich. Ich kümmere mich drum, sagte Soliday. Auch um die Straßensperren. Danke, murmelte sie. Dann wandte sie sich wieder der Frau zu. Sie nahm die Marke der Frau und hielt sie ins Licht. Olivia Sutherland Minneapolis PD. Sutherland schenkte ihr erneut ihr selbstironisches Lächeln. Hallo Schwester. Mia gab ihr die Marke zurück. Warum kommst du nicht einfach zu mir und redest mit mir? Warum läufst du mir seit Wochen hinterher? Willst du mich in den Wahnsinn treiben? Nein, das will ich bestimmt nicht. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dir reden will. Ich wusste nicht mal, ob ich sie zuckte die Achseln. Weil er dich wollte, nicht mich, deine Mutter, nicht meine. Offensichtlich hatte jemand dieser Frau ein weit rosigeres Bild von Bobby Mitchell gemalt, als er es verdient hatte. Okay, fangen wir noch einmal an. Olivia Sutherland, danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Das Lächeln war wieder da. Ich hatte gehofft, dass dir das auffällt. Ich wollte eigentlich heute Nachmittag abreisen, als ich sah, dass in der Zeitung deine Adresse abgedruckt war. Sie runzelte die Stirn. Gegen diese Reporterin solltest du unbedingt etwas unternehmen, die scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Also, dann hast du den ganzen Tag hier gewartet? Immer mal wieder, meistens ja. Ich dachte, wenn du nach Hause kommst, sage ich schnell Hallo und tschüss. Aber du scheinst nicht gerade regelmäßig nach Hause zu kommen? Nein, ich bin lieber bei Freunden. Hör mal, ich möchte gern mit dir reden, aber ich muss hier noch einiges erledigen. Sie deutete über die Schulter auf Soliday, der gerade eine Karte auf der Kühlerhaube eines Streifenwagens ausbreitete. Sutherland lächelte. Wir reden, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Nein, denn das tut es nicht. 29 Ich wusste bis vor drei Wochen nicht einmal, dass du existierst. Wir haben außer dem Vater offensichtlich noch ein paar Dinge gemeinsam. Wo wohnst du? Sutherland musterte mir einen Moment lang, dann nickte sie. Mutter zog nach Minnesota um, als ich geboren wurde, aber meine Tante wohnt noch hier, ich bin bei ihr untergekommen. Sie kritzelte eine Adresse und die Telefonnummer auf die Rückseite ihrer Visitenkarte. Wo du wohnst, weiß ich ja. Die nächsten Tage nicht, ich werde ziemlich viel unterwegs sein, aber hier ist meine Handynummer. Sie reichte Sutherland ihre Karte, die diese einsteckte. Dann begegnete sie Mias Blick. Mein ganzes Leben lang habe ich mir gewünscht, du zu sein. Und ich habe dich gleichzeitig gehaft. Mia saß an Laurens Küchentisch. Reed's Schwester hatte das Gästezimmer mit frischen Handtüchern und parfümierter Seife ausgestattet. Mia hatte die Seife zuerst ignorieren wollen, war aber inzwischen froh, dass sie es nicht getan hatte. Der Duft wirkte beruhigend und, so albern es war, weiblich. Sie hatte an Reed gedacht, während sie die Seife benutzte, hatte sich gefragt, ob der Duft ihm gefiel und hatte gleichzeitig gewusst, dass es so war. Hatte gewusst, dass Lauren das vermutlich auch so beabsichtigt hatte. Schwestern. Und wie aufs Stichwort erschien Reed. Auch er hatte geduscht und sich umgezogen und trug nun eine verwaschene Jeans und ein altes T-Shirt und Lederslipper ohne Socken. Sie standen einander in der Küche gegenüber und musterten sich gegenseitig. Also, spuck's aus, Soliday. Er gab nicht vor, sie zu missverstehen. Wir müssen ein paar Grundregeln aufstellen. Regeln. Damit konnte sie umgehen. Sie hatte selbst ein paar für sich aufgestellt. Okay. Er runzelte die Stirn, sah einen Moment zur Seite. Warum bist du Single? Bei der Frage stellten sich ihr die Nackenhärchen auf. Straffer Terminplan, gab sie sarkastisch zurück. Hatte bisher nie die Zeit zur Anprobe für das Hochzeitskleid zu gehen. Er stieß den dummerweise auch. Dennoch hatte sie eine andere Antwort parat, die ebenso wahr war. Ich bin Cop. Viele Cops heiraten. Und viele lassen sich widerscheiden. Hör zu, ich bin eine gute Polizistin. Verheiratet zu sein, ist selbst unter normalen Umständen nicht leicht. Ich denke nicht, dass ich beides gleichzeitig gut machen könnte. Die Antwort schien ihn zu beruhigen. Warst du es schon? verheiratet? Nein. Sie zögerte, dann zuckte sie die Achseln. Verlobt schon, aber weiter ist es nicht gekommen. Sie betrachtete ihn prüfend. Warum hast du dich nie wieder verheiratet? Er begegnete ihrem Blick. Glaubst du an Seelenverwandtschaft, dass man füreinander geschaffen sein kann? Nein. Aber ihr Bauch sagte etwas anderes. Ethan und Dana waren es. Abby und Kristen waren es. Gut, für manche mag es zutreffen, gab sie zu. Aber nicht für dich? Nein, nicht für mich. Warum? War Christine für dich gemacht? Ja. Seine Überzeugung war unangreifbar. Und du meinst, man begegnet im Leben immer nur einem solchen Partner? Das weiß ich nicht, sagte er aufrichtig. Aber mir ist nie wieder jemand wie sie über den Weg gelaufen und ich denke nicht daran, mich mit dem Zweitbesten zufrieden zu geben. Sie zog den Kopf ein, bevor sie es verhindern konnte. Ich will dir nichts vormachen. Du sollst mich nicht in einem falschen Licht sehen. Ich mag dich. Ich respektiere dich. Er betrachtete seine Schuhspitzen. Ich will dir nicht wehtun. Du willst nur mit mir ins Bett. Es kam tonloser heraus, als sie beabsichtigt hatte. Er sah wachsam aus. Im Prinzip ja. Ärger kochte in ihr auf. Warum gabelst du dir dann nicht eine Frau aus irgendeiner Bar auf? Seine dunklen Augen blitzten. Ich will keinen One-Night-Stand. Ich will nicht wieder heiraten, aber das heißt ja nicht, dass ich billigen ... Moment. Er hielt inne die Hand schon auf dem Türgriff. Nur damit ich das richtig verstehe. Du willst Sex mit jemandem, den du respektierst, dessen Gesellschaft du zu einem gewissen Grad genießen kannst. Du willst keine Ehe oder irgendeine Form von offizieller Beziehung. Das, was man gemeinhin als Affäre ohne Verpflichtungen bezeichnet. Ist das korrekt so? Er holte tief Luft und stieß sie mit der Antwort wieder aus. Ja, und meine Tochter erfährt davon nichts. Mia hätte am liebsten wieder den Kopf eingezogen. Wir wollen ihr doch kein schlechtes Beispiel geben. Sie ist zu jung, um das zu verstehen. Ich will nicht, dass sie denkt, es sei okay, wahllos mit irgendjemandem zu schlafen, weil das mit uns ja auch nicht so wäre. Da war es, das Angebot. Puh um das richtige Besteck und Kellner, die um einen herum wuselten. Vor 24 Stunden hatte sie in Danas Küche darauf bestanden, dass sie genau das wollte. Nun, hier in Laurens Küche erkannte sie, dass es ihr Schicksal war. Keine Herzen, die gebrochen wurden, keine Kinder, die man verziehen konnte. So war es am besten. Ich mag Verpflichtungen genauso wenig wie du. Er betrachtete sie schweigend. Dann streckte er die Hand nach ihr aus. Sie ergriff sie und er zog sie vom Stuhl. Behutsam zuerst, aber dann zerrte er sie förmlich an sich und schlang ihre Arme um seinen Körper und dann küsste er sie heiß und hart und eindringlich. Das Verlangen flammte augenblicklich in ihr auf und war zu stark, um sich dagegen zu wehren. Sie legte die Arme um seinen Nacken, wühlte mit den Fingern durch sein Haar und nahm sich, was sie brauchte. Seine Hände packten ihren Po, hoben sie hoch und rieben sie gegen die harte Schwellung in seiner Jeans. Sie presste sich an ihn und schauderte »Mehr bitte!« Sie äußerte die Worte nicht, aber ihr Körper tat es und er verstand. »Ich will dich«, murmelte er, »bitte, ich will dich.« Er hob sie höher, legte die Lippen über ihre Brust und entlockte ihr ein tiefes Stöhnen. Sag ja. Jetzt. Ja. Dann trug er sie durch die Küche die Treppe hinauf und zu dem riesigen Doppelbett. Freitag, 1. Dezember, 2.30 Uhr. Die Schimaske saß, als er sich dem unten näherte. Er besaß einen Anbau mit separatem Eingang. Er hatte keine Ahnung, warum Joe und Laura Doherty hier waren. Es war ihm auch egal. Er wollte sie nur endlich umbringen, damit er wieder nach vorn sehen konnte. Er knackte das Schloss der Hintertür mit Leichtigkeit und schlüpfte hinein. Sofort fiel ihm ein weißer Fleck ins Auge. Die Katze, die er in der Nacht, in der Caitlin Burnett getötet hatte, nach den Rücken und setzte sie erneut nach draußen. Anschließend betrat er die Küche und sah verärgert, dass auch hier mit Strom gekocht wurde. Kein Gas, keine Explosion. Frustriert schnaufte er. Nun, letztendlich war es egal. Er würde Laura Doherty auch so genug Schmerzen zufügen können und sie schließlich wie alle anderen in Brand stecken. Lautlos schlich er zum Schlafzimmer. Gut, zwei Jetzt entkamen sie ihm nicht noch einmal. Er klopfte sich auf den Rücken, vergewisserte sich, dass die Pistole sicher befestigt war. Nun näherte er sich dem Bett. Joe Doherty schlief auf dem Bauch, Laura hatte sich seitlich zusammengerollt, ihr Haar war dunkler, als er es in Erinnerung hatte. Es ärgerte ihn, wenn Frauen versuchten, sich jünger zu machen, als sie waren. Aber er würde sie sich später vornehmen. Erst musste er sich um Joe kümmern. Und das tat er, indem er dem Mann mit tödlichem Geschick das Messer in den Rücken stach, sodass er augenblicklich tot war. Nur ein kleines Gurgeln entwischte seinen Lungen. Die alte Doherty war vermutlich schon zu taub, um noch etwas zu hören. Aber sie regte sich. Joe murmelte sie. Er war auf ihr, bevor sie sich auf die andere Seite rollen konnte, drückte ihr das Gesicht ins Kissen und sein Knie in die Nieren. Sie wehrte sich mit überraschender Kraft. Er holte einen Lumpen aus seiner Tasche und stopfte ihn ihr in den Mund, packte ihre Hände und fesselte sie mit einer dünnen Schnur hinter ihrem Rücken zusammen. Dann warf er sie auf den Rücken und schnitt das Flanell Nachthemd auf, bevor er ihr ins Gesicht sah. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Das war nicht sie. Gott verdammt noch mal, das war nicht sie. Das konnte doch nicht wahr sein. Zähneknirschend hielte ihr die Klinge an die Kehle. Wenn du schreist, schlachte ich dich wie ein Schwein ab. Die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen nickte sie Er atmete schwer. Kontrolle. Donna Doherty, wo ist Laura? Ihre Augen weiteten sich noch mehr. Tod, krächzte sie. Er griff in ihr Haar und riss ihren Kopf hoch. Lüg mich nicht an, Frau. Das tue ich nicht, schluchzte sie. Sie ist tot, ich schwör's. Ein nicht mehr menschliches Knurren stieg in seiner Kehle auf. Seit wann? Seit zwei Jahren. Herzanfall. Der Zorn drohte ihn zu überwältigen. Er drehte den Mann neben ihr auf den Rücken. Blut ran aus seinem Mundwinkel und Donna stöhnte. Joe, oh nein! Scheiße! Der Mann war zu jung. Das musste Joe's Sohn sein. Joe Junior. Die Frau musste beseitigt werden, sie hatte ihn gesehen. Vor Zorn außer sich, dass er wieder betrogen worden war, drehte er sie um, Hielt den Kopf am Haar hoch und schnitt ihr die Kehle durch. 3 Uhr 15 Reed spürte, wie sie langsam erwachte. Er lag auf der Seite und sie schmiegte sich mit dem Rücken an ihn. Ihr muskulöser Körper streckte sich leicht. Hey! murmelte sie. Sein Gesicht ruhte in der schönen Mulde zwischen ihrem Hals und Schulter. Er griff über ihren Kopf hinweg nach der Kette mit den Hundemaken, den Polizei- und Militärabzeichen auf dem Nachttisch. Mitchell Robert B. Das sind seine. Warum trägst du sie? Sie zog die braun zusammen. An dem Tag, als ich meine eigene Marke bekam, ging ich mit meinem Vater und seinen Polizeikumpels trinken. Ich war jetzt eine von ihnen. Verstehst du das? Er nickte. Das hatte er mit den Solidays erlebt, dann bei der Feuerwehr und dann mit Christine. Jedenfalls war Bobby in seinem Element und zog eine Riesenshow ab. Es sei ein großer Tag für ihn, behauptete er, und vor all den Jungs holte er die Kette hervor und überreichte sie mir feierlich. Sie hätte ihn in Vietnam beschützt und jetzt solle sie mich im Dienst schützen. Was sollte ich machen? Ich kannte die meisten Männer, die dabei waren, schon von Kindesbeinen an, aber natürlich wusste kein einziger, wie es bei uns zu Hause wirklich lief. Wie auch immer, ich fuhr nach Hause und wollte die Kette irgendwo in eine Schublade werfen, aber noch auf der Fahrt hatte ich einen vielleicht bringen die Dinger ja doch Glück. Tja, und in all den Jahren hatte ich öfter unverschämtes Glück, als ich zählen möchte. Er drückte ihr einen Kuss auf die Schulter, wo sich eine wulstige Narbe gebildet hatte. Murphy hat mir vom letzten Mal erzählt, als dein erster Partner erschossen worden ist. Er sagte, damals wärst du ebenfalls fast gestorben. Damals hatte ich auch unglaubliches Glück. Sie legte sich die Hand auf den Bauch. Die Kugel ist direkt durchgesaust und hat alle wichtigen Organe verfehlt. Es stellte sich heraus, dass mir eine Niere fehlt. Ich bin ohne diese zweite Niere auf die Welt gekommen, also war nichts zu treffen. Sie sah zur Seite. Aber Ray starb. Und danach musste ich wegen der Niere noch diese neue Marke dazunehmen, die Medic Allard Plakette. Manchmal will ich die Kette abnehmen, tu's dann aber doch nicht. Wahrscheinlich bin ich letztlich zu abergläubisch. Sie schob die Medic Allard Plakette hinter die anderen und erfragte sich, ob sie sich der Geste bewusst war. Was Lieutenant Soliday der wahre Grund ist, warum ich keine feste Bindung will. Ich mache so viel Blödsinn, dass ich mich darin Bettkante. Ihr Handy begann zu klingen. Verdammt! Sie nahm das Telefon vom Nachttisch. Spinelli! Mit Blick auf Reed klappte sie es auf. Sie lauschte und stieß dann lautstark den Atem aus. Ich rufe ihn an. Wir sind in spätestens 20 Minuten da. Sie klappte das Handy zu. Zieh dich an! Er war bereits dabei. Noch jemand? Ja, Joe und Donna Doherty sind tot. Er hielt mitten in der Bewegung inne. Was? Ja, sie sind aus dem Bacon Inn ausgezogen. Sie zog sich das Hemd über den Kopf. Offenbar waren sie doch die ursprünglichen Ziele. Die Front des Hauses war unbeschädigt. Zwei Feuerwehrleute kamen von hinten und zogen den Schlauch hinter sich her. Der Brandgeruch hing noch in der Luft. Mia ging an dem Feuerwehrwagen vorbei, neben dem zwei Uniformierte mit dem Gerichtsmediziner sprachen. Es war Michaels, der Mann, der Dr. Thompsons Leiche weniger als 24 Stunden zuvor untersucht hatte. Hinter ihm standen zwei leere Bahren, auf jedem ein gefalteter Leichensack. Wissen Sie schon etwas, Michaels? fragte sie. Zwei Erwachsene, männlich und weiblich, beide um die 50. Der Mann hat eine Stichwunde im Rücken, der Frau wurde die Kehle aufgeschnitten. Beide lagen im Bett, und das Bett wurde angezündet. Aber die Sprinkleranlage hat das Feuer ziemlich schnell eingedämmt, sodass die Leichen zwar verbrannt, aber nicht verkohlt sind. Ich habe sie liegen lassen, damit sich der Fire Marshal umsehen kann. Er soll auf dem Weg sein, habe ich gehört. Ich habe Lieutenant Soliday sofort angerufen, als ich es erfahren habe. Ich denke, sie sah über die Schulter, da ist er schon. Soliday stellte seinen Wagen ans Ende der Reihe geparkter Autos und griff nach seiner Ausrüstung, als er ausstieg. Er blieb stehen, um mit dem Löschzugleiter zu sprechen und warf dabei immer wieder Blicke zum Haus. Kurz hob er die Hand zum Gruß, als sei er nicht so eben aus zu. Wer hat die beiden identifiziert? Wir haben geglaubt, sie wären noch im Bacon Inn. Die Hausbesitzerin, sie ist im Streifenwagen, sagte ein Officer. Ihr Name ist Judith Blannert. Mia folgte ihm zum Wagen und er bückte sich und sprach laut auf sie ein. Ma'am, hier ist Detective Mitchell. Sie möchte mit ihnen reden. Judith Blannert war über siebzig und wog nicht aber ihre Augen wirkten wach und ihre Stimme dröhnte. Detective? Sie werden lauter sprechen müssen, Detective. Man hat sie ohne ihr Hörgerät herausgeholt. Danke. Mia hockte sich neben die offene Tür. Geht's Ihnen gut, Ma'am? fragte sie laut. Ja, aber wie geht es Joe Junior und Donna? Niemand will mir etwas sagen. Es tut mir leid, Ma'am. Sie sind tot. Die alte Frau presste sich eine knorrige Hand auf den Mund. Oh nein, oh mein Gott. Mia ergriff ihre Hand, sie war eiskalt. Ma'am, warum waren die beiden bei Ihnen? Ich kenne Joe Junior, seit er fünf Jahre alt war. Für mich gab es keine besseren Menschen auf der Welt als Joe Senior und Laura Doherty. Immer bei Wohltätigkeitsvereinen, immer haben sie sich um Jungen ohne Familien gekümmert. Als ich erfuhr, was Joe Junior und Donner zugestoßen war, wollte ich mich für einen Gefallen revanchieren und hab ihnen den Anbau angeboten, so lange, wie sie ihn brauchten. Zuerst wollten sie nicht, aber dann... Das hier ist doch kein Zufall, Detective. Mia drückte ihre Hand. Nein, Ma'am. Haben sie irgendetwas gesehen oder bemerkt? Ohne mein Hörgerät kriege ich so gut wie gar nichts mit. Ich gehe um zehn ins Bett und stehe um sechs wieder auf. Wäre der nette junge Mann von der Feuerwehr nicht gewesen, würde ich wohl immer noch schlafen. Die Feuerwehrleute packten ihre Ausrüstung gerade zusammen und Reed kam nun auf sie zu, während er in sein Diktiergerät sprach. Ma'am, sagte er, wahrscheinlich können sie in ein paar Tagen schon wieder rein, aber heute Nacht sollten sie wo anders unterkommen. Sie warf ihm einen scharfen Blick zu. Mein Schwiegersohn holt mich ab. Ich bin keine dumme alte Frau. Jemand hat Joe Junior und seine Frau umgebracht. Ich werde wohl kaum bleiben und darauf warten, dass er zurückkommt. Obwohl es gut wäre, wenn ich mein Hörgerät bekäme. Ich schicke jemanden rein, der es holt, Ma'am. Soliday leitete die Bitte an einen der Officer weiter, dann winkte er Mia ein Stück zur Seite. Vom Standpunkt der Beweissicherung war der Sprinkler eine Katastrophe, aber die Leichen sind nicht verbrannt. Sie ging mit ihm ums Haus herum und betrat den Feuer hat nur im Schlafzimmer gebrannt, Reed, sagte er, und nicht besonders wild. Vielleicht haben wir diesmal Glück und finden etwas. Soliday leuchtete mit der Taschenlampe an die Decke. Die Scheinwerfer gingen an und alle drei starrten aufs Bett. Beide Leichen lagen auf dem Bauch. Mr. Doherty hatte das Gesicht zur Seite gewandt. Mrs. Doherty's Gesicht war in das Kissen gepresst. Blut durchtränkte die Bettwäsche. Er war sofort tot, sagte Michaels hinter ihnen. Die Klinge hat das Herz getroffen. Sie hat Wunden, die auf einen Kampf hindeuten. Er schob ihr Nachthemd hoch, um ein großes Hämatom auf ihrem Rücken zu zeigen. Vermutlich sein Knie. Haben Sie ihr Nachthemd durchtrennt? fragte Mia. Michaels schüttelte den Er warf ihr einen Blick zu. Keinerlei Anzeichen für Gewaltanwendung Detective, aber ich untersuche sie. Er hat zuerst Mr. Doherty getötet. Ja, und er ist schmerzlos gestorben, aber Mrs. Doherty, er hat sie gefesselt, ihr das Knie in den Rücken gestoßen und irgendwann das Nachthemd aufgeschnitten. Aber es scheint ja tatsächlich so, als habe er sie nicht vergewaltigt. Verstehe ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er plötzlich Reue zeigt oder Gnade walten lässt. Vielleicht ist er gestört worden. Da hat er ja noch schnell die Kehle durchgeschnitten und ist abgehauen. Aber warum überhaupt die Doherty's? Tja, das ergibt keinen Sinn, stimmte sie ihm zu. Jedenfalls kannten sie Penny Hill nicht, und wir haben die ganze Woche über nach Verbindungen gesucht, die es überhaupt nicht gibt, setzte er grimmig hinzu. Wir müssen es Burnett sagen. Ich denke, es ist ein kleiner Trost, wenn er weiß, dass nicht er für den Tod seiner Tochter verantwortlich ist. Ich rufe Joe Doherty's Vater in Florida an. Sie war bereits auf dem Weg zu ihrem Wagen, als sie ihren Namen hörte. Es war einer der Officer und er hielt eine weiße Katze auf dem Arm. Detective, die hier haben wir draußen gefunden und Mrs. Blannard sagt, sie gehörte den Doherty's. Sie kann sie nicht mit zu ihrer Tochter nehmen, sagt sie. Mia starrte die Katze an. Und was soll ich jetzt damit machen? Er zuckte die Achseln. Ich kann das Tierheim anrufen, aber... Er grinste einnehmend. Wollten sie nicht schon immer eine Katze haben? Mit einem Seufzen nahm Mia ihm das Tier ab. Die Marken an dem Halsband der Katze erinnerten sie stark an ihre eigenen. Du hast Glück, Percy. Du bist in dieser Woche zweimal einem Anschlag entkommen. Der Kater sah mit einem trägen Blinzeln zu ihr auf. Wir sind uns wohl ähnlich, murmelte sie. Magst du in meinem Wagen warten? Er spürte sie hinter sich, bevor sie etwas sagte. Und? fragte Mia. Er hat kein Gas benutzt, weil es hier keines gibt. Und er hat Donner Doherty nicht mit Brandbeschleuniger bedeckt. Bei Ei und Lunte ist er geblieben, sagte Ben, der in der Ecke Schutt durchsuchte. Das war's aber auch schon. Ich habe Joe Senior benachrichtigt und ein paar Nachbarn befragt. Reed konnte sehen, dass etwas nicht stimmte. Hast du ihn Beiden erfahren hat, wurde es unnatürlich still. Sie seufzte. Es kam gar nichts mehr, aber er hatte auch nicht aufgelegt. Daraufhin habe ich den Ortsscheriff angerufen und der ist hingebraust und hat den Mann ohnmächtig auf dem Boden gefunden, Hörer noch in der Hand. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht, möglicherweise Herzanfall. Er wandte sich um und stöhnte. Ein Van von Action News stand am Straßenrand und eine gut frisierte Holly Wheaton daneben. Er spürte, wie Mia sich neben ihm versteifte. Sag nichts, murmelte er, bitte, auch wenn du ihr am liebsten das Gesicht zerkratzen möchtest, erwähne vor allem nichts von Kelsey. Lass mich kein Kommentar sagen. Und schon kam Holly auf sie zu, in ihren Augen ein beinahe gefährliches Leuchten. Das ist nun das vierte Feuer, das der Brandstifter gelegt hat. Was unternimmt die Polizei, um Chicago vor dieser Gefahr zu beschützen? Kein Kommentar, sagte Reed und beschleunigte seine Schritte, aber Holly ließ sich nicht so schnell abwimmeln. Die heutigen Opfer sind Mr. und Mrs. Joe Doherty, das Paar, dessen Haus vor ein paar Tagen abgefackelt wurde. Mia blieb stehen, und Reed wollte protestieren, aber er war ihr schon beim letzten Mal, als die beiden aneinandergeraten waren, in die Parade gefahren. Diesmal würde er den Mund halten, wenigstens solange er konnte. Wir veröffentlichen die Namen der Opfer nicht, bis ihre Familien benachrichtigt worden sind. Sie blickte direkt und sehr ernst in die Kamera. Dies ist in unserer Abteilung so üblich, da wir die Trauer der Angehörigen respektieren möchten. Das sehen sie sicher auch so. Und wenn sie uns bitte jetzt unsere Arbeit machen lassen würden. Detektiv Mitchell, heute wird Caitlin Burnett begraben. Werden sie anwesend sein? Mia ging weiter und Reed atmete befreit dadurch. Detektiv Mitchell, es heißt, Caitlin Burnetts Tod hinge mit der Arbeit ihres Vaters zusammen. Denken sie, ein Kind solle für die Sünden der Väter bestraft werden? Mia blieb stehen. Ihr Körper war plötzlich angespannt wie eine Bogensehne. Sie öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch dann spürte Reed plötzlich eine Veränderung. Mia entspannte sich und setzte sich wieder in Bewegung. Fahr hinter mir her, sagte sie so leise, dass nur er es hören konnte. Holly hat mich auf eine Idee gebracht. 5 Uhr 40 Wo sind wir? Hier wohnt Blannards Tochter. Als Weetan eben etwas von den Sünden der Väter gesprochen hat, ist mir ein Gedanke gekommen. Weetan wollte dich nur aus der Reserve locken, Mia. Das weiß ich. Sie ging auf das Haus zu. Aber was, wenn die Doherty's wegen der Sünden ihrer Eltern sterben mussten? Und wenn man in Betracht zieht, wie Donna Doherty ermordet wurde, überleg mal. Blannards sagte, die Doherty's hätten sich um Jungen gekümmert. Nun dämmerte ihm, worauf sie hinaus wollte. Pflegeeltern und beide Männer heißen Joe Doherty. Joe Junior hat das Namensschild an der Tür nicht geändert. Wozu auch? Der Killer hat das falsche Paar umgebracht. Nicht abwegig, oder? Vielleicht kann sich Blanner dann etwas erinnern. Sie drückte auf den Klingelknopf und ein Mann kam an die Tür. Detective Mitchell und Lieutenant Soliday, wir müssen mit Mrs. Blannard reden. Clyde, wer ist da? Mrs. Blannard trat an die Seite des Mannes, diesmal hatte sie ihr Hörgerät im Ohr. Was kann ich für Sie tun, Detectives? Ma'am, begann Mia, Sie haben gesagt, dass sich die Doherty's um Jungen ohne Familien gekümmert hätten. Meinten Sie als Pflegeeltern? Ja, nachdem Joe Junior ausgezogen ist und geheiratet hat, bestimmt noch zehn Jahre lang. Wieso? Ihre alten Augen blickten scharf. Die andere Tote, Penny Hill, sie war Sozialarbeiterin, Mia lächelte anerkennend. Ja, Ma'am, können Sie sich vielleicht an irgendetwas erinnern? Streit mit jemandem oder Ärger? Mit den Jungen oder ihren Familien? Sie zog die Brauen zusammen und dachte nach. Das alles ist schon lange her. Ich weiß, dass Sie ziemlich viele Jungen aufgenommen haben. Es tut mir leid, Detectives, aber mir fällt nichts ein. Sie sollten Joe Senior fragen. Ich kann Ihnen die Nummer geben. Danke, schon gut, ich habe ihn bereits angerufen. Als sie draußen waren, sagte Mia, er hat Joe Junior schnell sterben lassen und mitten in dem Racheakt gegen die Frau, die er für Laura Doherty gehalten hat, aufgehört. Weil er gemerkt hat, dass er die falsche Frau hatte. Das ergibt Sinn. Nun müssen wir eine Liste all der Jungen erstellen, die Penny Hill bei den Doherty's untergebracht hat. Und herausfinden, welcher dieser Jungen eine Verbindung zu White hat. Oder White ist. Oder wie auch immer er heißen mag. Rutsch rüber, Percy. Ich fahr dir hinterher. 8 Uhr 10 Tja, wenigstens haben wir nun die Verbindung, sagte Spinelli grimmig. Bis Mittag sollten wir eine Liste von Namen haben, meldete sich Mia vom anderen Ende des Tischs zu Wort. Das Sozialamt geht alle Akten aus der Zeit durch, als die älteren Doherty's Pflegeeltern waren. Spinelli trat an die Tafel. Ich möchte wissen, wie er die Doherty's gefunden hat. Am Dienstag haben sie ins Bacon Inn eingecheckt. Judith Blannert sagte, sie wären Mittwochnachmittag bei ihr eingezogen. Aber er kann sie nicht die ganze Zeit beschattet haben, weil er tagsüber im Hope Center sein musste. Er muss es vom Hotel wissen, sagte Mia. Wir sollten auf dem Weg zum Hope mal vorbeifahren. Er schwieg, bis sie in seinem Wagen saßen. Was ist los? Nur müde. Ich muss mir morgen ein bisschen Zeit nehmen und auf Wohnungssuche gehen. Die Luft strömte aus seinen Lungen. Was? Sie lächelte, aber es war ein kühles Lächeln. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich mehr als ein, zwei Tage bei Lauren bleibe. Reed, wir wussten beide, dass diese Lösung nur vorübergehend ist. Vorübergehend. Er fing langsam an, das Wort zu verabscheuen, aber sie hatte natürlich recht, auch er hatte nicht vorgehabt, Lauren für immer aus ihrer Doppelhaushälfte zu verbannen. Wie lange hattest du vor, mir bei dir zu behalten? Bist du sie satt hast? Ja, nein, verdammt. Und was ist mit uns? Sie blieb vollkommen ruhig, während sein Herz zu jagen begann, was ihn höllisch ärgerte. Uns gibt es, solange wir beide Lust haben, das fortzuführen. Lass uns an die Arbeit gehen. Bacon in, bitte. Mit zusammengepressten Kiefern fuhr er los. Er kam bis zur ersten Ampel, als ihr Handy klingelte. Mitchell hier. Ja, stellen Sie ihn durch. Mr. Seacrest, was kann ich für Sie tun? Plötzlich richtete sie sich kerzengerade auf. Wann? Haben Sie Danke, wir sind gleich da. Reed zog auf die linke Spur, um zu wenden. Was ist? Jeff de Martino ist tot. 8 Uhr 55 Er hat auf den Weckeruf nicht reagiert, also hat der Wachmann die Schwester gerufen, sagte Seacrest. Die Schwester hat mich angerufen und ich sie. Der Junge lag auf dem Rücken und starrte mit leblosen Augen an die Decke. Seine Haut war weg, Die CSU machte bereits Fotos. Wann hat ihn jemand zuletzt lebend gesehen? fragte Mia. Die Wachen überprüfen die Räume in der Nacht alle dreißig Minuten. Er lag in seinem Bett. Seacrest wirkte frustriert. Das letzte Mal, als ihn jemand auf den Füßen stehend und atmend gesehen hat, muss in etwa gegen halb zehn gewesen sein. Da geht seine Gruppe duschen. Entschuldigen Sie mich. Sam Barrington betrat den kleinen Raum, der ohnehin schon überfüllt war. Niemand hat ihn angefasst, Sam, sagte Reed. Wo ist die Schwester? Ich will seine Kartei am besten schon gestern. Sam ging neben dem Toten in die Hocke. Spinelli hat mich hier zitiert. Das Opfer ist mindestens zehn Stunden tot. Keine sichtbaren Wunden, kein Trauma, nur... Reed stellte sich links neben Sam Mia rechts. Nur was? fragte sie. Das. Sam hielt die Hand des Jungen hoch. Da ist ein Schnitt am Daumen. Frisch. Vor Todeseintritt frisch oder danach, wollte sie wissen. Vor, aber kurz davor. Sam musterte die Leiche. Lassen Sie mich die Akte sehen. Mia reichte sie ihm und Sam überflog sie. Er war gesund, kein Herzproblem, kein Asthma. Nur ein kleiner Schnitt, überlegte Mia. Wo ist das Blut aus dem Schnitt? hier ist ein Fleck auf der Decke, sagte der CSU-Techniker. In der Mitte des Betts, sagte sie, als hätte er hier gesessen und den Daumen abgewischt. Sieht irgendjemand ein Messer? Sam und Reed hoben den Körper an und Mia sah darunter. Da ist es, sagte sie. Klappmesser, die Klinge ist draußen. Es lag flach auf dem Bett. Nicht anfassen, fauchte Sam, als sie mit einer behandschuten Hand danach greifen wollte. Wenn es das ist, was ich denke, wollen sie das Ding nicht anfassen. Mia zog die Brauen hoch. Gift? Ja. Sam bückte sich und leuchtete mit der Taschenlampe über den nackten Rücken des Jungen. Nach den toten Flecken und den Druckstellen würde ich sagen, er lag auf dem Griff, als er starb. Er ist draufgefallen, sagte sie nachdenklich. Aber woher kriegt Jeff ein Messer? Woher konnte Manny Streichhölzer bekommen, konterte Reed. Sieht ganz so aus, als habe Manny doch die Wahrheit gesagt. Hast du dir die Streichhölzer angesehen? Reed schüttelte den Kopf. Nein, würde ich aber jetzt gern. Sam sah von Mia zu Reed. Sie denken, dass sie präpariert sind? Ja. Reed wandte sich zu Seacrest um, der sie vom Türrahmen aus beobachtete. Haben sie die Streichhölzer noch? Seacrest nickte. In meinem Büro, ich hole sie. Mia hielt die Hand hoch. Einen Moment noch bitte, Mr. Seacrest. Welche Jungen gehören noch zu Jeffs Gruppe? Die, die zur gleichen Zeit geduscht haben. Jeff, Manny, Regis Hunt und Thaddeus Levine. Die Jungs haben Fatsch Wuchtel genannt. Der Ausdruck von Unbehagen huschte über Seacrest Gesicht. Er ist Thanksgiving ins Krankenhaus gekommen. Weswegen wollte Mia wissen. Er klagte über Bauchschmerzen, sagte die Schwester. Aber es hat einen Übergriff gegeben. Seacrest trat zur Seite, sodass die Schwester eintreten konnte. Sie betrachtete den Toten mit einer seltsamen Mischung aus Verachtung und Befriedigung, was Reed ein wenig befremdlich fand. Was heißt Übergriff? Sie blickte zu ihm auf. Er ist vergewaltigt worden. Wir haben rektale Verletzungen entdeckt, aber er hat es bestritten. Und Sie glauben, dass es Jeff war? sagte Reed ruhig. Sie nickte. Thad wollte nichts sagen. Alle Jungs hatten Angst vor Jeff. Und deswegen sind sie nicht traurig, dass er tot ist, fuhr Mia fort und der Blick der Schwester wurde hart. Er war ein bösartiger, wütender, krimineller Junge. Wir alle haben uns furchtbare Sorgen gemacht, was wohl geschehen würde, wenn er im nächsten Monat wieder auf freiem Fuß gewesen wäre. Plötzlich wandte sie sich abrupt zu Seacrest um. Thad hatte Thanksgiving Besuch. Devin White, Thad hat ihn angerufen. Da haben wir den Auslöser, murmelte Reed. Ich denke auch. Mia räusperte sich. Ich möchte Thad und Regis zum Plaudern mit aufs Revier nehmen. Holen Sie Ihre gesetzlichen Vertreter und schicken Sie sie bitte zu uns. Zehn Uhr Zehn Der Manager vom Bacon Inn war ein unerfreulicher Mensch. Entschuldigen Sie, sagte Mia laut. Sie knallte ihre Marke auf die Theke. Was denn jetzt schon wieder? Mia sah ihn finster an. Was soll das heißen, was denn jetzt schon wieder? Ich bin Detective Mitchell, Morddezernat. Das ist mein Partner Lieutenant Soliday, OFI. Was meinen Sie mit was denn jetzt schon wieder? Heute Morgen tauchten Polizisten auf und fragten nach einer Niki Marco. Sie hat hier am Mittwoch eingecheckt und ihr Mann rief mich am Donnerstag an, weil sie nicht ans Telefon ging. Ich habe ihm gesagt, dass sie vielleicht einfach unterwegs sei. Er zuckte voller Unbehagen die Achseln. Aber der Ehemann hat sie als vermisst gemeldet, sagte Mia und spürte, wie sich alle nicht zurückgekehrt. Sie wollte bis heute bleiben. Ihre Sachen hängen auch noch im Schrank. Welche Zimmernummer? fragte Mia. 129. Ich bringe sie hin, wenn sie mir nur eine Minute Zeit geben, damit ich mich um die Leute kümmern kann, die ein Flugzeug erwischen müssen. Sir, sagte sie scharf, es handelt sich um einen Mordfall, diese Leute werden warten müssen. Dann haben sie ihre Ich ermittle in einem anderen Mordfall. Ein Paar, das bis Mittwoch bei ihnen war, ist vergangene Nacht ermordet worden. Können sie uns sagen, in welchem Zimmer sie waren? Joe und Donna Doherty. Er tippte den Namen ein und sah auf. Nun war auch der Rest Farbe aus seinem Gesicht gewichen. 129. Verdammter Mist, murmelte Soliday. Mia fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Sie würde Kopf Schmerzen bekommen. 10 Uhr 50. Was ist los? fragte Jack, als er das Zimmer Nummer 129 betrat. Seine Leute, alle in blauen Overalls folgten. Nicky Marco vermisst. Vor ihr haben Joe und Donna Doherty hier gewohnt. Bis Mittwoch, erklärte Mia. Und du meinst, er könne hergekommen sein, weil er gedacht hat, sie wären noch hier, sagte Jack. Dabei ist er auf Marco gestoßen. Ihre Sachen hängen im Schrank, sagte Soliday, aber die Koffer sind weg. Dass da auf dem Bett sind, ihre Arbeitsunterlagen. Jack verzog das Gesicht, als er sich zusammen reimte, was Soliday andeutete. Oje. Dann nickte er seinem Team zu. Ihr fangt hier an, ich sehe mich im Bad um. Schnell und effektiv zog er das kleine Sieb aus dem Abfluss. Wir untersuchen es auf Haare und anderes. Dann behandelte er die Kacheln mit Luminol. Dreißig Minuten später schaltete er das Licht aus. Alles um sie herum leuchtete. Einen Moment lang konnten sie alle drei nur fassungslos starren. Verdammt viel Blut, sagte Jack schließlich. In Anbetracht der Tatsache, dass die Koffer weg sind, können wir wohl davon ausgehen, dass er sie zerstückelt hat, endete Mia grimmig. Lieber Gott, ich verliere den Überblick. Sie legte sich die Finger an die Schläfen. Caitlin, Penny, Thompson, Brooke, Roxanne, Joe und Donna, fügte Soliday ruhig hinzu, Jeff und jetzt Nicky Marco. Neun. Sie sah ihn an. Zähl bis zehn? fragte sie und er zuckte die Achseln. Vielleicht, obwohl er gegen die Frau hier nichts haben konnte. Sie war nur ein Versehen, murmelte sie, wie Caitlin. Falscher Ort, zur falschen Zeit. 13 Uhr 30 Ich hatte mir einen Verdächtigen in Gewahrsam gewünscht, sagte Spinelli. Ruhig. Nicht zwei weitere Tote. Sie hatten sich erneut versammelt. Mia saß zwischen Murphy und Aiden, Reed neben Westfalen, Sam ganz am Ende des Tisches. Jack war noch im Bacon Inn bei der Arbeit. Reed hatte sich noch nicht erholt. Als Brandursachen Ermittler hatte er nicht allzu oft mit Todesfällen zu tun. Mia seufzte. Wir wissen noch immer nicht, wo er ist, aber wir kommen seinem Motiv näher. Es hängt mit diesem Jungen Thad zusammen. Wir haben sowohl ihn als auch Regis Hand herbringen lassen. Sie sitzen in zwei verschiedenen Verhörräumen. Wir reden mit ihnen, sobald wir hier fertig sind. Und ich habe den Brandbeschleuniger auf den Streichhölzern gefunden, die Seacrest aus Mannies Schuh geholt hat, sagte Reed. Hätte der Junge eins angezündet, hätte er sich Seacrest hat auch dort ein Messer gefunden, sagte Mia. Und zwar mit D-Tubokurarin präpariert, erklärte Sam. Genau wie das erste Messer. Und im Urin des Opfers konnten wir es auch nachweisen. Reed runzelte die Stirn. Tubokurarin? Sind Sie sicher? Ich habe den Test selbst gemacht, sagte Sam. Es interessierte mich. Ich hatte noch nie ein Kurare-Opfer gesehen. Mia riss die Augen auf und lachte ungläubig. Kurare? Wie bei Giftpfeilen irgendwelcher Stämme im Amazonas? Das meinen Sie doch nicht ernst. Absolut, sagte Sam. Man setzt es häufig in der Chirurgie ein. Man bekommt es in Tierkliniken. Unser Täter brauchte bloß etwas zu stehlen und in einem ganz normalen Topf auf einem ganz normalen Herd einzukochen. Er stand auf. Ich muss jetzt wieder los. Aiden, sagte Spinelli, als Barrington fort war, etwas Neues aus Atlantic City? Ja, im Silver Casino ist der echte Devin White auf Video zu sehen. Er hat ziemlich viel Geld verspielt, bis das Blatt sich plötzlich wendete. Er gewann. Nicht so viel, dass man ihn dezent hinaus komplementiert hätte, aber doch genug, um ihn zu beobachten. Die Security erinnert sich an ihn, weil er sich am Ende seines Besuchs mit einem gewissen wohlbekannten Spieler traf. Mathe Boy, murmelte Mia. Ganz genau, er nannte sich Dean Anderson, aber es hat sich bereits herausgestellt, dass der echte Anderson vor zwei Jahren verstorben war. Die Security bestätigt, dass unser Bursche ein Talent besitzt. Er kann seine Wettchancen berechnen, als hätte er einen Computer im Kopf. Aber nicht nur diese Leute kennen ihn gut. Die Polizei hat ihn seit mindestens einem Jahr auf der Beobachtungsliste. Will ich wissen, warum? fragte Spinelli. Vergewaltigung, sagte Aiden genüsslich. Eine Reihe von Überfällen in den sechs Monaten vor dem letzten Juni. Sie hatten keine Beweise, denken aber, dass er es war. Dann war im Juni plötzlich Schluss mit den Vergewaltigungen und ihr Verdächtiger war verschwunden. Er hat den echten Devin Boyd getroffen, ihm zum Gewinnen verholfen und sich sein Vertrauen ergaunert. Mia schüttelte den Kopf. Dann hat er ihm seine Identität gestohlen und sein Leben beendet. Das würde erklären, warum er bei den Fingerabdrücken für die Schule getrickst hat. Er wusste, dass er gesucht wurde und wollte kein Risiko eingehen, sagte Murphy nachdenklich. Das denke ich auch, stimmte Aden zu. Übrigens hatten die meisten Vergewaltigungsopfer gebrochene Beine, sodass sie weder abhauen noch treten konnten. Wenn wir ihn fassen, möchte New Jersey auch einen Bissen abhaben. Dann müssen sie sich hinten anstellen, brummte Mia. Und wir müssen ihn erst mal haben, sagte Spinelli beißend. Dabei wissen wissen wir noch nicht einmal, wie er wirklich heißt. Murphy? Wir haben ungefähr die Hälfte der Gegend abgegrast. Niemand hat ihn gesehen. Ein Gedanke drängte sich durch die dunkle Wolke, die über Reed hing. Haben sie die Zoo-Geschäfte überprüft? Nein, sagte Murphy. Wieso? Weil der Kerl offensichtlich an Medikamente für den tierärztlichen Bedarf kommt. Einige der großen Geschäfte haben inzwischen ihre eigene Praxis. Ich war neulich mit dem Hund meiner Tochter bei so einem Zoo-Center. Es ist vielleicht einem Versuch wert. Allerdings, sagte Murphy. Ich erledige das, sobald wir hier durch sind. Spinelli stand auf und zog seine Uniform zurecht. Ich muss jetzt zu der leidigen Pressekonferenz. Es sind ungefähr 300 Anrufe eingegangen, nachdem Nieten bereits herausgesucht, Aiden ein paar weitere. Ich habe die Liste auf ihren Tisch gelegt, Mia. Sie wandte sich an Westfalen, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte. Was denken Sie mal? Ich denke, dass wir hier sowohl Muster als auch rein menschliches Verhalten finden. Okay, sagte sie. Fangen Sie mit den Mustern an. Zahlen. Er sagt, zähl bis zehn und kann im Kopf Statistiken berechnen. Er ist sehr präzise in dem, was er tut. Und betrachten wir es einmal so, er hat zwar Devin Whites Identität angenommen, hätte seine Stelle aber nicht antreten müssen. Doch unser Mann mag Zahlen. Er mag Mathe. Er hat die Football-Wetten im Hope gemanagt. Mia zog einen Zettel aus den Unterlagen und zog die braun zusammen. Und oft verloren. Reed kam um ihr über die Schulter zu sehen. Aber nur wenn die Lions verloren haben. Er hat auf die Lions gesetzt. Selbst wenn er wusste, dass die Statistik dagegen sprach. Sie sah zu ihm auf und lächelte leicht. Heimatgefühle? Er nickte. Unser Bursche hat Wurzeln in Detroit. Schicken wir dem Detroit PD ein Foto. Vielleicht erkennt ihn jemand. Und schicken sie es auch an das dortige Sozialamt schlug Miles vor. Ich wette, er hat schon vorher in Schwierigkeiten gesteckt. Lido, Illinois, Freitag, 1. Dezember, 14. 15. Er hatte vergessen, wie sehr er den Anblick von Getreide verabscheute. Meilenweit nur Kornfelder, die sich sanft und ach so leicht im Wind bewegten, als sei die Welt in Ordnung. Dieser Ort, dieses Haus, dieses Feld war Shanes Grab geworden. Sie hatten das Haus auf dem alten Fundament errichtet. Das neue Haus war schön und freundlich. Im Garten stand ein Dreirad und eine junge Frau lief im Haus Inneren umher. Er sah sie immer dann, wenn sie an einem der Fenster vorbeikam. Sie erledigte wahrscheinlich ihre Hausarbeit. Ihre Arbeit erledigen. Er hatte die Farmarbeiten gehasst, hasste den billige Hilfskraft für stinkende Schweine eingesetzt werden konnte. Er hasste die Frau, die wusste, was unter ihrem Dach vor sich gegangen war und nichts unternommen hatte. Er hasste den jüngeren Bruder, weil er ein Feigling war. Er hasste den älteren, weil er presste die Lippen zusammen, als ein Schauder der Wut ihn überkam. Er hasste Penny Hill, dass sie zu dumm wie es ihnen ging. Penny Hill hatte für ihre Sünden bezahlt. Die Youngs würden dasselbe tun. Er stieg aus seinem Wagen, als die Frau mit einem Säugling auf der Hüfte herauskam. Verzeihen Sie, Ma'am, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich suche nach einem Freund, er hat einmal hier gewohnt, aber wir haben den Kontakt verloren. Er heißt Tyler Young. Er wusste ganz genau, wo Tyler Young war, in Indianapolis, wo er Immobilien verkaufte, aber er hatte keine Ahnung, wo die anderen Youngs sich aufhielten. Die Frau blieb, wo sie war, die Hand auf dem Türknauf, bereit zu flüchten, falls es sein musste. Kluge Frau. Wir haben dieses Haus vor vier Jahren von den Youngs gekauft, sagte sie. Der Mann ist gestorben und die Frau wollte die Farm nicht heiße auf. Wieder war einer gestorben, bevor er seine Rache bekommen konnte. Dennoch blieb er äußerlich ruhig und gab sich leicht enttäuscht. Das tut mir leid. Ich würde gern Mrs. Young mein Beileid aussprechen. Wissen sie vielleicht, wo ich sie finden kann? Soweit ich weiß, ist sie im Pflegeheim in Champagne. Ich muss jetzt wieder rein. Und schon war sie fort. Er konnte weniger als eine Stunde Fahrt entfernt. Chicago 18 20 Aiden war fort, als sie zurückkam, aber Murphy saß noch am Schreibtisch und tippte einen Bericht mit seinem Einfingersuchsystem ein. In der Gegend gibt es drei Zohandlungen. Zwei davon haben einen eigenen Tierarzt, entweder im Gebäude oder direkt daneben. Herzville war mein letzter Versuch. Und rate mal, was in ihrem Bestand fehlte. D Turbo was auch immer, sagte sie, Amazonas Dschungel Gift. Er grinste. Und der Preis geht an dich. Nachdem ich ihnen mit einem Durchsuchungsbefehl gedroht habe, bekam ich eine Liste der Angestellten und bin gerade damit fertig geworden, die Adressen zu platzieren. Diese hier wohnen in einem Umkreis von einer Meile von der Stelle, an der er den Wagen nach dem Mord an Brooke Adler stehen lassen hat. Vierzehn Haushalte, fünf oder sechs sollte ich heute noch abklappern können. Murphy stand auf. Wir. Murphy, mir, das kannst du nicht allein machen. Was ist, wenn du ihn findest? Sie dachte an all die Toten, die sie in dieser Woche ins Leichenschauhaus gebracht hatten. Du hast recht. Wenn ich allein gehe, könnte es passieren, dass ich ihn umbringe. 18.55 Uhr Das Klopfen an der Tür durchbrach die Stille. Seine Mutter sah angstvoll auf. Das ist er nicht, Mutter. Er hat einen Schlüssel, den sie ihm gegeben hatte. Warum hatte er nicht verstanden, aber da war es ohnehin zu spät gewesen. Sie stand auf und glättete ihr Haar und öffnete die Tür. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Ma'am. Ich bin Detective Mitchell und das ist Detective Murphy. Wir suchen nach diesem Mann. Er spähte um die Ecke, aber er sah nur Beine, ein paar Schuhe, ein paar Stiefel, kleinere Stiefel. Aber er hörte die Stimmen, die Frau klang nett. Ist das der Mann, der auch im Fernsehen war? fragte seine Mutter ängstlich. Ja, Ma'am, sagte die Frau. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein, tut mir leid. Nun, falls Sie ihn sehen, könnten Sie wohl diese Nummer anrufen? Und machen Sie ihm nicht auf, er ist gefährlich. Mach ich, sagte sie und schloss die Tür. Mia lehnte an ihrem Wagen und betrachtete das saubere kleine Häuschen. Murphy gesellte sich zu ihr. Sie weiß etwas, sagte er. Ja, das denke ich auch. Und sie hat furchtbare Angst. Vielleicht weil sie ein Kind hat. Ich habe ihn gesehen. Sie stieß den Atem aus. Murphy, vielleicht ist er da jetzt gerade drin. Aber hast du gesehen, der Tisch war nur für zwei gedeckt. Falls er drin ist, versteckt er sich. Sie ist Angestellte der Zoohandlung, also hat sie theoretisch nicht Schutzpraxis und ein ängstliches Gesicht wird dem Richter nicht reichen, um uns einen Durchsuchungsbefehl für ihr Haus auszustellen. Komm, fragen wir bei den Nachbarn nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Falls ja, könnte das dem Richter reichen. Sie stemmte sich vom Wagen ab, als und fragte Murphy, als sie sich wieder trafen. Ich habe praktisch nichts. Bei mir war es nicht besser. Niemand hat ihn gesehen und sie hat anscheinend so gut wie keinen Kontakt zu den Leuten hier. Einer erinnerte sich, morgens früh ein Kind mit dem Fahrrad gesehen zu haben, wahrscheinlich auf dem Weg zur Schule. Mia klimperte mit dem Schlüssel in ihre Hosentasche. Okay, und jetzt? Jetzt gehst du nach Hause schlafen. Ich bleibe hier und beobachte das Haus. Ich rufe dich an, wenn etwas passiert. Er nahm sie beim Arm. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ihre Lippen zuckten. Klar, hier, wo du dir deinen Hintern abfrierst, du Depp. Danke, Murphy. Er war wirklich ein guter Freund. Aber heute Nacht brauchte sie etwas anderes als einen guten Freund. Heute Nacht wollte sie mehr. Verpflichtungen spottete eine Stimme in ihrem Kopf. 20 Uhr 15 Mia erkannte den Wagen am Straßenrand und wollte laut stöhnen. Ihr war nun wirklich nicht nach einer herzergreifenden Aussprache mit der kleinen Schwester. Olivia wartete auf sie vor Laurens Doppelhaushälfte mit einer Pizzaschachtel in der Hand. Du hast mich also ausfindig gemacht. Ich habe mich ein bisschen umgehört und die Adresse deines Partners bekommen. Hoffentlich war das okay. Natürlich, komm rein. Bei Lauren war alles dunkel und still, aber sie hörte den Fernseher von nebenan. Reed war da. Aber zuerst musste sie das hier erledigen. Reed hörte sie hereinkommen. Er hatte vor dem Fernseher gesessen, etwas gesehen, das ihn und nur auf das klappernde Tür nebenan gelauscht. Beth war in ihrem Zimmer und schmollte. Lauren lernte. Er war allein. Und wie er zugeben musste, einsam. Aber nun war Mia drüben, und selbst wenn er ihr nur zusah, wie sie die Reste des Hackbratens vertilgte, so wäre er immerhin nicht mehr einsam. Er nahm die Glasschüssel vom Herd und schlich aus der Hintertür. Die Schüssel wie einen Fußball unterm Arm griff er nach dem Türknauf, hielt jedoch plötzlich inne. Sie war nicht allein. Mia ging in die Küche voran und nahm Olivia die Pizza ab. Die ist ja eiskalt. Naja, ich habe schon eine Weile gewartet. Tut mir leid, dieser Fall. Ich weiß. Olivia öffnete ihre Jacke und wickelte sich den Schal vom Kopf. Sie sah ein wenig aus wie eine Schauspielerin aus alten Zeiten. Elegant und ein wenig unsicher und so jung und unverdorben. Neid und Zorn hinterließen ein Brennen in ihrem Magen und sie schämte sich sofort dafür. Olivia konnte schließlich nichts dafür, dass sie von Bobby Mitchell verschont geblieben war. Sie schob die Idee. Du bist auch Detective. Ich habe die Marke letztes Jahr bekommen, sagte sie. Du bist schon länger dabei. Mia setzte sich und stieß den anderen Stuhl mit dem Fuß an. Ich bin um einiges älter. Olivia setzte sich. Du bist noch keine fünfunddreißig. Ich fühle mich heute aber wie siebzig. Sie blickte auf Olivias Hand. Du bist nicht verheiratet? Noch nicht, sie lächelte. Ich möchte erst noch etwas weiter kommen. Warte nicht zu lange. Ein schwesterlicher Rat? Mia stieß den Atem aus. Kaum. Für so etwas scheine ich eher ungeeignet zu sein. Du sprichst von Kelsey. Etwas in Olivias Blick trieb Mia in die Defensive. Also weißt du auch von ihr? Ich weiß nur, dass sie im Gefängnis sitzt, bewaffneter Raubüberfall. In ihrer Stimme lag etwas Verurteilendes. Mia presste die Lippen zusammen. Sie trägt ihre Schuld ab. Okay, aber das war es nicht. Es war nicht okay. Du dagegen, fuhr Olivia fort, bist eine Polizistin mit Auszeichnungen und warst mit einem Hockeyspieler liiert. Mia blinzelte überrascht. Lässt du mich beobachten? Nein, ich wusste ich ja gar nichts von dir. Ich denke, du hast mich dein ganzes Leben lang gehasst. Richtig, aber nur als Person, die man sich nicht vorstellen kann. Ich wusste nicht, wie du aussiehst oder wer du bist, bis er starb. Was hat deine Mutter dir gesagt? Viele Jahre lang gar nichts. Über meinen Vater wurde nicht geredet und ich konnte immer davon träumen, dass er irgendwann zu mir kommen Mia hörte Schmerz aus diesem Satz heraus. Das heißt? Meine Mutter war erst 19, als ich auf die Welt kam. Sie lernte meinen Vater in einer Bar kennen, in der sie kellnerte. Sie glaubte, er sei ein guter Mann, ein Polizist, der es ernst meinte. Dann stellte sich heraus, dass sie schwanger war, und er sagte ihr, dass er verheiratet war. Sie hatte nichts davon gewusst. Er sagte damals, er würde seine Frau verlassen und sie heiraten. Aber das hat er nicht getan. Nein, als ich auf der Welt war, sagte er ihr, er könne seine Frau und seine Töchter nicht im Stich lassen. Es täte ihm leid. Es hat ihm leid getan, dass Oliver eine Olivia geworden ist, dachte Mia, nickte aber. Und dann seid du und deine Mutter nach Minnesota gezogen. Kurz danach, ja. Sie hat auch die Brücken zu ihren Eltern abgebrochen. Sie wollten, dass sie mich zur Adoption freigibt, aber sie dachte gar nicht daran. Daher dauerte es ziemlich lange, bis ich meine Großeltern kennenlernte, aber irgendwann glätteten sich die Bogen. Ab da verbrachte ich regelmäßig meine Sommerferien in Chicago und fragte mich bei jedem Polizist, der mir begegnete, ob Mama sagte es mir nicht und ansonsten schien es keiner zu wissen. Lebt deine Mutter noch? Olivias blaue Augen wurden traurig. Nein, sie ist im vergangenen Jahr gestorben und ich fand mich damit ab, nun niemals etwas über meinen Vater zu erfahren. Aber sie hatte es ihrer Schwester erzählt. Als meine Tante seine Todesanzeige in der Zeitung sah, rief sie mich an. Ich bin dann sah ich dich neben deiner Mutter in deiner Ausgehuniform. Deine Mutter gab dir die Flagge und dann hast du mich entdeckt. Offensichtlich hast du nichts von mir gewusst. Nein, es war ein ziemlicher Schock. Olivia sah auf ihre Hände. Das kann ich mir vorstellen. Deinen Namen habe ich zum ersten Mal in der Anzeige gelesen. Kerzi wurde nicht erwähnt. Darum habe ich gebeten. Ich wollte nicht, dass jemand sie mit mir in Verbindung bringt. Es ist nicht gesund, für sie eine Schwester zu haben, die Polizistin ist. Olivia, ich will nicht, dass du sie verurteilst. Nicht, bevor du sie kennengelernt hast. Nicht, bevor du alles weißt. Also gut, jedenfalls war ich auch ziemlich schockiert, als ich dich sah. Es gibt eine gewisse Familien Ähnlichkeit. Warum bist du nicht auf mich zugekommen und hast mich angesprochen? Ich war anfangs so aus der Bahn geworfen. Du warst diejenige, die einen Vater hatte, eine Familie. Mama und ich hatten nichts. Sie stand auf und sah nach der Pizza. Dein Vater war nicht der Mann, den du dir als Vater gewünscht hast. Ihr Blick flackerte. Niemand ist perfekt. Nein, sicher nicht. Bobby Mitchell hat zu viel getrunken und seine Kinder verprügelt. Ihre Augen verengten sich. Nein. Bobby hatte große Fäuste und setzte sie nur allzu gern ein. Bei mir etwas weniger als bei Kelsey. Gebrochene Knochen und Platzwunden und Lügen, während wir von einem Arzt zum anderen zogen, damit es bloß nicht auffiel. Olivia starrte sie nun entsetzt an. Und das ist die Wahrheit. Aber das ist entsetzlich, unglaublich, nicht wieder gut zu machen. Ja, er kann doch nicht so schlimm gewesen sein, lüge ich dich an? Sie schüttelte den Kopf. Nein, das meinte ich nicht. Kelsey war als Jugendliche schwierig, vielleicht... Mia sprang auf die Füße. Vielleicht hat sie es verdient oder was? Olivia hob das Kinn. Sie ist im Gefängnis Mia schuldig gesprochen und verurteilt. Du hast doch keine Ahnung. Ich weiß, dass sie eine Familie hatte, ein Haus, etwas zu essen, eine Schwester, die sie liebt, was weit mehr ist, als ich je hatte, und ich bin nicht so geworden. Stimmt. Und du hattest auch keinen Vater, der für seinen Schutz Sex verlangte. Sobald die Ich wollte auch nicht, dass du es weißt. Ich dachte, du würdest verstehen, was für ein Mensch er war, ohne dass ich das erzählen musste. Aber ich wollte auch nicht, dass du um einen Mann trauerst, der die Trauer nicht wert ist, oder dich minderwertig fühlst, weil er dich vielleicht nicht wollte. Ich muss gehen. Sie wich weiter zurück, packte Mantel und Schal. Ich muss gehen. Mia sah zu, wie sie durch die Haustür stürmte, zuckte zusammen, als die Tür laut ins Schloss krachte. Dann zog sie die Pizza aus dem Ofen und hätte sie am liebsten durch die Küche geschleudert. Aber es war nicht ihr Haus. Es war Lauren's Haus, mit den hübschen, gerahmten Stickereien von Teekannen und Blumen und den initialen CS in einer Ecke, gefertigt von Reeds Frau, der keine andere je das Wasser reichen konnte. Und ich schon gar nicht. Zitternd stellte sie das Blech auf dem Herd ab und drehte das Wasser auf, dann den Müllhäcksler. Und im Schutz des Lärms erlaubte sie sich zu weinen. Reed stand vor dem Fenster und lauschte dem Hämmern seines Herzens. Lieber Gott! Sein Leben vor den Solidays war finster und trostlos gewesen. Er hatte immer Hunger, immer Angst gehabt, seine Mutter hatte ihn geschlagen. Aber das hier! Er sah durchs Fenster, wie ihre Schultern zitterten, während sie weinte, und auch seine Augen brannten. Das war so typisch für sie, zu weinen, wenn niemand sie hörte, wenn niemand helfen konnte. Er öffnete die Tür, platzierte die Schüssel auf dem Herd, stellte Häcksler und Wasser ab und drehte sie zu sich um. Sie erstarrte, wollte sich gegen ihn wehren, aber er hielt sie fest, bis sich ihre Finger in sein Hemd krallten und sie sich an ihn klammerte. Sanft führte er sie durch die Küche, setzte sich und zog sie auf einen Schoß, wo sie ihm die Arme um den Hals schlang und so furchtbar weinte, dass er glaubte, ihm selbst würde das Herz brechen. Er hielt sie, wiegte sie leicht und küßte ihr Haar, bis die Tränen langsam versiegten. Sie schwieg eine lange Zeit. Du hast schon wieder gelauscht. Ich wollte dir etwas zu essen bringen. Ich kann nichts dafür, dass die Wände dünn sind. Ich müsste eigentlich stinksauer auf dich sein. Aber ich fürchte, ich habe nicht mehr genug stinksauer übrig. Er fuhr ihr mit der Hand über den Rücken. Ich würde ihn umbringen, wenn er nicht schon tot wäre. Es ist nicht so, wie du denkst. Mich hat er nie angerührt. Nur Kelsey? Ja. Sie stand auf, ging zur Hintertür und sah aus dem Fenster. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich begriff, dass Bobby sich nicht ändern würde. Ich war fünfzehn und er war betrunken. Kelsey hatte etwas angestellt und er hatte sie bereits mit dem Gürtel verprügelt. Ich flehte ihn an, ihr nichts mehr zu tun und er sagte, dann müsste ich ihm etwas versprechen. Er legte den Arm um mich und ... Irgendwie wusste ich es plötzlich. Und dann meinte er, wenn ich es täte, würde er Kelsey in Ruhe lassen. Reed schluckte. Aber du hast es nicht getan. Nein? Stattdessen fing ich an, wie verrückt zu lernen, um ein Stipendium zu kriegen. Ich klaute ihm eine Pistole und legte sie mir unters Kopfkissen. Ich redete mit Kelsey und versuchte, sie zu überzeugen, nicht mehr mit ihm zu streiten, aufzupassen und sich von ihm fernzuhalten. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Damals konnte sie mich nicht ausstehen. Das dachte ich wenigstens. Ihre Lippen verzogen sich zu einem bitteren Lächeln. Weißt du, ich habe immer gedacht, ich hätte der meisten Prügel entkommen können, weil ich irgendwie schneller als Kelsey war. Irgendwie besser. Klüger. Ich reizte ihn nicht, stellte mich ihm nicht entgegen. Er ließ mich in Ruhe. Erst viele Jahre später erfuhr ich von Kelsey, dass er ihr denselben Vorschlag gemacht hatte. Sie zog die Brauen hoch und sagte nichts mehr. Oh mein Gott, brachte er mühsam hervor, unfähig, es sich auszumalen. Die ganze Zeit über habe ich ihr gesagt, sie müsse nur brav sein und sich zurückhalten, solle ihn nicht provozieren. Die ganze Zeit. Ihre Stimme brach. Sie hat es getan, für mich, um mich zu beschützen, bis ich endlich aufs College gehen konnte. Hör mal, es war sehr lieb von dir, mir deine Schulter zum Ausweinen zu leihen. Aber ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich habe mich seit Tagen nicht mehr bewegt, deshalb werde ich jetzt ein paar Runden um den Block laufen. Sie hatte ihm erneut die Tür vor der Nase zugeschlagen. Was ist mit deinem Abendessen? Ich mache es mir später warm. Sie küsste mich, wenn ich zurück bin. Reed blieb sitzen, während sie hinauf lief, um sich umzuziehen. Als sie zurückkehrte, verließ sie das Haus, ohne noch ein Wort zu sagen, und ihm blieb nichts anderes übrig, als auf die Küchenwände zu starren. 21.15 Uhr. Mia rannte um den Block und lief ein zweites Mal auf Solidays Haus zu. Wenn sie sich morgen auf Wohnungssuche begeben würde, dann in einem hübschen, gewachsenen Viertel wie diesem. Mindestens drei Spaziergänger mit Hund hatten ihr freundlich zugewunken, als sie vorbeigelaufen war. In ihrem Viertel sah niemand dem anderen in die Augen, und in manchen Gegenden wussten die Leute, wie sie heute erfahren hatte, nicht einmal, wer direkt neben ihnen oder gegenüber wohnte. Wodurch ihr einfiel, dass sie vergessen hatte, Solidays zu sagen, dass seine Idee mit den Zoohandlungen wahrscheinlich etwas erbracht hatte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche, um sich bei Murphy nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, als sie etwas Seltsames entdeckte. Eines der Fenster oben in Solidays Haus öffnete sich. Ein dunkler Kopf erschien, sah sich nach allen Seiten um, dann folgte der Körper, und die Gestalt rutschte an dem Baum vor dem Fenster herunter wie an einer Feuerwehrstange. Wie es schien, ging Beth Soliday doch auf ihre Party. 21.55 Uhr Mia war Beth mit der Hochbahn bis in die Innenstadt zu einem Club namens Rendezvous gefolgt. Sie hatte keine Ahnung, was das für ein Laden war. Keine Bar jedenfalls, denn niemand verlangte im Eingang die Ausweise zu sehen. Es gab eine Bühne und etwa 50 kleine Tische, an denen verschiedene Grüppchen saßen und standen. Beth verschwand in der Menge, und als Mia folgen wollte, hielt sie jemand am Arm fest. Zehn Dollar bitte! Sein Namensschildchen wies ihn als Sicherheitsmann aus. Sie wühlte in ihrer Tasche und zog ihren Notfall-20er hervor. Was passiert hier? Er wechselte das Geld und gab ihr ein Programm. Heute findet der Wettbewerb statt. Und wer misst sich? Er lächelte. Wer immer Lust dazu hat, soll ich nachfragen, ob man sich noch anmelden kann? Nein, vielen Dank. Ich suche jemanden. Beth Soliday. Er sah auf sein Clipboard. Wir haben eine Liz Soliday. Beeilen Sie sich lieber, sie müsste jetzt dran sein. Sie fühlte sich wie Alice im Wunderland, als sie sich einen Platz suchte, während die Lichter ausgingen und die Bühne erleuchtet wurde. Und dann trat Beth Soliday in einem Leder-Mini-Rock auf die Bühne. Das Publikum klatschte höflich. Mein Name ist Liz Soliday, und der Titel meines Gedichts lautet Kasper. Gedicht? Mia hielt ihr Programm ins rote Licht des Exit-Schilds und blinzelte. Was immer ein Poetry-Slam war. Beth Soliday war bis ins Halbfinale gekommen. Und sobald das Mädchen den Mund öffnete, wusste Mia auch warum. Beth hatte echte Bühnenpräsenz. Hab ich schon erwähnt, dass ich mit einem Geist lebe? Wir nennen sie Kasper. Sie folgt mir. Sieht mich an. Ihre Augen. Meine Augen. Ihre Augen. Kasper war Christine. Es schnürt mir die Kehle zu. Doch Beths Stimme war kräftig, wie Musik. Und als sie nun fortfuhr, berührte sie mir dort, wo es am meisten schmerzte. Ich bin nur ein Doppelgänger. Erinnere die Welt an die bessere Version, die sie einst war. Husche durch das Leben meines Vaters fast unsichtbar. Ihre dunkleren Augen. Meine Augen. Meine Augen. Die immer mehr verblassen. Mein Dasein, das immer weiter verblasst. Bis ich mich frage, wer der Geist ist. Der Scheinwerfer verlosch. Und Mia stieß den Atem aus. Wow. Reeds Tochter hatte Talent. Ein wunderschönes, seltenes Talent. Und Reeds Tochter würde Ärger bekommen. Großen Ärger. Sie kam auf die Füße und machte sich auf die Suche nach Liz, die einiges zu erklären hatte. Indianapolis. Freitag, 1. Dezember, 23 Uhr. Da war es. Tyler Youngs Stadthaus. Er saß im Wagen und beobachtete die Gegend. Er hatte zu lange damit gewartet, seine Geister auszutreiben, und nun waren sie alle tot. Laura Doherty und Bill Young und seine Frau Bitsy ebenfalls. Seine Gattin sei ihm geradewegs gefolgt, hatte man ihm im Pflegeheim in Champaign mitgeteilt. Und natürlich hatte man traurig und verständnisvoll hinzugefügt, wären ihre Unterlagen vertraulich, sodass man ihm leider, leider nicht mit der Adresse der nahen Angehörigen weiterhelfen durfte. Und in diesem Moment hätte er beinahe die Kontrolle über sich verloren. Jetzt gab es also nur noch zwei. Tyler und Tim. Chicago, 23.05 Uhr. Mia schloss die Tür zu Laurens Haus. Es war dunkel und still. Reed? Keine Antwort. Sie wanderte durch das Haus und hoffte beinahe, sie würde ihn irgendwo schlafend auf der Couch oder besser noch in ihrem Bett finden. Aber er war nicht da. Sie hielt Laurens Schlüssel ins Licht. Es waren zwei, einer für drüben. Sie konnte hinübergehen. Beth war in ihrem Zimmer. Sie war wieder über den Baum zurück ins Fenster geklettert, obwohl Mia dagegen gewesen war. Ihr fiel ein, wie sie heulend auf seinem Schoß gesessen und ihm Dinge erzählt hatte, die sie ihm nicht hätte erzählen sollen. Aber es war leicht, ihm etwas anzuvertrauen, und sie hatte gewollt, dass er es wusste. Zum ersten Mal in ihrem Leben wollte sie sich die Fehler der Vergangenheit von der Seele reden. Vielleicht war es ja ein Test gewesen, um zu sehen, ob er sie zurückweisen würde. Das hatte er nicht getan. Sie schlüpfte leise in Reeds Haus. Hier war es auch still. Mit pochendem Herzen schlich sie die Treppe hinauf. Wenn das Haus spiegelbildlich wie Laurens angeordnet war, ging die letzte Tür rechts zum Schlafzimmer. Und da war er, lag ausgestreckt auf der Tagesdecke und schlief bei eingeschalteter Nachttischlampe, vollkommen angekleidet, inklusive polierter Schuhe. Auch er hatte einen langen Tag gehabt. Sie würde es ihm etwas bequemer machen, dann wieder hinübergehen. Und morgen würde sie sich eine Wohnung in der Nähe suchen. Denn wenn etwas hundertprozentig feststand, dann die Tatsache, dass sie nie und nimmer in diesem Zimmer mit ihm schlafen würde. Alles hier war Christine, bis zu der spitzen gesäumten Tagesdecke. Sie zog die brauen zusammen, als sie das gerahmte Foto auf dem Nachttisch sah. Er hatte sie geliebt, liebte sie immer noch. Hat nie jemanden gefunden, der ihr gleichkommt, rief sie sich in Erinnerung. Beth empfand dasselbe. Und als Mia zu ihm trat, um ihm den Gürtel zu lockern, sah sie das Buch. Behutsam nahm sie es ihm aus den Fingern und betrachtete neugierig den Einband, aber es gab keinen Titel. Es war ein Notizbuch, und jede Seite darin war mit der Hand beschrieben. Er schlief noch immer fest. Sie sollte das Buch wieder hinlegen. Aber schließlich belauschte er ihre Gespräche, da musste es gestattet sein. Sie blätterte zur ersten Seite. Meine Gedichte von Christine Soliday stand da. Aber die nächste Seite schnürte ihr die Kehle zu. Für meinen geliebten Reed, ich habe dir mein Herz versprochen. Hier hast du es. Gedichte. Jede Seite Gedichte. Daher hatte Beth also ihr Talent. Und wie sehr das Mädchen sich geirrt hatte, ihr Vater würde sie nur allzu gut verstehen. Die Seiten waren abgegriffen, manche hatten Eselsohren. Dieses Buch wurde oft gelesen und sehr geliebt. Es war Christines Herz. Und Reed's genauso. Mit bebenden Händen legte sie das Buch auf den Nachttisch zurück und begann sein Hemd aufzuknöpfen. Eine dünne, goldene Kette erschien. Er hatte sie nicht getragen, als sie miteinander geschlafen hatten, aber sie erinnerte sich jetzt, sie an ihrer Wange gespürt zu haben, als sie sich vorhin an seine Brust geschmiegt hatte. Am Ende der Kette hing ein Ring, ein schlichter Goldring. Er trägt noch immer seinen Ehering. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen, aber ihre dumme Hand hob die Kette selbstquälerisch hoch. Der Ring baumelte und funkelte im Licht der Lampe. Mit einem Ruck war Reed wach. Eine Hand schloss sich um den Ring, die andere so fest um ihr Handgelenk, dass sie zusammenzuckte. Du tust mir weh, flüsterte sie. Augenblicklich ließ er ihre Hand los, nicht aber den Ring. Sein Gesicht war hart und zornig. Was machst du hier? Mia wich einen Schritt zurück. Anscheinend einen großen Fehler. Gute Nacht, Reed. Indianapolis, Samstag, 2. Dezember, 2.15 Uhr. Man sollte meinen, dass ein Makler das eigene Haus besser sichert, dachte er, als er die Tür zu Tyler Youngs Veranda öffnete. Schlecht für ihn. Gut für mich. Mit seiner schweren Last über der Schulter schlich er die Treppe hinauf und lauschte, hörte aber nichts als das Hämmern seines eigenen Herzens. Endlich. Endlich würde er demjenigen gegenüberstehen, der Shane getötet hatte, und nun war er erwachsen und kein hilfloses Kind mehr wie damals. Zwei Personen schliefen im Bett, eine weiblich. Ein Deckenventilator lief, und dessen Geräusch und Tylers Schnarchen übertönten seine Schritte, als er an die Seite der Frau trat. Er stach einmal mit dem Messer zu. Sie gab ein leises Gurgeln von sich und verstarb. Tyler schnarchte noch immer lautstark, und aus der Nähe roch er den Schnaps in seinem Atem. Gut, Betrunkene waren so leicht zu überwältigen. Von diesem Szenario hatte er als Kind in der Vorhölle des Jungschen Hauses geträumt. Jede Nacht hatte er sich vorgestellt, wie er sich an Tyler rächen würde. Er schluckte, als die Erinnerung ihm sogar jetzt noch, nach zehn Jahren, im Magen brannte. Die Rachefantasien hatten damals dafür gesorgt, dass er nicht verrückt wurde. Und nun konnte er sie endlich umsetzen, konnte tun, was Tyler damals getan hatte. Alles und in jeder Einzelheit. Lautlos befestigte er die Kette, die er mitgebracht hatte, am Kopf des Bettes, unten am Boden. Am Ende der Kette befand sich eine Handschelle, und mit einem Klick legte er sie um Tylers fleischiges Handgelenk und hielt den Atem an. Aber Tyler schnarchte weiter. Der Lunden, den er Tyler als Knebel in den Mund stopfte, war mit Urin getränkt, noch ein kleiner Trick, den er von seinem Gefangenen gelernt hatte. Mit äußerster Vorsicht holte er das letzte der Messer, die er mit Curare-Paste präpariert hatte, hervor. So schlicht und so ungewöhnlich. Die Pistole in der linken öffnete er mit der rechten Tylers Vene. Endlich schlug Tyler die Augen auf, aber der Lauf der Waffe zielte bereits zwischen seine Augen. Langsam schlich sich das Entsetzen in Tylers Blick, als er nacheinander die Waffe, die Kette und seinen blutenden Arm wahrnahm. Aber es lag kein Erkennen in diesem Blick, was ihn mehr als nur ein bisschen ärgerte. »Ich bin's, Andrew.« Ah, jetzt erinnerte Tyler sich, und er lachte leise. »In ungefähr zwei Minuten kannst du dich nicht mehr bewegen, aber du wirst noch alles spüren, was ich mit dir mache.« Er beugte sich zu ihm herab. »Und diesmal darfst du bis zehn zählen, Tyler. Diesmal fährst du zur Hölle. Aber zuerst wirst du mir ein paar Fragen beantworten. Ich nehme den Knebel jetzt raus. Wenn du schreist, bist du sofort tot. Begriffen?« Tyler nickte. Auf seiner Stirn sammelten sich Schweißperlen. Angewidert zog er den Lumpen heraus. »Wo ist Tim?« Tyler leckte sich nervös die Lippen. »Lässt du mich gehen, wenn ich es dir sage?« Er hatte noch nicht einmal nach seiner Frau gefragt. »Ja?« »In New Mexico. Santa Fe. Lässt du mich jetzt gehen?« Bevor Tyler reagieren konnte, stopfte er ihm wieder den Lumpen in den Mund. »Du bist dumm geboren und geblieben. Aber ich bin dir gern behilflich. Eins, zwei, drei.« Während er zählte, erstarrte Tylers Körper und erschlaffte dann. Zehn. »Showtime.« Er wusste, dass er nicht viel Zeit hatte. Unter normalen Umständen würde Tyler in weniger als zehn Minuten das Bewusstsein verlieren. Aber nach der langen, langen Zeit, die er auf seine Rache hatte warten müssen, wollte er mehr als diese zehn Minuten. Und er wollte, dass Tyler Young bei vollem Bewusstsein war. Tyler Young sollte alles spüren. Tyler Young sollte bezahlen. Also hatte er vorgesorgt. Er legte seine Pistole auf den Nachttisch und packte seine Ausrüstung aus. Wie gewöhnlich hatte er sein scharfes Messer, die schwere Rohrzange und die restlichen Eier dabei. Aber er hatte auch noch ein paar zusätzliche Gegenstände mitgebracht. Er holte einen Sauerstofftank und eine Maske aus dem Rucksack. Damit würde er die Zeit, die Tyler bei Bewusstsein blieb, locker verdreifachen können. Vielleicht würde er vor Schmerz ohnmächtig werden. Der Gedanke entlockte ihm ein Lächeln. »Also, Tyler«, sagte er im lockeren Plauderton, während er ihm die Sauerstoffmaske auf das erstarrte Gesicht presste. »Wie ist es dir so ergangen? In letzter Zeit mal wieder ein paar kleine Jungen missbraucht?« Tyler und seine Frau hatten keine Kinder, zumindest keine, die bei ihnen wohnten. Er hatte alle Schlafzimmer überprüft. Niemand sonst war hier, nicht einmal ein Haustier. Also konnte er sich gänzlich auf seine Arbeit konzentrieren. »Du kannst nicht reden?« »Wie schade.« »Dann wirst du mir wohl zuhören müssen.« »Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde jeden Schritt ansagen, damit dir auch nichts entgeht.« »Zuerst brech ich dir die Beine.« Und er tat es und genoss dabei, wie Tyler vor Schmerz zu schielen begann. Dann warf er die Rohrzange von einer Hand in die andere. »Normalerweise bin ich an diesem Punkt mit dem Werkzeug fertig«, sagte er noch immer im Plauderton. »Aber für dich setze ich es auch noch anders ein. Weißt du, ich stehe nicht auf Männer, nur auf Frauen. Aber ich möchte keinesfalls deswegen darauf verzichten, dir dasselbe Vergnügen zu bereiten wie du mir damals.« Er konnte sehen, dass Tyler begriff. »Wunderbar.« »Oh, und das Messer?« »Gewöhnlich schneide ich damit nur Kehlen auf, aber bei dir werde ich noch eine Ausnahme machen.« Er grinste auf sein Opfer herab, das nur noch lebte, weil er es so wollte. Tyler würde erst dann sterben, wenn er es bestimmte. Du hast uns damals schwanzlose Muschis genannt. Und jetzt kannst du herausfinden, was das wirklich bedeutet. Dann wollen wir mal anfangen, Tyler, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Chicago, 2. Dezember, 6.35 Uhr. Murphy sah Mia entgegen, die sich seinem Wagen näherte. Er fühlte sich wach, freute sich aber auf den Kaffee, den sie ihm mitgebracht hatte. Er stieg aus, streckte sich und nahm ihr den Becher ab, den sie ihm hinhielt. »Danke.« »Und?« »War etwas?« White ist nicht zurückgekommen, aber der Junge hat mich die ganze Nacht beobachtet. Immer wieder. »Wie jetzt?« Wieder sah man, wie sich die Lamellen der Jalousie unter den kleinen Fingern verbogen. »Ich würde sagen, wir versuchen es mit dem Durchsuchungsbefehl. Wir haben schon für wenige einen bekommen. Ich rufe einen Streifenwagen, der hier aufpasst, wenn wir beim Meeting sind. Wir müssen uns mit den anderen austauschen. Den anderen, zu denen auch Reed gehörte. Sie würde ihre Arbeit tun.« »Spuck's schon aus, Kleine«, befahl Murphy freundlich. »Was hat unser hübscher Fire Marshal dir getan?« Sie lächelte und war überrascht, dass es ihr gelang. »Nichts?« »Er hat mir nichts versprochen, Murphy. Also auch kein Versprechen brechen können. Und ich habe zwei Nächte richtig, richtig guten Sex gehabt.« Murphy verzog das Gesicht. »Musst du mir das so direkt sagen?« Dann neigte er den Kopf. »Wenn ich ihm die hübsche Visage polieren soll, sag's mir einfach.« »Mein Held.« Schlagartig wurde sie ernst. »Schau mal, wen wir da haben.« Die Eingangstür öffnete sich und der Junge kam heraus, für die Kirche fein gemacht, mit einem dunklen Anzug und einer Krawatte. Er blieb auf der Veranda stehen, dann holte er sichtlich Luft, setzte sich in Bewegung und hielt nicht an, bis er Murphy und Mia erreicht hatte. Der Junge war sieben, höchstens acht. Das rotblonde Haar war feucht und sorgfältig gekämmt. Sein Kindergesicht war übersät mit Sommersprossen. Sie hatte immer schon eine Schwäche für Sommersprossen gehabt. Ernst streckte sie ihm die Hand entgegen. »Detective Mitchell, guten Morgen. Das ist Detective Murphy.« Er schüttelte ihr die Hand. »Ich bin Jeremy.« »Jeremy Lukowitsch?« fragte Murphy und der Junge nickte. »Wo ist deine Mom, Jeremy?« fragte Mia. »Schläft noch.« »Ich denke, wir sollten aufs Revier gehen,« sagte er ernst. »Ja, ich denke, das sollten wir tun,« sagte Mia und ging dann vor ihm in die Hocke. »Jeremy, hast du diesen Mann von dem Bild gesehen?« »Ja.« »Wann?« Er schluckte wieder. »Oft. Manchmal wohnt er bei uns.« »Oh, Bingo, danke, danke.« »Weißt du noch, wann du ihn zum letzten Mal gesehen hast, mein Schatz?« fragte sie. »Am Donnerstag, morgens, bevor ich zur Schule gegangen bin.« »Er ist da erst nach Hause gekommen.« »Kannst du dich noch an die Zeit erinnern?« »Viertel vor sechs. Ich habe auf meinen Wecker geguckt.« Jeremy hob das Kinn. »Sie sollten einen Durchsuchungsbefehl für unseren Garten holen.« »Mias Herz hämmerte wild, aber sie zwang sich, ruhig zu sprechen.« »Und was können wir da finden?« »Er hat da was vergraben.« Jeremy zählte an den Fingern ab. »Donnerstag und Dienstag. Sonntag und den Freitag davor.« Mia blinzelte. »Freitag?« Jeremy nickte nüchtern. »Ja, Ma'am. Ich werde aussagen, wenn Sie mich und meine Mutter ins Zeugenschutzprogramm nehmen. Vielleicht können wir den Namen ändern und nach Iowa gehen.« Mia sah zu Murphy auf, der ohne Erfolg versuchte, sein Grinsen zu unterdrücken. Dann wandte sie sich wieder Jeremy zu. »Du siehst ziemlich viel fern, oder, Jeremy?« »Ja, aber ich lese auch viel«, sagte er. Dann begann sein Kind zu zittern und machte seinen Versuch, cool zu sein, zunichte. »Sie müssen meine Mom schützen. Er tut ihr weh. Sie hat Angst.« Tränen traten in seine Augen. »Und sie weint die ganze Zeit. Bitte, bitte passen Sie auf, dass er meiner Mom nichts mehr tun kann.« Er stand vor ihnen, so einsam und so tapfer, während die Tränen über sein sommersprossiges Gesicht liefen, dass Mia sich fest auf die Wange beißen musste, um nicht mit ihm zu weinen. »Wir beschützen deine Mom, Jeremy. Mach dir keine Sorgen.« Murphy hatte bereits sein Funkgerät in der Hand und forderte Verstärkung an. »Hast du Hunger?« Er nickte, schniefend. »Wir haben gestern nicht mehr zu Abend gegessen.« »Ich habe im Auto einen Burrito. Den können wir uns teilen, solange wir auf die Spurensicherung warten.« Jeremy nickte, wissend. »Sie sollen auch Metalldetektoren und Bodenradar mitbringen.« Mias Lippen zuckten. »Ich gebe's weiter.« Acht Uhr zehn. Mia stellte sich vor den Jungen, damit er nicht sah, wie die Gerichtsmedizin die Bahre mit seiner Mutter im Leichensack abtransportierte. Aber der Junge sah ohnehin nicht in diese Richtung. Er blickte stur geradeaus. Mia ging neben ihm in die Hocke. »Jeremy, Schätzchen, ich muss jetzt in euer Haus gehen.« »Was wird jetzt aus mir?« fragte er so leise, dass sie sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen. »Meine Mom ist tot. Mein Dad ist weg. Wer kümmert sich jetzt um mich?« »Ich«, wollte Mia sagen, tat es aber nicht. Dies war ein Kind, keine Katze. »Ich habe jemanden angerufen. Du wirst vorübergehend in eine Familie kommen, bis wir wissen, wo du am besten aufgehoben bist.« Er sah zu Mia auf. »Können Sie mich dann bitte besuchen kommen?« Ihr Herz zog sich heftig zusammen. »Und ob ich das tue?« »Aber jetzt müssen wir an die Arbeit, Jeremy. Du bleibst bitte hier und gehst nicht weg. Und wenn, dann nur in Begleitung von mir oder einem dieser Männer.« Elf Uhr fünfundvierzig. Mia wiegte sich auf den Fersen vor und zurück, die Hände in die Hüften gestemmt. Der Tisch war mit Gegenständen bedeckt, die sie aus dem Lukovic-Garten ausgegraben hatten. Und sie hatten tatsächlich sowohl Röntgenscanner als auch Metalldetektor benötigt. Jeremy konnte stolz auf sich sein. Spinelli betrachtete einen Gegenstand nach dem anderen. »Caitlins Tasche, eine Kette von Penny Hill, vierzehn verschiedene Schlüsselbunde, Schuhe, noch mehr Halsketten. Meine Güte.« »Die Schlüssel hier gehören Dr. Thompson«, sagte Reed. »Das sind Brooks. Wir nehmen an, dass er sie ja abgenommen hat, als sie ein Bier zu viel getrunken hatte.« »Das hier gehörte Niki Marco, die Vertreterin. Die anderen Sachen können wir bisher nicht zuordnen.« »Zumindest können wir ihm nun eine Verbindung an den Morden der Burnett's und Penny Hill nachweisen,« sagte Spinelli zufrieden. »Ich will immer noch eindeutige Beweise. Aber das ist schon weitaus besser als alles, was wir vorher hatten.« »Atlantic City schickt jemanden, der sich die Sachen ansehen will,« sagte Aiden. »Die vergewaltigten Frauen haben ausgesagt, er habe ihre Schlüssel genommen, um ihnen klarzumachen, dass er jederzeit wiederkommen könnte.« »Dreckschwein«, murmelte Reed. »Ich denke, diese Empfindung teilen wir alle,« sagte Spinelli. Sam hat angerufen. Er konnte in Yvonne Lukowitschs Urin Valium und Zyanid nachweisen, aber nicht das Ambien, für das sie ein Rezept hatte. »Wir haben eine Quittung von einem Fotolabor gefunden. Daher hat er das Zyanid«, sagte Jack. »Man braucht es zur Filmentwicklung. Sam meint, sie hat wenigstens nichts gespürt.« Mia seufzte. »Ich nehme an, dass es Jeremy, wenn er älter ist, wichtig sein wird, dass seine Mutter nicht Selbstmord begangen hat. Aber im Moment ist es ihm wohl kein Trost. Er hat erzählt, dass sie White kennengelernt hat, als sie im vergangenen Juni im Park einen Kurs in Hundeerziehung geleitet hat. Seine Mutter muss wohl ziemlich begeistert gewesen sein. Er hat ihr Rosen und Wein geschenkt. Und nach nur drei Wochen ist er eingezogen. Ziemlich schnell, bemerkte Jack. Sie war einsam, gab Mia zurück. Sie hat eine Narbe vom Schlüsselbein bis zur Brust von einem Messer verursacht. Jeremy hat gesagt, White hätte das in der ersten Nacht, die er bei ihr gewohnt hat, getan. Er habe ihr gedroht, dass er ihr und Jeremy noch viel Schlimmeres antun würde, wenn sie ein Wort sagte. Die beiden lebten seit einem halben Jahr in Angst und Schrecken. »Und wir kennen noch immer nicht seinen Namen«, sagte Murphy verbittert. Spinelli sah auf. »Vielleicht habe ich etwas für sie.« Heute Morgen kam ein Anruf vom Abschleppdienst rein. Die haben einen Wagen gefunden, der am Donnerstag gestohlen gemeldet worden ist. Er stand in der Gegend, in der Murphy sich umgesehen hat. Unter dem Sitz lag ein Buch. Algebra 1. Es sollte gleich hier eintreffen. »Haben wir irgendetwas von den zwei Jungen aus dem Hope Center erfahren?« »Miles hat mit ihnen gesprochen«, sagte Mia. »Als Thad gehört hat, dass Jeff tot ist, hat er zugegeben, dass dieser ihn belästigt hat. Genauer gesagt waren es Jeff und Regis, während Manny an der Tür aufgepasst hat. Sie haben ihm gedroht, ihn wie ein Schwein abzuschlachten, wenn er etwas sagte. Regis Hunt wird in ein Untersuchungsgefängnis verlegt, Thad kommt in eine andere Jugendstrafanstalt. Aber Bixby wird noch immer vermisst. Er ist jedenfalls nicht zu Hause, weder tot noch lebendig«, sagte Spinelli. »Wir lassen nach seinem Wagen fahnden.« »Und es sieht nicht so aus, als wären seine Schlüssel hier bei den Andenken unseres Mörders«, fügte Reed hinzu. »Also könnte er am Leben sein und sich verstecken. Oder er ist tot und irgendwo verscharrt.« »Noch etwas?« »Nur etwas, das Jeremy gesagt hat«, überlegte Mia laut. »Weißt du noch, Murphy? Er hat uns erzählt, dass White am Freitag schon etwas im Garten vergraben hat. Am Tag nach Thanksgiving. Wenn er da auch jemanden ermordet hat, wissen wir bisher nichts davon.« Es klopfte an der Tür und ein Officer steckte den Kopf herein. »Lieutenant Spinelli, ich soll hier ein Beweisstück aus einem abgeschleppten Auto abliefern.« »Danke. Hoffentlich bringt es uns weiter.« Mia zog Handschuhe an und holte das Buch aus der Plastiktüte. »Ein Mathebuch. Und darin?« Sie sah auf. »Ausgeschnittene Zeitungsartikel. Hill und Burnett.« Sie verzog das Gesicht. »Und ich. Hier ist einer über die Sache mit meiner Adresse. Vielen Dank auch, Carmichael.« »Und hier?« »Aber hallo«, sie grinste. »Ein Ausschnitt aus der Gazette aus Springdale, Indiana. Zwei Tote bei Brand in der Thanksgiving-Nacht. Datiert einen Tag nach Thanksgiving.« »Und danach hat White zum ersten Mal etwas im Garten vergraben, wie Jeremy erzählt hat«, murmelte Murphy. »Wen hat er umgebracht?« Mia überflog den Artikel und ihr Herzschlag beschleunigte sich. Eines der Opfer hieß Mary Cates. Cates ist einer der Namen auf der Liste des Sozialamts. Hastig ging sie ihre Unterlagen durch. »Es kommt noch besser. Hier stehen noch zwei Namen. Andrew und Shane Cates. Brüder. Andrew könnte im richtigen Alter sein.« »Wunderbar.« Spinelli begann auf und abzugehen. Wir können also annehmen, dass wir endlich seinen Namen haben. Aber jetzt müssen wir herausfinden, wo er ist oder wo er das nächste Mal zuschlagen wird. »18.45 Uhr.« »Ich warte«, sagte Spinelli am Kopf des Tisches. Sie hatten sich erneut versammelt. Reed und Mia, Murphy und Aiden und auch »Mals Westfalen.« »Was haben wir?« Der Tisch war wieder übersät, diesmal jedoch mit Papieren. Nach über sieben Stunden Telefonaten, Faxen und E-Mails hatten sie ein großes Stück von Andrew Cates Vergangenheit rekonstruieren können. Reed war voller Energie. Sie kamen ihm immer näher. »Wir wissen jetzt, wo Andrew Cates gewesen ist,« begann er. »Wohin er vermutlich will und am wichtigsten, warum zehn seine magische Zahl ist.« Mia schob ihre Notizen zusammen. Andrew und Shane Cates sind von Gloria Cates geboren worden. Aiden hat Andrew im Jugendstrafsystem von Michigan gefunden und von den Behörden Kopien der Geburtsurkunden bekommen. Andrew ist vier Jahre älter und war wegen Autodiebstahls in Jugendhaft. Damals war er gerade zwölf. Niemand kann sich dort an ihn erinnern, aber es ist ja auch schon zehn Jahre her. »Zählt er deswegen bis zehn?« fragte Westfalen, aber Mia schüttelte den Kopf. »Haben Sie etwas Geduld, Mals? Wir haben hierfür sieben Stunden gebraucht. Zehn Minuten müssen Sie noch zuhören.« »Verzeihung,« brummelte Westfalen derart zurechtgewiesen, und Reed musste ein Lächeln unterdrücken. »Jedenfalls habe ich mit der Leiterin der dortigen Jugendstrafanstalt gesprochen,« fuhr Mia fort. »Sie hat in seiner Akte nachgesehen. Er war ein absolut beispielhafter Insasse. Hat damals behauptet, seine Mutter habe ihn gezwungen, den Wagen zu stehlen, damit sie ihn gegen Drogen eintauschen konnte. Gloria Cates hat ein ellenlanges Vorstrafenregister wegen Drogenbesitzes, also könnte das durchaus der Wahrheit entsprechen.« »Ja«, nahm Reed den Faden auf. Als Andrew auf frischer Tat ertappt wurde, verschwand Gloria aus der Stadt und überließ es ihm, die Sache auszubaden. »Was seine Feindseligkeit Frauen gegenüber erklären könnte,« sagte Westfalen. »Warum ist er ihr nicht gefolgt?« »Weil sie tot ist,« antwortete Reed. »Überdosis Heroin, nur wenige Monate später.« Als Gloria verschwand, kam Andrew in eine Anstalt, während das Sozialamt in Detroit Shane bei seiner Tante mütterlicherseits, Mary Cates, in Springdale unterbrachte. »Das Feuer vom vorherigen Freitag,« murmelte Spinelli. »Ja«, sagte Reed, »ich habe bereits mit dem Sheriff und dem Chef der Feuerwehr gesprochen.« Die Feuerwehr hat Gasflaschen im Garten gefunden, aber keine Eier oder Hinweise auf einen festen Brandbeschleuniger. Gas und Streichhölzer, keine Fingerabdrücke, kein gar nichts. Die Tante und ihr Lebensgefährte, Carl Gibson, wurden tot in ihrem Schlafzimmer gefunden, in der Nähe des Fensters. Beiden waren die Beine gebrochen worden, sodass sie nicht weglaufen konnten. Gibson hatte eine Vergangenheit als Kinderschänder. Er war auf Bewährung frei. Westphal nickte. »Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Wann ist Gibson inhaftiert worden,« wollte Spinelli wissen. »Ich habe mich erkundigt,« sagte Murphy. Als das Sozialamt Shane dort unterbrachte, lag gegen Gibson noch nichts vor. Tatsächlich kam es erst wegen Shane Cates zur Anklage. Das Verfahren wurde eingestellt, aber später konnte man ihn wegen sexueller Belästigung an zwei anderen Kindern festnageln. »Das ist der Auslöser,« sagte Westphalen. »Gibson belästigt Andrews Bruder. Und fast zehn Jahre später wird dieser Junge im Hope Center. Fat missbraucht. In derselben Nacht sterben Gibson und Andrew Cates Tante. Allerdings erstaunt es mich, dass man einen solchen Zorn zehn Jahre lang zurückhalten kann.« »Weil Sie der Geschichte schon wieder vorgreifen,« sagte Mia. »Nun haben Sie doch ein bisschen Geduld, Miles.« »Shane muss ungefähr sieben oder acht gewesen sein.« »Im selben Alter wie Jeremy Lukowitsch jetzt,« bemerkte Murphy, und Mia nickte besorgt. »Ich weiß nicht genau, was ich damit anstellen soll.« »Vielleicht hat er dem Jungen deshalb nichts getan, sondern nur der Mutter.« »Entschuldige, Reed, sprich weiter.« Andrew war ein Jahr lang in der Haftanstalt. Als er herauskam, wurde er zu seiner Tante gebracht, schnappte sich aber sofort Shane und lief weg. Ein paar Tage später sammelte die Polizei von Indiana sie auf. Aber Andrew erzählte ihnen, was Gibson seinem Bruder angetan hatte. Und da die Tante das Sorgerecht für beide Jungen besaß, beschloss man, sie lieber in Pflegefamilien unterzubringen, als sie wieder nach Detroit zu schicken. Gibson musste sich vor Gericht verantworten. »Es war aber ziemlich schwierig, die zwei Jungen zusammen unterzubringen,« fuhr Mia fort. Vor allem, da einer von beiden bereits eine Jugendstrafe abgesessen hatte. Also schickte man den Fall an das Jugendamt von Chicago, wo weit mehr Familien zur Verfügung standen. Penny Hill war die zuständige Sachbearbeiterin. Sie wählte Laura Doherty aus, die schon einen guten Ruf hatte, was den Umgang mit schwierigen Kindern betraf. Und sie willigte ein, beide aufzunehmen. Was hat Laura Doherty getan, dass Kate sie dreimal umzubringen versucht hat? »Das herauszufinden, hat einiges an Arbeit erfordert,« sagte Mia. »Die Leiterin des Amts wusste es nicht, und Penny Hill hat es nicht in ihrer Akte vermerkt. Ich bin aber noch einmal hingefahren, um mit Mrs. Blannard, ihrer alten Freundin, zu reden. Sie erinnerte sich an Shane. Er war ein hübscher Junge, blond, blauäugig. Irgendwann überlegte Laura wohl, die beiden zu adoptieren. Aber dann fing Shane an, einen der kleineren Jungen zu belästigen. Der war gerade fünf. Sie seufzte resigniert. »Er hat ihn angefasst.« »Der Missbrauchte wird zum Täter,« sagte Miles. Als Laura Penny Hill zum Gespräch bat, bestritt Shane alles und gab die Schuld dem Jüngeren. Aber dann tat Shane es wieder, und dieses Mal erwischte Laura ihn in flagranti. Die Jungen mussten gehen. »Und wohin kamen sie dann?«, fragte Spinelli. »Natürlich wurde es immer schwerer, sie zusammen unterzubringen. Aber Penny Hill versuchte es. Schließlich fand sie eine Familie auf dem Land, wirklich sehr bäuerlich. Sie dachte, es würde den Jungen guttun. Viel frische Luft, Arbeit und so weiter. Mir zuckte die Achseln. Und Kühe. Die Farm gehörte Bill und Bitsi Young. Sie hatten selbst zwei Söhne im Highschool-Alter, also etwas älter als die beiden Cates-Brüder.« »Und ab hier wird es ziemlich schwierig,« sagte Reed. »Wir haben viele Fragen beantwortet, aber durch unsere Nachforschungen steht das Sozialamt nun vor einem echten Problem. Alle diese Informationen stammen aus Andrews Akten. Shanes sind nicht aufzufinden.« Spinelli riss die Augen auf. »Sie haben die Akten verloren?« »So sieht es aus,« sagte Mia. »Die Jungen kamen vor ungefähr zehn Jahren zu den Youngs. Aber im folgenden Jahr wurden keinerlei Einträge in Andrews Akte gemacht. Weder von Penny Hill noch sonst jemandem. Sie sind sozusagen im Stich gelassen worden.« »Wieder von einer Frau,« fügte Reed hinzu. »Hat Penny Hill sie etwa vergessen?« »Westfalen zog eine Braue hoch. Das klingt nicht nach einer Frau, die als überaus engagiert und gewissenhaft beschrieben wird.« »Nein, das ist richtig.« Mia sah in Stirn runzelnd an. Pennys Tochter erzählte, ihre Mutter habe sich immer Sorgen gemacht, dass sie etwas entging, dass einem der Kinder etwas zustoßen könnte. Jedenfalls stammt der nächste Eintrag erst wieder aus dem Jahr darauf, als Andrew in eine andere Pflegefamilie transferiert wurde. Er wird darin als stilles, zurückgezogenes Kind beschrieben. Gut in der Schule. Besonders gut in Mathe. Aber über Shane tauchte nichts mehr in den Akten des Sozialamts auf. Wir wissen nicht, was in dem Haus der Youngs passiert ist. Reed holte ein Foto aus seinem Ordner. Aber wir wissen, dass das Haus schließlich so aussah. »Bis auf die Grundmauern abgebrannt«, murmelte Westfalen. »Wann passierte das?« »Nachdem die Jungen beinahe ein Jahr dort waren«, antwortete Mia. Murphy beugte sich über den Tisch und nahm das Foto zur Hand. »Wie haben Sie das gefunden?« »Das habe ich bei den Versicherungsunterlagen entdeckt«. Reed zuckte die Achseln. »Ich hatte so eine Ahnung.« Mia schüttelte den Kopf. »Mehr als nur eine Ahnung. Shane Cates Sterbeurkunde befand sich in der Datenbank des County. Todesursache? Lungenversagen. »Durch den Brand«, sagte Aiden. Mia nickte. »Genau.« Reed überprüfte das Sterbedatum in seiner Versicherungsdatenbank. Dann sah er bei den Youngs nach und fand heraus, dass sie eine Woche danach den Hausbrand bei der Versicherung gemeldet haben. »Dieses Foto stammt von der örtlichen Feuerwehr«, sagte Reed. »Sie versuchen die Leute, die damals dabei waren, zusammenzutrommeln, so dass wir sie befragen können, aber es ist ja schon fast neun Jahre her.« »Also können wir davon ausgehen, dass Andrew das Feuer legte und sein Bruder dabei starb«, sagte Westfalen. Mia nickte wieder. »Der Bruder, den er doch so unbedingt beschützen wollte.« Westfalens Augen verengten sich nachdenklich. »Wenn das kein Kindheitstrauma ist.« Spinellis Stirn legte sich in Falten. »Aber mir fehlt da noch etwas? Was hat es nun mit der magischen Zahl auf sich?« Oh, die Frage erscheint beinahe einfach zu beantworten. Mia schob zwei Faxseiten nebeneinander über den Tisch. Shanes Geburtsurkunde aus Michigan und die Sterbeurkunde aus Illinois. Ich habe das Todesdatum beim ersten Mal im Computer übersehen, weil es beinahe identisch mit seinem Geburtsdatum ist. Nur eine Zahl ist anders. »Shane Cates ist an seinem zehnten Geburtstag gestorben«, murmelte Westfalen. »Bei einem Brand«, ergänzte Reed. Mia seufzte. »Zähl bis zehn und fahr zur Hölle.« »Und was nun?«, wollte Spinelli wissen. »Jetzt suchen wir die Youngs und die Söhne«, sagte Reed. »Er hat bisher alles nach einer Art logischen Reihenfolge gemacht. Es liegt nahe, dass die Youngs die Nächsten sind.« Spinelli nickte. »Dann will ich sie gleich morgen früh in, äh, wo war das noch gleich, Mia? Lido, Illinois. Dann fahren sie dorthin. Murphy und Aiden, sie haben Rufbereitschaft. Das war's, Leute.« 19.25 Uhr. Mia suchte im Internet nach den Youngs, als Reed sich an ihren Tisch lehnte und näher stand, als gut für sie war. Nun, sie würde ganz der Profi bleiben. »Das Meeting war sehr erfolgreich.« »Ja, so langsam zeichnet sich ein Bild ab. Wir müssten ihn bald haben.« »Fahr du ruhig nach Hause zu Beth. Ich habe noch ein wenig zu tun.« »Du warst heute nicht auf Wohnungssuche.« Seine Stimme klang wie ein Schnurren. »Nein, aber ich habe meine Tasche im Kofferraum. Ich übernachte heute bei Dana. Percy hat genug zu fressen bis morgen, dann hole ich ihn ab.« »Bleib noch eine Nacht in Laurens Wohnung, Mia. Ich belästige dich auch nicht, versprochen.« Aus dem Augenwinkel sah sie Murphy an seinem Tisch sitzen und sie auf seine ganz eigene, ruhige Art beobachten. Sie hatte gedacht, dass sie inzwischen abgehärtet sei, aber jedes Mal, wenn sie ihn ansah, tat es weh, und sie wünschte sich so sehr, dass sie nicht noch hoffte, er hätte vielleicht ihretwegen den Ring abgenommen. »Reed, hör auf damit. Das ist nicht fair.« Er schien förmlich in sich zusammenzufallen. »Ruf mich bitte an, wenn du bei Dana angekommen bist, damit ich weiß, dass alles okay ist.« Lauren war bei irgendeiner Verabredung, und Beth hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Es war elf Uhr am Samstagabend, und er war allein. Er schloss die Augen und gestand sich ein, dass er nicht allein sein wollte. Er wollte mit Mia zusammen sein. Er wollte ihren hübschen Mund, ihre rauen Kanten, ihre weichen Kurven. Gott, die Frau fühlte sich so gut an. Sie war perfekt. Er schlug die Augen auf, starrte an die Wand und fragte sich, ob er blind und dumm gewesen war. Perfekt. Sie war nicht elegant, und ein gemeinsames Zuhause wäre durch Fertiggerichte und Bettzeug, das nicht zueinander passte, gekennzeichnet. Aber es würde ein Zuhause sein, weil ihre Anwesenheit es dazu machte. Sie machte ihn glücklich. Er betastete die Kette an seinem Hals. Er hatte sie tief verletzt. Sein Computer piepte. Entweder hatte er eine E-Mail bekommen oder einen Treffer bei der Suche in der Datenbank gelandet, die er dreimal täglich durchlaufen ließ. Er setzte sich vor den Monitor und hielt den Atem an. Ein neuer Treffer für seine Suche nach dem Brandbeschleuniger. Die ersten Einträge stammten von ihm, aber der fünfte war erst am Nachmittag gesendet worden, von einem Tom Tennant aus Indianapolis. Er begann, Mias Nummer einzutippen, brach dann aber ab. Das aufgeregte Bellen des Hundes zerriss die Stille. Es klang, als sei Biggles draußen, aber er hatte Beth nicht herunterkommen hören, geschweige denn bemerkt, dass sie ihn herausgelassen hatte. Und dann setzte das Jaulen des Rauchmelders ein. Sein Puls jagte, während er die Treppe hinauflief und dabei die 9.11 eintippte. Beth war oben, und in den Flur quoll bereits dichter Rauch. »Feuer in der Morgen 356. Wiederhole, Feuer in der Morgen 356. Es sind noch Leute im Haus.« »Sir, verlassen Sie sofort das Haus«, sagte die Vermittlung. »Meine Tochter ist noch drin.« »Sir«. Reed klappte das Telefon zu und riss den Feuerlöscher von der Wand. »Beth?« Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Wahrscheinlich hatte sie den Kopfhörer auf und konnte ihn nicht hören. Er warf sich gegen die Tür, die splitternd aufsprang. Einen Moment lang starrte er nur entsetzt auf das Feuer, das an den Wänden leckte. Durch den dichten Rauch war so gut wie nichts zu erkennen. »Beth!« Er rannte zum Bett, zerrte die Decke weg und leerte den Feuerlöscher. Aber sie war nicht da. »Sie war nicht da!« Er rannte in den Flur, sah im Bad nach, im anderen Zimmer. »Nichts!« Er berührte den Knauf der Tür zu seinem Schlafzimmer und verbrannte sich die Hand. Zurück zum Bad. Handtücher nass machen, Gesicht und Hände bedecken. Er hatte auf Autopilot geschaltet, als er seine Tür aufriss. Die Hitze schleuderte ihn zurück, ließ ihn zu Boden gehen. Sein Bett bestand nur noch aus Flammen. Er ließ sich auf den Bauch fallen und versuchte in den Raum zu kriechen. »Beth! Ich bin hier! Sag was! Wo bist du?« Aber in dem Brüllen der Flammen war selbst seine eigene Stimme kaum zu hören. Dann zerrten Hände an ihm und er wehrte sich. »Nein, meine Tochter ist da drin! Sie ist hier irgendwo!« Die Feuerwehrleute in den Schutzanzügen zerrten ihn aus dem Raum. Masken bedeckten ihre Gesichter. »Reed!« »Mein Gott, raus hier!« »Meine Tochter!« Rauch drang in seine Lungen und er sank auf die Knie und hustete, bis er überhaupt keine Luft mehr bekam. »Wir finden sie! Sie müssen hier raus!« Einer der Männer schob ihn durch die Eingangstür, wo ein Rettungssanitäter übernahm und ihn festhielt. »Das ist Lieutenant Soliday. Seine Tochter ist noch drin. Lassen Sie ihn nicht wieder hinein!« Der Mann führte ihn hastig zum Krankenwagen und drückte ihm eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht. »Atmen Sie, Lieutenant, und setzen Sie sich, Sir!« Sein Körper hatte plötzlich keine Kraft mehr. Er starrte zum Haus hinauf, als die erste Scheibe zerbarst. Der Rettungssanitäter verband bereits seine Hände. »Sie holen Sie raus, Sir!« »Ich habe nicht einmal mein eigenes Kind retten können!« Wie betäubt saß er da und wartete. 23.25 Uhr. Mia rannte zum Krankenwagen. »Reed! Mein Gott!« Sein Gesicht war leblos, bis auf die Tränen, die über seine verrusten Wangen strömten. Seine Hände waren dick verbunden und eine Sauerstoffmaske baumelte an seinem Hals. Sie ließ sich auf die Knie fallen. »Reed?« »Beth ist noch drin,« sagte er tonlos. »Ich konnte mein Mädchen nicht finden.« Sie nahm eine bandagierte Hand in ihre. »Wo ist Lauren?« »Weg.« »Nur ich und Beth waren da.« »Reed, hör mir zu! Warst du in Beths Zimmer?« »Sie war nicht da.« »Biest«, dachte Mia zornig. Vermutlich war Beth wieder heimlich aus dem Haus geschlichen. Ihr Vater trauerte um sie, während sie sich wahrscheinlich gerade prächtig amüsierte. »Larry, bleiben Sie bei ihm.« Sie ging ein paar Schritte zur Seite und nahm das Funkgerät. »Hier Mitchell, Morddezernat. Ich brauche einen Streifenwagen, der mit größtmöglicher Geschwindigkeit und Sirenen zum Rendezvous-Café fährt.« Sie gab die Adresse durch. »Sie sollen nach einer Liz Soliday suchen, und zwar mit richtig viel Bremborium. Und wenn sie da ist, sollen sie ihr eine Höllenangst machen.« »Okay.« »Verstehe, Detective Mitchell«, sagte die Vermittlung misstrauisch. »Nein, tun Sie nicht. Das Haus brennt, und Ihr Vater glaubt, sie ist noch drin.« »Okay. Ich schicke einen Wagen hin.« Mia wartete ungeduldig, während sie Reed beobachtete, der sich vor Kummer in eine Art Trance-Zustand zurückgezogen zu haben schien. Doch dann schwand ihr Zorn. Was, wenn sie sich irrte? Was, wenn Beth doch noch im Haus war? Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, knisterte es im Funkgerät. »Ja, das Mädchen ist gesund und munter und, äh, hat höllische Angst. Sollen wir sie nach Hause bringen? Ja, sie soll hinten mitfahren. Und sorgen Sie dafür, dass jeder es sieht.« Mia ging auf wackeligen Beinen zu Reed. »Reed?« »Beth ist nichts geschehen. Sie war nicht im Haus.« Sein Kopf fuhr herum. »Was?« »Sie ist durchs Fenster geklettert, wahrscheinlich schon vor Stunden.« Sein Blick wurde finster. »Wo ist sie?« Er sprach jedes Wort überdeutlich aus. Sie war bei einem Slam-Poetry-Wettbewerb in der Innenstadt. »Ein Streifenwagen bringt sie gerade her.« Ihre Lippen zuckten. »Ich habe ihnen gesagt, dass sie ihr richtig Angst machen sollen.« Er kam zitternd auf die Füße. »Du hast gewusst, dass sie dorthin gegangen ist?« »Nein, nicht heute. Gestern habe ich es beobachtet. Du wusstest, dass meine Tochter durchs Fenster abgehauen ist? Und hast mir nichts gesagt?« »Sie hat mir versprochen, es dir selbst zu sagen. Ich habe ihr angedroht, wenn sie es nicht täte, würde ich es tun.« »Das hast du aber nicht.« Er spuckte die Worte förmlich aus, und Larry Fletcher zog die Brauen zusammen. »Reed, sie ist doch okay. Beth ist nichts geschehen, und Mia wollte dir helfen.« Reed überragte sie, und seine Augen blitzten in kaltem Zorn. »Das war keine Hilfe.« Sie wich zurück und begann zu zittern. »Es tut mir leid. Ich dachte, ich würde das Richtige tun. Das ist wohl der Grund, warum ich keine Kinder haben will.« Und plötzlich fiel ihr Percy ein. Sie wandte sich um und suchte den Einsatzleiter. »Das Mädchen, von dem sie glaubten, es sei noch im Haus, war woanders. Sie wird hergebracht.« Der Mann sah sie finster an. »Ich habe das Leben meiner Männer für eine Ausreißerin riskiert.« »Hey, es ist nicht meine Tochter. Aber meine Katze ist auf der anderen Hausseite.« »Wir haben das Feuer eingedämmt, und es ist nicht übergesprungen. Wir suchen Ihre Katze, sobald wir können.« »Danke.« »Oh, da war ein junger Hund.« »Wuschelig. So groß.« Sie zeigte es ihm. »Da drüben. Wir haben ihn am Baum gefunden. Ein Bein ist gebrochen, aber sonst ist er in Ordnung.« »Danke.« »Sagen Sie, ist das Haus zerstört?« »Hauptsächlich die erste Etage. Die Schlafzimmer komplett.« Mia dachte an das Buch, das er in der Hand gehabt hatte. Für meinen geliebten Reed. Es war vernichtet. Sie schloss die Augen vor Mitgefühl. Sie hatte Jack und Spinelli angerufen und dann erst gesehen, dass Murphy sich in den vergangenen 15 Minuten viermal gemeldet hatte. Bei all dem Lärm hatte sie das Klingeln nicht gehört. Sie rief ihn zurück. »Murphy, hier ist Mia. Was ist los?« »Ich kann dich kaum verstehen.« »Weil Reeds Haus brennt. Um mich herum tobt die Feuerwehr.« »Ist jemand verletzt?« »Nein, aber Kate hat uns offensichtlich gefunden. Diesmal war Reed das Ziel.« »Was hast du herausgefunden?« »Dass drei der vier Youngs tot sind. Vater und Mutter sind eines natürlichen Todes gestorben. Tyler Young starb gestern Nacht in Indianapolis bei einem Brand. Ich habe der dortigen Polizei sein Foto gefaxt.« »Danke, Murphy. Ich sage es, Reed.« Er sah ihr entgegen, als sie zu ihm zurückkehrte. Sein Blick war noch immer kalt. »Verzeih mir, Reed. Es war falsch, dass ich dir das mit Beth nicht gleich gesagt habe.« Er schwieg. »Murphy hat drei der vier Youngs ausfindig gemacht. Einer wurde gestern Nacht bei einem Brand getötet.« Sein Blick wurde ein klein wenig milder. »Die OFI in Indy hat die Meldung in die Datenbank gestellt, in der ich schon die ganze Woche eine Suche laufen lasse. Ich wollte dich anrufen, aber dann passierte das her.« »Also haben wir nur noch eine Person übrig.« Er nickte. »Ich hole jetzt meine Katze und suche mir ein Hotel.« »Welches Hotel?« »Das erste, das mir begegnet.« »Gute Nacht.« Sonntag, 3. Dezember, 3.15 Uhr. Mia lag auf dem Hotelbett, Percy auf ihrem Bauch. Der Sender wiederholte das Programm des Tages komplett. Das Klopfen an der Tür ließ sie zusammenfahren. Sie griff nach ihrer Pistole auf dem Nachttisch und spähte durch den Spion. Dann öffnete sie resigniert die Tür. Reed. Er war geduscht und rasiert und trug nur noch einen leichten Verband um eine Hand. In der anderen hielt er eine Drogerietüte. Und die Erinnerung, die diese Tüte in ihr weckte, ließ ihr Herz ein paar Takte schneller schlagen. Er sah gut aus und sehr begehrenswert. Sie konnte die Farben der Keycard durch seine Brusttasche erkennen. Er hatte also auch hier eingecheckt. Die Versuchung war groß, sehr groß. Aber sie sah die Goldkette an seinem Hemdkragen glänzen und verwies ihr überquellendes Herz auf seinem Platz. »Reed?« »Kann ich reinkommen?« »Es ist schon spät.« »Bitte.« Noch während sie sich verfluchte, trat sie zur Seite und legte ihre Pistole auf das Tischchen neben der Tür. Ich wollte mich entschuldigen. Beth hat mir erzählt, was passiert ist. Du hast genau das Richtige getan. Er sah auf seine Füße, dann mit einem jungenhaften Grinsen wieder auf. Die Sirenen und die blitzenden Lichter waren eine klasse Idee. Ich denke nicht, dass sie so bald wieder aus dem Fenster klettert. »Gut«, sie seufzte. »Was willst du, Reed?« Sein Lächeln verschwand. »Ich glaube, dich.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, tu mir das nicht an. Ich will mehr, als du mir geben kannst.« Sie lachte verbittert. »Und wenn du doch könntest, dann wüsste ich wahrscheinlich überhaupt nicht, was ich damit anstellen sollte. Also lassen wir's ab jetzt. Du hast gesagt, dass du mir nicht wehtun willst. Dann geh jetzt bitte.« »Ich kann nicht gehen.« Er fuhr ihr mit den Fingern durchs Haar und hob ihren Kopf an und küsste ihre Lippen süßer und zärtlicher, als sie je geküsst worden war. Als hätten sie ein Eigenleben, schlangen sich ihre Arme um seinen Nacken und sie erwiderte den Kuss, erst sanft und vorsichtig, dann jedoch gierig und hastig. Und sie wollte ihn. Er schluckte schwer, als er die Tüte auf den Tisch neben die Waffe stellte. Dann zog er zwei kleine Schmuckkästchen aus schwarzem Samt heraus und öffnete sie. Beide waren leer. Ich dachte, wir könnten das gemeinsam tun. Was tun? Die Ketten abnehmen. Du deine? Ich meine. Ihr blieb der Mund offen stehen. Er sah sie erwartungsvoll an und sehr unsicher. Und was dann? Weiß ich nicht. Wir improvisieren. Jeden Tag neu. Aber diesmal mit Bindung. Ihr Herz hämmerte. Ich weiß nicht, wie man das mit den Bindungen anstellt, Reed. Ich schon. Dann schob er die Finger unter ihr dünnes Tanktop und holte die Kette hervor, schüttelte sie leicht, sodass die Marken daran klimperten. Also, was meinst du? Mit trockenem Mund nickte sie. Okay? Und sah erstaunt, wie er sich plötzlich entspannte. Er hatte tatsächlich geglaubt, sie könnte Nein sagen. Aber ich muss die Medic-Ellard-Marke behalten. Daran habe ich gedacht. Er holte eine billige Silberkette aus der Tüte. Für den Anfang geht das sicher. Er legte ihr die Kette in die Hand. Sie hatte fünf Dollar gekostet, wie das Preisschild verriet. Aber plötzlich war sie mehr wert als jeder Diamant dieser Welt. Und dann nahm er ihr die Kette ab. Komm, tu es. Leg die Plakette ab. Mit zitternden Händen tat sie es. Dann legte sie die neue Kette um. Sie ist leichter. Manchmal ist es gut, Altlasten abzuwerfen. Er holte tief Luft und nahm auch seine Kette ab. Tun wir es einfach, Mitchell. Beide legten die Ketten in jeweils eines der Kästchen. Iris schloss sich mit einem befriedigenden Schnappen. Er drückte seines mit einer Liebkosung des Daumens zu. Er grinste. Sie auch. Es fühlte sich gut an. Und was ist noch so in der Tüte, Soliday? Sein Grinsen wurde breiter. Jumbo-Pack, sagte er. Bunte Vielfalt. Sie schlang ihm die Arme um den Nacken. Aha, du warst dir ja sehr sicher. Seine Hände strichen über ihren Rücken. Gar nicht. Ich habe gehofft. Wo ist Beth? Ein Stück den Flur entlang. In einem Zimmer mit Lauren. Und der Hund? In einer Tierklinik. Dem geht's gut. Für meine Familie ist gesorgt. Er küsste sie sanft. Komm ins Bett mit mir, Mia. 8 Uhr. Murphy warf die Ausgabe des Buettin quer über den Konferenztisch. Howard und Brooks haben gestern Nacht Gats hochgenommen. Seite 4, Ecke unten. Mia blätterte zu dem Artikel und lächelte. Sehr schön. Spinelli lehnte sich zurück. Wie steht's mit ihrem Haus, Reed? Ich weiß jetzt, wie es ist, am Papierende einer Versicherungsmeldung zu sitzen. Aber es war Cates, das steht außer Frage. Er kam durch ein Fenster und legte oben den Brand, während ich unten telefonierte. Ben Tramell hat Reste von Plastikeiern in beiden Räumen gefunden. Er brach ab und dachte einen Moment lang nach. Mit dem Ei bei Tala Young hat er nun insgesamt neun verbraucht. Wenn wir davon ausgehen, dass er sich die zwölf aus dem Kunstraum genommen hat, bleiben ihm noch drei übrig. Was wissen wir über Tala Young? fragte Spinelli. Sein Name stand im Computer, den wir aus Yvonne Lukovics Haus mitgenommen haben, sagte Jack. Cates hat die Website von Youngs Immobilienfirma durch eine ehemaligen Liste der High School gefunden. Ich habe Tom Tennant vom OFI in Indianapolis heute Morgen angerufen. Tyler und seine Frau sind beide tot. Beide Leichen waren verkohlt, aber der Gerichtsmediziner hat Organschäden bei der Frau gefunden, die auf ähnliche Stichwunden wie bei Joe Doherty verweisen. Sie lag auf dem Bauch, ganz wie Joe Junior. Tyler war ans Bett gekettet, Beine gebrochen. Der Gerichtsmediziner glaubt außerdem, dass Tyler mehrere Stichwunden in der Lendengegend hat. Ich denke, wir können uns jetzt zusammenreimen, was in dem Jahr, in dem Andrew und Shane dort gewohnt haben, passiert ist, sagte Westfalen. Sie waren sozusagen gefangen, und keiner hat nach ihnen gesehen. Und Laura und Penny sind verantwortlich gewesen, dass die Jungen dort waren, sagte Mia. Übrigens hat er sich bei Penny einen großen Schnitzer geleistet. Was meinen Sie damit? fragte Spinelli. Sie hat sich ein Jahr nicht um ihn gekümmert. Nein. Das passte einfach nicht zu dem Bild, das alle anderen von ihr gezeichnet haben. Deshalb habe ich mir noch einmal meine Notizen angesehen. Reed, erinnerst du dich, was Margaret Hill uns erzählt hat, wie sie ihre Mutter beinahe verloren hätte, als sie fünfzehn war? Ihre Mutter war angeschossen worden. Sie wäre fast gestorben. Margaret Hill ist fünfundzwanzig. Jetzt rechne mal nach. Oh. Reed fasste sich unwillkürlich an den Kopf. Penny Hill wurde, kurz nachdem sie die Cates-Brüder untergebracht hatte, ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sie gar nicht vergessen. Ich wette, ihre Akten wurden an andere Mitarbeiter verteilt, und der Fall der Jungen ist bei der Maßnahme einfach versehentlich verloren gegangen. Mia nickte. Dann stirbt Shane, und jemand stellt fest, dass da Murks gemacht worden ist. Andrew wird hastig woanders untergebracht, und Shanes Tod unter den Teppich gekehrt. Stacy steckte den Kopf herein. Entschuldigen Sie, hier ist ein Mann, der mit dem Leiter der Ermittlungen im Fall Andrew Cates sprechen will. Sein Name ist Tim Young. Bringen Sie ihn rein. Spinelli stand auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Tim Young betrat mit schweren Schritten den Raum. Er war ungefähr fünfundzwanzig. Sein grauer Anzug war zerknittert, und das Gesicht zeigte dunkle Bartstoppeln. Ich bin Tim Young, Tyler Youngs Bruder. Setzen Sie sich doch bitte. Spinelli deutet auf einen Stuhl. Das ist allerdings eine Überraschung. Young sah sich um und betrachtete die Gesichter im Raum. Ich habe in O'Hare meine Pläne geändert. Während ich auf den Flug nach Indy wartete, sah ich die Zeitungen. Also habe ich den Flughafen verlassen und ein Taxi hierher genommen. Andrew Cates ist ein Name, den ich seit zehn Jahren zu vergessen versuche. Und warum? fragte Mia. Andrew und Shane wurden vor zehn Jahren vom Sozialamt zu uns geschickt. Andrew war dreizehn, Shane neun. Ich war fünfzehn und zählte die Tage, wann ich die Schule beenden und verschwinden konnte. Mein Vater hatte eine Farm. Er nahm gerne Pflegekinder auf, weil sie für ihn kostenlose Arbeiter waren. Meine Mutter sagte nichts, weil sie immer alles tat, was er wollte. Und mein Bruder Tyler? Er stieß den Atem aus. War ziemlich übel. Er hat die Jungen missbraucht, sagte Mia leise. Und sie? Er sah sie gequält an. Bis ich alt genug war, um mich zu wehren. Er hatte mal gespottet, dass er Jungs mochte, die noch jung genug waren, um anpassungsfähig zu sein. Aber schon alt genug, um sich zu wehren. Er wusste sehr gut, wann der Zeitpunkt gekommen war, seine Opfer in Ruhe zu lassen, weil sie zu groß oder zu stark wurden. Normalerweise blieb keines der Kids so lange bei uns. Wussten ihre Eltern davon? Fragte sie. Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie etwas unternommen hätten, falls sie es wussten. Meine Mutter hätte sicherlich einfach weggesehen. Aber ich nehme nicht an, dass sie das verstehen. Mias Blick flackerte und Reed begriff, dass sie nur allzu gut verstand. Und was war für Tyler das beste Initiationsalter? Fragte sie. Zehn. Young verzog die Lippen. Tyler neckte Andrew, dass er bei Shane eine Ausnahme machen würde, nur um Andrew auf die Barrikaden zu bringen. Und dann nahm er sich Andrew vor. Tyler hatte bestimmte Methoden und Sprüche, um ihn zu quälen. Er zählte und sagte, wenn ich bei zehn bin, gehörst du mir. Dann hielt er Andrew vor, dass Shane bald zehn werden würde. Zähl bis zehn, Andrew, lachte er dann immer. Womit wir nun einige Fragen beantwortet hätten, sagte Mia. Und was geschah, als Shane zehn wurde? Andrew war verzweifelt. Er hat versucht, mit Shane wegzulaufen, aber die Polizei brachte die beiden jedes Mal zurück. Er flehte meine Mutter an, etwas zu unternehmen, aber sie meinte nur, er solle aufhören, solche Lügen zu erfinden. Er hasste sie. Ich weiß, dass Andrew ein paar Mal versucht hat, im Keller Feuer zu legen. Zeitungspapier, Müll und so weiter. Er wollte erwischt werden. Er wollte, dass jemand vom Sozialamt kam und sie beide abholte, bevor Shane zehn werden konnte. Ihm muss selbst die Strafanstalt besser vorgekommen sein als unser Zuhause. Und was haben sie getan? Young lachte verbittert. Gar nichts. Ich habe jahrelang damit gelebt. Erzählen Sie uns bitte von Shanes zehntem Geburtstag. Er seufzte tief. Am Tag, als Shane zehn wurde, tat Tyler es ihm an. Ganz früh am Morgen. Shane war … Er schauderte. Ich … Ich sehe immer noch seinen Gesichtsausdruck vor mir. Er war doch noch so klein. Er blutete. Aber Tyler säuberte ihn, und meine Mutter schickte uns zur Schule. Am Nachmittag hat Andrew die Schule früher verlassen. Ich habe gesehen, wie er gegangen ist. Er hob die Schultern. Andrew war gründlich. Das Haus brannte ab. Er hatte nur nicht gewusst, dass auch Shane früher nach Hause zurückgekehrt war. Später erzählte man an der Schule, dass er wegen Bauchschmerzen befreit worden war. Später erzählte man eine Menge. Keiner wusste genaues. Er hat wieder den Mülleimer angezündet, sagte Reed, und Tim Young nickte. Im Wohnzimmer diesmal. Dann rannte er weg. Er kam ein wenig später zurück und tat schockiert. Aber er wusste, dass ich es wusste. Er glaubte, ich würde ihn verraten, aber ich hielt den Mund, wie ich es schon immer getan hatte. Dann fanden die Feuerwehrleute Shane. Er war tot. Als man ihn hinausbrachte, war Andrew entsetzt. Er stand unter Schock. Dann kamen die Sozialarbeiter und brachten ihn weg. Die Polizei stellte mir Fragen, und ich log sie an. Ich erzählte ihnen, er sei in der Schule gewesen. Die Autopsie zeigte, dass Shane vergewaltigt worden war. Aber niemand sagte etwas, und schließlich lebten wir einfach weiter. Wir bauten das Haus wieder auf. Ich schloss die Schule ab und verließ die Stadt. Und Sie haben nie wieder von Andrew gehört? fragte Mia freundlich. Nein. Obwohl kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht an ihn oder an die anderen Jungen denke. Wenn die beiden wegliefen und wieder aufgegriffen wurden, hat weder Andrew noch Shane dem Sheriff etwas erzählt, fragte Spinelli. Tims Lächeln wurde sardonisch. Sie meinen Sheriff Young? Meinen Onkel? Spinelli nickte grimmig. Ich verstehe. Seitdem ich von zu Hause weg bin, bemühe ich mich, die Versäumnisse von früher wieder gut zu machen. Aber jetzt muss ich mich meiner Rolle in dieser scheußlichen Geschichte stellen. Ich tue, was immer nötig ist. Montag, 4. Dezember, 7.55 Uhr. Wir haben ein neues Opfer. Mia, ihre Hausmeisterin, wurde tot in einer leeren Wohnung in ihrem Haus gefunden. Ihr Zentralschlüssel war nirgendwo zu finden. Mia blieb der Mund offen stehen, als Jack mit einem Karton in den Händen hereinkam. Cates war bei dir. Er hat dein Schlafzimmer durchwühlt. Decken, Laken, Klamotten lagen überall auf dem Boden herum. Mia wurde trotz der schockierenden Nachricht vom Tod der Frau rot. Das heißt nicht, dass er bei mir gewesen ist. Ich bin nicht gerade die perfekte Hausfrau. Mein Schlafzimmer sieht oft so aus. Lässt du auch dein Fotoalbum einfach offen herumliegen? Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Nein, verdammt. Jack stellte den Karton auf den Tisch und Mia nahm sich das Album und durchsuchte es rasch. Ich bin nicht gerade gut organisiert, aber ich weiß, was drin sein müsste. Bobbys Todesanzeige ist weg. Und dann setzte ihr Herz aus. Und die Antwortkarte von Danas Hochzeitseinladung. Er kennt ihre Adresse. Spinelli griff bereits nach dem Telefon. Ich schicke sofort einen Streifenwagen raus. Aber in diesem Moment steckte Stacy den Kopf durch die Tür. Mark, eine Dana Buchanan auf Leitung 1. Sie will entweder sie oder Mia sprechen. Klingt ziemlich aufgeregt. Spinelli legte den Anruf auf den Lautsprecher. Dana, hier ist Mark Spinelli. Mia und die anderen hören mit. Kates kennt ihre Adresse. Kates hat Jeremy, brach es aus Dana hervor. Mia. Mia gefrohrtes Blut in den Adern. Sie erhob sich langsam. Seit wann? Und wie hat er das geschafft? Ich will mit dir reden, war eine Männerstimme zu hören. Mia, hier ist Ethan. Wir sind an der Schule. Wir waren heute früh hier, um Jeremy anzumelden. Jeremy ist in seine neue Klasse gegangen, während wir noch Formulare ausfüllten. Dann ging plötzlich der Feueralarm los und es war keine Übung. Chaos brach aus. Wir haben sofort nach Jeremy gesucht, aber er war schon weg. Woher konnte er wissen, dass Jeremy hier war? Er hat euch beobachtet. Er hat sich eure Adresse aus meiner Wohnung besorgt. Mark, wann ist die Hausmeisterin ermordet worden? Irgendwann am Samstagnachmittag. Ich habe einen Wagen abgeschüttelt, als ich Samstagabend von euch kam, Ethan. Ich dachte, es sei Carmichael, aber es muss Kates gewesen sein. Ihre Knie gaben nach und sie sank auf einen Stuhl. Er hat mich gesucht. Er hat meine Hausmeisterin ermordet und nun Jeremy entführt, damit ich zu ihm komme. Sie sog schaudernd den Atem ein. Dana, beruhige dich. Wir kriegen ihn und holen Jeremy zurück. Ist bei dem Schulbrand jemand verletzt worden? fragte Reed. Nicht ernstlich. Die Lehrer haben erstaunlich schnell wieder für Ordnung gesorgt. Wir wussten nicht genau, ob es richtig war, Jeremy so bald wieder in die Schule zu schicken, aber wir wollten ihn so schnell wie möglich wieder an den Alltag gewöhnen. Bitte, finde ihn, Mia. Mia rieb sich die Stirn. Er hatte Bobbys Todesanzeige mitgenommen. Ich denke, ich weiß, wo er ist. Neun Uhr fünfundzwanzig. Reed ballte die Hände an den Seiten zu fäusten. Das machst du nicht. Sie hatten ein Sondereinsatzkommando und jeden Polizisten, der verfügbar war, mitgenommen. Alle diese Männer warteten in einigem Abstand von Annabelles Haus auf ihren Einsatz. Damit Cates keinen Verdacht schöpfte, würde Mia allein hineingehen und so tun, als wollte sie ihrer Mutter einen Besuch abstatten. Mia wandte sich ungelenk um. Sie trug einen voluminösen Pullover, der die schusssichere Weste und die Waffe in ihrem Hosenbund verbarg. Verdammtes Kefflerzeug, das juckt, sagte sie, als habe sie ihn nicht gehört. Mia, wenn er wirklich da drin auf dich wartet, dann marschierst du mitten in eine Falle hinein. Falls er die Falle noch aufstellt, kriege ich ihn vorher. Sie sah ihn direkt an. Er hat Jeremy. Dass der Killer vielleicht auch ihre Mutter hatte, schien seltsamerweise nicht zu zähmen. Sie war einzig und allein auf den Jungen konzentriert. Und auf Cates. Sie hatte sich von dem ersten Schock erholt und war nun ganz Profi. Ruhig. Aber sein Herz hämmerte viel zu heftig. Reed. Ihre Stimme klang gelassen. Lass mich meine Arbeit tun. Er wandte sich an Spinelli. Und Sie haben hier keinerlei Einwände? Es ist nicht meine erste Wahl, aber ihn zu schnappen, bevor er sich gründlich vorbereiten kann, scheint der beste Plan zu sein, den wir haben. Mia ist außerdem verdrahtet. Sie kriegt Unterstützung, sobald sie sie braucht. Dann gehe ich mit ihr. Spinelli schüttelte den Kopf. Und Reed erkannte, dass der Mann durchaus Bescheid wusste. Sie ist mit solchen Einsätzen vertraut, murmelte Murphy neben ihm. Lassen Sie sie nur machen. Er betrachtete die Straße, in der sie warteten, und suchte sie nach Versorgungsmarkierungen ab. In dieser Gegend gab es Gasleitungen. Mia könnte in eine Explosion marschieren. Er konnte nicht mit ihr gehen, also würde er sie anders unterstützen. Spinelli war in die Einsatzplanung versunken. Jack kontrollierte den Sitz der Kabel, die Mia am Körper trug. Niemand achtete auf ihn. Also setzte er sich in Bewegung. Er schlich geduckt durch die Gärten, bis er Annabelle Mitchells Haus erreichte. Das Hauptventil der Gasleitung musste im Keller sein. Ein paar Stufen führten hinab zu einer Tür, und als er davor stand und überlegte, wie er sie aufbrechen konnte, ohne dass es im Inneren zu hören war, stellte er fest, dass das Schloss bereits geknackt war. Neun Uhr fünfunddreißig. Mia öffnete mit ihrem Schlüssel die Tür von Annabelles Haus. Das letzte Mal war sie hier gewesen, als Bobby beerdigt worden war. Eine unheimliche Stille lag über allem. Sie schlich in die Küche und holte lautlos Atem. Annabelle saß nur einen Schritt vom Herd entfernt auf einem Stuhl. Hände und Füße waren gefesselt, ein Knebel steckte in ihrem Mund. Sie trug nichts als ihre Unterwäsche und zitterte heftig. Ihr Körper, der von Kopf bis Fuß mit einem Gel überzogen war, glänzte. Der Herd war bereits von der Wand abgerückt worden, und Mia brauchte nicht zu raten, zu welchem Zweck. Der Blick ihrer Mutter begegnete ihrem. In ihm lag nackte Angst und die wütende Verachtung, die Mia nur allzu gut kannte. Ihre Mutter hatte Kelsey und sie stets für Bobbys Brutalität verantwortlich gemacht, und Mia musste zugeben, dass ihre Mutter dieses Mal recht hatte. Cates war hier und sie in Gefahr. Und das meinetwegen. Noch war kein Gas in der Luft zu riechen. Entweder hatte Cates noch zu tun, oder er wartete darauf, die Falle zuschnappen zu lassen. Sie musterte die Küche und fragte sich, wo Jeremy sein konnte. Der Blick ihrer Mutter folgte ihr, als sie durch die Küche schlich und die Unterschränke öffnete. Aber sie waren leer. Sie nahm ein Messer aus dem Block auf der Arbeitsplatte, um ihrer Mutter die Fesseln durchzuschneiden, aber sie kam keine zwei Schritte weit. »Legen Sie das Messer weg, Detective!« Obwohl sie sich mental auf dieses Bild vorbereitet hatte, erstarrte Mias Blut zu Eis. Jeremy stand zitternd vor Cates, der mit einer Hand das Haar des Jungen festhielt, während er ihm mit der anderen eine Klinge an den Hals drückte. »Sie wissen ja, was das Messer anstellen kann, Detective,« sagte Cates samtweich. »Und der Junge weiß es auch.« »Nicht wahr, Jeremy?« Jeremy presste die Lippen zusammen. Er hatte sichtlich Mühe, seine Furcht unter Kontrolle zu halten. »Ich sagte, Messer weg!« Mia legte das Messer behutsam auf die Theke. »Und jetzt die Pistole!« Er riss an Jeremies Haaren, sodass der Junge sich auf die Zehenspitzen stellen musste. »Los, und schieben Sie sie mit dem Fuß rüber!« Wieder gehorchte sie. »Mia!« Spinellis Stimme drang durch den Knopf im Ohr, und sie hoffte inständig, dass Cates ihn nicht bemerkte. Sie trug eine Kamera am Körper, sodass das SWAT-Team draußen sehen konnte, was im Haus geschah. »Schaffen Sie ihn irgendwie ins Wohnzimmer. Ich habe Scharfschützen positioniert. Der Junge ist klein. Wir zählen hoch.« Nur eine knappe Bewegung mit dem Handgelenk und Jeremy war tot. Die Scharfschützen konnten erst schießen, wenn er Jeremy losließ. »Tun Sie dem Jungen nichts.« Sie flehte nicht, befahl aber auch nicht. »Er hat Ihnen nichts getan.« Cates lachte. »Doch, hat er.« »Und das wissen wir alle, nicht wahr, Jeremy?« »Er hat Ihnen verraten, dass ich da bin.« »Hat Sie zu meinem Versteck geführt?« »Nein, hat er nicht.« »Wir haben den Wagen gefunden, den Sie vom Parkplatz an Brooke Adlers Haus geklaut haben. Er hatte GPS, nachträglich eingebaut. Aber das haben Sie nicht bemerkt.« Sein Blick flackerte. Er ärgerte sich über sich selbst. Sehr schön. »Na und?« »Und Sie hatten die Möglichkeit, sich Kurare zu besorgen. Wir haben die Tierärzte und Zoogeschäfte in einem Radius von einer Meile um den Fundort des Autos überprüft und sind so auf Mrs. Lokowitsch gestoßen.« Seine Lippen pressten sich zu einem Strich zusammen. »Und sie hat Ihnen alles brühwarm erzählt.« »Nein, sie hat uns angelogen. Aber nicht besonders gut, und das hat uns misstrauisch gemacht.« »Wir haben Ihr Versteck auf ganz altmodische Art gefunden, Cates. Gute, gründliche Polizeiarbeit und einen Durchsuchungsbefehl. Jeremy hat sie nicht verraten. Lassen Sie ihn gehen.« Cates regte sich nicht. »Er ist erst sieben. Er ist unschuldig.« Sie holte tief Luft und wagte es. »Wie Shane«, bevor er dem Freund ihrer Tante in die Hände geriet. Die Hand um den Messergriff packte fest dazu. »Sprechen Sie seinen Namen nicht aus.« Er betrachtete sie trotzig. »Kann mich gar nicht erinnern, in Ihrem Schrank solche Pullis wie diesen gesehen zu haben. Ich erinnere mich dafür sehr gut an enge T-Shirts und Tops, mit denen Sie Männer verrückt zu machen versuchen. Sie tragen darunter etwas.« »Ziehen Sie den Pulli aus, Detective. Los!« »Mia, tun Sie das nicht«, sagte Spinelli eindringlich, aber Cates hob das Messer und Schnitt in Jeremy's Kinn, gerade tief genug, um Blut fließen zu lassen. »Mia«, Spinellis Stimme klang nun panisch. »Nicht«, Tränen traten in Jeremy's Augen. »Ich habe Thompson den Kopf abgeschnitten. Dieser Junge hier ist sehr viel zarter. Wollen Sie das auf Ihrem Gewissen haben, Mitchell?« Er zog Jeremy's Kopf hoch und legte ihm wieder die Klinge an die Kehle. »Okay. Mia«, brüllte Spinelli. Mental schloss sie ihn aus. Die Kamera war im Stoff des Pullovers unter ihrer linken Schulter verborgen. Wenn sie den Pulli auf die Theke legte, konnte Spinelli mit etwas Glück immer noch genügend sehen. Vorsichtig zog sie den Pullover über den Kopf und legte ihn auf die Arbeitsfläche und hoffte. Cates Lippen verzogen sich. »Dachte ich's mir doch. Und nun die Weste.« Ihre Finger blieben ruhig, als sie das Klettband löste. »Sie haben Shane beschützt, Andrew. Sie haben sich Tyler Young geopfert, damit ihm nichts geschah.« Sie arbeitete langsam an der Weste, löste einen Streifen nach dem anderen. Vielleicht konnte sie einen Vorteil erzielen, bevor sie ihm vollkommen ausgeliefert war. »Ich habe gesagt, sie sollen seinen Namen nicht aussprechen.« Er richtete sich kerzengerade auf, und Jeremy sog scharf die Luft ein, als er beinahe von den Füßen gehoben wurde. »Tut mir leid. Ich weiß, wie weh es getan hat, ihn zu verlieren. Sie haben den Schmerz in der vergangenen Woche zurückgegeben.« Ihre Finger verharrten am letzten Klettband. Cates Blick fixierte ihr Gesicht. Sie drang zu ihm durch. »Aber ich weiß auch, dass alles begonnen hat, als Jeff und Manny fett angefasst haben.« Zorn blitzte in Cates Augen auf. »Sie wissen gar nichts.« Sie zog an dem letzten Streifen. »Ich weiß mehr, als Sie sich vorstellen können, Andrew. Ich weiß sehr gut, wie es ist, wenn jemand sich auf diese Art für einen opfert. Meine Schwester hat dasselbe für mich getan.« »Du lügst.« »Nein. Mein Vater hat meine Schwester missbraucht, und sie wehrte sich nicht dagegen, damit er mich in Ruhe lassen würde. Ich lebe mit der Schuld, dass ich sie nicht beschützen konnte. Also kann ich das besser nachfühlen, als Sie glauben, Andrew. Sie wollen diesem Kind nicht wirklich etwas tun, sondern mir. Ich bin diejenige, die ihren wahren Namen herausgefunden hat, die sie gefunden hat. Ich bin diejenige, die ihre Sachen genommen hat. Und ich bin diejenige, die sie hinter Gitter bringen will. Nicht der Junge. Lassen Sie ihn gehen. Nehmen Sie mich.« Oben an der Kellertreppe auf der anderen Seite der Tür hörte Reed zu. Ihm sank der Mut, auch wenn er genau das von ihr erwartet hatte, als er die ersten Worte gehört hatte. Er hatte hineinstürmen und ihr helfen wollen, als er hörte, wie Cates den Jungen bedrohte. Und so stand er da, die Pistole in der Hand und wartete. Sie würde ihn dazu bringen, das Kind gehen zu lassen, daran zweifelte er nicht. Was das für sie bedeuten mochte, darüber konnte er jetzt nicht nachdenken. »Vielleicht bringe ich euch beide um.« »Wenn Sie den Jungen töten, dann bringe ich Sie um. Keine der Frauen, die Sie in der vergangenen Woche getötet haben, war ausgebildet, wie ich es bin. Vielleicht schaffen Sie es, mich umzubringen. Aber Sie werden in keinem Fall unverletzt davon kommen, das verspreche ich Ihnen.« »Lassen Sie ihn gehen.« »Und ich wehre mich nicht.« »Du versuchst, mich auszutricksen.« »Nein, ich verspreche es.« Sie zog eine Braue hoch. »Nennen Sie es wieder Gutmachung an meiner Schwester.« »Vielleicht verstehen Sie das ja.« Er stand so lange schweigend da, dass es ihr wie eine Ewigkeit vorkam. »Du ziehst jetzt die Weste aus, und ich lasse den Jungen los.« Mia streifte sich umständlich die Weste ab. Sie fröstelte, als nur noch das T-Shirt ihren Oberkörper bedeckte. »Okay.« »Ich habe meinen Teil der Abmachung eingelöst. Jetzt Sie.« Mit einer einzigen fließenden Bewegung nahm er das Messer von Jeremys Hals und zog den Revolver aus dem Hosenbund. Mia fixierte Jeremy, der sich nicht regte. »Geh, Jeremy«, sagte sie eindringlich. »Los!« Jeremy sah sie kläglich an, und das brach ihr fast das Herz. »Geh, mein Schatz. Alles wird gut.« Kate versetzte dem Jungen einen Stoß. »Geh«, hat sie gesagt. Die Eingangstür wurde aufgerissen und fiel krachend zu. »Wir haben den Jungen«, sagte Spinelli in ihrem Ohr. »Jetzt locken Sie ihn ins Wohnzimmer.« Mia warf ihrer Mutter einen Blick zu. »Lassen Sie auch Sie gehen.« »Sie gehört nicht zu unserem Deal. Wenn irgendwas schiefläuft, ist sie meine Fahrkarte nach draußen.« »Wohnzimmer Mia«, zischte Spinelli. »Los doch!« Mia ging einen Schritt auf Kate zu, um ihn zum Fenster zu locken. Kate bewegte seine Pistole. »Du setzt dich. Wir machen das auf meine Art. Nimm deine Handschellen und fessle dich.« »Das kann sie nicht machen«, dachte Reed. »Das macht sie nicht.« Der Junge war in Sicherheit. Jetzt würde sie zuschlagen.« Er öffnete die Tür einen winzigen Spalt. Sie führte in eine Speisekammer. Die offene Tür gegenüber ging zur Küche. Er schlich zur Tür und spähte hinein. Annabelle Mitchell saß mit dem Rücken zum Herd auf einem Stuhl, gefesselt und geknebelt. Kate stand neben ihr, eine Rohrzange in der einen Hand, in der anderen das Messer an Annabelles Kehle. Ihre Augen weiteten sich, als sie ihn sah, und er schüttelte hastig den Kopf. Und dann riss er selbst die Augen auf, als er die 38er auf dem Herd sah. Kate hatte offenbar aufgerüstet. Reed veränderte seine Position, sodass er Mia sehen konnte. Sie saß breitbeinig und vornüber gebeugt auf dem Stuhl und nestelte zwischen ihren Knien mit den Handschellen. »Eins würde ich noch gern wissen, Kate.« Sie versuchte, Zeit zu schinden. Braves Mädchen. Ihre Notwaffe steckte im Stiefel. Er wusste es, denn er hatte sie in den vergangenen Nächten schon oft dort herausgeholt. Sie wartete auf eine Gelegenheit, sie zu ziehen. »Beeil dich, oder die alte Dame hier tritt ab.« »Ich versuch's ja,« fauchte Mia. »Meine Hände zittern, okay?« Sie holte Luft. »Nur eine Frage. Die Lunden. Warum so kurz? Ich habe zwei Theorien.« Sie sah spöttisch auf. »Der Seelenklempner bei uns meint, das Messer sei eine Schwanzverlängerung. Haben die kurzen Lunden dieselbe Funktion?« Mia reizte ihn, damit er sie statt ihrer Mutter mit dem Messer attackierte. Und obwohl Reed sah, dass ihre Strategie nicht unklug war, drehte sich ihm der Magen um. Er zielte auf Cates Brust. Sobald er das Messer von Annabels Kehle nahm, war er tot. »Du Miststück. Ich wusste doch, dass du lügst. Dafür wirst du bezahlen.« »Oder«, fuhr sie gelassen fort, »sind die Lunden deshalb so kurz, weil sie im Prinzip nur den erwischen wollen, der ihren Bruder wirklich umgebracht hat.« »Sich selbst nämlich?« »Halt die Klappe«, zischte Cates. Sein Blick flackerte wild. Mia hatte ihn bald soweit. Reed wusste es. »Sie haben ihren Bruder getötet, Andrew«, sagte sie. »Jedes Mal, wenn sie einen Brand gelegt haben, hat ein kleiner Teil von ihnen gehofft, dass sie selbst dabei draufgehen.« »Weil sie schuldig sind. Sie haben Shane umgebracht.« »Du weißt gar nichts. Und du wirst sterben.« Ohne seinen Blick von ihr zu nehmen, schlug Cates mit der Rohrzange das Gasventil ab. Doch statt es zu erwartenden Zischens war nur ein kurzes Gurgeln zu hören, dann nichts mehr. »Dann zähl mal, du Arschloch«, dachte Reed befriedigt. Verblüfft starrte Cates auf den Gashahn, und Mia kam mit ihrer Pistole in der Hand auf die Füße. Bevor Reed sie noch warnen konnte, schleuderte Cates ihr die Rohrzange entgegen. Sie duckte sich, und Cates griff nach seinem Revolver. Reed feuerte seine Waffe ab, und das Krachen mehrerer Schüsse war ohrenbetäubend. Cates Messer fiel klappernd zu Boden, und einen Sekundenbruchteil darauf auch Cates selbst. Reed stürmte in den Raum, das Funkgerät in den bebenden Händen, die tauben Finger drückten verzweifelt auf die Knöpfe. Er trat Cates die Waffe aus der Hand. »Cates am Boden! Mitchells Mutter ist verletzt!« Blut ran aus einer Wunde an Annabels Kehle, aber es sprudelte nicht, also hätte es schlimmer sein können. Er rupfte ein Küchenhandtuch vom Haken und drückte es der Frau gegen den Hals. »Mia?« Er wandte sich zu ihr um und ... Er starrte. »Verdammt, Reed! Was machen Sie da?« Spinellis wütende Stimme kam knisternd durchs Funkgerät. Aber Reed antwortete nicht. Konnte nicht antworten. »Mia lag zusammen gesunken auf dem Fußboden, ihr weißes T-Shirt rot von Blut. Mit zwei Schritten war er an ihrer Seite. »Mia! Mia!« Er zog ihr das Hemd hoch und sein Herz hörte einfach aufzuschlagen. In ihrer Seite befand sich ein Loch und das Blut schoss entsetzlich schnell heraus. »Reed, hast du ihn erwischt?« Er befreite sich von seinem Mantel und riss an seinem Hemd. Er musste die Blutung stoppen. So schnell konnte die Ambulanz nicht hier sein. »Ich habe ihn, Liebling. Halt still! Hilfe ist unterwegs!« »Gut«, sagte sie. Das Stöhnen klang entsetzlich rasselnd. »Das tut weh.« Mit bebenden Händen drückte er sein Hemd auf die klaffende Wunde. »Ich weiß, mein Herz.« Sie sog mühsam die Luft ein. »Du hättest mir die Hundemarken nicht abnehmen dürfen, Soliday?« Die Tür flog auf und die Notfallambulanz stürmte herein, gefolgt von einem Haufen Uniformierter, vorneweg Mark Spinelli und Murphy. Murphy zerrte Reed aus dem Weg, damit die Sanitäter Mia auf eine Trage heben konnten. »Der Blutdruck sinkt rapide! Schnell!« Ein anderes Team trug Annabel Mitchell hinaus. Sie war bewusstlos. Spinelli ging neben Cates auf die Knie und drückte die Finger an seine Kehle. »Er ist tot.« Sein Gesicht war totenbleich. »Ein Schuss in die Brust, einer in die Schulter. Verschiedene Waffen.« »Wer hat den Treffer in die Brust gelandet?« »Ich.« Reeds Knie drohten nachzugeben. Als Mia schießen wollte, hat er ihr die Rohrzange entgegengeschleudert, und sie hat die Waffe verrissen. Er beugte sich vor und nahm seinen Mantel. »Ich fahre ins Krankenhaus.« Spinelli nickte. »Murphy, Sie fahren mit Soliday. Ich erledige die Formalitäten hier und komme nach.« Elf Uhr fünf. »Daddy?« Reed zwang sich, die Augen aufzuschlagen. Beth stand im Eingang des Wartezimmers der Chirurgie und hatte eines seiner Hemden in der Hand. Er stand auf, obwohl sein Magen rebellierte und seine Knie noch immer schwach waren. »Mit mir ist alles in Ordnung, Beth.« Sie schluckte schwer, dann warf sie sich in seine Arme. »Ich weiß.« »Ich weiß.« Sie zitterte. »Ich habe das von Mia gehört und dachte zuerst, du wärst auch getroffen.« Reed küsste sie aufs Haar. »Nein, ich nicht.« »Wie geht es ihr?«, fragte Lauren, die ebenfalls in der Tür erschienen war. »Sie ist noch im OP. Wir warten.« Er blickte sich im vollen Wartezimmer um. Ungefähr zwanzig Gesichter wirkten angstvoll und besorgt und beinahe alle wegen Mia. »Wir warten alle.« Und dann betrat ein Arzt das Wartezimmer. Seine Miene wirkte bewusst ausdruckslos und Reed packte nackte Angst. Beth drückte seine Hand und Mias Freundin Dana kam auf die Füße und sah dem Arzt bleich entgegen. Ihr Mann Ethan stand ebenfalls auf. »Ich suche Detective Mitchells Familie.« »Ich bin Ihre Schwester«, sagte Dana und zeigte auf Reed. »Und das ist Ihr Verlobter?« Der Arzt nickte müde. »Dann kommen Sie bitte mit.« Unter den schockierten Blicken der anderen folgten Reed und die Buchanons dem Arzt in einen kleineren Raum. Der Arzt deutete auf ein paar Stühle und schloss die Tür. »Sie lebt.« »Oh Gott!« Dana sank erleichtert gegen ihren Mann. Buchanan drückte seine Frau behutsam auf einen der Stühle und stellte sich dann hinter sie. »Aber?« fragte Reed. Er wollte sich nicht setzen. »Die Kugel hat einiges an Schaden angerichtet. Unter anderem hat sie die rechte Niere getroffen, sodass wir sie entfernen mussten.« Jetzt musste Reed sich doch setzen. Er warf Dana einen Blick zu, und aus ihrem entsetzten Blick schloss er, dass sie die Bedeutung der Worte verstand. »Sie ist noch nicht über den Berg. Sie hat viel Blut verloren, und ihr Zustand ist keinesfalls stabil. Morgen lässt sich mehr sagen. Aber falls sie durchkommt, wird sie sich über ihre Möglichkeiten Gedanken machen müssen.« »Dialyse oder Spenderniere,« sagte Reed. »Testen Sie mich. Sie kann eine von meinen Nieren haben.« Der Blick des Arztes war freundlich. »Innerhalb der Familie sind die Chancen auf ein passendes Organ größer.« Dana sah betreten zu Boden. »Dann testen Sie mich, nur sind wir...« »Adoptiert.« »Und meine Frau ist schwanger,« fügte Buchanan hinzu. »Der Arzt nickte ernst.« »Ich verstehe.« »Aber sie hat doch ihre Mutter und ihre biologische Schwester.« Der Arzt räusperte sich voller Unbehagen. Die Mutter weigert sich, sich testen zu lassen. Reeds Kinnlade fiel herab. »Was?« »Tut mir leid, Mrs. Mitchell ist bei Bewusstsein und hat sich geweigert.« Aber Dana wirkte nicht überrascht. »Ihre Schwester Kelsey ist in der Frauenstrafanstalt.« Reed begegnete Danas Blick. »Und dann ist da noch Olivia.« Dana nickte langsam. »Fragen wir erst bei Kelsey nach. Mia hat mir erzählt, was zwischen Olivia und ihr vorgefallen ist. Es könnte im Augenblick schwierig werden.« »Es muss nicht sofort geschehen,« sagte der Arzt. »Mit Dialyse kann sie ebenfalls weiterleben.« »Aber dann kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben,« sagte Reed tonlos. Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, nicht als Ermittlerin. Vielleicht irgendwo am Schreibtisch.« Reed schluckte. »Ich fürchte, dann würde sie lieber sterben.« Der Arzt legte Reed eine Hand auf die Schulter. »Warten wir's ab.« Er ging, und Reed presste sich die Fingerspitzen gegen die Schläfen. »Verzeihen Sie mir wegen des Spruchs mit dem Verlobten. Ich dachte, Sie wollten sie besuchen dürfen, und man hätte sie andernfalls nicht gelassen.« Reed hätte am liebsten geweint, aber er nickte. »Okay. Sagen wir den anderen erst einmal, dass sie die OP gut überstanden hat. Dann warten wir ab.« Montag, 11. Dezember, 17.15 Uhr. Dana hatte Jeremy abgeholt, und Mia war wieder allein. Sie hatte viel nachzudenken. Sie hatte eine Katze und einen festen Freund und ein Kind bekommen. Und sie hatte eine Niere und ihren Job verloren, und das alles in nur zwei Wochen. Cates war tot, von Reed erschossen. Jeremy lebte. Und ihre Mutter auch. Ein Fremder hätte ihr wohl eher eine Niere gespendet. Es war schwer, darüber keine Bitterkeit zu empfinden. »Ich werde es überleben.« Und eigentlich war genau das das einzig Wichtige. Aber sie konnte ihren Beruf an den Nagel hängen, falls sie nicht einen Spender fand. Kelsey konnte nicht. Die Gewebe hatte zu wenig Übereinstimmung mit Mias. Genauso war es bei Dana, Reed oder Murphy oder jedem anderen ihrer Freunde, die sich ungefragt Proben hatten entnehmen lassen. »Hey.« Reed kam herein. In der einen Hand hielt er eine Zeitung, in der anderen eine große Plastiktüte. »Wie fühlst du dich?« »Ich habe Kopfschmerzen. Aber ansonsten geht es mir ganz gut.« »Ich schwöre dir, Soliday, wenn du in dieser Tüte eine Schachtel Kondome mitgebracht hast, dann musst du dir eine andere Frau suchen.« Er setzte sich auf die Bettkante und küsste sie sanft. Beth hat wieder an einem Wettbewerb teilgenommen. Sie hat mich eingeladen. Und dich auch, wenn du bis dahin wieder draußen bist. Mia wurde ernst. »Hast du sie jemals gebeten, dir Kasper vorzulesen?« Etwas in Reeds dunklen Augen veränderte sich. »Ja. Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe.« »Sie hat echtes Talent.« »Ja, das hat sie. Ich hatte keine Ahnung, was sie empfindet.« Er schluckte. »Dass sie wirklich geglaubt hat, ich würde sie eintauschen, wenn ich dafür ihre Mutter zurückbekäme. Ich wollte ihr doch nicht wehtun.« »Und was willst du jetzt unternehmen?« Er lächelte. »Ich habe mit diversen Leuten über das Haus gesprochen. Ich habe die bautechnischen Dinge abgesegnet, lass aber Beth und Lauren bei der Einrichtung freie Hand.« »Du darfst bei meinem Schlafzimmer mitreden.« Sie zog erstaunt die Brauen hoch. »Ehrlich?« »Du wirst doch dort wohnen, wenn du entlassen wirst.« Es klang ungewohnt angriffslustig. »Werde ich?« »Ja, wirst du. Wenigstens, bis du dich wieder ganz erholt hast. Dann kannst du gehen, wenn du unbedingt willst. Hast du irgendetwas dazu zu sagen, Mitchell?« Er war nervös und ihr schmolz das Herz. »Ich darf nur mitreden?« Er entspannte sich ein wenig. »Ich mag keine Streifen und Karos.« »Okay.« Sie schob ihre Finger ineinander. »Jeremy war heute hier.« »Reed, mir geht da etwas im Kopf herum.« Sie blickte auf ihre Hände. »Ich will nicht, dass Jeremy in einer Pflegefamilie aufwächst, selbst wenn es eine so tolle wie Danas ist.« »Das heißt, du willst ihn adoptieren?« »Ja. Er hat mich gefragt, ob er bei mir wohnen könnte, wenn ich aus dem Krankenhaus komme. Ich habe Ja gesagt, und ich tue alles, was ich kann, um dieses Versprechen zu halten. Ich will, dass du das weißt.« »Wir haben noch ein Zimmer übrig. Das kann er haben.« Es schien keine große Sache für ihn zu sein. Mir zerfloss beinahe bei so viel Großzügigkeit und der Leichtigkeit, mit der er eine so weitreichende Entscheidung unterstützte. »Wir reden hier von einem Kind. Familienzuwachs. Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen.« Sein Blick wurde finster. »Hast du's getan?« »Nein.« »Und ich tue das auch nicht.« Er holte Tiefluft. »Mir geht auch etwas im Kopf herum. Erinnerst du dich, dass ich dich einmal gefragt habe, ob du an Seelenverwandte glaubst?« Ihr Puls beschleunigte sich. »Ja.« »Du hast gesagt, du glaubst, dass manche Menschen vielleicht einen finden können.« »Und du hast gesagt, dass ein Mensch nur einmal einen finden kann.« »Nein.« »Ich sagte, ich weiß es nicht.« »Okay.« »Aber du hast gesagt, du hast nie jemanden gefunden, der Christine ersetzen kann.« »Und das werde ich auch nie.« Ihre Hoffnung fiel in sich zusammen. Ich kann Christine nicht ersetzen. Sie war ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie hat mir Beth geschenkt. Aber ich habe inzwischen begriffen, dass ich sie gar nicht ersetzen muss.« Er sah auf seine Hände. »Ich habe sie geliebt, weil sie aus mir mehr gemacht hat, als ich ohne sie war. Sie hat mich glücklich gemacht.« Er sah auf und lächelte. »Und du machst mich auch glücklich.« »Das freut mich.« Er zog eine Braue hoch. »Und?« »Und du machst mich auch glücklich.« Er räusperte sich. »Ich habe dir was mitgebracht.« Er fischte aus der Tüte das Brettspiel Cluedo. »Ich dachte, du wolltest in der Zwischenzeit vielleicht deine Ermittlerfähigkeiten trainieren.« »Aber ich nehme weder Dolch noch Pistole.« Er klappte das Brett auf. »Dann nimmst du den Kerzenleuchter. Und nur weil du ein Loch im Rauch hast, kriegst du noch lange keine Sonderrechte.« Und dann spielten sie. Mia wollte gerade Oberst von Gatto in der Bibliothek mit dem Heizungsrohr verdächtigen, als eine Stimme an der Tür sie überraschte. »Fräulein Ming mit dem Seil im Wintergarten.« Mia riss die Augen auf. »Olivia?« Reed wirkte weit weniger überrascht, dafür aber besorgt. Olivia stellte sich ans Bettende und holte tief Luft. »Also gut.« Mia spürte plötzlich einen Funken Hoffnung. »Also gut, was?« Olivia warf Reed einem Blick zu. »Sie haben ihr nichts gesagt?« Er schüttelte den Kopf. Ich wollte ihr keine Hoffnung machen. »Reed hat mich einen Tag, nachdem du angeschossen wurdest, angerufen. Und hat mir gesagt, dass deine Mutter sich noch nicht einmal auf das richtige Gewebe testen lassen wollte.« »Du hast gewonnen, große Schwester. Deine Familie ist schlimmer als meine.« Mia war sprachlos. »Du willst dich testen lassen?« »Nein, das habe ich schon. Ich brauche immer erst Fakten. Also habe ich mich erst untersuchen lassen und dann Urlaub genommen.« »Und?« fragte Reed ungeduldig. »Naja, ich bin hier. Mein Gewebe passt. Nächste Woche ziehen wir das Ding durch.« Epilog Sonntag, 12. August, 9.25 Uhr »Reed, hör auf damit!« Mia schob seine tastende Hand weg. »Schau mal!« »Das wollte ich ja,« brummelte er. »Die Nachrichten, meine ich. Los, Lynn Pope hat gesagt, ich sollte sie unter keinen Umständen verpassen.« Reed verabschiedete sich mit einem Seufzen von der Aussicht auf morgendlichen Sex, setzte sich im Bett auf und legte Mia den Arm um die Schultern. Sie schmiegte sich schon aus reiner Gewohnheit an, aber für ihn war es immer noch neu und herrlich. Sie war eine umwerfende Frau, eine gute Polizistin. Sie hatte nur vier Monate nach der Operation ihren Dienst wieder angetreten. Am ersten Tag hatte er ängstlich zugesehen, wie sie ihr Holster umlegte, hatte sich aber jede Bemerkung verbissen. In der ersten Woche hatten Abby Regan und sie zwei Mörder verhaftet. Mia war auch eine gute Mutter. Er hatte nichts anderes erwartet, doch er wusste, dass sie selbst überrascht war. Jeremy entwickelte sich prächtig und hatte seine Leidenschaft für Fußball entdeckt. Mia trainierte mit ihm. Annabelle Mitchell war empört darüber gewesen, dass Mia Lügen über Bobby erzählt hatte, als sie mit Cates über Jeremies Freilassung verhandelt hatte. Und das auch noch, als alle Polizisten draußen es über das Mikrofon hören konnten. Was, wie Reed vermutete, wohl in ihren Augen die wahre Schandtat war. Nicht die Lüge, sondern die Enthüllung, die nicht das von Mia gefürchtete Mitleid nach sich gezogen hatte. Die Kollegen respektierten Mia immer noch. Sie war und blieb eine gute Polizistin. Er küsste sie aufs Haar. Und sie war eine gute Ehefrau. Am Tag ihrer Hochzeit hatte Beth festgestellt, dass Frühlingsanfang war. Es war nicht seine Absicht gewesen, aber er fand es passend. Und Beth meinte, Christine hätte es gebilligt. Das glaubte auch er. Und was gibt das? fragte er, als auf dem Bildschirm eine Preisverleihung gezeigt wurde. Lynn Pope ist für ihre Story über Bixby und das Hope Center für den Nachrichtenpreis nominiert worden. Das Bild wechselte zum Hope Center, Ausschnitte aus der Sendung, die Pope vor Monaten gemacht hatte. Bixby und Thompson hatten Therapiemethoden ausprobieren wollen, die von jeder seriösen Institution abgelehnt worden waren. Daher hatten sie das Hope Center gegründet. Weitere Untersuchungen hatten zweckfremde Verwendung von staatlichen Geldern und verdächtige Provisionen von Pharmafirmen für den Einsatz bestimmter Medikamente ans Tageslicht gebracht. Lehrer wurden entlassen, bevor sie misstrauisch werden konnten. Dann war das unvorhergesehene geschehen und Andrew Cates hatte die Aufmerksamkeit auf die Anstalt gelenkt. Pope hatte Bixby in London aufgespürt, wo er ursprünglich hatte warten wollen, bis sich der Wirbel gelegt hatte und er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Doch Pope hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Hope Center war geschlossen und die Kinder in anderen Anstalten untergebracht worden. Mir schüttelte die düsteren Gedanken ab und kroch aus dem Bett. Zieh dich an, Soliday, ich darf nicht zu spät kommen. Er aber rollte sich nur auf die Seite, um ihr besser zusehen zu können. Reed, nun mach schon. Du weißt, wie lange du allein für die Wahl deiner Schuhe brauchst. Schuhe sind wichtig. Und du trägst doch bitte keine Stiefel in der Kirche, oder? Nein, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Mit einer Grimasse hielt sie ein paar sexy Sandalen mit einem mörderischen Absatz hoch. Ich werde mir die Knöchel für ein Kind brechen, das zu klein ist, um es mitzukriegen. Du wirst sie schon daran erinnern, wenn sie alt genug ist, bemerkte er trocken, stand auf und trat an seinen Schrank. Man ist nicht jeden Tag Tauf, Patin. Also nimm dich zusammen und zieh die Dinge an. Mia seufzte innerlich und nahm das Foto von der Kommode. Das Baby war zerknautscht, aber Mia fand es wunderschön. Faith Buchanan, Danas Tochter. Und sie würde für dieses Kind Tante Mia sein. Mia, willst du den ganzen Tag vor dem Spiegel stehen? Ich brauche Hilfe mit den Knöpfen. Wie bist du nur ohne mich zurechtgekommen? Er küsste sie auf die Nasenspitze. Ich musste eine halbe Stunde früher aufstehen, habe meine Hotdogs ohne alles gegessen und allein geschlafen. Er grinste breit. Meine Lebensqualität hat sich eindeutig gesteigert. Sie lachte. Meine auch. 19.25 Uhr. Mia suchte im Internet nach den Youngs, als Reed sich an ihren Tisch lehnte und näher stand, als gut für sie war. Nun, sie würde ganz der Profi bleiben. Das Meeting war sehr erfolgreich. Ja, so langsam zeichnet sich ein Bild ab. Wir müssten ihn bald haben. Fahr du ruhig nach Hause zu Beth. Ich habe noch ein wenig zu tun. Du warst heute nicht auf Wohnungssuche. Seine Stimme klang wie ein Schnurren. Nein, aber ich habe meine Tasche im Kofferraum. Ich übernachte heute bei Dana. Percy hat genug zu fressen bis morgen, dann hole ich ihn ab. Bleib noch eine Nacht in Laurens Wohnung, Mia. Ich belästige dich auch nicht, versprochen. Aus dem Augenwinkel sah sie Murphy an seinem Tisch sitzen und sie auf seine ganz eigene, ruhige Art beobachten. Sie hatte gedacht, dass sie inzwischen abgehärtet sei, aber jedes Mal, wenn sie ihn ansah, tat es weh, und sie wünschte sich so sehr, dass sie nicht noch hoffte, er hätte vielleicht ihretwegen den Ring abgenommen. Reed, hör auf damit. Das ist nicht fair. Er schien förmlich in sich zusammenzufallen. Ruf mich bitte an, wenn du bei Dana angekommen bist, damit ich weiß, dass alles okay ist. 22.50 Uhr. Lauren war bei irgendeiner Verabredung und Beth hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Es war elf Uhr am Samstagabend und er war allein. Er schloss die Augen und gestand sich ein, dass er nicht allein sein wollte. Er wollte mit Mia zusammen sein. Er wollte ihren hübschen Mund, ihre rauen Kanten, ihre weichen Kurven. Gott, die Frau fühlte sich so gut an. Sie war perfekt. Er schlug die Augen auf, starrte an die Wand und fragte sich, ob er blind und dumm gewesen war. Perfekt. Sie war nicht elegant und ein gemeinsames Zuhause wäre durch Fertiggerichte und Bettzeug, das nicht zueinander passte, gekennzeichnet. Aber es würde ein Zuhause sein, weil ihre Anwesenheit es dazu machte. Sie machte ihn glücklich. Er betastete die Kette an seinem Hals. Er hatte sie tief verletzt. Sein Computer piepte. Entweder hatte er eine E-Mail bekommen oder einen Treffer bei der Suche in der Datenbank gelandet, die er dreimal täglich durchlaufen ließ. Er setzte sich vor den Monitor und hielt den Atem an. Ein neuer Treffer für seine Suche nach dem Brandbeschleuniger. Die ersten Einträge stammten von ihm, aber der fünfte war erst am Nachmittag gesendet worden, von einem Tom Tennant aus Indianapolis. Er begann, Mias Nummer einzutippen, brach dann aber ab. Das aufgeregte Bellen des Hundes zerriss die Stille. Es klang, als sei Biggles draußen, aber er hatte Beth nicht herunterkommen hören, geschweige denn bemerkt, dass sie ihn herausgelassen hatte. Und dann setzte das Jaulen des Rauchmelders ein. Sein Puls jagte, während er die Treppe hinauflief und dabei die 9-11 eintippte. Beth war oben, und in den Flur quoll bereits dichter Rauch. »Feuer in der Morgen 356. Wiederhole, Feuer in der Morgen 356. Es sind noch Leute im Haus.« »Sir, verlassen Sie sofort das Haus«, sagte die Vermittlung. »Meine Tochter ist noch drin.« »Sir«. Reed klappte das Telefon zu und riss den Feuerlöscher von der Wand. »Beth?« Er versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Wahrscheinlich hatte sie den Kopfhörer auf und konnte ihn nicht hören. Er warf sich gegen die Tür, die splitternd aufsprang. Einen Moment lang starrte er nur entsetzt auf das Feuer, das an den Wänden leckte. Durch den dichten Rauch war so gut wie nichts zu erkennen. »Beth!« Er rannte zum Bett, zerrte die Decke weg und leerte den Feuerlöscher. Aber sie war nicht da. Sie war nicht da. Er rannte in den Flur, sah im Bad nach, im anderen Zimmer. Nichts! Er berührte den Knauf der Tür zu seinem Schlafzimmer und verbrannte sich die Hand. Zurück zum Bad. Handtücher nass machen. Gesicht und Hände bedecken. Er hatte auf Autopilot geschaltet, als er seine Tür aufriss. Die Hitze schleuderte ihn zurück, ließ ihn zu Boden gehen. Sein Bett bestand nur noch aus Flammen. Er ließ sich auf den Bauch fallen und versuchte, in den Raum zu kriechen. »Beth! Ich bin hier! Sag was! Wo bist du?« Aber in dem Brüllen der Flammen war selbst seine eigene Stimme kaum zu hören. Dann zerrten Hände an ihm und er wehrte sich. »Nein! Meine Tochter ist da drin! Sie ist hier irgendwo!« Die Feuerwehrleute in den Schutzanzügen zerrten ihn aus dem Raum. Masken bedeckten ihre Gesichter. »Reed? Mein Gott, raus hier! Meine Tochter!« Rauch drang in seine Lungen und er sank auf die Knie und hustete, bis er überhaupt keine Luft mehr bekam. »Wir finden sie! Sie müssen hier raus!« Einer der Männer schob ihn durch die Eingangstür, wo ein Rettungssanitäter übernahm und ihn festhielt. »Das ist Lieutenant Soliday. Seine Tochter ist noch drin. Lassen Sie ihn nicht wieder hinein!« Der Mann führte ihn hastig zum Krankenwagen und drückte ihm eine Sauerstoffmaske aufs Gesicht. »Atmen Sie, Lieutenant, und setzen Sie sich, Sir!« Sein Körper hatte plötzlich keine Kraft mehr. Er starrte zum Haus hinauf, als die erste Scheibe zerbarst. Der Rettungssanitäter verbannt bereits seine Hände. »Sie holen Sie raus, Sir!« »Ich habe nicht einmal mein eigenes Kind retten können!« Wie betäubt saß er da und wartete. 23.25 Uhr. Mia rannte zum Krankenwagen. »Reed! Mein Gott!« Sein Gesicht war leblos, bis auf die Tränen, die über seine verrusten Wangen strömten. Seine Hände waren dick verbunden und eine Sauerstoffmaske baumelte an seinem Hals. Sie ließ sich auf die Knie fallen. »Reed?« »Beth ist noch drin«, sagte er tonlos. »Ich konnte mein Mädchen nicht finden.« Sie nahm eine bandagierte Hand in ihre. »Wo ist Lauren?« »Weg.« »Nur ich und Beth waren da.« »Reed, hör mir zu! Warst du in Beths Zimmer?« Sie war nicht da. »Biest«, dachte Mia zornig. Vermutlich war Beth wieder heimlich aus dem Haus geschlichen. Ihr Vater trauerte um sie, während sie sich wahrscheinlich gerade prächtig amüsierte. »Larry, bleiben Sie bei ihm!« Sie ging ein paar Schritte zur Seite und nahm das Funkgerät. »Hier Mitchell, Morddezernat. Ich brauche einen Streifenwagen, der mit größtmöglicher Geschwindigkeit und Sirenen zum Rendezvous-Café fährt.« Sie gab die Adresse durch. »Sie sollen nach einer Liz Soliday suchen, und zwar mit richtig viel Brimborium. Und wenn sie da ist, sollen sie ihr eine Höllenangst machen.« »Okay.« »Verstehe, Detective Mitchell«, sagte die Vermittlung misstrauisch. »Nein, tun Sie nicht. Das Haus brennt, und Ihr Vater glaubt, sie ist noch drin.« »Okay. Ich schicke einen Wagen hin.« Mia wartete ungeduldig, während sie Reed beobachtete, der sich vor Kummer in eine Art Trance-Zustand zurückgezogen zu haben schien. Doch dann schwand ihr Zorn. Was, wenn sie sich irrte? Was, wenn Beth doch noch im Haus war? Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit vorkam, knisterte es im Funkgerät. »Ja, das Mädchen ist gesund und munter und hat höllische Angst. Sollen wir sie nach Hause bringen?« »Ja, sie soll hinten mitfahren. Und sorgen Sie dafür, dass jeder es sieht.« Mia ging auf wackeligen Beinen zu Reed. »Reed?« »Beth ist nichts geschehen. Sie war nicht im Haus.« Sein Kopf fuhr herum. »Was?« »Sie ist durchs Fenster geklettert, wahrscheinlich schon vor Stunden.« Sein Blick wurde finster. »Wo ist sie?« Er sprach jedes Wort überdeutlich aus. Sie war bei einem Slam-Poetry-Wettbewerb in der Innenstadt. Ein Streifenwagen bringt sie gerade her. Ihre Lippen zuckten. »Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie ihr richtig Angst machen sollen.« Er kam zitternd auf die Füße. »Du hast gewusst, dass sie dorthin gegangen ist?« »Nein, nicht heute. Gestern habe ich es beobachtet. Du wusstest, dass meine Tochter durchs Fenster abgehauen ist, und hast mir nichts gesagt?« »Sie hat mir versprochen, es dir selbst zu sagen. Ich habe ihr angedroht, wenn sie es nicht täte, würde ich es tun.« »Das hast du aber nicht.« Er spuckte die Worte förmlich aus, und Larry Fletcher zog die Brauen zusammen. »Reed, sie ist doch okay. Beth ist nichts geschehen, und Mia wollte dir helfen.« Reed überragte sie, und seine Augen blitzten in kaltem Zorn. »Das war keine Hilfe.« Sie wich zurück und begann zu zittern. »Es tut mir leid. Ich dachte, ich würde das Richtige tun. Das ist wohl der Grund, warum ich keine Kinder haben will.« Und plötzlich fiel ihr Percy ein. Sie wandte sich um und suchte den Einsatzleiter. »Das Mädchen, von dem sie glaubten, es sei noch im Haus, war woanders. Sie wird hergebracht.« Der Mann sah sie finster an. »Ich habe das Leben meiner Männer für eine Ausreißerin riskiert.« »Hey, es ist nicht meine Tochter.« »Aber meine Katze ist auf der anderen Hausseite.« »Wir haben das Feuer eingedämmt, und es ist nicht übergesprungen. Wir suchen Ihre Katze, sobald wir können.« »Danke.« »Oh, da war ein junger Hund. Wuschelig. So groß.« Sie zeigte es ihm. »Da drüben. Wir haben ihn am Baum gefunden. Ein Bein ist gebrochen, aber sonst ist er in Ordnung.« »Danke.« »Sagen Sie, ist das Haus zerstört?« »Hauptsächlich die erste Etage. Die Schlafzimmer komplett.« Mia dachte an das Buch, das er in der Hand gehabt hatte. Für meinen geliebten Reed. Es war vernichtet. Sie schloss die Augen vor Mitgefühl. Sie hatte Jack und Spinelli angerufen und dann erst gesehen, dass Murphy sich in den vergangenen 15 Minuten viermal gemeldet hatte. Bei all dem Lärm hatte sie das Klingeln nicht gehört. Sie rief ihn zurück. »Murphy, hier ist Mia. Was ist los?« »Ich kann dich kaum verstehen.« »Weil Reeds Haus brennt. Um mich herum tobt die Feuerwehr.« »Ist jemand verletzt?« »Nein, aber Kate hat uns offensichtlich gefunden. Diesmal war Reed das Ziel.« »Was hast du herausgefunden?« »Dass drei der vier Youngs tot sind. Vater und Mutter sind eines natürlichen Todes gestorben. Tyler Young starb gestern Nacht in Indianapolis bei einem Brand. Ich habe der dortigen Polizei sein Foto gefaxt.« »Danke, Murphy. Ich sage es Reed.« Er sah ihr entgegen, als sie zu ihm zurückkehrte. Sein Blick war noch immer kalt. »Verzeih mir, Reed. Es war falsch, dass ich dir das mit Beth nicht gleich gesagt habe.« Er schwieg. »Murphy hat drei der vier Youngs ausfindig gemacht. Einer wurde gestern Nacht bei einem Brand getötet.« Sein Blick wurde ein klein wenig milder. »Die OFI in Indy hat die Meldung in die Datenbank gestellt, in der ich schon die ganze Woche eine Suche laufen lasse. Ich wollte dich anrufen, aber dann passierte das hier.« »Also haben wir nur noch eine Person übrig.« Er nickte. »Ich hole jetzt meine Katze und suche mir ein Hotel.« »Welches Hotel?« »Das erste, das mir begegnet.« »Gute Nacht.« Sonntag, 3. Dezember, 3.15 Uhr. Mia lag auf dem Hotelbett, Percy auf ihrem Bauch. Der Sender wiederholte das Programm des Tages komplett. Das Klopfen an der Tür ließ sie zusammenfahren. Sie griff nach ihrer Pistole auf dem Nachttisch und spähte durch den Spion. Dann öffnete sie resigniert die Tür. »Reed.« Er war geduscht und rasiert und trug nur noch einen leichten Verband um eine Hand. In der anderen hielt er eine Drogerietüte. Und die Erinnerung, die diese Tüte in ihr weckte, ließ ihr Herz ein paar Takte schneller schlagen. Er sah gut aus und sehr begehrenswert. Sie konnte die Farben der Keycard durch seine Brusttasche erkennen. Er hatte also auch hier eingecheckt. Die Versuchung war groß, sehr groß. Aber sie sah die Goldkette an seinem Hemdkragen glänzen und verwies ihr überquellendes Herz auf seinem Platz. »Reed?« »Kann ich reinkommen?« »Es ist schon spät.« »Bitte.« Noch während sie sich verfluchte, trat sie zur Seite und legte ihre Pistole auf das Tischchen neben der Tür. Ich wollte mich entschuldigen. Beth hat mir erzählt, was passiert ist. Du hast genau das Richtige getan. Er sah auf seine Füße, dann mit einem jungenhaften Grinsen wieder auf. Die Sirenen und die blitzenden Lichter waren eine klasse Idee. Ich denke nicht, dass sie so bald wieder aus dem Fenster klettert. »Gut«, sie seufzte. »Was willst du, Reed?« Sein Lächeln verschwand. »Ich glaube... dich?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, tu mir das nicht an. Ich will mehr, als du mir geben kannst.« Sie lachte verbittert. »Und wenn du doch könntest, dann wüsste ich wahrscheinlich überhaupt nicht, was ich damit anstellen sollte. Also lassen wir's ab jetzt. Du hast gesagt, dass du mir nicht wehtun willst. Dann geh jetzt bitte.« »Ich kann nicht gehen.« Er fuhr ihr mit den Fingern durchs Haar und hob ihren Kopf an und küßte ihre Lippen süßer und zärtlicher, als sie je geküsst worden war. Als hätten sie ein Eigenleben, schlangen sich ihre Arme um seinen Nacken und sie erwiderte den Kuss, erst sanft und vorsichtig, dann jedoch gierig und hastig. Und sie wollte ihn. Er schluckte schwer, als er die Tüte auf den Tisch neben die Waffe stellte. Dann zog er zwei kleine Schmuckkästchen aus schwarzem Samt heraus und öffnete sie. Beide waren leer. Ich dachte, wir könnten das gemeinsam tun. »Was tun?« »Die Ketten abnehmen.« »Du deine?« »Ich meine.« Ihr blieb der Mund offen stehen. Er sah sie erwartungsvoll an und sehr unsicher. »Und was dann?« »Weiß ich nicht. Wir improvisieren. Jeden Tag neu. Aber diesmal mit Bindung.« Ihr Herz hämmerte. »Ich weiß nicht, wie man das mit den Bindungen anstellt, Reed.« »Ich schon.« Dann schob er die Finger unter ihr dünnes Tanktop und holte die Kette hervor, schüttelte sie leicht, sodass die Marken daran klimperten. »Also, was meinst du?« Mit trockenem Mund nickte sie. »Okay« und sah erstaunt, wie er sich plötzlich entspannte. Er hatte tatsächlich geglaubt, sie könnte Nein sagen. »Aber ich muss die Medic-Ellard-Marke behalten.« »Daran habe ich gedacht.« Er holte eine billige Silberkette aus der Tüte. »Für den Anfang geht das sicher.« Er legte ihr die Kette in die Hand. Sie hatte fünf Dollar gekostet, wie das Preisschild verriet. Aber plötzlich war sie mehr wert als jeder Diamant dieser Welt. Und dann nahm er ihr die Kette ab. »Komm, tu es. Leg die Plakette ab.« Mit zitternden Händen tat sie es. Dann legte sie die neue Kette um. »Sie ist leichter. Manchmal ist es gut, Altlasten abzuwerfen.« Er holte tief Luft und nahm auch seine Kette ab. »Tun wir es einfach, Mitchell.« Beide legten die Ketten in jeweils eines der Kästchen. Iris schloss sich mit einem befriedigenden Schnappen. Er drückte seines mit einer Liebkosung des Daumens zu. Er grinste. Sie auch. Es fühlte sich gut an. »Und was ist noch so in der Tüte, Soliday?« Sein Grinsen wurde breiter. »Jumbo-Pack«, sagte er. »Bunte Vielfalt.« Sie schlang ihm die Arme um den Nacken. »Aha. Du warst dir ja sehr sicher.« Seine Hände strechen über ihren Rücken. »Gar nicht. Ich habe gehofft.« »Wo ist Beth?« »Ein Stück den Flur entlang. In einem Zimmer mit Lauren.« »Und der Hund?« »In einer Tierklinik. Dem geht's gut. Für meine Familie ist gesorgt.« Er küsste sie sanft. »Komm ins Bett mit mir, Mia.« Acht Uhr. Murphy warf die Ausgabe des Buettin quer über den Konferenztisch. Howard und Brooks haben gestern Nacht Gats hochgenommen. Seite vier, Ecke unten. Mia blätterte zu dem Artikel und lächelte. »Sehr schön.« Spinelli lehnte sich zurück. »Wie steht's mit ihrem Haus, Reed?« »Ich weiß jetzt, wie es ist, am Papierende einer Versicherungsmeldung zu sitzen. Aber es war Cates, das steht außer Frage. Er kam durch ein Fenster und legte oben den Brand, während ich unten telefonierte. Ben Tramell hat Reste von Plastikeiern in beiden Räumen gefunden.« Er brach ab und dachte einen Moment lang nach. »Mit dem Ei bei Tala Young hat er nun insgesamt neun verbraucht.« »Wenn wir davon ausgehen, dass er sich die zwölf aus dem Kunstraum genommen hat, bleiben ihm noch drei übrig.« »Was wissen wir über Tala Young?« fragte Spinelli. »Sein Name stand im Computer, den wir aus Yvonne Lokovics Haus mitgenommen haben,« sagte Jack. »Cates hat die Website von Youngs Immobilienfirma durch eine ehemalige Liste der Highschool gefunden.« »Ich habe Tom Tennant vom OFI in Indianapolis heute Morgen angerufen. Tala und seine Frau sind beide tot. Beide Leichen waren verkohlt, aber der Gerichtsmediziner hat Organschäden bei der Frau gefunden, die auf ähnliche Stichwunden wie bei Joe Doherty verweisen. Sie lag auf dem Bauch, ganz wie Joe Junior. Tyler war ans Bett gekettet, Beine gebrochen. Der Gerichtsmediziner glaubt außerdem, dass Tyler mehrere Stichwunden in der Lentengegend hat. »Ich denke, wir können uns jetzt zusammenreimen, was in dem Jahr, in dem Andrew und Shane dort gewohnt haben, passiert ist,« sagte Westfalen. »Sie waren sozusagen gefangen, und keiner hat nach ihnen gesehen.« »Und Laura und Penny sind verantwortlich gewesen, dass die Jungen dort waren,« sagte Mia. »Übrigens hat er sich bei Penny einen großen Schnitzer geleistet.« »Was meinen Sie damit?«, fragte Spinelli. »Sie hat sich ein Jahr nicht um ihn gekümmert.« »Nein. Das passte einfach nicht zu dem Bild, das alle anderen von ihr gezeichnet haben. Deshalb habe ich mir noch einmal meine Notizen angesehen. Reed, erinnerst du dich, was Margaret Hill uns erzählt hat? Wie sie ihre Mutter beinahe verloren hätte, als sie 15 war?« »Ihre Mutter war angeschossen worden. Sie wäre fast gestorben.« »Margaret Hill ist 25. Jetzt rechne mal nach.« »Oh.« Reed fasste sich unwillkürlich an den Kopf. Penny Hill wurde, kurz nachdem sie die Cates-Brüder untergebracht hatte, ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat sie gar nicht vergessen. Ich wette, ihre Akten wurden an andere Mitarbeiter verteilt, und der Fall der Jungen ist bei der Maßnahme einfach versehentlich verloren gegangen.« Mia nickte. »Dann stirbt Shane, und jemand stellt fest, dass da Murks gemacht worden ist. Andrew wird hastig woanders untergebracht und Shanes Tod unter den Teppich gekehrt.« Stacy steckte den Kopf herein. »Entschuldigen Sie, hier ist ein Mann, der mit dem Leiter der Ermittlung im Fall Andrew Cates sprechen will. Sein Name ist Tim Young.« »Bringen Sie ihn rein.« Spinelli stand auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Tim Young betrat mit schweren Schritten den Raum. Er war ungefähr 25. Sein grauer Anzug war zerknittert, und das Gesicht zeigte dunkle Bartstoppeln. »Ich bin Tim Young, Tyler Youngs Bruder.« »Setzen Sie sich doch bitte.« Spinelli deutet auf einen Stuhl. »Das ist allerdings eine Überraschung.« Young sah sich um und betrachtete die Gesichter im Raum. »Ich habe in O'Hare meine Pläne geändert. Während ich auf den Flug nach Indy wartete, sah ich die Zeitungen. Also habe ich den Flughafen verlassen und ein Taxi hierher genommen. Andrew Cates ist ein Name, den ich seit zehn Jahren zu vergessen versuche.« »Und warum?« fragte Mia. »Andrew und Shane wurden vor zehn Jahren vom Sozialamt zu uns geschickt. Andrew war 13, Shane 9. Ich war 15 und zählte die Tage, wann ich die Schule beenden und verschwinden konnte. Mein Vater hatte eine Farm. Er nahm gerne Pflegekinder auf, weil sie für ihn kostenlose Arbeiter waren. Meine Mutter sagte nichts, weil sie immer alles tat, was er wollte. Und mein Bruder Tyler?« Er stieß den Atem aus. »War ziemlich übel.« »Er hat die Jungen missbraucht«, sagte Mia leise. »Und sie?« Er sah sie gequält an. »Bis ich alt genug war, um mich zu wehren.« Er hatte mal gespottet, dass er Jungs mochte, die noch jung genug waren, um anpassungsfähig zu sein, aber schon alt genug, um sich zu wehren. Er wusste sehr gut, wann der Zeitpunkt gekommen war, seine Opfer in Ruhe zu lassen, weil sie zu groß oder zu stark wurden. Normalerweise blieb keines der Kids so lange bei uns. »Wussten ihre Eltern davon?« fragte sie. »Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie etwas unternommen hätten, falls sie es wussten. Meine Mutter hätte sicherlich einfach weggesehen. Aber ich nehme nicht an, dass sie das verstehen.« Mias Blick flackerte, und Reed begriff, dass sie nur allzu gut verstand. »Und was war für Tyler das beste Initiationsalter?« fragte sie. »Zehn.« Young verzog die Lippen. Tyler neckte Andrew, dass er bei Shane eine Ausnahme machen würde, nur um Andrew auf die Barrikaden zu bringen. Und dann nahm er sich Andrew vor. Tyler hatte bestimmte Methoden und Sprüche, um ihn zu quälen. Er zählte und sagte, »Wenn ich bei zehn bin, gehörst du mir.« Dann hielt er Andrew vor, dass Shane bald zehn werden würde. »Zähl bis zehn, Andrew«, lachte er dann immer. »Womit wir nun einige Fragen beantwortet hätten,« sagte Mia. »Und was geschah, als Shane zehn wurde?« Andrew war verzweifelt. Er hat versucht, mit Shane wegzulaufen, aber die Polizei brachte die beiden jedes Mal zurück. Er flehte, meine Mutter an, etwas zu unternehmen. Aber sie meinte nur, er solle aufhören, solche Lügen zu erfinden. Er hasste sie. Ich weiß, dass Andrew ein paar Mal versucht hat, im Keller Feuer zu legen. Zeitungspapier, Müll und so weiter. Er wollte erwischt werden. Er wollte, dass jemand vom Sozialamt kam und sie beide abholte, bevor Shane zehn werden konnte. Ihm muss selbst die Strafanstalt besser vorgekommen sein als unser Zuhause. Und was haben Sie getan?« Young lachte verbittert. »Gar nichts. Ich habe jahrelang damit gelebt.« »Erzählen Sie uns bitte von Shanes zehntem Geburtstag.« Er seufzte tief. Am Tag, als Shane zehn wurde, tat Tyler es ihm an. Ganz früh am Morgen. Shane war ... Er schauderte. »Ich ... Ich sehe immer noch seinen Gesichtsausdruck vor mir. Er war doch noch so klein.« Er blutete. Aber Tyler säuberte ihn, und meine Mutter schickte uns zur Schule. »Am Nachmittag hat Andrew die Schule früher verlassen. Ich habe gesehen, wie er gegangen ist.« Er hob die Schultern. Andrew war gründlich. Das Haus brannte ab. Er hatte nur nicht gewusst, dass auch Shane früher nach Hause zurückgekehrt war. Später erzählte man an der Schule, dass er wegen Bauchschmerzen befreit worden war. Später erzählte man eine Menge. Keiner wusste genaues. »Er hat wieder den Mülleimer angezündet,« sagte Reed, »und Tim Young nickte.« »Im Wohnzimmer diesmal.« Dann rannte er weg. Er kam ein wenig später zurück und tat schockiert. Aber er wusste, dass ich es wusste. Er glaubte, ich würde ihn verraten, aber ich hielt den Mund, wie ich es schon immer getan hatte. Dann fanden die Feuerwehrleute Shane. Er war tot. Als man ihn hinausbrachte, war Andrew entsetzt. Er stand unter Schock. Dann kamen die Sozialarbeiter und brachten ihn weg. Die Polizei stellte mir Fragen und ich log sie an. Ich erzählte ihnen, er sei in der Schule gewesen. Die Autopsie zeigte, dass Shane vergewaltigt worden war. Aber niemand sagte etwas und schließlich lebten wir einfach weiter. Wir bauten das Haus wieder auf. Ich schloss die Schule ab und verließ die Stadt. »Und Sie haben nie wieder von Andrew gehört?«, fragte Mia freundlich. »Nein. Obwohl kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht an ihn oder an die anderen Jungen denke.« »Wenn die beiden wegliefen und wieder aufgegriffen wurden, hat weder Andrew noch Shane dem Sheriff etwas erzählt?«, fragte Spinelli. Tims Lächeln wurde sardonisch. »Sie meinen Sheriff Young? Meinen Onkel?« Spinelli nickte grimmig. »Ich verstehe. Seitdem ich von zu Hause weg bin, bemühe ich mich, die Versäumnisse von früher wieder gut zu machen. Aber jetzt muss ich mich meiner Rolle in dieser scheußlichen Geschichte stellen. Ich tue, was immer nötig ist.« Montag, 4. Dezember, 7.55 Uhr. Wir haben ein neues Opfer. Mia, ihre Hausmeisterin, wurde tot in einer leeren Wohnung in ihrem Haus gefunden. Ihr Zentralschlüssel war nirgendwo zu finden. Mia blieb der Mund offen stehen, als Jack mit einem Karton in den Händen hereinkam. »Cates war bei dir. Er hat dein Schlafzimmer durchwühlt. Decken, Laken, Klamotten lagen überall auf dem Boden herum.« Mia wurde trotz der schockierenden Nachricht vom Tod der Frau rot. »Das heißt nicht, dass er bei mir gewesen ist. Ich bin nicht gerade die perfekte Hausfrau. Mein Schlafzimmer sieht oft so aus. Lässt du auch dein Fotoalbum einfach offen herumliegen?« Ihr Herzschlag beschleunigte sich. »Nein! Verdammt!« Jack stellte den Karton auf den Tisch und Mia nahm sich das Album und durchsuchte es rasch. »Ich bin nicht gerade gut organisiert, aber ich weiß, was drin sein müsste. Bobbys Todesanzeige ist weg.« Und dann setzte ihr Herz aus. Und die Antwortkarte von Danas Hochzeitseinladung erkennt ihre Adresse. Spinelli griff bereits nach dem Telefon. »Ich schicke sofort einen Streifenwagen raus.« Aber in diesem Moment steckte Stacy den Kopf durch die Tür. »Mark, eine Dana Buchanan auf Leitung 1? Sie will entweder sie oder Mia sprechen. Klingt ziemlich aufgeregt.« Spinelli legte den Anruf auf den Lautsprecher. »Dana, hier ist Mark Spinelli. Mia und die anderen hören mit. Kates kennt ihre Adresse.« »Kates hat Jeremy«, brach es aus Dana hervor. »Mia«. Mia gefrohr das Blut in den Adern. Sie erhob sich langsam. »Seit wann? Und wie hat er das geschafft?« »Ich will mit dir reden«, war eine Männerstimme zu hören. »Mia, hier ist Ethan. Wir sind an der Schule. Wir waren heute früh hier, um Jeremy anzumelden. Jeremy ist in seine neue Klasse gegangen, während wir noch Formulare ausfüllten. Dann ging plötzlich der Feueralarm los und es war keine Übung. Chaos brach aus. Wir haben sofort nach Jeremy gesucht, aber er war schon weg. Woher konnte er wissen, dass Jeremy hier war?« »Er hat euch beobachtet. Er hat sich eure Adresse aus meiner Wohnung besorgt.« »Mark, wann ist die Hausmeisterin ermordet worden?« »Irgendwann am Samstagnachmittag.« »Ich habe einen Wagen abgeschüttelt, als ich Samstagabend von euch kam, Ethan. Ich dachte, es sei Carmichael, aber es muss Kates gewesen sein.« Ihre Knie gaben nach und sie sank auf einen Stuhl. »Er hat mich gesucht. Er hat meine Hausmeisterin ermordet und nun Jeremy entführt, damit ich zu ihm komme.« Sie sog schaudernd den Atem ein. »Denner, beruhige dich. Wir kriegen ihn und holen Jeremy zurück.« »Ist bei dem Schulbrand jemand verletzt worden?« fragte Reed. »Nicht ernstlich. Die Lehrer haben erstaunlich schnell wieder für Ordnung gesorgt. Wir wussten nicht genau, ob es richtig war, Jeremy so bald wieder in die Schule zu schicken, aber wir wollten ihn so schnell wie möglich wieder an den Alltag gewöhnen.« »Bitte, finde ihn, Mia.« Mia rieb sich die Stirn. Er hatte Bobbys Todesanzeige mitgenommen. »Ich denke, ich weiß, wo er ist.« Neun Uhr fünfundzwanzig. Reed ballte die Hände an den Seiten zu fäusten. »Das machst du nicht.« Sie hatten ein Sondereinsatzkommando und jeden Polizisten, der verfügbar war, mitgenommen. Alle diese Männer warteten in einigem Abstand von Annabelles Haus auf ihren Einsatz. Damit Kates keinen Verdacht schöpfte, würde Mia allein hineingehen und so tun, als wollte sie ihrer Mutter einen Besuch abstatten. Mia wandte sich ungelenk um. Sie trug einen voluminösen Pullover, der die schusssichere Weste und die Waffe in ihrem Hosenbund verbarg. »Verdammtes Kevlerzeug, das juckt«, sagte sie, als habe sie ihn nicht gehört. »Mia, wenn er wirklich da drin auf dich wartet, dann marschierst du mitten in eine Falle hinein. Falls er die Falle noch aufstellt, kriege ich ihn vorher.« Sie sah ihn direkt an. »Er hat Jeremy.« Dass der Killer vielleicht auch ihre Mutter hatte, schien seltsamerweise nicht zu zählen. Sie war einzig und allein auf den Jungen konzentriert. Und auf Kates. Sie hatte sich von dem ersten Schock erholt und war nun ganz profi. Ruhig. Aber sein Herz hämmerte viel zu heftig. »Reed«, ihre Stimme klang gelassen. »Lass mich meine Arbeit tun.« Er wandte sich an Spinelli. »Und Sie haben hier keinerlei Einwände?« »Es ist nicht meine erste Wahl, aber ihn zu schnappen, bevor er sich gründlich vorbereiten kann, scheint der beste Plan zu sein, den wir haben. Mia ist außerdem verdrahtet. Sie kriegt Unterstützung, sobald sie sie braucht. Dann gehe ich mit ihr.« Spinelli schüttelte den Kopf. Und Reed erkannte, dass der Mann durchaus Bescheid wusste. »Sie ist mit solchen Einsätzen vertraut,« murmelte Murphy neben ihm. »Lassen Sie sie nur machen.« Er betrachtete die Straße, in der sie warteten, und suchte sie nach Versorgungsmarkierungen ab. In dieser Gegend gab es Gasleitungen. Mia könnte in eine Explosion marschieren. Er konnte nicht mit ihr gehen, also würde er sie anders unterstützen. Spinelli war in die Einsatzplanung versunken. Jack kontrollierte den Sitz der Kabel, die Mia am Körper trug. Niemand achtete auf ihn. Also setzte er sich in Bewegung. Er schlich geduckt durch die Gärten, bis er Annabelle Mitchells Haus erreichte. Das Hauptventil der Gasleitung musste im Keller sein. Ein paar Stufen führten hinab zu einer Tür, und als er davor stand und überlegte, wie er sie aufbrechen konnte, ohne dass es im Inneren zu hören war, stellte er fest, dass das Schloss bereits geknackt war. 9.35 Uhr Mia öffnete mit ihrem Schlüssel die Tür von Annabelles Haus. Das letzte Mal war sie hier gewesen, als Bobby beerdigt worden war. Eine unheimliche Stille lag über allem. Sie schlich in die Küche und holte lautlos Atem. Annabelle saß nur einen Schritt vom Herd entfernt auf einem Stuhl. Hände und Füße waren gefesselt, ein Knebel steckte in ihrem Mund. Sie trug nichts als ihre Unterwäsche und zitterte heftig. Ihr Körper, der von Kopf bis Fuß mit einem Gel überzogen war, glänzte. Der Herd war bereits von der Wand abgerückt worden, und Mia brauchte nicht zu raten, zu welchem Zweck. Der Blick ihrer Mutter begegnete ihrem. In ihm lag nackte Angst und die wütende Verachtung, die Mia nur allzu gut kannte. Ihre Mutter hatte Kelsey und sie stets für Bobbys Brutalität verantwortlich gemacht, und Mia musste zugeben, dass ihre Mutter dieses Mal recht hatte. Cates war hier und sie in Gefahr, und das meinetwegen. Noch war kein Gas in der Luft zu riechen. Entweder hatte Cates noch zu tun, oder er wartete darauf, die Falle zuschnappen zu lassen. Sie musterte die Küche und fragte sich, wo Jeremy sein konnte. Der Blick ihrer Mutter folgte ihr, als sie durch die Küche schlich und die Unterschränke öffnete. Aber sie waren leer. Sie nahm ein Messer aus dem Block auf der Arbeitsplatte, um ihrer Mutter die Fesseln durchzuschneiden, aber sie kam keine zwei Schritte weit. »Legen Sie das Messer weg, Detective!« Obwohl sie sich mental auf dieses Bild vorbereitet hatte, erstarrte Mias Blut zu Eis. Jeremy stand zitternd vor Cates, der mit einer Hand das Haar des Jungen festhielt, während er ihm mit der anderen eine Klinge an den Hals drückte. »Sie wissen ja, was das Messer anstellen kann, Detective,« sagte Cates samtweich. »Und der Junge weiß es auch.« »Nicht wahr, Jeremy?« Jeremy presste die Lippen zusammen. Er hatte sichtlich Mühe, seine Furcht unter Kontrolle zu halten. »Ich sagte, Messer weg!« Mia legte das Messer behutsam auf die Theke. »Und jetzt die Pistole!« Er riss an Jeremy's Haaren, sodass der Junge sich auf die Zehenspitzen stellen musste. »Los! Und schieben Sie sie mit dem Fuß rüber!« Wieder gehorchte sie. »Mir!« Spinellis Stimme drang durch den Knopf im Ohr, und sie hoffte inständig, dass Cates ihn nicht bemerkte. Sie trug eine Kamera am Körper, sodass das SWAT-Team draußen sehen konnte, was im Haus geschah. »Schaffen Sie ihn irgendwie ins Wohnzimmer. Ich habe Scharfschützen positioniert. Der Junge ist klein. Wir ziehen hoch.« Nur eine knappe Bewegung mit dem Handgelenk und Jeremy war tot. Die Scharfschützen konnten erst schießen, wenn er Jeremy losließ. »Tun Sie dem Jungen nichts.« Sie flehte nicht, befahl aber auch nicht. »Er hat ihnen nichts getan.« Cates lachte. »Doch, hat er. Und das wissen wir alle, nicht wahr, Jeremy?« »Er hat Ihnen verraten, dass ich da bin. Hat Sie zu meinem Versteck geführt?« »Nein, hat er nicht.« »Wir haben den Wagen gefunden, den Sie vom Parkplatz an Brooke Adlers Haus geklaut haben. Er hatte GPS. Nachträglich eingebaut. Aber das haben Sie nicht bemerkt.« Sein Blick flackerte. Er ärgerte sich über sich selbst. »Sehr schön.« »Na und?« »Und Sie hatten die Möglichkeit, sich Kurare zu besorgen. Wir haben die Tierärzte und Zoogeschäfte in einem Radius von einer Meile um den Fundort des Autos überprüft und sind so auf Mrs. Lokowitsch gestoßen.« Seine Lippen pressten sich zu einem Strich zusammen. »Und sie hat Ihnen alles brühwarm erzählt.« »Nein, sie hat uns angelogen. Aber nicht besonders gut. Und das hat uns misstrauisch gemacht.« »Wir haben Ihr Versteck auf ganz altmodische Art gefunden, Cates. Gute, gründliche Polizeiarbeit und einen Durchsuchungsbefehl. Jeremy hat sie nicht verraten. Lassen Sie ihn gehen.« Cates regte sich nicht. »Er ist erst sieben. Er ist unschuldig.« Sie holte tief Luft und wagte es. »Wie Shane«, bevor er dem Freund ihrer Tante in die Hände geriet. Die Hand um den Messergriff packte fest dazu. »Sprechen Sie seinen Namen nicht aus.« Er betrachtete sie trotzig. »Kann mich gar nicht erinnern, in Ihrem Schrank solche Pullis wie diesen gesehen zu haben. Ich erinnere mich dafür sehr gut an enge T-Shirts und Tops, mit denen Sie Männer verrückt zu machen versuchen. Sie tragen darunter etwas.« »Ziehen Sie den Pulli aus, Detective. Los!« »Mia, tun Sie das nicht«, sagte Spinelli eindringlich. Aber Cates hob das Messer und Schnitt in Jeremy's Kinn, gerade tief genug, um Blut fließen zu lassen. »Mia«, Spinellis Stimme klang nun panisch. »Nicht«, Tränen traten in Jeremy's Augen. »Ich habe Thompson den Kopf abgeschnitten. Dieser Junge hier ist sehr viel zarter. Wollen Sie das auf Ihrem Gewissen haben, Mitchell?« Er zog Jeremy's Kopf hoch und legte ihm wieder die Klinge an die Kehle. »Okay.« »Mia«, brüllte Spinelli. Mental schloss sie ihn aus. Die Kamera war im Stoff des Pullovers unter ihrer linken Schulter verborgen. Wenn sie den Pulli auf die Theke legte, konnte Spinelli mit etwas Glück immer noch genügend sehen. Vorsichtig zog sie den Pullover über den Kopf und legte ihn auf die Arbeitsfläche und hoffte. Cates Lippen verzogen sich. »Dachte ich's mir doch. Und nun die Weste.« Ihre Finger blieben ruhig, als sie das Klettband löste. »Sie haben Shane beschützt, Andrew. Sie haben sich Tyler Young geopfert, damit ihm nichts geschah.« Sie arbeitete langsam an der Weste, löste einen Streifen nach dem anderen. Vielleicht konnte sie einen Vorteil erzielen, bevor sie ihm vollkommen ausgeliefert war. »Ich habe gesagt, Sie sollen seinen Namen nicht aussprechen.« Er richtete sich kerzengerade auf, und Jeremy sog scharf die Luft ein, als er beinahe von den Füßen gehoben wurde. »Tut mir leid. Ich weiß, wie weh es getan hat, ihn zu verlieren. Sie haben den Schmerz in der vergangenen Woche zurückgegeben.« Ihre Finger verharrten am letzten Klettband. Cates Blick fixierte ihr Gesicht. Sie drang zu ihm durch. »Aber ich weiß auch, dass alles begonnen hat, als Jeff und Manny Fat angefasst haben.« Zorn blitzte in Cates Augen auf. »Sie wissen gar nichts.« Sie zog an dem letzten Streifen. »Ich weiß mehr, als Sie sich vorstellen können, Andrew. Ich weiß sehr gut, wie es ist, wenn jemand sich auf diese Art für einen opfert. Meine Schwester hat dasselbe für mich getan.« »Du lügst.« »Nein. Mein Vater hat meine Schwester missbraucht, und sie wehrte sich nicht dagegen, damit er mich in Ruhe lassen würde. Ich lebe mit der Schuld, dass ich sie nicht beschützen konnte. Also kann ich das besser nachfühlen, als Sie glauben, Andrew. Sie wollen diesem Kind nicht wirklich etwas tun, sondern mir. Ich bin diejenige, die ihren wahren Namen herausgefunden hat. Die sie gefunden hat. Ich bin diejenige, die ihre Sachen genommen hat. Und ich bin diejenige, die sie hinter Gitter bringen will. Nicht der Junge. Lassen Sie ihn gehen. Nehmen Sie mich.« Oben an der Kellertreppe, auf der anderen Seite der Tür, hörte Reed zu. Ihm sank der Mut, auch wenn er genau das von ihr erwartet hatte, als er die ersten Worte gehört hatte. Er hatte hineinstürmen und ihr helfen wollen, als er hörte, wie Cates den Jungen bedrohte. Und so stand er da, die Pistole in der Hand und wartete. Sie würde ihn dazu bringen, das Kind gehen zu lassen, daran zweifelte er nicht. Was das für sie bedeuten mochte, darüber konnte er jetzt nicht nachdenken. »Vielleicht bringe ich euch beide um. Wenn Sie den Jungen töten, dann bringe ich sie um. Keine der Frauen, die Sie in der vergangenen Woche getötet haben, war ausgebildet, wie ich es bin. Vielleicht schaffen Sie es, mich umzubringen. Aber Sie werden in keinem Fall unverletzt davon kommen, das verspreche ich Ihnen. Lassen Sie ihn gehen. Und ich lehre mich nicht. Du versuchst, mich auszutricksen. Nein, ich verspreche es. Sie zog eine Braue hoch. Nennen Sie es Wiedergutmachung an meiner Schwester. Vielleicht verstehen Sie das ja. Er stand so lange schweigend da, dass es ihr wie eine Ewigkeit vorkam. Du ziehst jetzt die Weste aus, und ich lasse den Jungen los. Mia streifte sich umständlich die Weste ab. Sie fröstelte, als nur noch das T-Shirt ihren Oberkörper bedeckte. »Okay. Ich habe meinen Teil der Abmachung eingelöst. Jetzt sie.« Mit einer einzigen fließenden Bewegung nahm er das Messer von Jeremy's Hals und zog den Revolver aus dem Hosenbund. Mia fixierte Jeremy, der sich nicht regte. »Geh, Jeremy«, sagte sie eindringlich. »Los!« Jeremy sah sie kläglich an, und das brach ihr fast das Herz. »Geh, mein Schatz. Alles wird gut.« Kate versetzte dem Jungen einen Stoß. »Geh«, hat sie gesagt. Die Eingangstür wurde aufgerissen und fiel krachend zu. »Wir haben den Jungen«, sagte Spinelli in ihrem Ohr. »Jetzt locken Sie ihn ins Wohnzimmer.« Mia warf ihrer Mutter einen Blick zu. »Lassen Sie auch Sie gehen.« »Sie gehört nicht zu unserem Deal. Wenn irgendwas schiefläuft, ist sie meine Fahrkarte nach draußen.« »Wohnzimmer Mia«, zischte Spinelli. »Los doch!« Mia ging einen Schritt auf Kate zu, um ihn zum Fenster zu locken. Kate bewegte seine Pistole. »Du setzt dich. Wir machen das auf meine Art. Nimm deine Handschellen und fessle dich.« »Das kann sie nicht machen«, dachte Reed. »Das macht sie nicht.« »Der Junge war in Sicherheit. Jetzt würde sie zuschlagen.« Er öffnete die Tür einen winzigen Spalt. Sie führte in eine Speisekammer. Die offene Tür gegenüber ging zur Küche. Er schlich zur Tür und spähte hinein. Annabelle Mitchell saß mit dem Rücken zum Herd auf einem Stuhl, gefesselt und geknebelt. Kate stand neben ihr, eine Rohrzange in der einen Hand, in der anderen das Messer an Annabelles Kehle. Ihre Augen weiteten sich, als sie ihn sah, und er schüttelte hastig den Kopf. Und dann riss er selbst die Augen auf, als er die Achtunddreißiger auf dem Herd sah. Kate hatte offenbar aufgerüstet. Reed veränderte seine Position, sodass er Mia sehen konnte. Sie saß breitbeinig und vornüber gebeugt auf dem Stuhl und nestelte zwischen ihren Knien mit den Handschellen. »Eins würde ich noch gern wissen, Kate.« Sie versuchte, Zeit zu schinden. Braves Mädchen. Ihre Notwaffe steckte im Stiefel. Er wusste es, denn er hatte sie in den vergangenen Nächten schon oft dort herausgeholt. Sie wartete auf eine Gelegenheit, sie zu ziehen. »Beeil dich, oder die alte Dame hier tritt ab.« »Ich versuch's ja,« fauchte Mia. »Meine Hände zittern, okay?« Sie holte Luft. »Nur eine Frage. Die Lunden. Warum so kurz?« »Ich habe zwei Theorien.« Sie sah spöttisch auf. »Der Seelenklempner bei uns meint, das Messer sei eine Schwanzverlängerung. Haben die kurzen Lunden dieselbe Funktion?« Mia reizte ihn, damit er sie statt ihrer Mutter mit dem Messer attackierte. Und obwohl Reed sah, dass ihre Strategie nicht unklug war, drehte sich ihm der Magen um. Er zielte auf Cates Brust. Sobald er das Messer von Annabels Kehle nahm, war er tot. »Du Miststück. Ich wusste doch, dass du lügst. Dafür wirst du bezahlen.« »Oder«, fuhr sie gelassen fort, »sind die Lunden deshalb so kurz, weil sie im Prinzip nur den erwischen wollen, der ihren Bruder wirklich umgebracht hat.« »Sich selbst nämlich?« »Halt die Klappe«, zischte Cates. Sein Blick flackerte wild. Mia hatte ihn bald soweit. Reed wusste es. »Sie haben ihren Bruder getötet, Andrew«, sagte sie. »Jedes Mal, wenn sie einen Brand gelegt haben, hat ein kleiner Teil von ihnen gehofft, dass sie selbst dabei draufgehen.« »Weil sie schuldig sind. Sie haben Shane umgebracht.« »Du weißt gar nichts. Und du wirst sterben.« Ohne seinen Blick von ihr zu nehmen, schlug Cates mit der Rohrzange das Gasventil ab. Doch statt es zu erwartenden Zischens war nur ein kurzes Gurgeln zu hören, dann nichts mehr. »Dann zähl mal, du Arschloch«, dachte Reed befriedigt. Verblüfft starrte Cates auf den Gashahn, und Mia kam mit ihrer Pistole in der Hand auf die Füße. Bevor Reed sie noch warnen konnte, schleuderte Cates ihr die Rohrzange entgegen. Sie duckte sich, und Cates griff nach seinem Revolver. Reed feuerte seine Waffe ab, und das Krachen mehrerer Schüsse war ohrenbetäubend. Cates Messer fiel klappernd zu Boden, und einen Sekundenbruchteil darauf auch Cates selbst. Reed stürmte in den Raum, das Funkgerät in den bebenden Händen, die tauben Finger drückten verzweifelt auf die Knöpfe. Er trat Cates die Waffe aus der Hand. »Cates am Boden! Mitchells Mutter ist verletzt!« Blut rann aus einer Wunde an Annabelles Kehle, aber es sprudelte nicht, also hätte es schlimmer sein können. Er rupfte ein Küchenhandtuch vom Haken und drückte es der Frau gegen den Hals. »Mia?« Er wandte sich zu ihr um und ... Er starrte. »Verdammt, Reed, was machen Sie da?« Spinellis wütende Stimme kam knisternd durchs Funkgerät. Aber Reed antwortete nicht. Konnte nicht antworten. »Mia lag zusammengesunken auf dem Fußboden, ihr weißes T-Shirt rot von Blut. Mit zwei Schritten war er an ihrer Seite. »Mia!« »Mia!« Er zog ihr das Hemd hoch und sein Herz hörte einfach auf zu schlagen. In ihrer Seite befand sich ein Loch, und das Blut schoss entsetzlich schnell heraus. »Reed? Hast du ihn erwischt?« Er befreite sich von seinem Mantel und riss an seinem Hemd. Er musste die Blutung stoppen. So schnell konnte die Ambulanz nicht hier sein. »Ich habe ihn, Liebling. Halt still! Hilfe ist unterwegs!« »Gut«, sagte sie. Das Stöhnen klang entsetzlich rasselnd. »Das tut weh.« Mit bebenden Händen drückte er sein Hemd auf die klaffende Wunde. »Ich weiß, mein Herz.« Sie sog mühsam die Luft ein. »Du hättest mir die Hundemarken nicht abnehmen dürfen, Soliday.« Die Tür flog auf und die Notfallambulanz stürmte herein, gefolgt von einem Haufen Uniformierter, vorneweg Mark Spinelli und Murphy. Murphy zerrte Reed aus dem Weg, damit die Sanitäter Mia auf eine Trage heben konnten. »Der Blutdruck sinkt rapide. Schnell!« Ein anderes Team trug Annabelle Mitchell hinaus. Sie war bewusstlos. Spinelli ging neben Cates auf die Knie und drückte die Finger an seine Kehle. »Er ist tot.« Sein Gesicht war totenbleich. »Ein Schuss in die Brust, einer in die Schulter. Verschiedene Waffen.« »Wer hat den Treffer in die Brust gelandet?« »Ich.« Reeds Knie drohten nachzugeben. »Als Mia schießen wollte, hat er ihr die Rohzeinge entgegengeschleudert, und sie hat die Waffe verrissen.« Er beugte sich vor und nahm seinen Mantel. »Ich fahre ins Krankenhaus.« Spinelli nickte. »Murphy, Sie fahren mit Soliday. Ich erledige die Formalitäten hier und komme nach.« Elf Uhr fünf. »Daddy?« Reed zwang sich, die Augen aufzuschlagen. Beth stand im Eingang des Wartezimmers der Chirurgie und hatte eines seiner Hemden in der Hand. Er stand auf, obwohl sein Magen rebellierte und seine Knie noch immer schwach waren. »Mit mir ist alles in Ordnung, Beth.« Sie schluckte schwer. Dann warf sie sich in seine Arme. »Ich weiß.« »Ich weiß.« Sie zitterte. »Ich habe das von Mia gehört und dachte zuerst, du wärst auch getroffen.« Reed küsste sie aufs Haar. »Nein, ich nicht.« »Wie geht es ihr?« fragte Lauren, die ebenfalls in der Tür erschienen war. »Sie ist noch im OP. Wir warten.« Er blickte sich im vollen Wartezimmer um. Ungefähr zwanzig Gesichter wirkten angstvoll und besorgt und beinahe alle wegen Mia. »Wir warten alle.« Und dann betrat ein Arzt das Wartezimmer. Seine Miene wirkte bewusst ausdruckslos und Reed packte nackte Angst. Beth drückte seine Hand und Mias Freundin Dana kam auf die Füße und sah dem Arzt bleich entgegen. Ihr Mann Ethan stand ebenfalls auf. »Ich suche Detective Mitchells Familie.« »Ich bin Ihre Schwester«, sagte Dana und zeigte auf Reed. »Und das ist Ihr Verlobter.« Der Arzt nickte müde. »Dann kommen Sie bitte mit.« Unter den schockierten Blicken der anderen folgten Reed und die Buchanons dem Arzt in einen kleineren Raum. Der Arzt deutete auf ein paar Stühle und schloss die Tür. »Sie lebt.« »Oh Gott.« Dana sank erleichtert gegen ihren Mann. Hugh Cannon drückte seine Frau behutsam auf einen der Stühle und stellte sich dann hinter sie. »Aber?« fragte Reed. Er wollte sich nicht setzen. »Die Kugel hat einiges an Schaden angerichtet. Unter anderem hat sie die rechte Niere getroffen, sodass wir sie entfernen mussten.« Jetzt musste Reed sich doch setzen. Er warf Dana einen Blick zu, und aus ihrem entsetzten Blick schloss er, dass sie die Bedeutung der Worte verstand. »Sie ist noch nicht über den Berg. Sie hat viel Blut verloren, und ihr Zustand ist keinesfalls stabil. Morgen lässt sich mehr sagen. Aber falls sie durchkommt, wird sie sich über ihre Möglichkeiten Gedanken machen müssen.« »Dialyse oder Spenderniere«, sagte Reed. »Testen Sie mich. Sie kann eine von meinen Nieren haben.« Der Blick des Arztes war freundlich. »Innerhalb der Familie sind die Chancen auf ein passendes Organ größer.« Dana sah betreten zu Boden. »Dann testen Sie mich. Nur sind wir... adoptiert.« »Und meine Frau ist schwanger«, fügte Bill Cannon hinzu. Der Arzt nickte ernst. »Ich verstehe.« »Aber sie hat doch ihre Mutter und ihre biologische Schwester.« Der Arzt räusperte sich voller Unbehagen. Die Mutter weigert sich, sich testen zu lassen. Reeds Kinnlade fiel herab. »Was?« »Tut mir leid. Mrs. Mitchell ist bei Bewusstsein und hat sich geweigert.« Aber Dana wirkte nicht überrascht. »Ihre Schwester Kelsey ist in der Frauenstrafanstalt.« Reed begegnete Danas Blick. »Und dann ist da noch Olivia.« Dana nickte langsam. »Fragen wir erst bei Kelsey nach.« »Mia hat mir erzählt, was zwischen Olivia und ihr vorgefallen ist. Es könnte im Augenblick schwierig werden.« »Es muss nicht sofort geschehen«, sagte der Arzt. »Mit Dialyse kann sie ebenfalls weiterleben.« »Aber dann kann sie ihren Beruf nicht mehr ausüben«, sagte Reed tonlos. Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, nicht als Ermittlerin. Vielleicht irgendwo am Schreibtisch.« Reed schluckte. »Ich fürchte, dann würde sie lieber sterben.« Der Arzt legte Reed eine Hand auf die Schulter. »Warten wir es ab.« Er ging, und Reed presste sich die Fingerspitzen gegen die Schläfen. »Verzeihen Sie mir wegen des Spruchs mit dem Verlobten. Ich dachte, Sie wollten sie besuchen dürfen, und man hätte sie andernfalls nicht gelassen.« Reed hätte am liebsten geweint, aber er nickte. »Okay. Sagen wir den anderen erst einmal, dass sie die OP gut überstanden hat. Dann warten wir ab.« Montag, 11. Dezember, 17.15 Uhr. Dana hatte Jeremy abgeholt, und Mia war wieder allein. Sie hatte viel nachzudenken. Sie hatte eine Katze und einen festen Freund und ein Kind bekommen. Und sie hatte eine Niere und ihren Job verloren, und das alles in nur zwei Wochen. Cates war tot, von Reed erschossen. Jeremy lebte. Und ihre Mutter auch. Ein Fremder hätte ihr wohl eher eine Niere gespendet. Es war schwer, darüber keine Bitterkeit zu empfinden. Ich werde es überleben. Und eigentlich war genau das das einzig Wichtige. Aber sie konnte ihren Beruf an den Nagel hängen, falls sie nicht einen Spender fand. Kelsey konnte nicht. Die Gewebe hatte zu wenig Übereinstimmung mit Mias. Genauso war es bei Dana, Reed oder Murphy oder jedem anderen ihrer Freunde, die sich ungefragt Proben hatten entnehmen lassen. Hey. Reed kam herein. In der einen Hand hielt er eine Zeitung, in der anderen eine große Plastiktüte. Wie fühlst du dich? Ich habe Kopfschmerzen. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Ich schwöre dir, Soliday, wenn du in dieser Tüte eine Schachtel Kondome mitgebracht hast, dann musst du dir eine andere Frau suchen. Er setzte sich auf die Bettkante und küsste sie sanft. Beth hat wieder an einem Wettbewerb teilgenommen. Sie hat mich eingeladen. Und dich auch, wenn du bis dahin wieder draußen bist. Mia wurde ernst. Hast du sie jemals gebeten, dir Kasper vorzulesen? Etwas in Reeds dunklen Augen veränderte sich. Ja. Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Sie hat echtes Talent. Moment. Ja, das hat sie. Ich hatte keine Ahnung, was sie empfindet. Er schluckte. Dass sie wirklich geglaubt hat, ich würde sie eintauschen, wenn ich dafür ihre Mutter zurückbekäme. Ich wollte ihr doch nicht wehtun. Und was willst du jetzt unternehmen? Er lächelte. Ich habe mit diversen Leuten über das Haus gesprochen. Ich habe die bautechnischen Dinge abgesegnet, lass aber Beth und Lauren bei der Einrichtung freie Hand. Du darfst bei meinem Schlafzimmer mitreden. Sie zog erstaunt die Brauen hoch. Ehrlich? Du wirst doch dort wohnen, wenn du entlassen wirst. Es klang ungewohnt angriffslustig. Werde ich? Ja, wirst du. Wenigstens, bis du dich wieder ganz erholt hast. Dann kannst du gehen, wenn du unbedingt willst. Hast du irgendetwas dazu zu sagen, Mitchell? Er war nervös und ihr schmolz das Herz. Ich darf nur mitreden? Er entspannte sich ein wenig. Ich mag keine Streifen und Karos. Okay. Sie schob ihre Finger ineinander. Jeremy war heute hier. Reed, mir geht da etwas im Kopf herum. Sie blickte auf ihre Hände. Ich will nicht, dass Jeremy in einer Pflegefamilie aufwächst, selbst wenn es eine so tolle wie Danas ist. Das heißt, du willst ihn adoptieren? Ja. Er hat mich gefragt, ob er bei mir wohnen könnte, wenn ich aus dem Krankenhaus komme. Ich habe Ja gesagt, und ich tue alles, was ich kann, um dieses Versprechen zu halten. Ich will, dass du das weißt. Wir haben noch ein Zimmer übrig. Das kann er haben. Es schien keine große Sache für ihn zu sein. Mir zerfloss beinahe bei so viel Großzügigkeit und der Leichtigkeit, mit der er eine so weitreichende Entscheidung unterstützte. Wir reden hier von einem Kind. Familienzuwachs. Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sein Blick wurde finster. Hast du's getan? Nein. Und ich tue das auch nicht. Er holte Tiefluft. Mir geht auch etwas im Kopf herum. Erinnerst du dich, dass ich dich einmal gefragt habe, ob du an Seelenverwandte glaubst? Ihr Puls beschleunigte sich. Ja. Du hast gesagt, du glaubst, dass manche Menschen vielleicht einen finden können. Und du hast gesagt, dass ein Mensch nur einmal einen finden kann. Nein. Ich sagte, ich weiß es nicht. Okay. Aber du hast gesagt, du hast nie jemanden gefunden, der Christine ersetzen kann. Und das werde ich auch nie. Ihre Hoffnung fiel in sich zusammen. Ich kann Christine nicht ersetzen. Sie war ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie hat mir Beth geschenkt. Aber ich habe inzwischen begriffen, dass ich sie gar nicht ersetzen muss. Er sah auf seine Hände. Ich habe sie geliebt, weil sie aus mir mehr gemacht hat, als ich ohne sie war. Sie hat mich glücklich gemacht. Er sah auf und lächelte. Und du machst mich auch glücklich. Das freut mich. Er zog eine Braue hoch. Und? Und du machst mich auch glücklich. Er rösperte sich. Ich habe dir was mitgebracht. Er fischte aus der Tüte das Brettspiel Cluedo. Ich dachte, du wolltest in der Zwischenzeit vielleicht deine Ermittlerfähigkeiten trainieren. Aber ich nehme weder Dolch noch Pistole. Er klappte das Brett auf. Dann nimmst du den Kerzenleuchter. Und nur weil du ein Loch im Bauch hast, kriegst du noch lange keine Sonderrechte. Und dann spielten sie. Mia wollte gerade Oberst von Gatto in der Bibliothek mit dem Heizungsrohr verdächtigen, als eine Stimme an der Tür sie überraschte. Fräulein Ming mit dem Seil im Wintergarten. Mia riss die Augen auf. Olivia? Reed wirkte weit weniger überrascht, dafür aber besorgt. Olivia stellte sich ans Bettende und holte tief Luft. Also gut. Mia spürte plötzlich einen Funken Hoffnung. Also gut was? Olivia warf Reed einen Blick zu. Sie haben ihr nichts gesagt? Er schüttelte den Kopf. Ich wollte ihr keine Hoffnung machen. Reed hat mich einen Tag, nachdem du angeschossen wurdest, angerufen. Und hat mir gesagt, dass deine Mutter sich noch nicht einmal auf das richtige Gewebe testen lassen wollte. Du hast gewonnen, große Schwester. Deine Familie ist schlimmer als meine. Mia war sprachlos. Du willst dich testen lassen? Nein, das habe ich schon. Ich brauche immer erst Fakten. Also habe ich mich erst untersuchen lassen. Und dann Urlaub genommen. Und? fragte Reed ungeduldig. Naja, ich bin hier. Mein Gewebe passt. Nächste Woche ziehen wir das Ding durch. Epilog Sonntag, 12. August 9.25 Uhr Reed, hör auf damit! Mia schob seine tastende Hand weg. Schau mal! Das wollte ich ja, brummelte er. Die Nachrichten, meine ich. Los, Lynn Pope hat gesagt, ich sollte sie unter keinen Umständen verpassen. Reed verabschiedete sich mit einem Seufzen von der Aussicht auf morgendlichen Sex. setzte sich im Bett auf und legte Mia den Arm um die Schultern. Sie schmiegte sich schon aus reiner Gewohnheit an, aber für ihn war es immer noch neu und herrlich. Sie war eine umwerfende Frau. Eine gute Polizistin. Sie hatte nur vier Monate nach der Operation ihren Dienst wieder angetreten. Am ersten Tag hatte er ängstlich zugesehen, wie sie ihr Holster umlegte, hatte sich aber jede Bemerkung verbissen. In der ersten Woche hatten Abby Regan und sie zwei Mörder verhaftet. Mia war auch eine gute Mutter. Er hatte nichts anderes erwartet, doch er wusste, dass sie selbst überrascht war. Jeremy entwickelte sich prächtig und hatte seine Leidenschaft für Fußball entdeckt. Mia trainierte mit ihm. Annabelle Mitchell war empört darüber gewesen, dass Mia Lügen über Bobby erzählt hatte, als sie mit Cates über Jeremies Freilassung verhandelt hatte. Und das auch noch, als alle Polizisten draußen es über das Mikrofon hören konnten. Was, wie Reed vermutete, wohl in ihren Augen die wahre Schandtat war. Nicht die Lüge, sondern die Enthüllung, die nicht das von Mia gefürchtete Mitleid nach sich gezogen hatte. Die Kollegen respektierten Mia immer noch. Sie war und blieb eine gute Polizistin. Er küsste sie aufs Haar. Und sie war eine gute Ehefrau. Am Tag ihrer Hochzeit hatte Beth festgestellt, dass Frühlingsanfang war. Es war nicht seine Absicht gewesen, aber er fand es passend. Und Beth meinte, Christine hätte es gebilligt. Das glaubte auch er. Und was gibt das, fragte er, als auf dem Bildschirm eine Preisverleihung gezeigt wurde. Lynn Pope ist für ihre Story über Bixby und das Hope Center für den Nachrichtenpreis nominiert worden. Das Bild wechselte zum Hope Center, Ausschnitte aus der Sendung, die Pope vor Monaten gemacht hatte. Bixby und Thompson hatten Therapiemethoden ausprobieren wollen, die von jeder seriösen Institution abgelehnt worden waren. Daher hatten sie das Hope Center gegründet. Weitere Untersuchungen hatten zweckfremde Verwendung von staatlichen Geldern und verdächtige Provisionen von Pharmafirmen für den Einsatz bestimmter Medikamente ans Tageslicht gebracht. Lehrer wurden entlassen, bevor sie misstrauisch werden konnten. Dann war das unvorhergesehene Geschehen und Andrew Cates hatte die Aufmerksamkeit auf die Anstalt gelenkt. Pope hatte Bixby in London aufgespürt, wo er ursprünglich hatte warten wollen, bis sich der Wirbel gelegt hatte und er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Doch Pope hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Hope Center war geschlossen und die Kinder in anderen Anstalten untergebracht worden. Mia schüttelte die düsteren Gedanken ab und kroch aus dem Bett. Zieh dich an, Soliday, ich darf nicht zu spät kommen. Er aber rollte sich nur auf die Seite, um ihr besser zusehen zu können. Reed, nun mach schon. Du weißt, wie lange du allein für die Wahl deiner Schuhe brauchst. Schuhe sind wichtig. Und du trägst doch bitte keine Stiefel in der Kirche, oder? Nein, ich habe mir neue Schuhe gekauft. Mit einer Grimasse hielt sie ein paar sexy Sandalen mit einem mörderischen Absatz hoch. Ich werde mir die Knöchel für ein Kind brechen, das zu klein ist, um es mitzukriegen. Du wirst sie schon daran erinnern, wenn sie alt genug ist, bemerkte er trocken, stand auf und trat an seinen Schrank. Man ist nicht jeden Tag Tauf, Patin. Also nimm dich zusammen und zieh die Dinge an. Mia seufzte innerlich und nahm das Foto von der Kommode. Das Baby war zerknautscht, aber Mia fand es wunderschön. Faith Buchanan, Danas Tochter. Und sie würde für dieses Kind Tante Mia sein. Mia, willst du den ganzen Tag vor dem Spiegel stehen? Ich brauche Hilfe mit den Knöpfen. Wie bist du nur ohne mich zurechtgekommen? Er küsste sie auf die Nasenspitze. Ich musste eine halbe Stunde früher aufstehen, habe meine Hot Dogs ohne alles gegessen und allein geschlafen. Er grinste breit. Meine Lebensqualität hat sich eindeutig gesteigert. Sie lachte. Meine auch. Er hat auf den Weggeruf nicht reagiert. Also hat der Wachmann die Schwester gerufen, sagte Seacrest. Die Schwester hat mich angerufen und ich sie. Der Junge lag auf dem Rücken und starrte mit leblosen Augen an die Decke. Seine Haut war weg, son. Die CSU machte bereits Fotos. Wann hat ihn jemand zuletzt lebend gesehen, fragte Mia. Die Wachen überprüfen die Räume in der Nacht alle 30 Minuten. Er lag in seinem Bett. Seacrest wirkte frustriert. Das letzte Mal, als ihn jemand auf den Füßen stehend und atmend gesehen hat, muss in etwa gegen halb zehn gewesen sein. Da geht seine Gruppe duschen. Entschuldigen Sie mich. Sam Barrington betrat den kleinen Raum, der ohnehin schon überfüllt war. Niemand hat ihn angefasst, Sam, sagte Reed. Wo ist die Schwester? Ich will seine Kartei am besten schon gestern. Sam ging neben dem Toten in die Hocke. Spinelli hat mich hier zitiert. Das Opfer ist mindestens zehn Stunden tot. Keine sichtbaren Wunden, kein Trauma, nur... Reed stellte sich links neben Sam, Mia rechts. Nur was? fragte sie. Das. Sam hielt die Hand des Jungen hoch. Da ist ein Schnitt am Daumen. Frisch. Vor Todeseintritt, Frisch oder danach, wollte sie wissen. Vor, aber kurz davor. Sam musterte die Leiche. Lassen Sie mich die Akte sehen. Mia reichte sie ihm und Sam überflog sie. Er war gesund. Kein Herzproblem, kein Asthma. Nur ein kleiner Schnitt, überlegte Mia. Wo ist das Blut aus dem Schnitt? Hier ist ein Fleck auf der Decke, sagte der CSU-Techniker. In der Mitte des Betts, sagte sie, als hätte er hier gesessen und den Daumen abgewischt. Sieht irgendjemand ein Messer? Sam und Reed hoben den Körper an und Mia sah darunter. Da ist es, sagte sie. Klappmesser. Die Klinge ist draußen. Es lag flach auf dem Bett. Nicht anfassen, fauchte Sam, als sie mit einer behandschuten Hand danach greifen wollte. Wenn es das ist, was ich denke, wollen sie das Ding nicht anfassen. Mia zog die Brauen hoch. Gift? Ja. Sam bückte sich und leuchtete mit der Taschenlampe über den nackten Rücken des Jungen. Nach den toten Flecken und den Druckstellen würde ich sagen, er lag auf dem Griff, als er starb. Er ist draufgefallen, sagte sie nachdenklich. Aber woher kriegt Jeff ein Messer? Woher konnte Manny Streichhölzer bekommen, konterte Reed. Sieht ganz so aus, als habe Manny doch die Wahrheit gesagt. Hast du dir die Streichhölzer angesehen? Reed schüttelte den Kopf. Nein. Würde ich aber jetzt gern. Sam sah von Mia zu Reed. Sie denken, dass sie präpariert sind? Ja. Reed wandte sich zu Seacrest um, der sie vom Türrahmen aus beobachtete. Haben Sie die Streichhölzer noch? Seacrest nickte. In meinem Büro. Ich hole sie. Mia hielt die Hand hoch. Einen Moment noch bitte, Mr. Seacrest. Welche Jungen gehören noch zu Jeffs Gruppe? Die, die zur gleichen Zeit geduscht haben. Jeff, Manny, Regis Hunt und Thaddeus Levine. Die Jungs haben Thatch, Wuchtel genannt. Der Ausdruck von Unbehagen huschte über Seacrests Gesicht. Er ist Thanksgiving ins Krankenhaus gekommen. Weswegen? Wollte Mia wissen. Er klagte über Bauchschmerzen, sagte die Schwester. Aber es hat einen Übergriff gegeben. Seacrest trat zur Seite, sodass die Schwester eintreten konnte. Sie betrachtete den Toten mit einer seltsamen Mischung aus Verachtung und Befriedigung, was Reed ein wenig befremdlich fand. Was heißt Übergriff? Sie blickte zu ihm auf. Er ist vergewaltigt worden. Wir haben rektale Verletzungen entdeckt. Aber er hat es bestritten. Und Sie glauben, dass es Jeff war? sagte Reed ruhig. Sie nickte. Thad wollte nichts sagen. Alle Jungs hatten Angst vor Jeff. Und deswegen sind Sie nicht traurig, dass er tot ist, fuhr Mia fort, und der Blick der Schwester wurde hart. Er war ein bösartiger, wütender, krimineller Junge. Wir alle haben uns furchtbare Sorgen gemacht, was wohl geschehen würde, wenn er im nächsten Monat wieder auf freiem Fuß gewesen wäre. Plötzlich wandte sie sich abrupt zu Seacrest um. Thad hatte Thanksgiving-Besuch. Devin White. Thad hat ihn angerufen. Da haben wir den Auslöser, murmelte Reed. Ich denke auch. Mia räusperte sich. Ich möchte Thad und Regis zum Plaudern mit aufs Revier nehmen. Holen Sie Ihre gesetzlichen Vertreter und schicken Sie sie bitte zu uns. Zehn Uhr zehn. Der Manager vom Bacon Inn war ein unerfreulicher Mensch. Entschuldigen Sie, sagte Mia laut. Sie knallte ihre Marke auf die Theke. Was denn jetzt schon wieder? Mia sah ihn finster an. Was soll das heißen, was denn jetzt schon wieder? Ich bin Detective Mitchell, Morddezernat. Das ist mein Partner Lieutenant Soliday, OFI. Was meinen Sie mit was denn jetzt schon wieder? Heute Morgen tauchten Polizisten auf und fragten nach einer Niki Marco. Sie hat hier am Mittwoch eingecheckt und ihr Mann rief mich am Donnerstag an, weil sie nicht ans Telefon ging. Ich habe ihm gesagt, dass sie vielleicht einfach unterwegs sei. Er zuckte voller Unbehagen die Achseln. Aber der Ehemann hat sie als vermisst gemeldet, sagte Mia und spürte, wie sich alle Härchen im Nacken aufrichteten. Zu passend, um Zufall zu sein. Und sie ist noch nicht zurückgekehrt. Sie wollte bis heute bleiben. Ihre Sachen hängen auch noch im Schrank. Welche Zimmernummer? Fragte Mia. 129. Ich bringe Sie hin, wenn Sie mir nur eine Minute Zeit geben, damit ich mich um die Leute kümmern kann, die ein Flugzeug erwischen müssen. Sir, sagte sie scharf. Es handelt sich um einen Mordfall. Diese Leute werden warten müssen. Dann haben Sie Ihre Leiche gefunden? Fragte er und wurde ein wenig blasser. Nein. Ich ermittle in einem anderen Mordfall. Ein Paar, das bis Mittwoch bei Ihnen war, ist vergangene Nacht ermordet worden. Können Sie uns sagen, in welchem Zimmer Sie waren? Joe und Donna Doherty. Er tippte den Namen ein und sah auf. Nun war auch der Restfarbe aus seinem Gesicht gewichen. 129. Verdammter Mist, murmelte Soliday. Mia fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Sie würde Kopfschmerzen bekommen. 10.50 Uhr. Was ist los? Fragte Jack, als er das Zimmer Nummer 129 betrat. Seine Leute, alle in blauen Overalls, folgten. Nicky Marco vermisst. Vor ihr haben Joe und Donna Doherty hier gewohnt. Bis Mittwoch, erklärte Mia. Und du meinst, er könne hergekommen sein, weil er gedacht hat, sie wären noch hier, sagte Jack. Dabei ist er auf Marco gestoßen. Ihre Sachen hängen im Schrank, sagte Soliday, aber die Koffer sind weg. Dass da auf dem Bett sind, ihre Arbeitsunterlagen. Jack verzog das Gesicht, als er sich zusammenreimte, was Soliday andeutete. Oje. Dann nickte er seinem Team zu. Ihr fangt hier an. Ich sehe mich im Bad um. Schnell und effektiv zog er das kleine Sieb aus dem Abfluss. Wir untersuchen es auf Haare und anderes. Dann behandelte er die Kacheln mit Luminol. 30 Minuten später schaltete er das Licht aus. Alles um sie herum leuchtete. Einen Moment lang konnten sie alle drei nur fassungslos starren. Verdammt viel Blut, sagte Jack schließlich. In Anbetracht der Tatsache, dass die Koffer weg sind, können wir wohl davon ausgehen, dass er sie zerstückelt hat, endete Mia grimmig. Lieber Gott, ich verliere den Überblick. Sie legte sich die Finger an die Schläfen. Caitlin, Penny, Thompson, Brooke, Roxanne, Joe und Donna, fügte Soliday ruhig hinzu. Jeff und jetzt Nicky, Marco. Neun. Sie seien an. Zähl bis zehn? fragte sie und er zuckte die Achseln. Vielleicht, obwohl er gegen die Frau hier nichts haben konnte. Sie war nur ein Versehen, murmelte sie. Wie Caitlin. Falscher Ort, zur falschen Zeit. 13.30 Uhr Ich hatte mir einen Verdächtigen in Gewahrsam gewünscht, sagte Spinelli ruhig. Nicht zwei weitere Tote. Sie hatten sich erneut versammelt. Mia saß zwischen Murphy und Aiden, Reed neben Westfalen, Sam ganz am Ende des Tisches. Jack war noch im Bacon Inn bei der Arbeit. Reed hatte sich noch nicht erholt. Als Brandursachenermittler hatte er nicht allzu oft mit Todesfällen zu tun. Mia seufzte. Wir wissen noch immer nicht, wo er ist. Aber wir kommen seinem Motiv näher. Es hängt mit diesem Jungen, Thad, zusammen. Wir haben sowohl ihn als auch Regis Hand herbringen lassen. Sie sitzen in zwei verschiedenen Verhörräumen. Wir reden mit ihnen, sobald wir hier fertig sind. Und ich habe den Brandbeschleuniger auf den Streichhölzern gefunden, die Seacrest aus Mannys Schuh geholt hat, sagte Reed. Hätte der Junge eins angezündet, hätte er sich übel verbrannt. Ist das Zimmer des dritten Jungen durchsucht worden, wollte Aiden wissen. Seacrest hat auch dort ein Messer gefunden, sagte Mia. Und zwar mit D-Tubokurarin präpariert, erklärte Sam. Genau wie das erste Messer. Und im Urin des Opfers konnten wir es auch nachweisen. Reed runzelte die Stirn. Tubokurarin? Sind Sie sicher? Ich habe den Test selbst gemacht, sagte Sam. Es interessierte mich. Ich hatte noch nie ein Kurare-Opfer gesehen. Mia riss die Augen auf und lachte ungläubig. Kurare? Wie bei Giftpfeilen irgendwelcher Stämme im Amazonas? Das meinen Sie doch nicht ernst. Absolut, sagte Sam. Man setzt es häufig in der Chirurgie ein. Man bekommt es in Tierkliniken. Unser Täter brauchte bloß etwas zu stehlen und in einem ganz normalen Topf auf einem ganz normalen Herd einzukochen. Er stand auf. Ich muss jetzt wieder los. Aiden, sagte Spinelli, als Barrington fort war. Etwas Neues aus Atlantic City? Ja. Im Silver Casino ist der echte Devin White auf Video zu sehen. Er hat ziemlich viel Geld verspielt, bis das Blatt sich plötzlich wendete. Er gewann. Nicht so viel, dass man ihn dezent hinauskomplimentiert hätte, aber doch genug, um ihn zu beobachten. Die Security erinnert sich an ihn, weil er sich am Ende seines Besuchs mit einem gewissen, wohlbekannten Spieler traf. Matheboy, murmelte Mia. Ganz genau. Er nannte sich Dean Anderson. Aber es hat sich bereits herausgestellt, dass der echte Anderson vor zwei Jahren verstorben war. Die Security bestätigt, dass unser Bursche ein Talent besitzt. Er kann seine Wettchancen berechnen, als hätte er einen Computer im Kopf. Aber nicht nur diese Leute kennen ihn gut. Die Polizei hat ihn seit mindestens einem Jahr auf der Beobachtungsliste. Will ich wissen, warum? fragte Spinelli. Vergewaltigung, sagte Aidan genüsslich. Eine Reihe von Überfällen in den sechs Monaten vor dem letzten Juni. Sie hatten keine Beweise, denken aber, dass er es war. Dann war im Juni plötzlich Schluss mit den Vergewaltigungen und ihr Verdächtiger war verschwunden. Er hat den echten Devin Boyd getroffen, ihm zum Gewinnen verholfen und sich sein Vertrauen ergaunert. Mia schüttelte den Kopf. Dann hat er ihm seine Identität gestohlen und sein Leben beendet. Das würde erklären, warum er bei den Fingerabdrücken für die Schule getrickst hat. Er wusste, dass er gesucht wurde und wollte kein Risiko eingehen, sagte Murphy nachdenklich. Das denke ich auch, stimmte Aidan zu. Übrigens hatten die meisten Vergewaltigungsopfer gebrochene Beine, sodass sie weder abhauen noch treten konnten. Wenn wir ihn fassen, möchte New Jersey auch einen Bissen abhaben. Dann müssen sie sich hinten anstellen, brummte Mia. Und wir müssen ihn erst mal haben, sagte Spinelli beißend. Dabei wissen wir noch nicht einmal, wie er wirklich heißt. Murphy? Wir haben ungefähr die Hälfte der Gegend abgegrast. Niemand hat ihn gesehen. Ein Gedanke drängte sich durch die dunkle Wolke, die über Reed hing. Haben Sie die Zoogeschäfte überprüft? Nein, sagte Murphy. Wieso? Weil der Kerl offensichtlich an Medikamente für den tierärztlichen Bedarf kommt. Einige der großen Geschäfte haben inzwischen ihre eigene Praxis. Ich war neulich mit dem Hund meiner Tochter bei so einem Zoo-Center. Es ist vielleicht einem Versuch wert. Allerdings, sagte Murphy. Ich erledige das, sobald wir hier durch sind. Spinelli stand auf und zog seine Uniform zurecht. Ich muss jetzt zu der leidigen Pressekonferenz. Es sind ungefähr 300 Anrufe eingegangen, nachdem das Foto in den Nachrichten gezeigt wurde. Stacey hat die allzu eindeutigen Nieten bereits herausgesucht. Aiden ein paar weitere. Ich habe die Liste auf ihren Tisch gelegt, Mia. Sie wandte sich an Westfalen, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte. Was denken Sie mal? Ich denke, dass wir hier sowohl Muster als auch rein menschliches Verhalten finden. Okay, sagte sie. Fangen Sie mit den Mustern an. Zahlen. Er sagt, zähl bis zehn und kann im Kopf Statistiken berechnen. Er ist sehr präzise in dem, was er tut. Und betrachten wir es einmal so. Er hat zwar Devin Whites Identität angenommen, hätte seine Stelle aber nicht antreten müssen. Doch unser Mann mag Zahlen. Er mag Mathe. Er hat die Football-Wetten im Hope gemanagt. Mia zog einen Zettel aus den Unterlagen und zog die braunen Zettel. Und oft verloren. Reed kam um den Tisch herum, um ihr über die Schulter zu sehen. Aber nur wenn die Lions verloren haben. Er hat auf die Lions gesetzt. Selbst wenn er wusste, dass die Statistik dagegen sprach. Sie sah zu ihm auf und lächelte leicht. Heimatgefühle? Er nickte. Unser Bursche hat Wurzeln in Detroit. Schicken wir dem Detroit PD ein Foto. Vielleicht erkennt ihn jemand. Und schicken Sie es auch an das dortige Sozialamt, schlug Miles vor. Ich wette, er hat schon vorher in Schwierigkeiten gesteckt. Er hatte vergessen, wie sehr er den Anblick von Getreide verabscheute. Meilenweit nur Kornfelder, die sich sanft und ach so leicht im Wind bewegten, als sei die Welt in Ordnung. Dieser Ort, dieses Haus, dieses Feld war Shanes Grab geworden. Sie hatten das Haus auf dem alten Fundament errichtet. Das neue Haus war schön und freundlich. Im Garten stand ein Dreirad, und eine junge Frau lief im Hausinneren umher. Er sah sie immer dann, wenn sie an einem der Fenster vorbeikam. Sie erledigte wahrscheinlich ihre Hausarbeit. Ihre Arbeit erledigen. Er hatte die Farmarbeiten gehasst. Hasste den Mann, der ihn hergebracht hatte, damit er als billige Hilfskraft für stinkende Schweine eingesetzt werden konnte. Er hasste die Frau, die wusste, was unter ihrem Dach vor sich gegangen war und nichts unternommen hatte. Er hasste den jüngeren Bruder, weil er ein Feigling war. Er hasste den älteren, weil... Er presste die Lippen zusammen, als ein Schauder der Wut ihn überkam. Er hasste Penny Hill, dass sie zu dumm gewesen war, es zu bemerken und zu faul, um jemals herzukommen und nachzusehen, wie es ihnen ging. Penny Hill hatte für ihre Sünden bezahlt. Die Youngs würden dasselbe tun. Er stieg aus seinem Wagen, als die Frau mit einem Säugling auf der Hüfte herauskam. Verzeihen Sie, Ma'am, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich suche nach einem Freund, er hat einmal hier gewohnt, aber wir haben den Kontakt verloren. Er heißt Tyler Young. Er wusste ganz genau, wo Tyler Young war. In Indianapolis, wo er Immobilien verkaufte. Aber er hatte keine Ahnung, wo die anderen Youngs sich aufhielten. Die Frau blieb, wo sie war, die Hand auf dem Türknauf, bereit zu flüchten, falls es sein musste. Kluge Frau. Wir haben dieses Haus vor vier Jahren von den Youngs gekauft, sagte sie. Der Mann ist gestorben, und die Frau wollte die Farm nicht mehr allein bewirtschaften. Was mit den Jungen ist, weiß ich nicht. Der Zorn flammte heiße auf. Wieder war einer gestorben, bevor er seine Rache bekommen konnte. Dennoch blieb er äußerlich ruhig und gab sich leicht enttäuscht. Das tut mir leid. Ich würde gern Mrs. Young mein Beileid aussprechen. Wissen Sie vielleicht, wo ich sie finden kann? Soweit ich weiß, ist sie im Pflegeheim in Champagne. Ich muss jetzt wieder rein. Und schon war sie fort. Er konnte ihre Finger auf der Jalousie sehen, hinter der sie ihn beobachtete. Champagne war weniger als eine Stunde Fahrt entfernt. Chicago, 18.20 Uhr Aiden war fort, als sie zurückkam, aber Murphy saß noch am Schreibtisch und tippte einen Bericht mit seinem Einfingersuchsystem ein. In der Gegend gibt es drei Zuhandlungen. Zwei davon haben einen eigenen Tierarzt. Entweder im Gebäude oder direkt daneben. Herzville war mein letzter Versuch. Und rate mal, was in ihrem Bestand fehlte. D-Turbo-was-auch-immer, sagte sie. Amazonas-Dschungel-Gift. Er grinste. Und der Preis geht an dich. Nachdem ich ihnen mit einem Durchsuchungsbefehl gedroht habe, bekam ich eine Liste der Angestellten und bin gerade damit fertig geworden, die Adressen zu platzieren. Diese hier wohnen in einem Umkreis von einer Meile von der Stelle, an der er den Wagen nach dem Mord an Brooke Adler stehen lassen hat. Vierzehn Haushalte. Fünf oder sechs sollte ich heute noch abklappern können. Murphy stand auf. Wir. Murphy. Mir, das kannst du nicht allein machen. Was ist, wenn du ihn findest? Sie dachte an all die Toten, die sie in dieser Woche ins Leichenschauhaus gebracht hatten. Du hast recht. Wenn ich allein gehe, könnte es passieren, dass ich ihn umbringe. 18.55 Uhr Das Klopfen an der Tür durchbrach die Stille. Seine Mutter sah angstvoll auf. Das ist er nicht, Mutter. Er hat einen Schlüssel, den sie ihm gegeben hatte. Warum, hatte er nicht verstanden. Aber da war es ohnehin zu spät gewesen. Sie stand auf und glättete ihr Haar und öffnete die Tür. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Ma'am. Ich bin Detective Mitchell und das ist Detective Murphy. Wir suchen nach diesem Mann. Er spähte um die Ecke, aber er sah nur Beine. Ein paar Schuhe, ein paar Stiefel. Kleinere Stiefel. Aber er hörte die Stimmen. Die Frau klang nett. Ist das der Mann, der auch im Fernsehen war? fragte seine Mutter ängstlich. Ja, Ma'am, sagte die Frau. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein. Tut mir leid. Nun, falls Sie ihn sehen, könnten Sie wohl diese Nummer anrufen? Und machen Sie ihm nicht auf, er ist gefährlich. Mach ich, sagte sie und schloss die Tür. Mia lehnte an ihrem Wagen und betrachtete das saubere kleine Häuschen. Murphy gesellte sich zu ihr. Sie weiß etwas, sagte er. Ja, das denke ich auch. Und sie hat furchtbare Angst. Vielleicht, weil sie ein Kind hat. Ich habe ihn gesehen. Sie stieß den Atem aus. Murphy, vielleicht ist er da jetzt gerade drin. Aber hast du gesehen, der Tisch war nur für zwei gedeckt. Falls er drin ist, versteckt er sich. Sie ist Angestellte der Zoohandlung. Also hat sie theoretisch, nicht zwangsläufig Zugang zu der Tierarztpraxis. Und ein ängstliches Gesicht wird dem Richter nicht reichen, um uns einen Durchsuchungsbefehl für ihr Haus auszustellen. Komm, fragen wir bei den Nachbarn nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Falls ja, könnte das dem Richter reichen. Sie stemmte sich vom Wagen ab, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Murphy, schau mal zum Fenster hoch. Kleine Finger zupften an der Jalousie. Der Junge beobachtet uns. 19.30 Uhr Und? fragte Murphy, als sie sich wieder trafen. Ich habe praktisch nichts. Bei mir war es nicht besser. Niemand hat ihn gesehen. Und sie hat anscheinend so gut wie keinen Kontakt zu den Leuten hier. Einer erinnerte sich, morgens früh ein Kind mit dem Fahrrad gesehen zu haben. Wahrscheinlich auf dem Weg zur Schule. Mia klimperte mit dem Schlüssel in ihrer Hosentasche. Okay, und jetzt? Jetzt gehst du nach Hause schlafen. Ich bleibe hier und beobachte das Haus. Ich rufe dich an, wenn etwas passiert. Er nahm sie beim Arm. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ihre Lippen zuckten. Klar, hier, wo du dir deinen Hintern abfrierst, du Depp. Danke, Murphy. Er war wirklich ein guter Freund. Aber heute Nacht brauchte sie etwas anderes als einen guten Freund. Heute Nacht wollte sie mehr. Verpflichtungen? Spottete eine Stimme in ihrem Kopf. 20.15 Uhr Mia erkannte den Wagen am Straßenrand und wollte laut stöhnen. Ihr war nun wirklich nicht nach einer herzergreifenden Aussprache mit der kleinen Schwester. Olivia wartete auf sie vor Laurens Doppelhaushälfte mit einer Pizzaschachtel in der Hand. Du hast mich also ausfindig gemacht. Ich habe mich ein bisschen umgehört und die Adresse deines Partners bekommen. Hoffentlich war das okay. Natürlich, komm rein. Bei Lauren war alles dunkel und still, aber sie hörte den Fernseher von nebenan. Reed war da. Aber zuerst musste sie das hier erledigen. Reed hörte sie hereinkommen. Er hatte vor dem Fernseher gesessen, etwas gesehen, das ihn überhaupt nicht interessierte, und nur auf das Klappern der Tür nebenan gelauscht. Beth war in ihrem Zimmer und schmollte. Lauren lernte. Er war allein. Und wie er zugeben musste, einsam. Aber nun war Mia drüben, und selbst wenn er ihr nur zusah, wie sie die Reste des Hackbratens vertilgte, so wäre er immerhin nicht mehr einsam. Er nahm die Glasschüssel vom Herd und schlich aus der Hintertür. Die Schüssel wie einen Fußball unterm Arm griff er nach dem Türknauf, hielt jedoch plötzlich inne. Sie war nicht allein. Mia ging in die Küche voran und nahm Olivia die Pizza ab. Die ist ja eiskalt. Naja, ich habe schon eine Weile gewartet. Tut mir leid. Dieser Fall. Ich weiß. Olivia öffnete ihre Jacke und wickelte sich den Schal vom Kopf. Sie sah ein wenig aus wie eine Schauspielerin aus alten Zeiten. Elegant und ein wenig unsicher. Und so jung. Und unverdorben. Neid und Zorn hinterließen ein Brennen in ihrem Magen, und sie schämte sich sofort dafür. Olivia konnte schließlich nichts dafür, dass sie von Bobby Mitchell verschont geblieben war. Sie schob die Pizza auf einem Blech in den Ofen. Also, Minneapolis PD, du bist auch Detective. Ich habe die Marke letztes Jahr bekommen, sagte sie. Du bist schon länger dabei. Mia setzte sich und stieß den anderen Stuhl mit dem Fuß an. Ich bin um einiges älter. Olivia setzte sich. Du bist noch keine 35. Ich fühle mich heute aber wie 70. Sie blickte auf Olivias Hand. Du bist nicht verheiratet? Noch nicht. Sie lächelte. Ich möchte erst noch etwas weiterkommen. Warte nicht zu lange. Ein schwesterlicher Rat? Mia stieß den Atem aus. Kaum. Für so etwas scheine ich eher ungeeignet zu sein. Du sprichst von Kelsey. Etwas in Olivias Blick trieb Mia in die Defensive. Also, weißt du auch von ihr? Ich weiß nur, dass sie im Gefängnis sitzt. Bewaffneter Raubüberfall. In ihrer Stimme lag etwas Verurteilendes. Mia presste die Lippen zusammen. Sie trägt ihre Schuld ab. Okay. Aber das war es nicht. Es war nicht okay. Du dagegen, fuhr Olivia fort, bist eine Polizistin mit Auszeichnungen und warst mit einem Hockeyspieler liiert. Mia blinzelte überrascht. Lässt du mich beobachten? Nein. Ich habe mich bloß erkundigt. Bis vor kurzem wusste ich ja gar nichts von dir. Ich denke, du hast mich dein ganzes Leben lang gehasst. Richtig, aber nur als Person, die man sich nicht vorstellen kann. Ich wusste nicht, wie du aussiehst oder wer du bist, bis er starb. Was hat deine Mutter dir gesagt? Viele Jahre lang gar nichts. Über meinen Vater wurde nicht geredet. Und ich konnte immer davon träumen, dass er irgendwann zu mir kommen würde. Als ich acht war, erzählte meine Mutter mir die Wahrheit. Oder einen großen Teil davon. Mia hörte Schmerz aus diesem Satz heraus. Das heißt? Meine Mutter war erst 19, als ich auf die Welt kam. Sie lernte meinen Vater in einer Bar kennen, in der sie kellnerte. Sie glaubte, er sei ein guter Mann. Ein Polizist, der es ernst meinte. Dann stellte sich heraus, dass sie schwanger war. Und er sagte ihr, dass er verheiratet war. Sie hatte nichts davon gewusst. Das glaube ich ihr unbesehen, sagte Mia ruhig. Und sah, wie Olivia ein Stück in sich zusammensackte. Er sagte damals, er würde seine Frau verlassen und sie heiraten. Aber das hat er nicht getan. Nein. Als ich auf der Welt war, sagte er ihr, er könne seine Frau und seine Töchter nicht im Stich lassen. Es täte ihm leid. Es hat ihm leid getan, dass Oliver eine Olivia geworden ist, dachte Mia, nickte aber. Und dann seid du und deine Mutter nach Minnesota gezogen. Kurz danach, ja. Sie hat auch die Brücken zu ihren Eltern abgebrochen. Sie wollten, dass sie mich zur Adoption freigibt, aber sie dachte gar nicht daran. Daher dauerte es ziemlich lange, bis ich meine Großeltern kennenlernte. Aber irgendwann glätteten sich die Bogen. Ab da verbrachte ich regelmäßig meine Sommerferien in Chicago und fragte mich bei jedem Polizist, der mir begegnete, ob er es wohl war. Du wusstest nicht einmal, wie er heißt? Nein, nicht, bis er starb. Mama sagte es mir nicht, und ansonsten schien es keiner zu wissen. Lebt deine Mutter noch? Olivias blaue Augen wurden traurig. Nein, sie ist im vergangenen Jahr gestorben. Und ich fand mich damit ab, nun niemals etwas über meinen Vater zu erfahren. Aber sie hatte es ihrer Schwester erzählt. Als meine Tante seine Todesanzeige in der Zeitung sah, rief sie mich an. Ich bin vom Flughafen direkt zum Friedhof gefahren. Sie seufzte. Und dann sah ich dich, neben deiner Mutter, in deiner Ausgehuniform. Deine Mutter gab dir die Flagge. Und dann hast du mich entdeckt. Offensichtlich hast du nichts von mir gewusst. Nein, es war ein ziemlicher Schock. Olivia sah auf ihre Hände. Das kann ich mir vorstellen. Deinen Namen habe ich zum ersten Mal in der Anzeige gelesen. Kerzi wurde nicht erwähnt. Darum habe ich gebeten. Ich wollte nicht, dass jemand sie mit mir in Verbindung bringt. Es ist nicht gesund, für sie eine Schwester zu haben, die Polizistin ist. Olivia, ich will nicht, dass du sie verurteilst. Nicht, bevor du sie kennengelernt hast. Nicht, bevor du alles weißt. Also gut, jedenfalls war ich auch ziemlich schockiert, als ich dich sah. Es gibt eine gewisse Familienähnlichkeit. Warum bist du nicht auf mich zugekommen und hast mich angesprochen? Ich war anfangs so aus der Bahn geworfen. Du warst diejenige, die einen Vater hatte, eine Familie. Mama und ich hatten nichts. Sie stand auf und sah nach der Pizza. Dein Vater war nicht der Mann, den du dir als Vater gewünscht hast. Ihr Blick flackerte. Niemand ist perfekt. Nein, sicher nicht. Bobby Mitchell hat zu viel getrunken und seine Kinder verprügelt. Ihre Augen verengten sich. Nein. Bobby hatte große Fäuste und setzte sie nur allzu gern ein. Bei mir etwas weniger als bei Kelsey. Gebrochene Knochen und Platzwunden und Lügen, während wir von einem Arzt zum anderen zogen, damit es bloß nicht auffiel. Olivia starrte sie nun entsetzt an. Und das ist die Wahrheit. Aber das ist... Entsetzlich? Unglaublich? Nicht wieder gut zu machen? Ja, er kann doch nicht so... Schlimm gewesen sein. Lüge ich dich an? Sie schüttelte den Kopf. Nein, das meinte ich nicht. Kelsey war als Jugendliche schwierig. Vielleicht... Mia sprang auf die Füße. Vielleicht hat sie es verdient, oder was? Olivia hob das Kinn. Sie ist im Gefängnis, Mia. Schuldig gesprochen und verurteilt. Du hast doch keine Ahnung. Ich weiß, dass sie eine Familie hatte. Ein Haus, etwas zu essen. Eine Schwester, die sie liebt. Was weit mehr ist, als ich je hatte. Und ich bin nicht so geworden. Stimmt. Und du hattest auch keinen Vater, der für seinen Schutz Sex verlangte. Sobald die Worte heraus waren, hätte Mia sich dafür treten können. Hat Kelsey dir das gesagt? Alles in ihr erstarrte, und die angedeutete Anschuldigung der Lüge hing zwischen ihnen. Ja, das hat sie mir gesagt. Und ich weiß, dass es wahr ist. Verzeih mir. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Das wusste ich nicht. Das konntest du auch nicht. Und ich wollte auch nicht, dass du es weißt. Ich dachte, du würdest verstehen, was für ein Mensch er war, ohne dass ich das erzählen musste. Aber ich wollte auch nicht, dass du um einen Mann trauerst, der die Trauer nicht wert ist. Oder dich minderwertig fühlst, weil er dich vielleicht nicht wollte. Ich muss gehen. Sie wich weiter zurück, packte Mantel und Schal. Ich muss gehen. Mia sah zu, wie sie durch die Haustür stürmte. Zuckte zusammen, als die Tür laut ins Schloss krachte. Dann zog sie die Pizza aus dem Ofen und hätte sie am liebsten durch die Küche geschleudert. Aber es war nicht ihr Haus. Es war Laurens Haus, mit den hübschen, gerahmten Stickereien von Teekannen und Blumen und den initialen CS in einer Ecke. Gefertigt von Reeds Frau, der keine andere je das Wasser reichen konnte. Und ich schon gar nicht. Zitternd stellte sie das Blech auf dem Herd ab und drehte das Wasser auf. Dann den Müllhäcksler. Und im Schutz des Lärms erlaubte sie sich zu weinen. Reed stand vor dem Fenster und lauschte dem Hämmern seines Herzens. Lieber Gott. Sein Leben vor den Solidays war finster und trostlos gewesen. Er hatte immer Hunger, immer Angst gehabt, seine Mutter hatte ihn geschlagen. Aber das hier! Er sah durchs Fenster, wie ihre Schultern zitterten, während sie weinte, und auch seine Augen brannten. Das war so typisch für sie, zu weinen, wenn niemand sie hörte, wenn niemand helfen konnte. Er öffnete die Tür, platzierte die Schüssel auf dem Herd, stellte Häcksler und Wasser ab und drehte sie zu sich um. Sie erstarrte, wollte sich gegen ihn wehren, aber er hielt sie fest, bis sich ihre Finger in sein Hemd krallten und sie sich an ihn klammerte. Sanft führte er sie durch die Küche, setzte sich und zog sie auf seinen Schoß, wo sie ihm die Arme um den Hals schlang und so furchtbar weinte, dass er glaubte, ihm selbst würde das Herz brechen. Er hielt sie, wiegte sie leicht und küßte ihr Haar, bis die Tränen langsam versiegten. Sie schwieg eine lange Zeit. »Du hast schon wieder gelauscht. Ich wollte dir etwas zu essen bringen. Ich kann nichts dafür, dass die Wände dünn sind. Ich müsste eigentlich stinksauer auf dich sein. Aber ich fürchte, ich habe nicht mehr genug stinksauer übrig.« Er fuhr ihr mit der Hand über den Rücken. »Ich würde ihn umbringen, wenn er nicht schon tot wäre.« »Es ist nicht so, wie du denkst. Mich hat er nie angerührt.« »Nur Kelsey?« »Ja.« Sie stand auf, ging zur Hintertür und sah aus dem Fenster. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich begriff, dass Bobby sich nicht ändern würde. Ich war fünfzehn und er war betrunken. Kelsey hatte etwas angestellt und er hatte sie bereits mit dem Gürtel verprügelt. Ich flehte ihn an, ihr nichts mehr zu tun, und er sagte, dann müsste ich ihm etwas versprechen. Er legte den Arm um mich und … Irgendwie wusste ich es plötzlich. Und dann meinte er, wenn ich es täte, würde er Kelsey in Ruhe lassen. Reed schluckte. »Aber du hast es nicht getan.« »Nein?« Stattdessen fing ich an, wie verrückt zu lernen, um ein Stipendium zu kriegen. Ich klaute ihm eine Pistole und legte sie mir unters Kopfkissen. Ich redete mit Kelsey und versuchte, sie zu überzeugen, nicht mehr mit ihm zu streiten, aufzupassen und sich von ihm fernzuhalten. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Damals konnte sie mich nicht ausstehen. Das dachte ich wenigstens. Ihre Lippen verzogen sich zu einem bitteren Lächeln. »Weißt du, ich habe immer gedacht, ich hätte der meisten Prügel entkommen können, weil ich irgendwie schneller als Kelsey war, irgendwie besser, klüger. Ich reizte ihn nicht, stellte mich ihm nicht entgegen. Er ließ mich in Ruhe. Erst viele Jahre später erfuhr ich von Kelsey, dass er ihr denselben Vorschlag gemacht hatte. Sie zog die Brauen hoch und sagte nichts mehr. Oh mein Gott, brachte er mühsam hervor, unfähig, es sich auszumalen. Die ganze Zeit über habe ich ihr gesagt, sie müsse nur brav sein und sich zurückhalten, solle ihn nicht provozieren. Die ganze Zeit! Ihre Stimme brach. Sie hat es getan. Für mich. Um mich zu beschützen. Bis ich endlich aufs College gehen konnte. Hör mal, es war sehr lieb von dir, mir deine Schulter zum Ausweinen zu leihen. Aber ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich habe mich seit Tagen nicht mehr bewegt, deshalb werde ich jetzt ein paar Runden um den Block laufen. Sie hatte ihm erneut die Tür vor der Nase zugeschlagen. Was ist mit deinem Abendessen? Ich mache es mir später warm. Sie küsste ihn auf die Wange. Danke. Wirklich. Ich melde mich, wenn ich zurück bin. Reed blieb sitzen, während sie hinauf lief, um sich umzuziehen. Als sie zurückkehrte, verließ sie das Haus ohne noch ein Wort zu sagen, und ihm blieb nichts anderes übrig, als auf die Küchenwände zu starren. 21.15 Uhr Mia rannte um den Block und lief ein zweites Mal auf Solidays Haus zu. Wenn sie sich morgen auf Wohnungssuche begeben würde, dann in einem hübschen, gewachsenen Viertel wie diesem. Mindestens drei Spaziergänger mit Hund hatten ihr freundlich zugewunken, als sie vorbeigelaufen war. In ihrem Viertel sah niemand dem anderen in die Augen, und in manchen Gegenden wussten die Leute, wie sie heute erfahren hatte, nicht einmal, wer direkt neben ihnen oder gegenüber wohnte. Wodurch ihr einfiel, dass sie vergessen hatte, Solidays zu sagen, dass seine Idee mit den Zoohandlungen wahrscheinlich etwas erbracht hatte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche, um sich bei Murphy nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, als sie etwas Seltsames entdeckte. Eines der Fenster oben in Solidays Haus öffnete sich. Ein dunkler Kopf erschien, sah sich nach allen Seiten um, dann folgte der Körper, und die Gestalt rutschte an dem Baum vor dem Fenster herunter, wie an einer Feuerwehrstange. Wie es schien, ging Beth Soliday doch auf ihre Party. 21.55 Uhr Mir war Beth mit der Hochbahn bis in die Innenstadt zu einem Club namens Rendezvous gefolgt. Sie hatte keine Ahnung, was das für ein Laden war. Keine Bar jedenfalls, denn niemand verlangte am Eingang die Ausweise zu sehen. Es gab eine Bühne und etwa 50 kleine Tische, an denen verschiedene Gruppchen saßen und standen. Beth verschwand in der Menge, und als Mia folgen wollte, hielt sie jemand am Arm fest. Zehn Dollar bitte. Sein Namensschildchen wies ihn als Sicherheitsmann aus. Sie wühlte in ihrer Tasche und zog ihren Notfallzwanziger hervor. Was passiert hier? Er wechselte das Geld und gab ihr ein Programm. Heute findet der Wettbewerb statt. Und wer misst sich? Er lächelte. Wer immer Lust dazu hat, soll ich nachfragen, ob man sich noch anmelden kann? Nein, vielen Dank. Ich suche jemanden. Beth Soliday. Er sah auf sein Clipboard. Wir haben eine Liz Soliday. Beeilen Sie sich lieber. Sie müsste jetzt dran sein. Sie fühlte sich wie Alice im Wunderland, als sie sich einen Platz suchte, während die Lichter ausgingen und die Bühne erleuchtet wurde. Und dann trat Beth Soliday in einem Lederminirock auf die Bühne. Das Publikum klatschte höflich. Mein Name ist Liz Soliday und der Titel meines Gedichts lautet Kasper. Gedicht? Mia hielt ihr Programm ins rote Licht des Exit-Schilds und blinzelte. Was immer ein Poetry-Slam war, Beth Soliday war bis ins Halbfinale gekommen. Und sobald das Mädchen den Mund öffnete, wusste Mia auch warum. Beth hatte echte Bühnenpräsenz. Habe ich schon erwähnt, dass ich mit einem Geist lebe? Wir nennen sie Kasper. Sie folgt mir. Sieht mich an. Ihre Augen. Meine Augen. Ihre Augen. Kasper war Christine. Es schnürte Mia die Kehle zu, doch Beths Stimme war kräftig, wie Musik. Und als sie nun fortfuhr, berührte sie Mia dort, wo es am meisten schmerzte. Ich bin nur ein Doppelgänger. Erinnere die Welt an die bessere Version, die sie einst war. Husche durch das Leben meines Vaters, fast unsichtbar. Ihre dunkleren Augen. Meine Augen, die immer mehr verblassen. Mein Dasein, das immer weiter verblasst. Bis ich mich frage, wer der Geist ist. Der Scheinwerfer verlosch und Mia stieß den Atem aus. Wow. Reeds Tochter hatte Talent. Ein wunderschönes, seltenes Talent. Und Reeds Tochter würde Ärger bekommen. Großen Ärger. Sie kam auf die Füße und machte sich auf die Suche nach Liz, die einiges zu erklären hatte. Indianapolis, Freitag, 1. Dezember, 23 Uhr. Da war es. Tyler Youngs Stadthaus. Er saß im Wagen und beobachtete die Gegend. Er hatte zu lange damit gewartet, seine Geister auszutreiben, und nun waren sie alle tot. Laura Doherty und Bill Young und seine Frau Bitsi ebenfalls. Seine Gattin sei ihm geradewegs gefolgt, hatte man ihm im Pflegeheim in Champaign mitgeteilt. Und natürlich hatte man traurig und verständnisvoll hinzugefügt, wären ihre Unterlagen vertraulich, sodass man ihm leider, leider nicht mit der Adresse der nahen Angehörigen weiterhelfen durfte. Und in diesem Moment hätte er beinahe die Kontrolle über sich verloren. Jetzt gab es also nur noch zwei. Tyler und Tim. Chicago, 23.05 Uhr. Mia schloss die Tür zu Lawrence Haus. Es war dunkel und still. Reed? Keine Antwort. Sie wanderte durch das Haus und hoffte beinahe, sie würde ihn irgendwo schlafend auf der Couch oder besser noch in ihrem Bett finden. Aber er war nicht da. Sie hielt Lawrence Schlüssel ins Licht. Es waren zwei, einer für drüben. Sie konnte hinübergehen. Beth war in ihrem Zimmer. Sie war wieder über den Baum zurück ins Fenster geklettert, obwohl Mia dagegen gewesen war. Ihr fiel ein, wie sie heulend auf seinem Schoß gesessen und ihm Dinge erzählt hatte, die sie ihm nicht hätte erzählen sollen. Aber es war leicht, ihm etwas anzuvertrauen, und sie hatte gewollt, dass er es wusste. Zum ersten Mal in ihrem Leben wollte sie sich die Fehler der Vergangenheit von der Seele reden. Vielleicht war es ja ein Test gewesen, um zu sehen, ob er sie zurückweisen würde. Das hatte er nicht getan. Sie schlüpfte leise in Reeds Haus. Hier war es auch still. Mit pochendem Herzen schlich sie die Treppe hinauf. Wenn das Haus spiegelbildlich wie Lawrence angeordnet war, ging die letzte Tür rechts zum Schlafzimmer. Und da war er, lag ausgestreckt auf der Tagesdecke und schlief bei eingeschalteter Nachttischlampe, vollkommen angekleidet, inklusive polierter Schuhe. Auch er hatte einen langen Tag gehabt. Sie würde es ihm etwas bequemer machen, dann wieder hinübergehen. Und morgen würde sie sich eine Wohnung in der Nähe suchen. Denn wenn etwas hundertprozentig feststand, dann die Tatsache, dass sie nie und nimmer in diesem Zimmer mit ihm schlafen würde. Alles hier war Christine, bis zu der spitzen gesäumten Tagesdecke. Sie zog die Brauen zusammen, als sie das gerahmte Foto auf dem Nachttisch sah. Er hatte sie geliebt, liebte sie immer noch. Hat nie jemanden gefunden, der ihr gleichkommt, rief sie sich in Erinnerung. Beth empfand dasselbe. Und als Mia zu ihm trat, um ihm den Gürtel zu lockern, sah sie das Buch. Behutsam nahm sie es ihm aus den Fingern und betrachtete neugierig den Einband, aber es gab keinen Titel. Es war ein Notizbuch, und jede Seite darin war mit der Hand beschrieben. Er schlief noch immer fest. Sie sollte das Buch wieder hinlegen, aber schließlich belauschte er ihre Gespräche, da musste es gestattet sein. Sie blätterte zur ersten Seite. Meine Gedichte von Christine Soliday stand da. Aber die nächste Seite schnürte ihr die Kehle zu. Für meinen geliebten Reed, ich habe dir mein Herz versprochen. Hier hast du es. Gedichte. Jede Seite Gedichte. Daher hatte Beth also ihr Talent. Und wie sehr das Mädchen sich geirrt hatte, ihr Vater würde sie nur allzu gut verstehen. Die Seiten waren abgegriffen, manche hatten Eselsohren. Dieses Buch wurde oft gelesen und sehr geliebt. Es war Christines Herz. Und Reed's genauso. Mit bebenden Händen legte sie das Buch auf den Nachttisch zurück und begann sein Hemd aufzuknöpfen. Eine dünne, goldene Kette erschien. Er hatte sie nicht getragen, als sie miteinander geschlafen hatten, aber sie erinnerte sich jetzt, sie an ihrer Wange gespürt zu haben, als sie sich vorhin an seine Brust geschmiegt hatte. Am Ende der Kette hing ein Ring, ein schlichter Goldring. Er trägt noch immer seinen Ehering. Ihr Herz zog sich schmerzhaft zusammen, aber ihre dumme Hand hob die Kette selbstquälerisch hoch. Der Ring baumelte und funkelte im Licht der Lampe. Mit einem Ruck war Reed wach. Eine Hand schloss sich um den Ring, die andere so fest um ihr Hand gelenkt, dass sie zusammenzuckte. Du tust mir weh, flüsterte sie. Augenblicklich ließ er ihre Hand los, nicht aber den Ring. Sein Gesicht war hart und zornig. Was machst du hier? Mia wich einen Schritt zurück. Anscheinend einen großen Fehler. Gute Nacht, Reed. Indianapolis, Samstag, 2. Dezember, 2.15 Uhr. Man sollte meinen, dass ein Makler das eigene Haus besser sichert, dachte er, als er die Tür zu Tyler Youngs Veranda öffnete. Schlecht für ihn. Gut für mich. Mit seiner schweren Last über der Schulter schlich er die Treppe hinauf und lauschte, hörte aber nichts als das Hämmern seines eigenen Herzens. Endlich. Endlich würde er demjenigen gegenüberstehen, der Shane getötet hatte. Und nun war er erwachsen und kein hilfloses Kind mehr wie damals. Zwei Personen schliefen im Bett, eine weiblich. Ein Deckenventilator lief und dessen Geräusch und Tylers Schnarchen übertönten seine Schritte, als er an die Seite der Frau trat. Er stach einmal mit dem Messer zu. Sie gab ein leises Gurgeln von sich und verstarb. Tyler schnarchte noch immer lautstark und aus der Nähe roch er den Schnaps in seinem Atem. Gut, Betrunkene waren so leicht zu überwältigen. Von diesem Szenario hatte er als Kind in der Vorhölle des Youngschen Hauses geträumt. Jede Nacht hatte er sich vorgestellt, wie er sich an Tyler rächen würde. Er schluckte, als die Erinnerung ihm sogar jetzt noch, nach zehn Jahren, im Magen brannte. Die Rache-Fantasien hatten damals dafür gesorgt, dass er nicht verrückt wurde. Und nun konnte er sie endlich umsetzen, konnte tun, was Tyler damals getan hatte. Alles und in jeder Einzelheit. Lautlos befestigte er die Kette, die er mitgebracht hatte, am Kopf des Bettes, unten am Boden. Am Ende der Kette befand sich eine Handschelle und mit einem Klick legte er sie um Tylers fleischiges Handgelenk und hielt den Atem an. Aber Tyler schnarchte weiter. Der Lumpen, den er Tyler als Knebel in den Mund stopfte, war mit Urin getränkt. Noch ein kleiner Trick, den er von seinem Gefangenen gelernt hatte. Mit äußerster Vorsicht holte er das letzte der Messer, die er mit Kurare-Paste präpariert hatte, hervor. So schlicht und so ungewöhnlich. Die Pistole in der linken öffnete er mit der rechten Tylers Vene. Endlich schlug Tyler die Augen auf, aber der Lauf der Waffe zielte bereits zwischen seine Augen. Langsam schlich sich das Entsetzen in Tylers Blick, als er nacheinander die Waffe, die Kette und seinen blutenden Arm wahrnahm. Aber es lag kein Erkennen in diesem Blick, was ihn mehr als nur ein bisschen ärgerte. Ich bin's, Andrew. Ah, jetzt erinnerte Tyler sich und er lachte leise. In ungefähr zwei Minuten kannst du dich nicht mehr bewegen, aber du wirst noch alles spüren, was ich mit dir mache. Er beugte sich zu ihm herab. Und diesmal darfst du bis zehn zählen, Tyler. Diesmal fährst du zur Hölle. Aber zuerst wirst du mir ein paar Fragen beantworten. Ich nehme den Knebel jetzt raus. Wenn du schreist, bist du sofort tot. Begriffen? Tyler nickte. Auf seiner Stirn sammelten sich Schweißperlen. Angewieder zog er den Lumpen heraus. Wo ist Tim? Tyler leckte sich nervös die Lippen. Lässt du mich gehen, wenn ich es dir sage? Er hatte noch nicht einmal nach seiner Frau gefragt. Ja? In New Mexiko. Santa Fee. Lässt du mich jetzt gehen? Bevor Tyler reagieren konnte, stopfte er ihm wieder den Lumpen in den Mund. Du bist dumm geboren und geblieben, aber ich bin dir gern behilflich. Eins, zwei, drei. Während er zählte, erstarrte Tylers Körper und erschlaffte dann. Zehn. Showtime. Er wusste, dass er nicht viel Zeit hatte. unter normalen Umständen würde Tyler in weniger als zehn Minuten das Bewusstsein verlieren. Aber nach der langen, langen Zeit, die er auf seine Rache hatte warten müssen, wollte er mehr als diese zehn Minuten. Und er wollte, dass Tyler Young bei vollem Bewusstsein war. Tyler Young sollte alles spüren. Tyler Young sollte bezahlen. Also hatte er vorgesorgt. Er legte seine Pistole auf den Nachttisch und packte seine Ausrüstung aus. Wie gewöhnlich hatte er sein scharfes Messer, die schwere Rohrzange und die restlichen Eier dabei. Aber er hatte auch noch ein paar zusätzliche Gegenstände mitgebracht. Er holte einen Sauerstofftank und eine Maske aus dem Rucksack. Damit würde er die Zeit, die Tyler bei Bewusstsein blieb, locker verdreifachen können. Vielleicht würde er vor Schmerz ohnmächtig werden. Der Gedanke entlockte ihm ein Lächeln. Also Tyler, sagte er im lockeren Plauderton, während er ihm die Sauerstoffmaske auf das erstarrte Gesicht presste. Wie ist es dir so ergangen? In letzter Zeit mal wieder ein paar kleine Jungen missbraucht. Tyler und seine Frau hatten keine Kinder, zumindest keine, die bei ihnen wohnten. Er hatte alle Schlafzimmer überprüft. Niemand sonst war hier, nicht einmal ein Haustier. Also konnte er sich gänzlich auf seine Arbeit konzentrieren. Du kannst nicht reden? Wie schade. Dann wirst du mir wohl zuhören müssen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde jeden Schritt ansagen, damit dir auch nichts entgeht. Zuerst brech ich dir die Beine. Und er tat es und genoss dabei, wie Tyler vor Schmerz zu schielen begann. Dann warf er die Rohrzange von einer Hand in die andere. Normalerweise bin ich an diesem Punkt mit dem Werkzeug fertig, sagte er noch immer im Plauderton. Aber für dich setze ich es auch noch anders ein. Weißt du, verzichten, dir dasselbe Vergnügen zu bereiten, wie du mir damals. Er konnte sehen, dass Tyler begriff. Wunderbar. Oh, und das Messer? Gewöhnlich schneide ich damit nur Kehlen auf, aber bei dir werde ich noch eine Ausnahme machen. Er grinste auf sein Opfer herab, das nur noch lebte, weil er es so wollte. Tyler würde erst dann sterben, wenn er es bestimmte. Du hast Eis genannt. Und jetzt kannst du herausfinden, was das wirklich bedeutet. Dann wollen wir mal anfangen, Tyler, bevor uns der Sauerstoff ausgeht. Chicago, 2. Dezember, 6.35 Uhr. Murphy sah Mia entgegen, die sich seinem Wagen näherte. Er fühlte sich wach, freute sich aber auf den Kaffee, den sie ihm mitgebracht hatte. Er stieg aus, streckte sich und nahm ihr den Becher ab, den sie ihm hinhielt. Danke. Und? War etwas? White ist nicht zurückgekommen, aber der Junge hat mich die ganze Nacht beobachtet, immer wieder. Wie jetzt? Wieder sah man, wie sich die Lamellen der Jalousie unter den kleinen Fingern verbogen. Ich würde sagen, wir versuchen es mit dem Durchsuchungsbefehl. Wir haben schon für wenige einen bekommen. Ich rufe einen Streifenwagen, der hier aufpasst, wenn wir beim Meeting sind. Wir müssen uns mit den anderen austauschen. Den anderen, zu denen auch Reed gehörte. Sie würde ihre Arbeit tun. Spuck's schon aus, Kleine, befahl Murphy freundlich. Was hat unser hübscher Fire Marshal dir getan? Sie lächelte und war überrascht, dass es ihr gelang. Nichts? Er hat mir nichts versprochen, Murphy, also auch kein Versprechen brechen können. Und ich habe zwei Nächte richtig, richtig guten Sex gehabt. Murphy verzog das Gesicht. Musst du mir das so direkt sagen? Dann neigte er den Kopf. Wenn ich ihm die hübsche Visage polieren soll, sag's mir schau mal, wen wir da haben. Die Eingangstür öffnete sich und der Junge kam heraus, für die Kirche fein gemacht, mit einem dunklen Anzug und einer Krawatte. Er blieb auf der Veranda stehen, dann holte er sichtlich Luft, setzte sich in Bewegung und hielt nicht an, bis er Murphy und Mia erreicht hatte. Der Junge war sieben, höchstens acht. Das rotblonde Haar hatte immer schon eine Schwäche für Sommersprossen gehabt. Ernst streckte sie ihm die Hand entgegen. Detektiv Mitchell, guten Morgen, das ist Detektiv Murphy. Er schüttelte ihr die Hand. Ich bin Jeremy. Jeremy Lukowitsch, fragte Murphy und der Junge nickte. Wo ist deine Mom, Jeremy? fragte Mia. Schläft noch. Ich denke, wir sollten aufs Revier gehen, sagte er ernst. Ja, ich denke, das sollten wir tun, sagte Mia und ging dann vor ihm in die Hocke. Jeremy, hast du diesen Mann von dem Bild gesehen? Ja. Wann? Er schluckte wieder. Oft. Manchmal wohnt er bei uns. Oh, Bingo, danke, danke. Weißt du noch, wann du ihn zum letzten Mal gesehen hast, mein Schatz? fragte sie. Am Donnerstag, morgens, bevor ich zur Schule gegangen bin. Er ist da erst nach Hause gekommen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Viertel vor sechs. Ich habe auf meinen Wecker geguckt. Jeremy hob das Kinn. Sie sollten einen Durchsuchungsbefehl für unseren Garten holen. Mias Herz hämmerte wild, aber sie zwang sich ruhig zu sprechen. Und was können wir da finden? Er hat da was vergraben. Jeremy zählte an den Fingern ab. Donnerstag und Dienstag, Sonntag und den Freitag davor. Mia blinzelte. Freitag? Jeremy nickte nüchtern. Ja, Ma'am. Ich werde aussagen, wenn Sie mich und meine Mutter ins Zeugenschutzprogramm nehmen. Vielleicht können wir den Namen ändern und nach Iowa gehen. Mia sah zu Murphy auf, der ohne Erfolg versuchte, sein Grinsen zu unterdrücken. Dann wandte sie sich wieder Jeremy zu. Du siehst ziemlich viel fern, oder Jeremy? Jeremy? Ja, aber ich lese auch viel, sagte er. Dann begann sein Kind zu zittern und machte seinen Versuch, cool zu sein, zunichte. Sie müssen meine Mom schützen. Er tut ihr weh. Sie hat Angst. Tränen traten in seine Augen. Und sie weint die ganze Zeit. Bitte, bitte passen sie auf, dass er meiner Mom nichts mehr tun kann. Er stand vor ihnen, so Tränen über sein sommersprossiges Gesicht liefen, dass Mia sich fest auf die Wange beißen musste, um nicht mit ihm zu weinen. Wir beschützen deine Mom, Jeremy, mach dir keine Sorgen. Murphy hatte bereits sein Funkgerät in der Hand und forderte Verstärkung an. Hast du Hunger? Er nickte, schniefend. Wir haben gestern nicht mehr zu Abend gegessen. Ich habe im Auto einen Burrito, den können wir uns teilen, solange wir auf die Spurensicherung warten. Jeremy nickte wissend. Sie sollen auch Metalldetektoren und Bodenradar mitbringen. Mias Lippen zuckten. Ich gebe's weiter. Acht Uhr zehn. Mia stellte sich vor den Jungen, damit er nicht sah, wie die Gerichtsmedizin die Bahre mit seiner Mutter im Leichensack abtransportierte. Aber der Junge sah ohnehin nicht in diese Richtung. Er blickte stur gerade aus. Mia ging neben ihm in die Hocke. Jeremy, Schätzchen, ich muss jetzt in euer Haus gehen. Was wird jetzt aus mir? fragte er so leise, dass es sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen. Meine Mom ist tot. Mein Dad ist weg. Wer kümmert sich jetzt um mich? Ich wollte Mia sagen, tat es aber nicht. Dies war ein Kind, keine Katze. Ich habe jemanden angerufen. Du wirst vorübergehend in eine Familie kommen, bis wir wissen, wo du am besten aufgehoben bist. Er sah zu Mia auf. Können sie mich dann bitte besuchen kommen? Ihr Herz zog sich heftig zusammen. Und ob ich das tue? Aber jetzt müssen wir an die Arbeit, Jeremy. Du bleibst bitte hier und gehst nicht weg. Und wenn, dann nur in Begleitung von mir oder einem dieser Männer. 11 Uhr 45 Mia wiegte sich auf den Fersen vor und zurück, die Hände in die Hüften gestemmt. Der Tisch war mit Gegenständen bedeckt, die sie aus dem Lukovic-Garten ausgegraben hatten. Und sie hatten tatsächlich sowohl Röntgenscanner als auch Metalldetektor benötigt. Jeremy konnte stolz auf sich sein. Spinelli betrachtete einen Gegenstand nach dem anderen. Catelyns Tasche, eine Kette von Penny Hill, 14 verschiedene Schlüsselbunde, Schuhe, noch mehr Halsketten. Meine Güte. Die Schlüssel hier gehören Dr. Thompson, sagte Reed. Das sind Brooks. Wir nehmen an, dass er sie abgenommen hat, als sie ein Bier zu viel getrunken hatte. Das hier gehörte Niki Marco, die Vertreterin. Die anderen Sachen können wir bisher nicht zuordnen. Zumindest können wir ihm nun eine Verbindung an den Morden der Burnettes und Penny Hill nachweisen, sagte Spinelli zufrieden. Ich will immer noch eindeutige Beweise. Aber das ist schon weitaus besser als alles, was wir vorher hatten. Atlantic City schickt jemanden, der sich die Sachen ansehen will, sagte Aiden. Die vergewaltigten Frauen haben ausgesagt, er habe ihre Schlüssel genommen, um ihnen klarzumachen, dass er jederzeit wiederkommen könnte. Dreckschwein, murmelte Reed. Ich denke, diese Empfindung teilen wir alle, sagte Spinelli. Sam hat angerufen. Er konnte in Yvonne Lukovits Urin Valium und Zyanid nachweisen, aber nicht das Ambien, für das sie ein Rezept hatte. Wir haben eine Quittung von einem Fotolabor gefunden, daher hat er das Zyanid, sagte Jack. Man braucht es zur Filmentwicklung. Sam meint, sie hat wenigstens nichts gespürt. Mia seufzte. Ich nehme an, dass es Jeremy, wenn er älter ist, wichtig sein wird, dass seine Mutter nicht Selbstmord begangen hat, aber im Moment ist es ihm wohl kein Trost. Er hat erzählt, dass sie White kennengelernt hat, als sie im vergangenen Juni im Park einen Kurs in Hundeerziehung geleitet hat. Seine Mutter muss wohl ziemlich begeistert gewesen sein. Er hat ihr Rosen und Wein geschenkt und nach nur drei Wochen ist er eingezogen. Ziemlich schnell, bemerkte Jack. Sie war einsam, gab Mia Jeremy hat gesagt, White hätte das in der ersten Nacht, er bei ihr gewohnt hat, getan. Er habe ihr gedroht, dass er ihr und Jeremy noch viel Schlimmeres antun würde, wenn sie ein Wort sagte. Die beiden lebten seit einem halben Jahr in Angst und Schrecken. Und wir kennen noch immer nicht seinen Namen, sagte Murphy verbittert. Spinelli sah auf. Vielleicht habe ich etwas gestohlen gemeldet worden ist. Er stand in der Gegend, in der Murphy sich umgesehen hat. Unter dem Sitz lag ein Buch. Algebra 1. Es sollte gleich hier eintreffen. Haben wir irgendetwas von den zwei Jungen aus dem Hope Center erfahren? Miles hat mit ihnen gesprochen, sagte Mia. Als Thad gehört hat, dass Jeff tot ist, hat er zugegeben, dass dieser ihn belästigt hat. Genauer gesagt waren es Jeff und Regis, während Manny an der Tür aufgepasst hat. Sie haben ihm gedroht, ihn wie ein Schwein abzuschlachten, wenn er etwas sagte. Regis Hunt wird in ein Untersuchungsgefängnis verlegt, Thad kommt in eine andere Jugendstrafanstalt. Aber Bixby wird noch immer vermisst. Er ist jedenfalls nicht zu Hause, weder tot noch lebendig, sagte Spinelli. Wir lassen nach seinem Wagen fahnden. Und es sieht nicht so aus, als wären seine Schlüssel hier bei den Andenken unseres Mörders, fügte Reed hinzu. Also könnte er am Leben sein und sich verstecken. Oder er ist tot und irgendwo verscharrt. Noch etwas? Nur etwas, das Jeremy gesagt hat, überlegte Mia laut. Weißt du noch, Murphy, er hat uns erzählt, dass White am Freitag schon etwas im Garten vergraben hat, am Tag nach Thanksgiving. Wenn er da auch jemanden ermordet hat, wissen wir bisher nichts davon. Es klopfte an der Tür und ein Officer steckte den Kopf herein. Lieutenant Spinelli, ich soll hier ein Beweisstück aus einem abgeschleppten Auto abliefern. Danke, hoffentlich bringt es uns weiter. Mia zog Handschuhe an und holte das Buch aus der Plastiktüte. darin – sie sah auf – ausgeschnittene Zeitungsartikel, Hill und Burnett – sie verzog das Gesicht – und ich – hier ist einer über die Sache mit meiner Adresse – vielen Dank auch Carmichael – und hier – aber hallo – sie grinste – ein Ausschnitt aus der Gazette aus Springdale Indiana – zwei Tote bei Brand in der Thanksgiving Nacht – datiert einen Tag nach Thanksgiving und danach hat White zum ersten Mal etwas im Garten vergraben, wie Jeremy erzählt hat, murmelte Murphy. Wen hat er umgebracht? Mia überflog den Artikel und ihr Herzschlag beschleunigte sich. Eines der Opfer hieß Mary Cates. Cates ist einer der Namen auf der Liste des Sozialamts. Hastig ging sie ihre Unterlagen durch. Es kommt noch besser. Hier stehen noch zwei Namen. Andrew und Shane Cates, Brüder. Andrew könnte im richtigen Alter sein. Wunderbar. Spinelli begann auf und ab zu gehen. Wir können also annehmen, dass wir endlich seinen Namen haben. Aber jetzt müssen wir herausfinden, wo er ist oder wo er das nächste Mal zuschlagen wird. 18 Uhr 45 Ich warte, sagte Spinelli am Kopf des Tisches. Sie hatten sich erneut versammelt. Reed und Mia, Murphy und Aiden und auch Miles Westfalen. Was haben wir? Der Tisch war wieder übersät, diesmal jedoch mit Papieren. Nach über sieben Stunden Telefonaten, Faxen und E-Mails hatten sie ein großes Stück von Andrew Cates Vergangenheit rekonstruieren können. Reed war voller Energie. Sie kamen ihm immer näher. Wir wissen jetzt, wo Andrew Cates gewesen ist, begann er. Wohin er vermutlich will und am wichtigsten, warum zehn seine magische Zahl ist. Mia schob ihre Notizen zusammen. Andrew und Shane Cates sind von Gloria Cates geboren worden. Aiden hat Andrew im Jugendstrafsystem von Michigan gefunden und von den Behörden Kopien der Geburtsurkunden bekommen. Andrew ist vier Jahre älter und war wegen Autodiebstahls in Jugendhaft. Damals war er gerade zwölf. Niemand kann sich dort an ihn erinnern, aber es ist ja auch schon zehn Jahre her. Zählt er deswegen bis zehn? fragte Westfalen, aber Mia schüttelte den Kopf. Haben Sie etwas Geduld, Miles? Wir haben hier für sieben Stunden gebraucht. Zehn Minuten müssen Sie noch zuhören. Verzeihung, brummelte Westfalen, der hat zurechtgewiesen und Reed musste ein Lächeln unterdrücken. Jedenfalls habe ich mit der Leiterin der dortigen Jugendstrafanstalt gesprochen, fuhr Mia fort. Sie hat in seiner Akte nachgesehen. Er war ein absolut beispielhafter Insasse. Hat damals behauptet, seine Mutter habe ihn gezwungen, den Wagen zu stehlen, damit sie ihn gegen Drogen eintauschen konnte. Gloria Cates hat ein ellenlanges Vorstrafenregister wegen Drogenbesitzes, also könnte das durchaus der Wahrheit entsprechen. Ja, nahm Reed den Faden auf. Als Andrew auf frischer Tat ertappt wurde, verschwand Gloria aus der Stadt und überließ es ihm, die Sache auszubaden. Was seine Feindseligkeit Frauen gegenüber erklären könnte, sagte Westphalen. Warum ist er ihr nicht gefolgt? Weil sie tot ist, antwortete Reed. Überdosis Heroin, nur wenige Monate später. Als Gloria verschwand, kam Andrew in eine Anstalt, während das Sozialamt in Detroit Shane bei seiner Tante mütterlicherseits, Mary Cates in Springdale unterbrachte. Das Feuer vom vorherigen Freitag, murmelte Spinelli. Ja, sagte Reed, Ich habe bereits mit dem Sheriff und dem Chef der Feuerwehr gesprochen. Die Feuerwehr hat Gasflaschen im Garten gefunden, aber keine Eier oder Hinweise auf einen festen Brandbeschleuniger. Gas und Streichhölzer, keine Fingerabdrücke, kein gar nichts. Die Tante und ihr Lebensgefährte, Carl Gibson, wurden tot in ihrem Schlafzimmer gefunden, in der Nähe des Fensters. Beiden waren die Beine gebrochen worden, sodass sie nicht weglaufen konnten. Gibson hatte eine Vergangenheit als Kinderschänder. Er war auf Bewährung frei. Westphal nickte. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Wann ist Gibson inhaftiert worden, wollte Spinelli wissen. Ich habe mich erkundigt, sagte Murphy. Als das Sozialamt Shane dort unterbrachte, lag gegen Gibson noch nichts vor. Tatsächlich kam es erst wegen Shane Cates zur Anklage. Das Verfahren wurde eingestellt, aber später konnte man ihn wegen sexueller Belästigung an zwei anderen Kindern festnageln. Das ist der Auslöser, sagte Westphalen. Gibson belästigt Andrews Bruder, und fast zehn Jahre später wird dieser Junge im Hope Center, Fat missbraucht. In derselben Nacht sterben Gibson und Andrew Cates Tante. Allerdings erstaunt es mich, dass man einen solchen Zorn zehn Jahre lang zurückhalten kann. Weil sie der Geschichte schon wieder vorgreifen, sagte Mia, nun haben sie doch ein bisschen Geduld Malz. Shane muss ungefähr sieben oder acht gewesen sein. Im selben Alter wie Jeremy Lukowitsch jetzt, bemerkte Murphy, und Mia nickte besorgt. Ich weiß nicht genau, was ich damit anstellen soll. Vielleicht hat er dem Jungen deshalb nichts getan, sondern nur der Mutter. Entschuldige, Reed, sprich weiter. Andrew war ein Jahr lang in der Haftanstalt. Als er herauskam, wurde er zu seiner Tante gebracht, schnappte sich aber sofort Shane und lief weg. Ein paar Tage später sammelte die Polizei von Indiana sie auf. Aber Andrew erzählte ihnen, was Gibson seinem Bruder angetan hatte. Und da die Tante das Sorgerecht für beide Jungen besaß, beschloss man sie lieber in Pflegefamilien unterzubringen, als sie wieder nach Detroit zu schicken. Gibson musste sich vor Gericht verantworten. Es war aber ziemlich schwierig, die zwei Jungen zusammen unterzubringen, fuhr Mia fort. Vor allem, da einer von beiden bereits eine Jugendstrafe abgesessen hatte. Also schickte man den Fall an das Jugendamt von Chicago, wo weit mehr Familien zur Verfügung standen. Penny Hill war die zuständige Sachbearbeiterin. Sie wählte Laura Doherty aus, die schon einen guten Ruf hatte, was den Umgang mit schwierigen Kindern betraf. Und sie willigte ein, beide aufzunehmen. Was hat Laura Doherty getan, dass Kate sie dreimal umzubringen versucht hat? Das herauszufinden, hat einiges an Arbeit erfordert, sagte Mia. Die Leiterin des Amts wusste es nicht, und Penny Hill hat es nicht in ihrer Akte vermerkt. Ich bin aber noch einmal hingefahren, um mit Mrs. Blannard, ihrer alten Freundin, zu reden. Sie erinnerte sich an Shane. Er war ein hübscher Junge, blond, blauäugig. Irgendwann überlegte Laura wohl, die beiden zu adoptieren, aber dann fing Shane an, einen der kleineren Jungen zu belästigen. Der war gerade fünf. Sie seufzte resigniert. Er hat ihn angefasst. Der Missbrauchte wird zum Täter, sagte Miles. Als Laura Penny Hill zum Gespräch bat, bestritt Shane alles und gab die Schuld dem Jüngeren. Aber dann tat Shane es wieder und dieses Mal erwischte Laura ihn in Flagranti. Die Jungen mussten gehen. Und wohin kamen sie dann? fragte Spinelli. Natürlich wurde es immer schwerer, sie zusammen unterzubringen, aber Penny Hill versuchte es. Schließlich fand sie eine Familie auf dem Land, wirklich sehr bäuerlich. Sie dachte, es würde den Jungen gut tun, viel frische Luft, Arbeit und so weiter. Mia zuckte die Achseln. Und Kühe. Die Farm gehörte Bill und Bitsi Young. Sie hatten selbst zwei Söhne im Highschool-Alter, also etwas älter als die beiden Cates-Brüder. Und ab hier wird es ziemlich schwierig, sagte Reed. Wir haben viele Fragen beantwortet, aber durch unsere Nachforschungen steht das Sozialamt nun vor einem echten Problem. Alle diese Informationen stammen aus Andrews Akten. Shanes sind nicht aufzufinden. Spinelli riss die Augen auf. Sie haben die Akten verloren? So sieht es aus, sagte Mia. Die Jungen kamen vor ungefähr zehn Jahren zu den Youngs, aber im folgenden Jahr wurden keinerlei Einträge in Andrews Akte gemacht, weder von Penny Hill noch sonst jemandem. Sie sind sozusagen im Stich gelassen worden. Wieder von einer Frau, fügte Reed hinzu. Hat Penny Hill sie etwa vergessen? Westfalen zog eine Braue hoch. Das klingt nicht nach einer Frau, die als überaus engagiert und gewissenhaft beschrieben wird. Nein, das ist richtig. Mia sah in Stirn runzelnd an. Pennys Tochter erzählte, ihre Mutter habe sich immer Sorgen gemacht, dass sie etwas entging, dass einem der Kinder etwas zustoßen könnte. Jedenfalls stammt der nächste Eintrag erst wieder aus dem Jahr darauf, als Andrew in eine andere Pflegefamilie transferiert wurde. Er wird darin als stilles zurückgezogenes Kind beschrieben, gut in der Schule, besonders gut in Mathe. Aber über Shane tauchte nichts mehr in den Akten des Sozialamts auf. Wir wissen nicht, was in dem Haus der Youngs passiert ist. Reed holte ein Foto aus seinem Ordner. Aber wir wissen, dass das Haus schließlich so aussah. Bis auf die Grundmauern abgebrannt, murmelte Westfalen. Wann passierte das? Nachdem die Jungen beinahe ein Jahr dort waren, antwortete Mia. Murphy beugte sich über den Tisch und nahm das Foto zur Hand. Wie haben sie das gefunden? Das habe ich bei den Versicherungsunterlagen entdeckt. Reed zuckte die Achseln. Ich hatte so eine Ahnung. Mia schüttelte den Kopf. Mehr als nur eine Ahnung. Shane Cates Sterbeurkunde befand sich in der Datenbank des County. Todesursache Lungenversagen. Durch den Brand, sagte Aiden. Mia nickte. Genau. Reed überprüfte das Sterbedatum in seiner Versicherungsdatenbank. Dann sah er bei den Youngs nach und fand heraus, dass sie eine Woche danach den Hausbrand bei der Versicherung gemeldet haben. Dieses Foto stammt von der örtlichen Feuerwehr, sagte Reed. Sie versuchen die Leute, die damals dabei waren, zusammen zu trommeln, so dass wir sie befragen können, aber es ist ja schon fast neun Jahre her. Also können wir davon ausgehen, dass Andrew das Feuer legte und sein Bruder dabei starb, sagte Westphalen. Mia nickte wieder. Der Bruder, den er doch so unbedingt beschützen wollte. Westphalens Augen verengten sich nachdenklich. Wenn das kein Kindheitstrauma ist. Spinellis Stirn legte sich in Falten. Aber mir fehlt da noch etwas. Was hat es nun mit der magischen Zahl auf sich? Oh, die Frage erscheint beinahe einfach zu beantworten. Mia schob zwei Faxseiten nebeneinander über den Tisch. Shanes Geburtsurkunde aus Michigan und die Sterbeurkunde aus Illinois. Ich habe das Todesdatum beim ersten Mal im Computer übersehen, weil es beinahe identisch mit seinem Geburtsdatum ist. Nur eine Zahl ist anders. Shane Cates ist an seinem zehnten Geburtstag gestorben, murmelte Westphalen. Bei einem Brand, ergänzte Reed. Mia seufzte. Zähl bis zehn und fahr zur Hölle. Und was nun, wollte Spinelli wissen? Jetzt suchen wir die Youngs und die Söhne, sagte Reed. Er hat bisher alles nach einer Art logischen Reihenfolge gemacht. Es liegt nahe, dass die Youngs die Nächsten sind. Spinelli nickte. Dann will ich sie gleich morgen früh in wo war das noch gleich Mia? Lido, Illinois. Dann fahren sie dorthin. Murphy und Aiden, sie haben Rufbereitschaft. Das war's, Leute.